Maxime Chattam. Alterra. Der Krieg der Kinder. Aus dem Französischen von Maximilian Stadler und Nadine Püschel. Gelesen von Timur Niesner. Erster Teil. Das verlorene Paradies. Die Ratsversammlung. Die sonnenbeschienenen Weizenfelder vor der Stadt leuchteten in sattem Gold. Matt Carter und Amber Caldero hatten sich stets an die Hoffnung geklammert, dass Eden existierte, aber insgeheim hatten sie befürchtet, dass es in Wirklichkeit nur ein verfallenes Dorf, im schlimmsten Fall nichts als eine Legende war, die unter den Pans verbreitet wurde. Doch der prachtvolle Anblick, der sich ihnen nun bot, übertraf alle ihre Erwartungen. Rund um das verlorene Paradies zog sich ein Erdwall mit einer Palisade aus breiten, angespitzten Holzpfählen. Glücklich lauschte Matt dem Rauschen des Windes in den Getreidefeldern und betrachtete die vielen Rauchfahnen, die aus den Häusern aufstiegen. Fast glaubte er, den Duft frisch gebackener Brötchen zu riechen. Vor den südlichen Toren Edens wachten mit grimmiger Miene zwei kräftig gebaute Jugendliche. Als sie den rotbraunen Mantel des Weitwanderers erkannten, der die Neuankömmlinge begleitete, traten sie zur Seite. Hinter Matt und Amber schleppten sich Nurnia und John mit letzter Kraft in die Stadt. Nach dem Absturz des Zeppelins vor drei Tagen waren ihre Wunden noch immer nicht verheilt und ihre Kleider nur notdürftig zusammengeflickt. »Weitwanderer«, rief ein Mädchen mit Zöpfen. »Wünschst du etwas zu trinken? Sollen wir dich zum Haus der Gesandten bringen?« Floyd winkte ab und deutete auf die riesige Hündin hinter sich, die eine menschliche Gestalt auf dem Rücken trug. »Eine der unseren ist schwer verletzt. Sie muss sofort behandelt werden. Ihr Name ist Mia. Wir kümmern uns um sie.« Kaum hatte das Mädchen einen schrillen Pfiff ausgestoßen, rannten drei Jungen herbei und halfen ihr, Mia von Plushs Rücken zu heben. Sie gingen sehr behutsam vor, wobei sie immer wieder ängstliche Blicke auf die Hündin warfen, die größer war als jeder andere Hund, den sie je zu Gesicht bekommen hatten. Floyd zog seinen Mantel aus und warf ihn sich über die Schulter. »Wir gehen am besten direkt zum Haus der Gesandten«, sagte er zu seinen vier Schützlingen. »Dort könnt ihr euch ausruhen, während ich eine Anhörung vor dem Rat von Eden beantrage.« »Wir haben keine Sekunde zu verlieren«, wandte Matt ein und strich sich seine langen, braunen Haare aus der Stirn. Amber legte ihm beschwichtigend eine Hand auf die Schulter. »Ruhig blut, Matt.« »Sie werden uns empfangen. Ich mache mir Sorgen um dich. Du zitterst ja vor Anspannung.« Leise, sodass nur sie ihn hören konnte, erwiderte er. »Der Krieg hat begonnen. Und niemand außer uns weiß davon. Wie soll ich da noch ruhig bleiben?« Amber sagte nichts mehr und so folgten sie Floyd schweigend durch die Straßen der Hauptstadt der Pans. Nichts deutete mehr darauf hin, dass Eden binnen weniger Monate aus dem Boden gestampft worden war. Überall standen solide Gebäude aus Holz, die hier und da sogar auf steinerne Grundmauern gebaut waren. Zwischen den meisten Häusern waren große Planen gespannt, und wo die Wege unter freiem Himmel lagen, hatte man Gehsteige aus Brettern angelegt, um an regenreichen Tagen nicht durch Pfützen warten zu müssen. Schließlich erreichten sie das Stadtzentrum, einen riesigen Platz, auf dem ein über 50 Meter hoher, mit unzähligen gelbroten Früchten beladener Apfelbaum stand. Floyd zeigte auf ein Gebäude, das ein wenig einer Kirche ähnelte, führte sie in das geräumige Vorzimmer und hängte seinen Mantel ohne Umschweife an einen der vielen Kleiderhaken. Amber, die seit langem davon träumte, eines Tages zu den Weitwanderern zu gehören, machte keinen Hehl aus ihrer Begeisterung. Sie lugte durch eine Seitentür in ein Nebengebäude, aus dem starker Pferdegeruch drang, und erblickte eine Sattelkammer, in der die Reiterausrüstung der Weitwanderer lagerte. Dahinter reihten sich in einem langen Gang mehrere Dutzend Boxen aneinander, und einige Stallburschen eilten geschäftig hin und her. Doch da trat Floyd auch schon in den Aufenthaltsraum, und Amber beeilte sich, ihren Freunden zu folgen. Die Weitwanderer saßen in kleinen Grüppchen um mehrere Holztische herum und unterhielten sich angeregt. Ihre leeren Teller hatten sie beiseite geschoben, um einander die Notizen zu zeigen, die sie auf ihren Reisen gemacht hatten. Neugierig wandten sie sich zu Floyd und seinen Begleitern um, und ein Junge mit dunklen Haaren, grünen Augen und einem kräftigen Kinn erhob sich. »Ben«, rief Amber aus. Der Weitwanderer begrüßte sie lächelnd. Auch Matt erkannte ihn sofort. Sie hatten ihn auf der Carmichael-Insel kennengelernt, und er war damals den Verdacht nicht losgeworden, dass Amber eine Schwäche für diesen außergewöhnlich gut aussehenden Jungen hatte. »Mensch, freue ich mich, euch hier zu treffen«, strahlte Ben. »Und noch dazu ist er nett«, fluchte Matt innerlich. Doch er reagierte weniger eifersüchtig, als er erwartet hätte, da er weder den Stich im Herzen noch den Schlag in die Magengrube spürte, den ihm der Gedanke an Ben sonst versetzt hatte. Nur einen leichten Anflug von Gereiztheit. »Warum sollte ich auch eifersüchtig sein? Dazu müsste ich etwas für Amber empfinden. Sie ist eine gute Freundin, mehr nicht. Es ist Unsinn, sie für mich allein haben zu wollen.« Es gab jetzt ohnehin Wichtigeres. Er musste sich voll und ganz auf den Überlebenskampf konzentrieren, auf den bevorstehenden Krieg gegen die Zyniks. Und wenn sich unter seine Befürchtungen und Überlegungen doch einmal eine persönliche Sorge mischte, dann galt sie ausschließlich Tobias, seinem besten Freund, den der Tova Deron in sich aufgesogen hatte, der spurlos verschwunden war, in tiefster Finsternis. Mit jedem Tag trafen weitere Kinder in Eden ein. Manchmal nur kleine Gruppen aus drei oder vier Paarens, dann wieder ganze Clans mit Dutzenden von Kindern und Jugendlichen. Die Stadt wuchs und wuchs, und jeder Neuankömmling bereicherte die Gemeinschaft mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen. Sobald sich eine größere Gruppe im Schatten des Apfelbaums niedergelassen hatte, wurden sie gebeten, einen Vertreter in den Stadtrat zu wählen. Dieser Rat traf alle wichtigen Entscheidungen, urteilte in Streitfragen und regelte Edens politische Angelegenheiten. Die Tore des Ratssaals öffneten sich. In ihrer Eigenschaft als Weitwanderer betraten Floyd und Ben als Erste den Raum, den Öllampen in ein sanftes Licht tauchten. Matt und Amber folgten ihnen. Der fensterlose Saal ähnelte einer Zirkusarena. Um ein mit Brettern ausgelegtes, rundes Areal erhoben sich mehrere Sitzreihen und rot gestrichene Masten stützten die schräge Decke. Als sich Matt und Amber näherten, ging ein Raunen durch die Versammlung. Etwa 30 Jugendliche beäugten sie neugierig. Matt ließ seinen Blick über die Reihen schweifen. Im Schnitt waren die Ratsmitglieder 14 bis 16 Jahre alt, Jungen und Mädchen waren gleich stark vertreten. Das Raunen und Wispern legte sich schnell und alle warteten gespannt, was die Besucher Dringendes zu berichten hatten. Matt räusperte sich ein wenig verlegen, tat einen Schritt nach vorn und begann. Wir kommen aus dem Land der Zyniks, dem Reich von Königin Mairons, und wir bringen schlechte Nachrichten. Ihr wart bei den Zyniks? rief eines der jüngsten Ratsmitglieder halb ungläubig, halb bewundernd aus. Unterbrich ihn nicht, schimpfte jemand. Sie mobilisieren ihre Truppen, erklärte Matt weiter, um in den Krieg zu ziehen. In den Krieg? ertönte eine Stimme aus den höheren Rängen, die im Halbdunkel lagen. Gegen wen? Gibt es noch andere Erwachsene? Soweit wir wissen, nicht. Nein, der Feldzug richtet sich gegen uns. In einem Monat werden mehrere Armeen uns angreifen, um uns zu fangen oder zu töten. Ein entsetzter Aufschrei ging durch die Reihen der Ratsmitglieder. Erst als zwei Jungen aufstanden und beschwichtigend die Arme hoben, kehrte wieder Stille ein. Einer der Jungen wandte sich an Matt. Bist du sicher, dass das stimmt? Woher hast du diese Information? Ich wurde von Mairons Truppen gefangen gehalten. Dabei ist es mir gelungen, die Botschaft einzusehen, die die Königin an ihre Generäle geschickt hat. Ich kenne also ihre Pläne. Das ist die gute Nachricht, wenn man es so nennen kann. Wenn wir schnell reagieren, können wir uns noch organisieren. Wozu das? warf ein Mädchen ein. Gegen eine ganze Armee von Zynix haben wir nicht die geringste Chance. Nicht gegen eine. Die Königin stellt fünf Armeen auf, erwiderte Matt. Ein Schauer lief durch die Ratsversammlung. Aber wir haben einen klaren Vorteil, fuhr Matt schnell fort, um nicht noch mehr Panik aufkommen zu lassen. Wir kennen ihre Marschrouten und ihre Ablenkungsmanöver. Das ändert alles. Gar nichts ändert das, entgegnete das Mädchen. Selbst wenn jeder von uns zur Waffe greift, wären wir nicht mehr als viertausend. Gegen fünf Armeen von Erwachsenen in schwerer Rüstung. Auch Ember meldete sich nun zu Wort. Wir müssen die Weitwanderer zu den anderen Gemeinschaften schicken und alle Pans hierher holen, um ebenfalls Truppen aufzustellen. Da kommen höchstens noch drei oder viertausend Leute dazu, großzügig geschätzt, meinte ein Junge. Aber der Überraschungseffekt ist auf unserer Seite, hielt Ember dagegen. Und wie wäre es, wenn wir der Königin ein Friedensabkommen vorschlagen? rief jemand. Wenn wir uns kampflos ergeben, um jegliche Gewalt zu vermeiden. Auf der Welt ist doch Platz für uns alle. Matt schüttelte finster den Kopf und seine Stimme zitterte leicht, als er antwortete. Ich habe gesehen, was die Zyniks mit den entführten Pans anstellen. Dieses Schicksal ist nicht das kleinere Übel, das könnt ihr mir glauben. Sie treiben ihnen einen Ring in den Nabel, der den Pans jegliche Willenskraft raubt und sie zu ergebenen Sklaven macht. Die Gefangenen sind bei vollem Bewusstsein, aber ihnen wird die Fähigkeit genommen, selbstbestimmt zu handeln, ungehorsam zu sein, zu viel nachzudenken, ein Albtraum. Das ist ja schrecklich, schrie ein anderes Ratsmitglied. Sie entführen also die Pans, um sie als Sklaven auszubeuten? Nein, nicht direkt, erklärte Ember. Die Entführungen dienen der sogenannten Hautjagd, zu der Malrance sie angetrieben hat. Die Zyniks glauben an eine von der Königin verkündete Prophezeiung, die besagt, dass ein Kind eine bestimmte Anordnung von Muttermalen auf der Haut trägt. Diese Male stellen eine Karte dar, und wenn man diese Karte neben die Zeichnungen auf einen Tisch aus Stein legt, offenbart sie den Weg zur Erlösung, wie Malrance behauptet. Die Erlösung? Was soll das sein? fragte ein Jugendlicher, der in der vordersten Reihe saß. Die Zyniks sind überzeugt, dass der Sturm eine Strafe Gottes war, weil sie gesündigt haben. Malrance ist auf diesem Tisch mit den Zeichnungen aufgewacht. Sie nennen ihn das steinerne Testament. Und dass wir Kinder so anders sind als die Erwachsenen nach dem Sturm, halten sie für den Beweis ihrer Sünden. Sie glauben, dass eine neue Ära eingeleitet wurde, in der sie ihre Nachkommen opfern müssen, um Gott zu beweisen, dass sie seine Gnade verdienen. Also jagen sie uns, um uns zu unterwerfen und damit ein für allemal zu verleugnen. Gleichzeitig wollen sie auf diese Weise das Kind mit der Karte finden, die sie den großen Plan nennen. Kaum hatte Ember zu Ende gesprochen, setzten wilde Diskussionen ein. Das ist der reinste Fanatismus! Die sind komplett verrückt geworden! Das wäre nichts Neues. Und wenn sie Recht haben? Red kein Quatsch! Gott würde niemals verlangen, dass ihm Kinder geopfert werden. Doch, doch, genau das hat er schon mal gemacht. Um Abraham zu prüfen, hat ihm Gott befohlen, seinen eigenen Sohn zu opfern. Aber dann hat Gott verhindert, dass er ihn umbringt. Die Bibel ist nur ein Buch, hört auf, so einen Unsinn zu verzapfen. Das alles stimmt doch gar nicht. Ich glaube an Gott! Ich auch! Also seid ihr Zyniks! Ganz bestimmt nicht! Mehrere Pans versuchten, ihre Gefährten zu beschwichtigen, aber die meisten waren in ihrer Aufregung einfach nicht zu bremsen. Mich wundert das nicht. Sobald der Mensch mit Dingen konfrontiert wird, die ihn überfordern, flüchtet er sich in die Religion. Das gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit. Ein Gefühl der Überlegenheit, meinst du wohl. Genau das hat… Ruhe! Brüllte Matt. Auf einen Schlag wurde es still im Saal. Matt musterte die Ratsmitglieder so eindringlich und ernst, dass sie respektvoll schwiegen. Innerhalb eines Jahres hatte Mets Leben sich radikal verändert. Er hatte unzählige Gefahren überstanden und mehrmals dem Tod ins Auge gesehen. In seinem Blick lag harte Entschlossenheit und er strahlte eine Selbstsicherheit aus, die er vor dem Sturm noch nicht gehabt hatte. Wie Tobias vorhergesagt hatte, schlüpfte er wie selbstverständlich in die Rolle des Anführers. Rund dreißig Augenpaare sahen ihn erwartungsvoll an. Wenn wir Mann gegen Mann kämpfen, haben wir keine Chance gegen die fünf Armeen der Königin. In diesem Punkt sind wir uns wohl alle einig, sagte er. Aber wenn wir organisiert gegen sie vorgehen und Verzögerungstaktiken nutzen, können wir diesen Krieg vielleicht für uns entscheiden. Wir haben nichts, das wir ihnen entgegensetzen könnten, protestierte einer der ältesten Pahns des Rats. Und die Zyniks geben ganz sicher nicht beim ersten Gefecht auf. Matt nickte. Wir wissen nicht, was es mit diesem großen Plan und dem steinernen Testament tatsächlich auf sich hat, aber wir wissen immerhin, wo sie sich befinden. Der Tisch aus Stein steht im Schloss der Königin Mairons, im Herzen ihres Reiches, Wirtlon Dice. Und der große Plan? fragt ein Mädchen. Wisst ihr etwa, wer das gesuchte Kind ist? Ich, gestand Amber und trat einen Schritt vor. Ben, der Weidwanderer, fuhr zusammen und starrte sie fassungslos an. Du? fragte er. Amber darf den Zyniks auf keinen Fall in die Hände fallen, schaltete sich Matt wieder ein. Aber wenn es uns gelingt, die Muttermale auf ihrem Körper mit der Karte des steinernen Testaments zu vergleichen, dann wären wir in der Lage, Mairons einen Handel vorzuschlagen. Glaubt ihr, wir könnten ihnen diese Erlösung irgendwie wegschnappen? Was auch immer sich hinter all dem verbirgt, wir müssen es vor den Zyniks herausfinden. Eines der Ratsmitglieder erhob sich. Der Junge war hochgewachsen und schlank. Er hatte ein kantiges Gesicht und einen fast kahlen Schädel. Die anderen blickten ihn ehrfürchtig an und Matt spürte sofort, dass er großen Einfluss in Eden hatte. Ich habe einen anderen Vorschlag, sagte der Junge mit ruhiger, einnehmender Stimme. Wir könnten uns den Frieden erkaufen, indem wir Amber zum Tausch anbieten. Ich bin sicher, dass Mairons uns einen Krieg ersparen würde, wenn wir ihr das liefern, was sie so sehnlich sucht. Matt erstarrte. Wie konnte dieser Kerl es wagen? Wieder ging ein Raunen durch den Saal und das Stimmengewirr schwoll an. Embers Schicksal schien besiegelt. Abstimmung und Strategie Wie betäubt wich Amber ein Stück zurück. Verraten. Von den eigenen Leuten. Matt stürzte aus der Mitte des Areals zum Rand und baute sich Drohnen vor den Rängen auf. Seid ihr noch zu retten? schrie er außer sich vor Wut. Ihr seid ja genauso perfide wie die Zyniks. Wie könnt ihr ernsthaft in Erwägung ziehen, eine von uns ans Messer zu liefern? Erklär du es ihm, Neil, bat jemand den charismatischen Sprecher, der Matt gegenüberstand. Das ist nicht perfide, sondern schlicht die vernünftigste Lösung, erwiderte Neil. Im einen Fall kämpfen wir alle und riskieren das Leben tausender Pans, ohne sicher zu sein, dass wir gewinnen. Im anderen Fall verlieren wir eine aus unseren Reihen und machen uns diese Königin vielleicht sogar zu Verbündeten. So einfach ist das. Du willst also dem Feind unsere Seele verkaufen, ohne überhaupt zu wissen, was hinter dem großen Plan steckt? Und wenn es sich um eine Geheimwaffe handelt, wie lange würde es dann deiner Meinung nach dauern, bis Malrons uns damit vernichtet wie lästiges Ungeziefer? Und überhaupt nie im Leben werde ich Amber als Pfand einsetzen. Du bist nicht objektiv, wehrte Neil ab. Ihr seid Freunde. Ich schlage vor, dass wir dich von der Abstimmung ausschließen, denn es ist offensichtlich, dass du nicht imstande bist, eine weise Entscheidung für das Wohl unserer Gemeinschaft zu treffen. Matt spürte, dass sich die Ratsversammlung in zwei Lager zu spalten begann. Mit versteinerter Miene verfolgte Amber, die sich hinter die beiden Weitwanderer gestellt hatte, das Geschehen. Wenn ihr, Amber, die Zynix ausliefern wollt, dann nur über meine Leiche, brüllte Matt wild entschlossen. Das Getuschel im Saal erstarb. Der Rat muss abstimmen. Hier geht es um unser Überleben, erwiderte Neil hastig, um die Oberhand zu behalten. Wer will sich einen Krieg ersparen? Hebt die Hand. Matt war sprachlos, wie unverfroren Neil die Diskussion an sich riss und die anderen mit seiner Darstellung der Dinge zu beeinflussen versuchte. Neil stand aufrecht mit erhobenem Arm da und drehte sich um, damit er sehen konnte, wer seinem Beispiel folgte. Die meisten Pans zögerten. Neil ermahnte sie. Was ist? Wollt ihr lieber selbst in den Krieg ziehen und euer Leben riskieren, als dieses Mädchen zu opfern? Da erhoben sich zwei weitere Ratsmitglieder, zwei dunkelhäutige Mädchen, die offensichtlich Schwestern waren, so sehr ähnelten sie sich. Matt Card hat recht, und du hast Unrecht, Neil McKenzie, sagte die Größere der beiden. Was für ein Volk wären wir, wenn wir dem Feind bereitwillig eine der unseren zum Fraß vorwürfen, nur um ein paar Monate länger unbehelligt zu bleiben. Die Jüngere, die ebenso hübsch und anmutig war wie ihre Schwester, sprach sofort weiter, um Neil gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen. Und sollte Amber eine Art Karte sein, dann liegt es an uns, diese Chance zu nutzen, anstatt sie dem Feind auf dem Silbertablett zu servieren. Neil winkte wütend ab, und als er sah, dass nur wenige Pans gewillt waren, für seinen Vorschlag zu stimmen, sprang er über die unterste Sitzreihe in das Areal und stapfte mit einem bösen Seitenblick auf Matt Richtung Ausgang. Dieser Rat ist viel zu zart beseitet, zischte er im Vorbeigehen. Mit solchen Feiglingen sind wir dem Untergang geweiht. Wenn ihr mir nicht zuhören wollt, werde ich euch meine Anwesenheit ersparen. Nachdem Neil verschwunden war, stellten sich die Schwestern vor. »Ich bin Sally«, sagte die Ältere, »und ich mail es. Herzlich willkommen in Eden«, Ben wandte sich zu Amber um. »Die beiden sind neben Neil die engagiertesten Mitglieder des Rats«, flüsterte er, »und auch die weisesten.« »Ihr scheint sehr gut über die Zynix informiert zu sein«, fuhr Sally fort. »Könnt ihr uns mehr über sie berichten?« »Mit dem Sturm haben fast alle das Gedächtnis verloren«, erzählte Matt. »Sie erinnern sich weder daran, wer sie sind, noch woher sie kommen. Deshalb folgen sie Malrance. Sie gibt ihnen Halt, weil sie alles zu wissen scheint.« »Woher hat sie diese Kenntnisse?«, fragte Mailis. »Ich weiß nur, dass sie nach dem Sturm auf diesem Tisch mit den eingravierten Zeichnungen aufgewacht ist. Dann hat sie riesige Feuer entfacht, um die Überlebenden zu sich zu locken und sie mit ihrem religiösen Gequatsche gegen uns aufzuhetzen.« »Wenn sie auf diesem Tisch aufgewacht ist, dann muss sie etwas Besonderes sein«, sagte ein etwas abseits sitzender Junge. »Vielleicht hat sie ja recht und sie ist tatsächlich von Gott aus erwählt.« Diesmal trat Ember an den Rand des Areals. »Das glaube ich nicht. Ich denke, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn die Erwachsenen sich verloren fühlen, suchen sie nach Halt. Sie fürchten nichts mehr als das, was sie nicht begreifen. Und ich denke, dass die Angst und die Ungewissheit, die der Sturm ausgelöst hat, sie auf die einzige Sache zurückgeworfen haben, die ihnen noch bleibt. Die Religion. Daran klammern sie sich jetzt, wie an einen rettenden Strohhalm. Wie erklärst du dir dann, dass die Königin weiß, was mit dem steinernen Testament und der Karte aus Muttermalen zu tun ist? Das kann sie sich doch nicht alles ausgedacht haben, oder? Das muss mit dem Sturm zusammenhängen. Als er über unser Land hinweggefegt ist, hat er die Gene der Pflanzen und mancher Tierarten verändert. Auch unser Erbgut hat er durcheinandergewirbelt. Mit diesem Sturm haben wir in der Evolutionskette einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Aber während in der Welt alles auf den Kopf gestellt wurde, war unser Geist hellwach. Wie beim Träumen lief unser Unterbewusstsein auf Hochtouren. Ich nehme an, dass es manchen Menschen gelungen ist, bestimmte Signale aufzufangen. So muss es auch bei Malrons gewesen sein. Ihr Unterbewusstsein hat die vom Sturm ausgesandten Signale empfangen, als sie auf diesem Tisch aufgewacht ist. Ich gehe nämlich davon aus, dass dieser Tisch erst während des Sturms entstanden ist, sei es durch Wind, Blitze oder Regen. Das steinene Testament ist ganz sicher eine Schöpfung der Natur. Das Gleiche gilt für die Anordnung meiner Muttermale, die schon im Erbgut angelegt ist. Das ist eine Sprache, die wir noch nicht verstehen. Durch unsere Muttermale kommuniziert die Natur mit uns. Wenn man also die Gravierungen auf dem Tisch mit deinen Muttermalen vergleicht, würde die Karte etwas offenbaren, das mit dem Sturm zu tun hat? fragte Serli. Ich glaube ja. Etwas Wichtiges, das auf keinen Fall in die Hände der Zyniks fallen darf. Sie sind viel zu fanatisch, und Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Die Ratsmitglieder steckten die Köpfe zusammen und tuschelten aufgeregt. Die Schwestern baten energisch um Ruhe, dann wandte sich Serli wieder an Ember und Matt. Die Lage ist ernst. Wir müssen eine Entscheidung treffen, und zwar gemeinsam. Gesellt euch zu uns, denn eure Stimme hat Gewicht. Hier geht es um die Zukunft unseres Volkes. Matt und Ember hatten kaum Platz genommen, als hinter einem Samtvorhang eine wohlbekannte Gestalt hervortrat. Matt sprang auf und umarmte den Neuankömmling voller Freude. Dark, was machst du denn hier? Sind die anderen von der Insel auch da? Nein, ich bin allein hierher gereist, um mir Eden anzusehen und den Kontakt zwischen unseren Gemeinschaften zu vertiefen. Man hat mir erlaubt, an der Ratsversammlung teilzunehmen, allerdings nur als passiver Zuschauer. Das war nicht leicht, als ich euch hereinkommen sah. Und dein Bruder Reggie? fragte Ember. Der vertritt mich auf der Carmichael-Insel. Na, da kannst du dich auf ein ordentliches Chaos gefasst machen, wenn du zurückkommst. Plötzlich schien Dark zu bemerken, dass der Dritte im Bunde fehlte. Wo steckt Tobias? Ember und Matt wechselten einen betroffenen Blick. Da Matt keinen Ton herausbrachte, übernahm Ember die Antwort. Er ist verschwunden. Verschwunden? Oh nein, sagt bloß nicht, er ist… Er wird gefangen gehalten, stieß Matt mit zittriger Stimme hervor. Von wem? fragte Dark. Von dieser Königin, Malrance? Nein, es ist… Kompliziert. Aber dann müssen wir ihn befreien. Ich komme mit zusammen, können wir ihn bestimmt… Nein, Dark. Im Moment können wir nichts tun. Matt stieg zu den höheren Rängen hinauf und damit war die Unterhaltung beendet. Als erstes beschloss die Ratsversammlung, ein Inventar der Ressourcen aufzustellen, über die Eden verfügte. Innerhalb eines Monats können wir Lanzen und Pfeile für sämtliche Bewohner herstellen und ihnen den Umgang damit beibringen, ergänzte ein weiterer Junge. Milton Zernovich zum Beispiel war jahrelang in einem Bogenschützenclub. Er ist der Anführer unserer Jäger. Er könnte das übernehmen. Zusammen mit Tanja, sie ist bei weitem unsere beste Bogenschützin, rief ein Mädchen. Wir sollten auch lernen, wie man Schwerter schmiedet, meinte ein anderer. So viel Zeit haben wir nicht. Davon abgesehen gibt es hier keine einzige Eisenmine. Waffen hin oder her, wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen. Eden allein kann fünf Armeen von Zynix nicht standhalten. Als Zerli sich erhob, schwiegen die anderen respektvoll. Lasst uns Botschafter in alle uns bekannten Gemeinschaften schicken und ihnen die Lage erklären. Sollte Eden in diesem Krieg fallen, würden sie dasselbe Schicksal erleiden, wenn sie isoliert und schlecht organisiert bleiben. Aber zusammen können wir gewinnen. Diese Aufgabe könnten die Weitwanderer übernehmen, schlug Mähles vor. Wir haben nicht genug Weitwanderer, wandte jemand ein. Dann schicken wir zusätzlich Freiwillige los. Mich zum Beispiel, rief Dark, der sich bislang im Hintergrund gehalten hatte. Es tut mir leid, dass ich so dazwischen platze, obwohl ich versprochen habe, nichts zu sagen. Aber schließlich handelt es sich hier um eine besondere Situation, nicht wahr? Ich bin gern bereit, die Clans im Osten zusammenzutrommeln. Ich kenne einige, darunter die Inselgemeinschaft, die ich vertrete. Mähles nickte eifrig. Jede Hilfe ist willkommen. Mähd, sagte Sally, kannst du uns genaueres über die Angriffspläne der Königin sagen? Mähd stand auf, damit alle ihn hören konnten. Seid ihr sicher, dass wir allen Anwesenden uneingeschränkt vertrauen können? Die Erfahrung hat uns gelehrt, vor Verrätern auf der Hut zu sein, und davon gibt es leider so manche unter den älteren Pans. Hier wurden schon einige lebenswichtige Entscheidungen getroffen, und bisher wurde noch kein einziger Verrat begangen. Du kannst offen sprechen. Mähd musterte jeden Paar eingehend, als wollte er ihre Loyalität testen. Dann legte er los. Der Pass der Wölfe spielt in der Strategie der Königin eine zentrale Rolle. Das ist der einzige Weg, der von unserem Territorium durch den Blindenwald in das Gebiet der Zynix im Süden führt. Wisst ihr, ob die Geschichten stimmen, die man sich über diesen Wald erzählt? Ist er wirklich undurchdringlich? Oh ja, bestätigte Amber. Wir haben ein paar Tage darin zugebracht. Dort ginge sogar eine ganze Armee zugrunde. Bewundernd wisperten sich einige Pans zu. Sie waren im Blindenwald. Unglaublich, sie haben sich bis in den Süden durchgekämpft. Wie gesagt, ist der Pass der Wölfe die einzige Schneise durch den Blindenwald, fuhr Mähd fort. Die Zynix haben dort eine Festung errichtet und überwachen den Pass scharf. Um unser Misstrauen nicht zu wecken, wollen sie nach und nach kleinere Trupps durch den Pass schleusen, die dann in einem Bogen an Eden vorbeimarschieren und sich im Norden der Stadt sammeln, bis die gesamte erste Armee auf unserem Gebiet bereitsteht. Wenn es soweit ist, fällt die dritte Armee in unser Land ein und macht alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt. Das ist die kleinste Armee der Königin, und ihr Auftrag ist simpel. Unsere Siedlungen und Felder verwüsten, damit wir von Westen her angreifen. Dann stürmt die zweite Armee durch den Pass der Wölfe und attackiert unsere schutzlos zurückgelassene Hauptstadt. Und während unsere Truppen im Westen gegen die dritte Armee kämpfen, schlägt die erste Armee aus dem Norden zu. »Und die vierte und fünfte Armee?«, fragte Mailes. »Die rücken als letzte an, um die beiden anderen bei der Belagerung Edens zu unterstützen.« »Wir haben nicht die geringste Chance«, stöhnte ein Junge. »Selbst wenn es uns gelingen sollte, alle Paarangemeinschaften zu vereinen, wären wir nicht mehr als sieben oder bestenfalls achttausend. Bei einem so gut vorbereiteten Gegner halten wir Eden nicht länger als ein paar Tage. »Außer wenn wir ihm zuvor kommen«, meinte Sally. »Und wie willst du das anstellen?« »Wenn die erste Armee in kleinen Trupps einmarschiert, können wir die Vorhut am Pass der Wölfe abfangen und uns dann Zugang zu ihrer Festung verschaffen. Mit einem geschickten Manöver ist das bestimmt machbar. Und wenn wir die Festung erobert haben, können wir verhindern, dass die anderen Trupps nach Norden gelangen.« »Du willst in die Höhle des Löwen vordringen? Das ist mutig.« »Selbstsicher«, erwiderte Melis. »Da der Feind so übermächtig ist, sollten wir uns dort anschleichen, wo er uns nicht sehen kann. Dass wir kleiner sind, muss kein Nachteil sein.« »Ha«, lachte der Junge. »Die Dorlando-Schwestern haben es wirklich faustdick hinter den Ohren.« »Das ist ein guter Plan«, sagte ein Mädchen und ernte damit allgemeine Zustimmung. »Außerdem haben wir ja Matt und Amber, die viel über die Zynix und den Pass der Wölfe wissen. Ihr könnt uns führen.« Matt schüttelte den Kopf. »Wir waren noch nicht dort. Die Weitwanderer kennen den Pass sicher besser als wir.« Ben meldete sich zu Wort und sagte mit einem Blick zu Matt. »Ich kenne diesen Jungen, und ich kann euch versichern, dass er ein hervorragender Krieger ist. Wir haben auf der Carmichael-Insel zusammen gegen die Zynix gekämpft. Er wird uns zeigen, wie man sich in der Schlacht zu verhalten hat.« »Ich glaube, du wurdest soeben zum General ernannt«, sagte Sally zu Matt. »Ich? Aber ich... Nein, ich habe keine Ahnung von Strategie und... Wir brauchen einen glaubwürdigen und erfahrenen Anführer«, unterbrach sie ihn. »Eden zählt auf dich.« Während die Ratsmitglieder diese Ernennung mit begeistertem Applaus quittierten, stupste Amber Matt aufmunternd in die Seite. »Mach nicht so ein Gesicht. Du bist wie geschaffen für diese Aufgabe.« »Das geht mir alles ein bisschen zu schnell«, antwortete er. »Wir haben keine andere Wahl. Bald stehen Malrons Truppen vor der Tür.« Matt starrte Amber mehrere Sekunden lang an, ohne zu antworten. Seine Gedanken überschlugen sich. Eine innere Stimme sagte ihm, dass er sich nicht verpflichten durfte, die Pans von Eden in den Krieg zu führen. Denn seit Tobias' Verschwinden spürte Matt mit jedem Tag deutlicher, dass er eine andere Mission zu erfüllen hatte. Und zwar allein. Eine schwere Entscheidung Im sanften Sonnenschein des Nachmittags lag Eden unter dem strahlend blauen Himmel so friedlich da, als könne nichts und niemand es erschüttern. Es war schwer vorstellbar, dass über diesem schützenden Hafen bereits der Schatten des Krieges aufzog. Matt und Amber gingen zur Krankenstation, um sich nach Mia zu erkundigen. Sie wurde immer noch von heftigen Fieberschüben geschüttelt, und die Pans, die sie behandelten, waren in großer Sorge um sie. Sprachlos beobachtete Amber die Kraft einer Alteration, die sich vor ihren Augen vollzog. Ein Mädchen legte seine Hände auf die geschwollene Wunde am Oberschenkel und konzentrierte sich. Gleich darauf stieg eine kleine Rauchwolke auf, und gelblicher Eiter quoll hervor. Der Vorsteher der Krankenstation, ein älterer Junge, erklärte den Besuchern, was hier vor sich ging. Flora kann Wunden heilen. Schon als kleines Kind hat sie verletzte Tiere mit zu sich nach Hause genommen und sich um sie gekümmert. Nach dem Sturm hat sie außergewöhnliche Heilkräfte entwickelt, oder eine ärztliche Alteration, wie wir sagen. Ihr benutzt auch den Begriff Alteration? fragte Amber erstaunt. Ja, das klingt weniger beängstigend als Macht oder besondere Kräfte. Ich glaube, der Begriff kommt aus dem Osten. Da soll es eine Insel geben, auf der uns die Pans in der Beherrschung ihrer Fähigkeiten weit voraus sind. Amber grinste breit. Matt erinnerte sich, wie Amber die Pans auf der Carmichael-Insel vom positiven Nutzen ihrer ungewohnten Kräfte überzeugt und die Bezeichnung Alteration eingeführt hatte. Offenbar trug diese Pionierarbeit nun Früchte. Amber hatte allen Grund, stolz zu sein. »Mias Körper kämpft gegen eine Infektion«, erläuterte der Junge. »Ist sie stark genug, kommt sie durch.« »Wenn nicht...« Amber strich sanft über die Stirn der Kranken. Es gab nichts, was sie für sie tun konnten. Später am Nachmittag spazierten Amber und Matt die Hauptstraße entlang, die zum Platz mit dem Apfelbaum führte und bewunderten das geschäftige Treiben in der Stadt. Lebensmittel wurden verteilt, Wasserträger schleppten volle Eimer herbei oder führten mit Schläuchen beladene Esel an der Leine und aus den Backstuben drang der Duft von frischem Brot. Wachposten patrouillierten in den Straßen und viele Pans kehrten von der Feldarbeit, der Jagd oder den Wäschereien am Fluss zurück. Die beiden Freunde schauten sogar in ein langes, schmales Gebäude, in dem Stoff aus Pflanzenfasern hergestellt wurde. Die Pans hatten ein Gesellschaftsmodell geschaffen, das ohne Geld auskam und ausschließlich auf Arbeitsteilung beruhte. Alle packten mit an, da sie wussten, dass das Überleben ihrer Gemeinschaft davon abhängt. Hier und da hörten Amber und Matt einen Pan über die Aufgabe murren, die ihm zugeteilt worden war, aber die meisten Posten waren nur vorübergehend. Alle paar Wochen wurde gewechselt, sodass jeder auch einmal mit leichteren und angenehmeren Dingen betraut war. Amber und Matt bogen in eine Gasse ein, die von Planen überspannt war. Viele Straßen wurden so vor Unwettern geschützt. Hier war die Luft heiß und stickig, und aus zahlreichen Kohlebecken, auf denen Mais oder Fleisch gegrillt wurde, stieg ein beißender Geruch auf. Die beiden nahmen sich ein paar Leckerbissen und knabberten daran, während sie plauderten. Nach einer Weile tippte Matt vorsichtig unter die blutverkrustete Stelle auf Ambers Hals, wo Malrons spiritueller Berater sein Messer angelegt hatte, um sie einzuschüchtern. Denkst du manchmal noch daran? Amber zuckte mit den Achseln und warf ihren abgenagten Maiskolben weg. Ich hab ab und zu Albträume. Dieser Mistkerl hat dafür gebüßt. Der tut dir nie wieder was. Es gibt andere. Mit den Zynics wird es immer andere geben. Fanatismus ist wie eine Seuche, die ganze Armeen ansteckt und sich überall dort ausbreitet, wo Unwissenheit herrscht. Solange wir nicht in der Lage sind, diese Unwissenheit zu beseitigen, werden sie so bleiben, wie sie sind. Wir werden sie erziehen. Wenn es sein muss, bringen wir jedem einzelnen Zynik bei, uns nicht mehr zu hassen. Indem wir gegen sie kämpfen? Matt schüttelte verlegen den Kopf. Sie sind es, die uns angreifen. Und wir werden zurückschlagen, um uns zu verteidigen, entgegnete Amber bitter. Matt hätte ihr gerne eine optimistische Antwort gegeben, aber ihm fiel einfach nichts ein, das vernünftig und aufrichtig geklungen hätte. So gingen sie schweigend weiter. Bei den Stellen trafen sie auf Plusch. Die Hündin war von Kopf bis Fuß gestriegelt und ihr gewähltes Fell glänzte. Als sie Matt sah, sprang sie vor Freude wedelnd auf ihn zu, leckte ihm das Gesicht ab und lich ihm für den Rest des Abends nicht mehr von der Seite. Sie aßen mit den Weitwanderern Floyd und Ben und mit John und Nurnia, die Tobias in der Zynikstadt Henock aus der Gefangenschaft befreit hatte, im Haus der Gesandten zu Abend. Die Qualen des Nabelrings schienen allmählich von ihnen abzufallen, doch hin und wieder starrten die beiden noch minutenlang ins Leere, als reiße die Erinnerung sie in ihr Sklaven-Dasein zurück. Niemand sprach über den Krieg. Noch sollte nichts an die Öffentlichkeit gelangen, denn die Ratsversammlung wollte am nächsten Tag wieder zusammentreten und sich über das weitere Vorgehen abstimmen. Nach dem Essen ging Matt mit Plush nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Amber gesellte sich zu ihnen und setzte sich neben Matt auf den Gehsteig aus Holz. »Man sieht viele Sterne«, sagte sie sanft. »Ich dachte gerade, dass Tobias das gefallen würde.« Amber lehnte ihren Kopf an die Schulter ihres Freundes. »Wir konnten nichts tun. Es ging alles so furchtbar schnell. Du darfst dir keine Vorwürfe machen.« Matt nickte bedächtig. »Er ist nicht tot«, sagte er fast unhörbar. »Matt, du quälst dich nur. Tobias ist gestorben. Ich weiß, das ist grausam, ja, unerträglich, aber es ist die Wahrheit.« Plush legte den Kopf zwischen die Pfoten und seufzte, als teile sie den Schmerz ihres Herrchens. »Ich weiß, dass er nicht tot ist«, beharrte Matt. »Ich habe lange darüber nachgedacht, was da passiert ist. Der Torvaderon hat ihn verschluckt. Er hat ihn aufgesogen. Er hat ihn verschlungen. Ja, aber nicht so, wie du denkst. Weißt du noch, was ich euch über meine Träume erzählt habe? Wenn der Torvaderon mein Unterbewusstsein durchforscht, spüre ich, dass er da ist, und einmal hat er das Tor zu seinem Wesen nicht verschlossen, einmal bin auch ich in sein Inneres gelangt. »Ich habe gesehen, woraus er besteht. Sein Geist ist ein Gefängnis, in dem er seine Opfer einsperrt. Er foltert sie und saugt ihnen Lebenskraft aus. Aber sie sind nicht tot.« »Das ist unmöglich. Wir haben ihn doch beide gesehen. Dieses Monster ist so durchlässig wie eine Wolke.« »Sein Körper ist nur ein Tor, eine Pforte zu einem fernen, fremden Land, in dem er seine Beute einschließt, um sie nach und nach zu fressen. Ich bin sicher, dass Tobias dort ist. Wir können ihn noch retten. Ich weiß nicht wie. Aber er ist noch nicht vollkommen verloren.« Amber musterte Matt beunruhigt. »Wir haben ihm schon gegenübergestanden. Er ist unbesiegbar. Das weißt du. Außerdem lassen seine Späher niemanden in seine Nähe. Nicht, wenn ich mich ausliefere.« »Matt, das ist Selbstmord.« Er ließ die Schultern hängen. »Ich weiß.« Amber nahm ihn in die Arme. »Glaub mir, ich bin genauso traurig wie du. Aber du machst Tobi nicht wieder lebendig, indem du dich opferst.« Da tauchte hinter ihnen eine Gestalt auf. »In der Nacht ist es schön ruhig, nicht wahr?« sagte Ben und setzte sich neben sie. »Eden ist eine tolle Stadt«, erwiderte Amber nickend. »Da können die Siedlungen der Zyniks nicht mithalten.« »Wenn das unsere Eltern sehen könnten«, meinte Ben und biss sich sofort auf die Lippen. »Es tut mir leid. Was rede ich da für einen Blödsinn?« Aus einem nahegelegenen Gebäude drang fröhliche Musik, ein Gemisch aus Seiteninstrumenten und Trommeln. Die Gruppe spielte zwar recht schief, brachte aber einen ordentlichen Beat zustande. »Das Orchester von Eden«, erklärte Ben. »Es sorgt jeden Abend im Salon der Erinnerung für Stimmung.« »Was ist das?«, fragte Amber. »Ein Lokal, in dem man Karten spielen und sich bei einem Honiggetränk Geschichten erzählen kann. Es ist sehr gemütlich dort.« So klingt es auch. In die Musik mischte sich immer wieder lautes Gelächter. »Wie wird der Rat deiner Meinung nach entscheiden?«, fragte Amber weiter. »Alles ist gesagt, denke ich. Uns bleibt keine Wahl. Wenn wir überleben wollen, müssen wir dem Krieg zuvorkommen. Möglichst viele Truppen aufstellen und Malrons Armeen dort angreifen, wo sie es nicht erwarten. Auf ihrem eigenen Territorium. Die erste Armee können wir problemlos ausschalten, wenn wir die Soldaten überfallen, sobald sie aus dem Pass der Wölfe kommen. Und die anderen?« »Du wirst also losziehen und die anderen Gemeinschaften zu den Waffen rufen?« »Ich denke schon.« »Und ihr?« »Ich weiß nicht recht, wie ich mich nützlich machen soll. Ich träume davon, auch Weitwanderer zu werden, aber ich bin noch nicht 16. Vielleicht könntet ihr unter diesen besonderen Umständen eine Ausnahme machen, damit ich euch helfen kann.« Matt schaltete sich in die Unterhaltung ein. »Amber, du wärst hier noch nützlicher, um den Pans bei der Entwicklung ihrer Alteration zu helfen.« »Nein, nicht schon wieder. Ich habe die Nase voll von... Aber du bist genau die Richtige dafür. Dir ist es zu verdanken, dass wir das Beste aus uns herausholen konnten. Der Umgang mit der Alteration liegt dir einfach. Das ist mir zu wenig. Ich will auf Wanderschaft gehen, forschen, Wissen vermitteln, Teil einer Gruppe sein.« »Du bist doch schon Teil einer Gruppe. Die Gemeinschaft der Drei ist...« Matt unterbrach sich. Mit einem Mal wurde ihm bewusst, dass es die Gemeinschaft der Drei nicht mehr gab. Ohne Tobias hatte sie keinen Sinn mehr. Er sprang auf. »Wo gehst du hin?«, fragte Amber. »Mich herausruhen. Ich muss Energie tanken.« »Meine Entscheidung steht. Ich werde Tobi nicht im Stich lassen. Sobald ich mich fit genug fühle, breche ich nach Süden auf, um den Torvaderon zu finden.« Dilemma Am nächsten Morgen tauchte Amber nicht auf. Matt durchkämmte die ganze Stadt nach ihr, doch niemand hatte sie gesehen. Gegen Mittag wurde er allmählich unruhig. Als er sich gerade im Haus der Gesandten zum Essen hingesetzt hatte, kam auch Amber in den Saal. »Wo warst du?«, fragte er mürrisch. »Ich habe dich überall gesucht.« Überrascht von seinem aggressiven Ton blieb Amber stehen. »Auf den Feldern von Eden. Ich wollte nachdenken. Heute fängt meine Ausbildung an.« »Welche Ausbildung?« »Zur Weitwanderin.« »In Eden ist alles Wissen zusammengetragen worden, über das die Pans verfügen. Die Weitwanderer werden in Pflanzen- und Tierkunde unterrichtet und absolvieren ein Überlebenstraining, bei dem sie auch Kampftechniken lernen.« »Dann hast du dich also entschieden?« »Ja. Du gehst sowieso weg, nicht wahr?« Matt senkte den Blick auf seinen Teller und sprach während der gesamten Mahlzeit kein Wort mehr. Am Nachmittag ging Amber zu ihren Kursen und Matt legte sich in seinem Zimmer im ersten Stock des Gebäudes aufs Ohr. Anderthalb Monate war er auf Achse gewesen. Die Reise durch den blinden Wald und das Land der Zynix hatte tiefe Spuren hinterlassen. Er wollte sich schnell von den Strapazen erholen, um wieder mit voller Kraft losziehen und seinen Feind aufspüren zu können. Und wenn er dafür die Welt aus den Angeln heben musste. Trotzdem waren seine Gedanken nicht nur beim Torvaderon. Die bevorstehende Trennung von Amber machte ihm zu schaffen. Er fühlte sich stärker, wenn sie bei ihm war, und die bloße Vorstellung, sie vielleicht nie mehr oder erst nach langer Zeit wiederzusehen, schnürte ihm die Kehle zu. Und dann war da noch mal Reims. Trotz all der Gefahren, die er durchgestanden hatte, wusste er immer noch nicht, warum sie ihn suchte. Warum hatte sie in allen Städten ihres Reiches Steckbriefe mit seinem Konterfei anschlagen lassen? Woher wusste sie überhaupt, wie er aussah? Lag es an ihren seltsamen Träumen, dass er in den Reihen der Zynix so bekannt geworden war? Gab es eine Verbindung zwischen ihm und dem großen Plan? Wenn dies der Fall war, durften Amber und er sich nicht trennen. Ich kann Tobi nicht im Stich lassen. Ich bin sicher, dass er nicht tot ist. Er wird von... von ihm gefangen gehalten. Nur ich kann ihn retten. Ich bin der Einzige, der sich dem... dem Torvaderon nähern kann, ohne von den Spähern in Stücke gerissen zu werden. Matt war es zuwider, an den Namen seines Feindes zu denken, geschweige denn, ihn auszusprechen. Er hatte das Gefühl, dieser Geistegestalt dadurch mehr Macht über sich zu verleihen. Matt war hin- und hergerissen zwischen zwei Möglichkeiten. Sollte er alles versuchen, um seinen Freund zu retten, sofern das noch machbar schien, oder einen zweiten Anlauf starten, um das Rätsel um Malrons zu lüften? Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf und starrte lange an die Decke. Am Abend versammelte sich der Rat erneut. Amber und Matt waren ebenfalls geladen. Malis und Sally sprachen als Erste, während Neil sie hasserfüllt anfunkelte. »Gestern haben wir die militärische Option in Erwägung gezogen,« begann die Ältere. »Ich würde dafür plädieren, heute alle anderen Möglichkeiten zu diskutieren, die uns noch bleiben.« »Wir sollten nicht reflexartig an Gewalt denken,« erklärte Malis. »Wir könnten fliehen,« schlug ein Junge namens Melchiot vor. »Wir packen alles zusammen, was sich mitnehmen lässt, und hauen nach Norden ab.« »Im Norden ist das Klima härter,« entgegnete Malis, »und die Waldwanderer wagen sich nicht mehr dorthin. Dicke schwarze Wolken bedecken unablässig den Himmel, und wir wissen von keiner einzigen Pan-Gemeinschaft, die dort noch lebt. In den Norden zu fliehen, bedeutet unseren schleichenden Tod.« »Ich hätte eine Frage, die ich den Reisenden gern stellen würde,« sagte ein Mädchen mit dunklem Teint. »Habt ihr bei den Zyniks schwangere Frauen gesehen? Kinder?« »Nein,« vermeldete Amber. »Keine Schwangeren, und die einzigen Kinder, die bei ihnen leben, sind die entführten Pans, die sie als Sklaven halten. Darauf können wir also nicht hoffen.« Neil stand auf. »Mich würde interessieren, wer eigentlich das Mädchen ist, für das ihr euch alle so bereitwillig opfern wollt. Wer bist du, Amber? Und warum befindet sich der große Plan auf deiner Haut und nicht auf irgendeiner anderen?« Amber stotterte. »Keine Ahnung, ich habe mir das nicht ausgesucht.« »Was macht das für einen Unterschied?« empörte sich Matt. »Sie ist der große Plan, warum auch immer. Kannst du uns denn erklären, warum du braune Augen hast?« »Weil meine Eltern braune Augen hatten, und genau das möchte ich gern wissen.« »Woher kommt Amber?« »Sie ist der große Plan, weil die Natur im Augenblick ihrer Zeugung eingegriffen hat. Vielleicht hat die Natur ja seit Langem darauf gewartet, dass zwei ganz bestimmte Menschen sich vereinen, oder irgend so etwas in der Art. Uns kann das jedenfalls egal sein. Für uns zählt nur, dass Ambers Karte den Weg zu etwas weist, das wichtig sein könnte. Sie muss damit leben, und unsere Aufgabe ist es, ihr dabei zu helfen.« Neil wollte widersprechen, aber Serli ließ ihn nicht mehr zu Wort kommen. »Freunde!« rief sie laut und wartete, bis Stille eingekehrt war. »Wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen. Wir können die Einwohner von Eden nicht über einen bevorstehenden Angriff informieren, ohne ihnen einen Plan zu präsentieren. Sonst bricht Panik aus. Unsere Abstimmung wird die Weichen für unsere Zukunft stellen.« Matt bewunderte die klare und direkte Art, mit der Serli vor anderen sprach. Seit dem Sturm hatten die Pan sich an ihr neues Leben angepasst, und er stellte immer wieder fest, dass ihre Anführer eine besondere Redeweise entwickelt hatten. Serli machte da keine Ausnahme. Ein Erwachsener hätte sich nicht besser ausdrücken können. Davon war Matt überzeugt. »Wir dürfen uns nichts vormachen,« fuhr Mailes ebenso eindringlich fort. »Lange können wir den Zynix nicht entkommen, wenn sie erst einmal beschlossen haben, unser Land zu erobern.« »Wozu dann überhaupt abstimmen?«, fragte jemand. »Uns bleibt nichts anderes übrig, als zuerst anzugreifen.« »Oder ihnen Amber zu geben!«, schrie Neil. Mailes schüttelte den Kopf. »Kommt nicht in Frage. Das wäre barbarisch.« »Seit wann triffst du hier die Entscheidungen und nicht die Ratsversammlung?«, höhnte Neil. »Ich schlage vor, wir stimmen. Du hattest gestern schon dazu Gelegenheit,« fiel Sally ihm ins Wort. »Jetzt heben bitte all jene die Hand, die für eine militärische Lösung des Konflikts sind.« Ein Dutzend Hände schoss in die Höhe, gefolgt von einigen weiteren, die weniger entschlossen wirkten. Mailes wandte sich zu Neil um. »Das ist die Mehrheit.« »Wir müssen uns organisieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren,«, drängte Sally. »Die Weitwanderer, die sich derzeit in Eden aufhalten, sollten unser Territorium in verschiedene Sektoren aufteilen und unverzüglich in das ihnen zugeteilte Gebiet reisen, um den anderen Pans zu sagen, dass ein Krieg bevorsteht und wir uns sammeln müssen. Freiwillige Helfer werden sie begleiten. Unterdessen werden wir in Eden Waffen herstellen und unsere Strategie ausarbeiten, also die schrittweise Zerstörung der ersten Armee und die Einnahme der Festung im Pass der Wölfe, von wo aus wir die nächsten Armeen bekämpfen können. »Das wird nicht reichen,« stellte Matt fest. »Wir müssen auf den Überraschungseffekt setzen. Wenn wir frontal gegen die vier anderen Armeen vorgehen, fegen die uns weg wie nichts. Was schlägst du vor? Wir drehen den Spieß einfach um. Sobald wir die erste Armee abgefangen und die Festung unter Kontrolle gebracht haben, warten wir ab, bis die dritte Armee in den Pass der Wölfe einmarschiert ist. Dann können wir sie von zwei Seiten attackieren, aus dem Norden und aus dem Süden. Das ist eine gute Idee. Du wirst die Kampfhandlung leiten, wenn der Rat deiner Ernennung zum Feldmarschall zustimmt. Die meisten Mitglieder billigten diese Entscheidung mit einem Nicken, doch Matt hob abwehrend die Hände. »Nein, dieses Amt kann ich nicht annehmen. Ich werde nicht lange hierbleiben.« »Wir brauchen dich. Du kannst uns jetzt nicht im Stich lassen.« »War ja klar, dass er kneift,« sagte Neil triumphierend. »Ich muss zurück in den Süden, um dort eine persönliche Angelegenheit zu regeln. Es tut mir leid.« Ein enttäuschtes Murmeln ging durch die Reihen der Ratsmitglieder und einige warfen Matt wütende Blicke zu. »Ich werde durch den Pass der Wölfe gehen,« fügte Matt hinzu, »und heimlich die Festung passieren. Wir könnten eine Kommandotruppe bilden, die vor Ort auskundschaftet, wie man diesen strategischen Posten am besten erobern kann. Ich würde diese Truppe begleiten und dann allein ins Reich der Zynix weiterreisen.« Zerli verschränkte die Arme vor der Brust. »Wir brauchen einen Oberbefehlshaber von deinem Schlag. Was kann denn bitte wichtiger sein, als uns in unserem Überlebenskampf zu unterstützen?« Matt senkte den Blick und suchte vergebens nach einer Antwort. Er fühlte sich außerstande, über Tobias' Verschwinden und die Existenz des Torvaderon zu sprechen. »Er kommt mit mir,« sagte Amber. »Wir werden versuchen, zum Schloss der Königin vorzudringen. Wenn ich diese Karte bin, sollten wir herausfinden, in welches Geheimnis ich berge. Vielleicht ist es das einzige Verteidigungsmittel gegen die Zynix.« Matt starrte sie mit offenem Mund an. »Ah«, rief Neil, »das wird ja immer schöner. Jetzt sollen wir auch noch zulassen, dass sich unser einziges wertvolles Unterpfand dem Feind in die Arme wirft. »Sie ist kein Pfand. Sie ist ein Mensch,« erwiderte Melchiot. »Du naiver Schwachkopf. Dieses Mädchen schickt uns in den Untergang. Und was schlägst du vor? Sollen wir sie vielleicht einsperren? Warum nicht? So könnten wir sie immer noch zum Tausch anbieten, wenn alles den Bach runtergeht.« Vor Zorn bebend wies Sally mit dem Finger auf Neil. »Jetzt reicht es aber. Deine aggressiven Methoden und deine endlose Schwarzseherei sind unerträglich. Wenn Malron so versessen darauf ist, diese Karte aufzuspüren, dann gibt es dafür einen triftigen Grund. Ich finde es sinnvoll, dass wir versuchen, ihr einen Schritt voraus zu sein. Wir sollten froh sein, dass Amber die Gefahr dieser Reise auf sich nehmen will. »Wie du vorgeschlagen hast, Matt, werden wir eine Kommandotruppe bilden,« fügte Malice hinzu. »Sie wird euch bis zum Pass der Wölfe begleiten und die Umgebung der Festung erkunden.« Neil setzte sich mit finsterer Miene auf seinen Platz im hintersten Rang. Matt nutzte die nun folgende Diskussion unter den Ratsmitgliedern, um Amber leise zu fragen. »Ich dachte, du wolltest als Weitwanderin losziehen. Ich habe nur gesagt, dass ich die Ausbildung anfange. Wenn ich lerne, welche Pflanzen essbar und welche giftig sind, wird uns das helfen, in der Wildnis zu überleben. Du musst mitkommen, Matt. Ohne dich ist es nicht dasselbe.« »Und Tobias?« Amber schluckte mühsam und schüttelte traurig den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Matt. Du glaubst tatsächlich, dass er tot ist, oder?« Amber biss sich verlegen auf die Lippe. Matt atmete tief ein und betrachtete die Versammlung, die über die soeben eingebrachten Vorschläge abstimmte. »Ich muss nachdenken,« seufzte er. »Gib mir ein bisschen Zeit.« Über eine Stunde lang lief Matt ziellos durch die Stadt, bis er auf zwei Jungen stieß, die mit einer Axt Holz zu spalten versuchten. Sie schwitzten und keuchten und betrachteten verzweifelt die ungehackten Klötze, die sich vor ihnen auftürmten. Matt ging zu ihnen und bot seine Hilfe an. Er musste sich austoben. Er stellte den Holzklotz auf den dicken Hackstock, hob die Axt und spannte alle Muskeln an. Mit einem Pfeifen sauste die Klinge hinab. Der glatt in der Mitte gespaltene Klotz flog in Scheiten auseinander und die Axt bohrte sich bis zum Schaft in den Hackstock. Den beiden Jungen blieb der Mund offen stehen. »Boah«, rief der eine, »so was Cooles habe ich noch nie gesehen.« Matt rüttelte die Axt los und legte sich einen weiteren Klotz zurecht. Diesmal dosierte er seine Kraft besser, um den Hackstock nicht zu beschädigen. In kürzester Zeit hatte er den Hauptteil der Arbeit erledigt. Als er seinen beiden ehrfürchtigen Zuschauern die Axt zurückgab, war die Klinge ganz heiß geworden. Die körperliche Anstrengung hatte Matt gut getan, aber innerlich war er immer noch angespannt. Ein Bad hätte ihm wohl eher geholfen, endlich einen klaren Gedanken zu fassen. »Es führt kein Weg daran vorbei. Ich muss mich entscheiden.« Zwischen Amber und Tobias. Sein Magen krampfte sich zusammen. Wann würde das alles ein Ende haben? Er wollte zurück in sein Zimmer, nach New York, am Computer mit seinen Freunden chatten, über die vielen Hausaufgaben jammern. Nicht zu fassen, dass das damals seine einzige Sorge gewesen war. Das stimmt nicht, es gab nicht nur das, da waren auch noch Papa und Mama. Er dachte an die Trennung seiner Eltern zurück, der Streit darum, wer das Sorgerecht erhalten sollte und wer ihn nur am Wochenende sehen durfte. Die feindseligen Blicke, die Matt zufällig mitbekam und die mehr Schaden anrichteten als alle Worte dieser Welt. Seine Eltern hatten sich einmal geliebt, ihn gezeugt und irgendwann angefangen, sich zu hassen. Vielleicht konnte es gar nicht anders sein, dachte Matt. Vielleicht war das der Lauf der Dinge, ganz egal, in welcher Welt man lebte. Leben bedeutete, mit Problemen konfrontiert zu werden, vor Dilemmas zu stehen. Leben bedeutete, kämpfen zu müssen. Da erinnerte er sich an die Zusammenkünfte in der alten Bibliothek auf der Carmichael-Insel, diese vertraulichen Momente zwischen Amber, Tobias und ihm. Er dachte an ihr Bad in dem See unter dem Wasserfall, zu dem sie das Team der Wilden geführt hatte, bevor sie in den blinden Wald aufgebrochen waren, das Gelächter, die Sorglosigkeit. Es gab auch viele gute Seiten, das durfte er nicht vergessen. Alles in Ordnung? sagte jemand hinter ihm. Es war Ben. Du wirkst bekümmert. Matt rang sich ein schiefes Lächeln ab. Ach, ich bin nur etwas müde. Ich wollte dir sagen, dass der Rat mich damit beauftragt hat, Amber und dich zu begleiten. Es kann nicht schaden, sich zu dritt auf den Weg nach Weirdlondice zu machen. Wer weiß, was uns da alles blüht. Seltsamerweise beruhigte Matt das keineswegs. Er hätte froh sein müssen, dass Amber doppelten Geleitschutz bekam. Ja, er hätte sie sogar guten Gewissens Ben anvertrauen können, um sich auf die Suche nach Tobias zu machen. Aber irgendetwas behagte ihm bei dieser Vorstellung ganz und gar nicht. Das ist toll, brachte er dennoch hervor. Floyd leitet den Spähtrupp, der bis zur Festung im Pass der Wölfe mitkommen wird, um eine Angriffsstrategie für unsere Armee auszuarbeiten. Danach kehren sie nach Eden zurück, während wir an der Festung vorbei nach Süden ziehen. Sehr gut. Wann brechen wir auf? Die Zeit drängt, aber wir dürfen dem Feind nicht überstürzt ins Messer laufen. Wir warten ab, bis die Weitwanderer aus dem Süden zurück sind, damit sie uns genauere Informationen über die dortige Lage und die geografischen Gegebenheiten liefern können. In der Zwischenzeit decken wir uns mit Proviant ein und bereiten alles für die Reise vor. In etwa einer Woche dürften wir soweit sein, denke ich. Kommt deine Hündin auch mit? Plush ist immer bei mir. Ich hab den Eindruck, dass sie jetzt noch größer ist als auf der Carmichael-Insel. Ja, sie wächst immer weiter. Sie ist mein Schutzengel. Als Ben sich von ihm verabschiedete und zum Haus der Gesandten zurückkehrte, verspürte Matt eine gewisse Erleichterung. Ben war stark und selbstbewusst. Als Weitwanderer hatte er unzählige Male großen Mut bewiesen. Dennoch fühlte sich Matt in seiner Gesellschaft nicht recht wohl. Vor seinem inneren Auge tauchte Ambers zartes Gesicht auf, ihre Sommersprossen, ihr leuchtender Blick, ihr rotblondes Haar. Er liebte ihre Art zu lächeln, wie sich dabei ihr linker Mundwinkel nach oben zog und sie ihren Kopf leicht zur Seite neigte. Plötzlich sehnte er sich danach, sie an sich zu drücken. Was ihn an Ben störte, hatte mit Amber zu tun. Er konnte sie nicht zu zweit losziehen lassen. Nicht aus Eifersucht, er brauchte Amber einfach in seiner Nähe. Wenn sie da war, fühlte er sich stark. Amber hatte recht. Gemeinsam war alles viel leichter. Er musste sie zu Malrance begleiten. Matt blickte zum Himmel hinauf, der sich nach und nach verdunkelte. Die Sterne fingen an zu glitzern und der Mond stand bereits hoch über den Schornsteinen der Stadt. Vergib mir, Tobi, flüsterte er mit tränennassen Augen. Hungrige Finsternis Mit einem schrecklichen Pfeifen fuhr der Wind in die Grotte. Das schwache Schimmern der Kristalle an den schwarzen Wänden kam nicht gegen die Dunkelheit an. Tobias kauerte in einer kleinen Nische, er zitterte am ganzen Leib. Nicht vor Kälte, obwohl er völlig durchgefroren war, sondern vor Angst. Er fürchtete die Rückkehr des Verschlingers, wie alle anderen hier. Ein Dutzend Gestalten, die sich im hinteren Teil der Höhle verkrochen hatten. Apathisch saßen sie da, so kraftlos, dass sie unfähig waren zu fliehen. Seit sie vom Torvaderun verschluckt worden waren, fehlte ihnen jegliche Lebensenergie. Tobias konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Seine Arme hingen schwer herab und selbst seine Gedanken waren dumpf und träge geworden. Alles war so schnell gegangen. Als ihn das schwarze Tuch des Torvaderun verschluckt hatte, war er durch nasskalte Röhren in einen endlos langen Darm aus feuchtem Gewebe geglitten, bis er schließlich auf dem steinernen Boden einer finsteren Höhle liegen blieb. Dort tastete ihn etwas Widerwärtiges ab. In der Dunkelheit vernahm er nur das Schaben von dünnen Gliedmaßen auf dem Fels und ein sabberndes Geräusch, das sich anhörte, als käme eine gigantische Zunge aus einem geifernden Maul geschossen. Dann rollte ihn das Etwas bis an die Wand und zog sich zurück. Seitdem war es zweimal zurückgekommen. Jedes Mal erloschen die Kristalle, als fürchteten sich sogar die Wände vor dem, was geschehen würde. Die Tür ging auf und das Etwas tippelte herein. Seine zahlreichen Glieder zermalmten die Knochen, die überall verstreut lagen. Sein Körper musste riesig sein. Es tastete sich von einem wimmernden Gefangen zum nächsten. Sobald es einen gefunden hatte, der ihm zusagte, schleppte es ihn in die Mitte der Grotte und verzerrte ihn mit Genuss. Tobias hatte dieser Kreatur den Namen Verschlinger gegeben. Wenn der Verschlinger nach über einer Stunde mit seinem Opfer fertig war, blieben nur ein paar abgenagte, warme Knochen zurück. Als Tobias zum ersten Mal Zeuge dieses grauenhaften Spektakels geworden war, hatte er versucht zu fliehen. Doch der Ausgang wurde von einem Gitter versperrt, dessen Stangen mit einer klebrigen Substanz bedeckt waren. Nur mit Mühe hatte sich Tobias wieder davon losreißen können. Seither versteckte er sich in seiner Nische und zuckte aus Furcht vor der Rückkehr des Verschlingers beim geringsten Geräusch zusammen. Dieser Ort war ihm ein Rätsel. War das die Welt, aus der der Torvaderon stammte? Befand er sich weit weg von der Erde? Tobias wusste, dass er nicht tot war, noch nicht, denn er atmete, er spürte die Kälte und empfand schreckliche Angst. Trotzdem begriff er nicht, was ihm passiert war. Vielleicht wussten ja seine Mitgefangenen mehr als er. Nur eines war klar. Die Zeit lief gegen ihn. Früher oder später würde der Verschlinger ihn auswählen. Verzweifelt dachte Tobias an seine Freunde, Amber und Matt. Aus seiner eiskalten und finsteren Höhle rief er nach ihnen, stumm und flehend. Sie waren seine einzige Hoffnung. Schmerz, Hoffnung und Hass Amber bestrich gerade ein warmes Brötchen mit Schneckenmarmelade, als Matt zu ihr stieß. Sie saß ganz allein inmitten der Tische und Stühle im großen Saal des Hauses der Gesandten. Die Sonne war soeben aufgegangen und lange goldene Strahlen fielen durch die Fenster. Ich hab mich entschieden. Ich begleite dich zum steinernen Testament, sagte er. Amber ließ das Brötchen sinken. Danke, antwortete sie leise. Ich weiß, wie schwer das für dich ist. Ich komme mit, weil wir zusammen stärker sind und ich glaube, dass wir scheitern würden, wenn wir uns trennen. Aber Tobias gebe ich noch nicht auf. Sobald wir Wirtlon Dice verlassen haben, mache ich mich auf die Suche nach ihm. Amber nickte stumm. Sie teilte seine Überzeugung zwar nicht, wollte ihm die Hoffnung aber nicht nehmen. Es war schwierig genug für Matt, mit dem Verlust seines Freundes klarzukommen. Sie selbst trauerte lieber im Stillen um Tobias und befürchtete, dass die Wunde nur neu aufreißen würde, wenn sie sich falsche Illusionen machte. Matt setzte sich zu ihr und begann mit großem Appetit zu essen. Wie bringst du sowas nur runter, sagte er und verzog das Gesicht, als sie wieder Schneckenmarmelade auf ihr Brötchen strich. Das schmeckt super, ehrlich. Es erinnert mich an die bittere Orangenmarmelade meiner Großmutter. Ist Plush nicht bei dir? Nein, antwortete Matt betrübt. Sie war über Nacht draußen. Seit gestern Abend starrt sie unentwegt auf den Wald im Südwesten von Eden und weicht nicht vom Fleck. Glaubst du, dass sie Gefahr wittert? Keine Ahnung, sie knurrt nicht, sondern sitzt nur reglos da und schaut in die Ferne. Da betrat Ben den Saal, schenkte sich von dem Orangensaft ein, den Amber frisch gepresst hatte und setzte sich zu ihnen an den Tisch. Kennst du den Wald, der südwestlich von Eden liegt? fragte Amber ihn. Ja, wir haben ihn den fruchtbaren Wald genannt, weil es darin Obstbäume, essbare Beeren und Wild in Hülle und Fülle gibt. Die meisten unserer Vorräte stammen von dort. Dieses Tal hier war der ideale Ort für eine Stadt, rund um Felder, wo wir Ackerbau betreiben können, Früchte und Fleisch aus dem nahegelegenen Wald und ein fischreicher Fluss. Wirkt dieser Wald keine Gefahren? fragte Matt. Nicht mehr als anderswo. Immerhin treiben sich dort keine Mampfer herum, das ist schon mal was. Allerdings ist der Wald sehr, sehr groß. Amber und Matt warfen sich einen Blick zu. Wonach mochte Plush wohl Ausschau halten? Und? Gibt es sonst viele Mampfer in der Gegend? fragte Amber. Immer weniger. Bis vor kurzem waren sie eigentlich unsere größte Sorge, wenn wir auf Wanderschaft gegangen sind, aber inzwischen begegnen uns kaum noch welche. Seit etwa zwei Monaten, würde ich sagen. Sie können in dieser neuen Welt nicht überleben, meinte Matt. Sie sind nicht intelligent genug. Offenbar haben sie es nicht geschafft, sich anzupassen und zu organisieren. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die letzten von ihnen verschwinden. Amber senkte den Kopf. Mit jedem Mampfer starb ein Wesen, das früher einmal ein Mensch gewesen war. Die Mütter und Väter der Pans. Ich frage mich, wieso manche Erwachsenen Zynix geworden sind und andere Mampfer, überlegte sie laut. Nicht zu vergessen, dass manche sich ganz in Luft aufgelöst haben, fügte Matt hinzu. Angeblich sind die Zynix überzeugt, dass die Mampfer die Nachkommen jener Menschen sind, die vor dem Sturm besonders lasterhaft, geizig, lüstern oder faul waren. Und wer sich in Luft aufgelöst hat, der glaubte nicht an Gott, vermutete Amber und schauderte bei dem Gedanken an den fanatischen Wahn der Zynix. Genau. So ein Blödsinn, sagte Matt. Was meinst du dazu, Amber? Du hast ja immer eine Theorie parat. Amber wirkte verlegen. Nein, ich frage mich, ob es nicht einfach Zufall ist. Alles bloß das nicht. Warum? Weil man Zufälle nicht beeinflussen kann? Matt zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Ich mag Zufälle einfach nicht. Er schob sich den letzten Bissen in den Mund und ging unter dem Vorwand, nach Plusch sehen zu wollen, schnell nach draußen. Ist alles okay mit ihm? fragte Ben. Das mit Tobias trifft ihn schwer. Und wahrscheinlich zerbricht er sich noch immer den Kopf darüber, was aus seinen Eltern geworden ist. Wir wer alle? Ich nicht. Mir fehlen sie überhaupt nicht. Jetzt, wo die Zeit vor dem Sturm immer weiter in die Ferne rückte, wurde Amber klar, wie böse sie wirklich auf ihre Mutter gewesen war. Weil sie sich mit ihrem elenden Leben zufrieden gegeben hatte. Weil sie es nie fertig gebracht hatte, den gewalttätigen, alkoholabhängigen Drecksack, mit dem sie zusammenlebte, zum Teufel zu schicken. Weil sie nie auch nur ein Wort über Ambers leiblichen Vater verloren hatte. Amber wurde aus ihren Gedanken gerissen, als Floyd hereinkam und ihr gegenüber Platz nahm. Heute ist es soweit, verkündete er aufgeregt. Heute teilt der Rat den Einwohnern von Eden mit, was wir wissen, erklärte Ben. Dann ist es mit der Fröhlichkeit ein für alle Mal vorbei und die Hoffnung, die diese Stadt in den letzten Monaten zum Erblühen gebracht hat, wird der Angst weichen. Das wird ein langer Tag, seufzte Amber. Ich kann's kaum erwarten, endlich mit den Vorbereitungen zu beginnen, erwiderte Floyd. Ich hab echt keine Lust mehr, ständig vor den Zyniks den Schwanz einzuziehen. Jetzt wird abgerechnet. Amber starrte den Weitwanderer mit vor Wut blitzenden Augen an. Hier werden Kinder in den Krieg geschickt, gegen kaltblütige Erwachsene, die viel stärker und besser ausgerüstet sind. Wir haben Eden mit eigenen Händen erbaut. Und diese Stadt nimmt uns keiner mehr weg. Das ist keine Schlacht zur Verteidigung von Besitztümern, sondern ein Kampf um unsere Freiheit. Und dieser Kampf beginnt hier, zwischen den Mauern des verlorenen Paradieses. Amber fragte sich, ob die Pans aus Eden wirklich begriffen, was ihnen bevorstand. Ein blutiger Krieg, den nur wenige überleben würden. Eine barbarische Auseinandersetzung, angetrieben von den primitivsten Instinkten der Menschen. Matt suchte die weiten Felder vor dem Südtor mit dem Blick ab. Plush war weit und breit nicht zu sehen. Vielleicht war sie in der Nacht in die Stadt zurückgekehrt. Nein, dann hätte ich sie im Haus der Gesandten gesehen. Sie kennt den Weg. Sie hätte bestimmt an meiner Tür gekratzt oder sich im Stall ins Stroh gelegt. Er wurde unruhig. Es war nicht ihre Art, einfach so zu verschwinden. Und wenn hier etwas zugestoßen war? Matt rief zu einem der beiden Wachposten hinüber. Warst du die ganze Nacht hier? Nein, ich habe den Nachtwächter bei Morgengrauen abgelöst. Hast du vielleicht einen sehr großen Hund gesehen? Wirklich sehr groß, fast wie ein Pferd. Deine Hündin? Ja, sie war hier, als ich den Dienst angetreten habe. Kurz nach Sonnenaufgang hat sie sich plötzlich mit gespitzten Ohren ein paar Mal im Kreis gedreht und ist dann Richtung Wald gerannt. Das war kein gutes Zeichen. So etwas hatte sie noch nie gemacht. War das womöglich eine Nachwirkung der Veränderungen, die der Sturm mit sich gebracht hatte? Spielten ihr die Gene einen Streich? Wenn du sie wieder siehst, sag bitte Bescheid. Während Amber ihre Weitwandererausbildung fortsetzte, packte Matt seinen Rucksack und sein Schwert, um im fruchtbaren Wald nach Plush zu suchen. Er schloss sich einer Gruppe von Bärensammlern an und zusammen stapften sie über abgeerntete Felder in Richtung der bewaldeten Hügel. Mehrere Pans unterhielten sich mit ihm und erzählten ihm, wie gut die erste Mais- und Weizenernte ausgefallen war, aber Matt hörte nur mit halbem Ohr hin. Sobald sie im kühlen Schatten der Bäume angelangt waren, trennte er sich von der Gruppe und streifte im Zickzack durch den Wald. Angestrengt hielt er Ausschau nach Pfotenabdrücken oder Haarbüscheln, die an den Zweigen hängen geblieben waren, doch er entdeckte nur Fährten, die vermutlich von Wildschweinen stammten. Immer wieder rief er Plushs Namen, auch wenn er damit Gefahr lief, Raubtiere auf sich aufmerksam zu machen. Am Nachmittag stellte er erschöpft fest, dass er in den vergangenen Stunden höchstens einen Bruchteil des endlos weiten Waldes erkundet hatte. Resigniert beschloss er, in die Stadt zurückzukehren, drehte sich unterwegs aber unablässig zum Wald um. Als er den Schutzwall um die Stadt passiert hatte, sah er die Einwohner Edens zu dem großen Platz unter dem Apfelbaum strömen. Der Rat hatte eine wichtige Bekanntmachung angekündigt. Matt verspürte nicht die geringste Lust, diesem traurigen Moment beizuwohnen. Er brachte seine Sachen in sein Zimmer im Haus der Gesandten. Danach streifte er durch die Straßen bis zum Flussufer, wo er seinen Durst stillte, bevor er die Krankenstation aufsuchte. Mia war noch immer bewusstlos und fieberte. Er setzte sich zu ihr und hielt lange ihre Hand, während die Pans erfuhren, dass sie in den Krieg ziehen würden. An diesem Abend ertönte kein freudiges Gelächter auf den Straßen, drang keine heitere Musik mehr aus dem Salon der Erinnerung. Als Matt an dem Gebäude vorbeiging, sah er hinter den Fenstern nur geisterhafte Gesichter, stumme Wesen, die regungslos ins Leere starrten und vergebens auf eine Antwort auf ihre Fragen hofften. Auf dem Treppenabsatz saß ein etwa fünfzehnjähriger Junge und drehte sich eine Zigarette aus schwarzem Tabak. Matt trat zu ihm. Willst du auch eine? fragte ihn der Junge. Nein, danke. Das erinnert mich zu sehr an die Erwachsenen. Der Junge zuckte ungerührt die Achseln. Ich bin Horace, sagte er, nachdem er sich die Zigarette angezündet, inhaliert und eine stinkende Rauchwolke ausgestoßen hatte. Matt! Ich weiß, wer du bist. Schon als du mit deiner riesigen Hündin angekommen bist, hat man dich nicht übersehen können. Aber jetzt? Was jetzt? Hm, du weißt schon, der Krieg. Na und? Dafür kann ich nichts, ich hab ihn doch nicht verursacht. Hey, reg dich ab, das wollte ich doch gar nicht sagen. Der Rat hat uns berichtet, dass du und deine Freundin im Reich der Zynix wart. Ihr seid sowas wie Helden, aber auch Unglücksboten. Mit unserem Wissensvorsprung können wir das Blatt vielleicht noch wenden. Horace zog an seiner Zigarette und schnitt eine Grimasse, während der Rauch in seine Lungen drang. Du glaubst also wirklich, dass wir überleben werden? fragte er und spuckte ein paar Tabakkrümel aus. Wenn wir nicht daran glauben, können wir gleich einpacken. Matt wurde mulmig zumute, sahen etwa alle Pans der Stadt so schwarz? Würden sie dann überhaupt zu den Waffen greifen? Das ist meine letzte, sagte Horace und musterte seine Zigarette. Ab morgen widme ich mich ausschließlich der Kampfausbildung. Ich will gerüstet sein, wenn es hart auf hart kommt. Du hast also doch noch ein wenig Hoffnung, freute sich Matt. Das nicht, aber die brauche ich nicht unbedingt zum Kämpfen, oder? Es reicht, wenn man ordentlich Wut im Bauch hat. Wut? Auf die Erwachsenen, meinst du? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Mampfer einem Freund von mir den Schädel eingeschlagen und wie die zynisch kleine Mädchen und Jungen in riesige Käfige geprügelt haben. Ich sag dir nur eins. Ich brauch nicht zu glauben, dass wir den Krieg gewinnen. Ich brauch es nicht einmal zu hoffen. Ich muss mir nur diese Bilder in Erinnerung rufen, um zu allem bereit zu sein. Als Matt in das wild entschlossene Gesicht des Jungen blickte, ahnte er, dass Horace einen furchterregenden Krieger abgeben würde. Mit seinem kalten Zorn konnte er selbst dem kampflustigsten Erwachsenen Angst einjagen. Leute wie dich können wir gebrauchen, sagte Matt. Es ist gut, dass du am Training teilnehmen willst. Nett dich kennengelernt zu haben. Stimmt es, was man über dich und deine Freundin erzählt? Dass ihr in das Land der Königin reisen wollt, um ihr eine Geheimwaffe zu klauen? Horace hatte die Frage mit ruhiger und beherrschter Stimme gestellt, aber Matt spürte die Anspannung in jedem Wort. Es war mehr als eine Frage. Es war die flehende Bitte nach einem Lichtblick. Matt runzelte die Stirn. Er konnte das so nicht stehen lassen, denn eigentlich hatte er nicht die geringste Ahnung, was sie in Wirtlon Dice machen würden. Dennoch brachte er es nicht über sich, die Wahrheit zu sagen. Horace schien an seinen Lippen zu hängen. In etwa, ja. Horace stieß eine dichte Rauchwolke aus, als habe er lange die Luft angehalten. Dann besteht vielleicht doch noch Hoffnung, sagte er und drückte seine halbgerauchte Zigarette aus. Um die Kohlebecken, die einen rötlichen Schimmer in den Gassen verbreiteten, drängten sich die Pans in kleinen Grüppchen und diskutierten leise. Im Vorbeigehen hörte Matt immer wieder das Wort Krieg. Über der Stadt funkelten die Sterne und während er das Firmament betrachtete, dachte Matt daran, was Tobias jetzt wohl gesagt hätte. Stell dir vor, die Sterne sind so weit entfernt, dass ihr Licht erst nach mehreren Jahren zu uns gelangt. Vielleicht waren sie in Wirklichkeit schon längst erloschen. Vielleicht herrschte seit dem Sturm komplette Dunkelheit im Weltall. Sie sind da, über unseren Köpfen, aber es ist nur ein Widerschein ihrer selbst. Und was, wenn für uns dasselbe gilt? Werden die Zynics uns von der Erde fegen? Matt, rief ein Junge, ich hab dich überall gesucht. Komm, ich glaube, das wird dich interessieren. Es dauerte einige Sekunden, bis Matt sein Gegenüber in der Finsternis erkannte. Es war der Wachposten, den er am Morgen angesprochen hatte. Hast du meine Hündin gefunden? Nein, nicht direkt, aber das betrifft sie. Komm, schnell! Der Wächter drehte sich um und rannte in Richtung des Südhors los. Rufe und Lichter Matt starrte in die Nacht hinaus und kniff die Augen zusammen, aber die Dunkelheit über der Ebene war undurchdringlich. Nur mit Mühe machte er die Hügelkette am Horizont aus. Hörst du? flüsterte der Wächter. In der Ferne erhob sich ein klagendes Jaulen aus den Wäldern. Mehrmals. Dann verwandelte es sich in abgehacktes Bellen. Das ist ein Hund, oder? Matt nickte. Ja, das muss Plusch sein. Es klingt, als würde sie rufen. Matt ballte die Fäuste. Sie braucht bestimmt Hilfe. Ich muss zu ihr. Sofort! Der Wächter packte ihn warnend am Arm. Tagsüber ist der fruchtbare Wald nicht allzu gefährlich, aber jetzt überleg es dir gut. Nachts gehen die Raubtiere auf Beute fangen. Ich lasse Plusch nicht im Stich, wenn sie in Bedrängnis ist. Der zweite Wächter, ein etwas kleinerer, aber muskulöser, dunkelhäutiger Junge mit schwarzen Haaren meldete sich zu Wort. Ich komme mit. Ich heiße Juan. Hol deine Sachen. Ich sage Kleberbescheid. Der soll uns begleiten. Matt rannte zu seinem Zimmer und legte seine Ausrüstung an. Als er wieder auf den Flur trat, spähte Amber durch die Tür. Du machst vielleicht einen Lärm. Wohin willst du denn um diese Uhrzeit? Ich gehe Plusch holen. Man hört sie im Wald jaulen. Ich komme mit. Juan wartete neben einem hochgewachsenen, etwa 14-jährigen Jungen mit asiatischen Gesichtszügen, den er sogleich vorstellte. Das ist Kleber. Kleber? Heißt du so? fragte Amber verwundert. Nein, eigentlich heiße ich Chen. Den Spitznamen hat er wegen seiner Hände, erklärte Juan. Chen klettert ständig auf Bäumen rum. Schon als kleiner Junge stieg er auf alles, das hoch genug war. Meine Alteration hat sich dementsprechend entwickelt. Ich sondere an den Handflächen und Fußsohlen eine klebrige Substanz ab, wenn ich mich aufs Klettern konzentriere. Amber blickte den Jungen so bewundernd an, als hörte sie zum ersten Mal von der Alteration. Hier, nehmt diese abgedunkelten Laternen, sagte Juan und hielt ihnen Sturmlampen hin, über die ein zylinderförmiger Schirm gestülpt war. Damit kann man uns aus der Ferne nicht sehen. Das Licht würde sonst wilde Tiere anlocken. Die dünnen Lichtstrahlen fielen auf den Weg und erhellten nur die Füße der vier Pans. Matt, Amber, Juan und Chen marschierten los und folgten dem Pfad, der sich durch die Felder in Richtung Südwesten schlängelte. Nach weniger als einer Stunde waren sie am Rand des fruchtbaren Waldes angelangt und tauchten in die Pflanzenwelt ein, die zu dieser späten Stunde dunkel und bedrohlich wirkte. Von nun an ließen sie sich von dem Jaulen der Hündin leiten. In dem schwachen Licht, das aus den Laternen drang, leuchteten die gelben Augen einer Eule auf. Der Raubvogel beobachtete sie von seinem Ast aus, als wäre er der Hüter dieser nächtlichen Welt und schickte ihnen einen unheimlichen Schrei hinterher. Welche Wesen kann man hier antreffen? fragte Amber. Durchsichtige Gottesanbeterinnen zum Beispiel, antwortete Juan. Das sind extrem dünne, aber ungefähr drei bis vier Meter hohe Insekten, die sehr aggressiv sind und sich blitzschnell auf ihre Beute stürzen. Und fleischfressende Brombeersträucher. Tagsüber kann man sie eigentlich nicht übersehen, da muss man schon sehr unachtsam sein, um ihnen in die Fänge zu geraten, aber nachts ist das komplizierter. Wenn ihre Dornenzweige sich um deinen Knöchel schlingen, musst du sofort reagieren. Außerdem gibt es Mammutsauen, ergänzte Chen. Das sind riesige Wildschweine mit langen, gebogenen Hauern. Sie treten immer in Horden auf und werden von Blutgeruch angelockt. Solange niemand verletzt ist, brauchen wir vor ihnen keine Angst zu haben. Das alles nur in diesem Wald? fragte Amber erstaunt. Und die schlimmsten sind natürlich die Nachtschleicher. Matt lief ein Schauer über den Rücken. Mit einer solchen Kreatur hatte er bereits einmal Bekanntschaft gemacht und ohne Plusch wären Tobias und er vermutlich nicht mehr am Leben. Das sind die grausamsten unter den Raubtieren, nicht wahr? Juan nickte heftig. Oh ja, absolut. Die wenigen Weitwanderer, die den Angriff eines Nachtschleichers überlebt haben, berichten Schreckliches. Die Nachtschleicher haben eine menschenähnliche Gestalt, deshalb glauben einige, dass sie vor dem Sturm Menschen waren. Unmöglich, widersprach Matt. Ich habe eins dieser Monster gesehen und es ähnelt ganz sicher keinem Menschen. Mag sein, aber in Eden geht seit längerem das Gerücht um, dass die schlimmsten Kriminellen der alten Zeit, also Serienmörder, eiskalte Killer und andere gewissenlose Typen, sich in diese grauenhaften Dinger verwandelt haben. Kommen sie in dieser Gegend vor? fragte Amber. Ich nehme es an, denn die Nachtschleicher sind Nomaden. Da wir nachts aber im Schutz der Stadtmauern bleiben, kann niemand das mit Bestimmtheit sagen. Ich würde ihren Schrei erkennen, meinte Matt. Den Jagdlaut, den sie beim Anblick ihrer Beute ausstoßen? In Eden sagt man, dass man so gut wie tot ist, wenn man den Schrei eines Nachtschleichers hört. Na herrlich, kommentierte Amber leise. Wieder durchriss ein lautes Jaulen die Stille. Die vier Paaren sahen sich erschrocken an. Bist du sicher, dass das Plusch ist? fragte Amber. Ganz sicher. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie leidet. Es hört sich eher so an, als würde sie jemanden rufen. Das stimmt. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwo gefangen ist. Je schneller wir sie finden, desto besser. Über eine Stunde lang folgten sie den Rufen der Hündin. Dabei wurde klar, dass sie sich fortbewegte. Sie ist nicht verletzt, meinte Amber. Mir kommt es so vor, als würde sie irgendetwas suchen. Aber was nur? Wir waren noch nie hier. Vielleicht hat es mit ihrem alten Leben zu tun. Auf jeden Fall will ich ihr helfen können, wenn sie in Not gerät. Dieser Wald ist für sie genauso gefährlich wie für uns. Sie versuchten verzweifelt, den genauen Aufenthaltsort der Hündin auszumachen, doch immer, wenn sie in eine Richtung preschten, erklang das Jaulen plötzlich aus einer anderen. Schließlich ließ Matt jede Vorsicht fallen und rief laut ihren Namen. Nichts half. Plusch schien viel zu vertieft in ihre Suche, um ihn zu hören. Plötzlich sprang eine riesige Eidechse aus den Farngewächsen und stürzte sich auf Matt, der die Gruppe anführte. Sein Schwert pfiff durch die Luft und traf den Schädel des Reptils, das sich sofort wieder in die Dunkelheit zurückzog. Chen hechtete zum nächsten Baum und kletterte so mühelos bis in den Wipfel hinauf, als würde er eine Treppe hochlaufen. Er hielt mehrere Minuten lang Ausschau, dann stieg er wieder zu den anderen herab. Ich hab nichts gesehen. Man muss sich vor diesen Viechern in Acht nehmen, sie jagen in Scharen, aber diese Echse war wohl allein unterwegs. Trotzdem sollten wir nicht länger hierbleiben, man weiß nie. Ich habe das Gefühl, dass deine Hündin sich nicht finden lassen will, sagte Juan. Wir sollten unser Leben nicht länger aufs Spiel setzen. Das sieht dir ganz und gar nicht ähnlich, meinte Matt. Ich würde gern noch ein bisschen weiter. Juan hat recht, unterbrach Amber ihn. Lassen wir es gut sein. Wenn Plush wollte, wäre sie schon längst angelaufen gekommen. Sei nicht so stur. Aber ich, Matt, mahnte Amber und sah ihn streng an. Erinnere dich an das, was wir bei den Chloropanphylikern erlebt haben. Du hast versprochen, mir zu vertrauen, wenn es drauf ankommt. Matt seufzte und nickte widerwillig. Sie kehrten um und beeilten sich, den Wald und seine unheimlichen Geräusche zu verlassen. Von der Spitze eines Hügels aus bemerkte Amber ein rot-blaues Leuchten in der Ferne. Seht ihr das? Chen, kannst du auf einen Baum klettern, um herauszufinden, was das ist? Nicht nötig, das kennen wir schon. Es ist ein Skara her, das auf einer Straße vorbeizieht. Seit wann? Schon immer. Millionen von Käfern, eine endlose Kolonne. Sie bewegen sich alle nach Süden und etwas weiter weg gibt es ein Skara her, das nach Norden krabbelt. Amber betrachtete die beiden leuchtenden Bahnen. Ich wüsste wirklich gern, was es damit auf sich hat, sagte sie nachdenklich. Ich könnte euch morgen hinführen, wenn ihr wollt, schlug Chen vor. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wieso? Wegen der Alteration. In der Nähe des Skara her fängt die Alteration an zu spinnen. Sie wird manchmal unkontrollierbar. Unkontrollierbar. Die Pans, die mit ihrer Alteration noch nicht gut genug umgehen können, dürfen sich den Käfern nicht nähern. Es sind schon einige schlimme Unfälle passiert. Amber riss verblüfft die Augen auf. Während sie den Hang hinabliefen, warf Matt einen letzten Blick auf den Wald, in dem seine Hündin umherirrte. Würde er sie je wiedersehen? Gläserweise Energie Am nächsten Tag um die Mittagsstunde holte Chen Amber von ihrem Pflanzenkurs ab und Matt gesellte sich unweit des Flusses zu ihnen. Zwei riesige Baumstämme, die von dicken Seilen und Querbalken zusammengehalten wurden, führten zum anderen Ufer hinüber. Dutzende Angler auf der Brücke holten ihre Angelschnüre ein und warfen die zappelnden Fische in große Eimer, die umgehend in die Küchen geschafft wurden. Flush war immer noch nicht zurück und Matt hatte schon Bauchschmerzen vor Sorge. Nach dem Aufstehen war er drauf und dran gewesen, noch einmal in den Wald zu gehen, um bei Tageslicht nach ihr zu suchen, aber dann hatte er sich eines Besseren besonnen. In der Nacht war Plush ihnen sorgsam ausgewichen, wenn sie ihr zu nahe gekommen waren. Sie wollte nicht gefunden werden. Jenseits des Flusses lagen große Ställe, Getreidesilos und Scheunen voller Futtervorräte. Wo habt ihr die Kühe her? fragte Amber. Hier und da. Die Herden hatten sich in alle Himmelsrichtungen verstreut, aber wir konnten die meisten Tiere wieder zusammentreiben. Dann haben wir Zäune aufgestellt und einen Pan gefunden, der sich damit auskennt, einen Bauernsohn. Er hat uns alles Nötige beigebracht und inzwischen sind wir in der Lage, die gesamte Stadt mit Milch zu versorgen. Und mit Fleisch und Leder, fügte Matt hinzu. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Die einen sind strikt dagegen, die Rinder zu schlachten, die anderen finden es total normal. Im Moment ist es verboten, sie anzurühren. Sie verließen die Stadt durch das Nordtor, liefen an friedlich grasenden Rinderherden vorbei und stiegen die Hügel hoch. Oben drehten sie sich um und blickten in das Tal hinab, in dem Eden errichtet worden war. Der Fluss sah aus wie ein blaues Band auf einem goldenen Schrein, in dessen Mitte die Stadt prangte wie ein graues Siegel auf dem Wappen der Pans. Nach einem zweistündigen Fußmarsch vernahmen sie ein Rascheln und plötzlich bot sich ihnen ein erstaunliches Schauspiel. Hinter dichtem Gebüsch kam ein Asphaltstreifen zum Vorschein, auf dem eine unendliche Karawane aus leuchtenden Käfern vorüberzog. Die sonderbare Kolonie, die zahlreich erschien als alle anderen Erdbewohner zusammen, wuselte eifrig voran, wobei sie ein zirpendes Geräusch von sich gab. Die Bäuche der Käfer auf der rechten Fahrbahn leuchteten blau, die auf der linken Bahn rot, und alle liefen nach Süden. Hast du gestern nicht erwähnt, dass es hier noch ein anderes Skara hergibt, das nach Norden wandert, erinnerte sich Amber. Ja, zehn Kilometer weiter, und das ändert sich nie. Die Autobahn ist Tag und Nacht voll, Milliarden sind hier schon vorbeigekommen, und das scheint immer so weiterzugehen. Irgendeinen Grund muss es dafür doch geben. Sind sie aggressiv? fragte Matt. Überhaupt nicht. Wenn man sie aufhebt und woanders hinsetzt, krabbeln sie gleich wieder zu ihren Artgenossen zurück. Das Lustigste ist, wenn man einen blauen nimmt und ihn zwischen die roten setzt. Dann wechselt sein Bauch sofort die Farbe und passt sich den anderen an. Und du meintest, dass sie Auswirkungen auf die Alteration haben? fragte Amber. Ja, sei vorsichtig. Amber sah zu ein paar Felsbrocken hinüber, die wenige Meter vor ihnen lagen. Den Kleinsten schätzte sie auf rund zwei Kilo, der Größte hatte den Umfang eines Pferdes und wog bestimmt eine halbe Tonne. Sie zeigte mit der Hand darauf und konzentrierte sich auf den Klein. Den traute sie sich zu. Nichts passierte. Ich bin vielleicht etwas weit weg. Wenn ich näher rangehe, plötzlich sauste der Stein durch die Luft und krachte gegen den großen Fels. Eine Wolke aus Staub und Steinsplittern stob auf. Ui! stieß Matt überrascht hervor. Ich habe dich gewarnt, rief Chen. Das ist das Skara her, bestätigte Amber. Es strahlt offenbar eine Energie aus, die unsere Alteration verstärkt. Ich bin sicher, dass ich noch weitergehen kann. Ich habe die Anstrengung kaum gespürt. Pass bloß auf, mahnte Chen. Es sind schon viele Unfälle passiert. Amber wählte einen mittelgroßen Felsbrocken, der gut 50 Kilo schwer sein musste. Sie versuchte nicht sofort, ihn zu bewegen, sondern konzentrierte sich darauf, ihn genau wahrzunehmen, bis sie gedanklich seine Oberfläche zu spüren glaubte. Dann verscheuchte sie sämtliche Gedanken aus ihrem Kopf, um so viel Energie wie möglich in sich anzusammeln. Sobald sie bereit war, entfesselte Amber ihre ganze mentale Kraft, als würde sie plötzlich das Gummiband einer Schleuder loslassen. Der Stein explodierte in tausend Stücke. Gleichzeitig wurde der große Felsbrocken, der daneben lag, aus der Erde gerissen, flog mehrere Meter weit durch die Luft und donnerte gegen eine Pappe, die wie ein Blumenstängel umknickte. Matt und Chen starrten mit offenem Mund in den Krater zu ihren Füßen. Amber taumelte. Matt fing sie gerade noch rechtzeitig auf. Ihr Gesicht war vor Erschöpfung verzerrt und doch spielte ein seltsames Lächeln um ihre Mundwinkel. Ich liebe diese Käfer, sagte sie entzückt, bevor sie ohnmächtig wurde. Nachdem sich Amber von der Anstrengung erholt hatte, schritt sie sofort zur Tat. Als erstes bat sie darum, dass man ihr in Eden ein Schulzimmer zur Verfügung stellte. Dann besorgte sie sich große Vorratsgläser und kehrte mit Matt zum Skara her zurück, um sie mit Käfern zu füllen. Gegen Abend bekam sie Besuch von Maylis und Sally. Amber hatte die Stühle an die Wand gestellt und die Bänke in eine Ecke geschoben. Auf einem Podest standen eine Tafel und sechs mit leuchtenden Insekten gefüllte Behälter. Willkommen in der Akademie der Alteration, rief Amber voller Begeisterung. Was hast du hier vor? fragte Sally. In diesem Raum werden wir an unserer Alteration arbeiten und sie besser kennenlernen, um sie zu verstärken. Die Käfer strahlen eine Energie aus, die wir nutzen können, indem wir sie kanalisieren. Und du bist bereit, dieses Training zu leiten? erkundigte sich Maylis. Ich werde vormittags meine Ausbildung zur Weitwanderin fortsetzen und jeden Nachmittag hier sein, bis wir abreisen. Danach werden wir jemanden finden müssen, der mich ersetzt. Sie warf Matt einen kurzen Blick zu. Ihre forsche Herangehensweise erstaunte ihn, machte ihn aber auch stolz. Amber war schon immer geschickt mit der Alteration umgegangen. Sie fand stets die richtigen Worte, um sie zu erklären, und konnte die Mechanismen hinter den verschiedenen Formen der Alteration besser analysieren als jeder andere Paar. Wo wir gerade von eurer Abreise reden, sagte Sally, wir haben soeben den Spähtrupp zusammengestellt, der bis zur Festung im Pass der Wölfe mitkommt. Ben will Amber und mich bis in den Süden begleiten. Ja, das hat er uns bereits mitgeteilt. Wir begrüßen diesen Vorschlag sehr. Wir brauchen sicher noch mehr Unterstützung. Es wird eine lange Reise, sagte Matt. Am besten wäre eine kleine, kampferprobte Gruppe. Wir müssen unauffällig sein, sollten aber reagieren können, wenn es brenzlig wird. Wenn du willst, such mir noch ein paar Freiwillige. Nein, ich wähle sie lieber selbst aus. Ich dachte an Chen. Wenn er einverstanden ist, wird der Rat dem nichts entgegensetzen. Ich teile euch die anderen Namen mit, sobald ich mich endgültig entschieden habe. Reatlon Dice liegt sehr weit von hier, nicht wahr? Wie lange werdet ihr schätzungsweise unterwegs sein? Keine Ahnung, bestimmt mehrere Wochen. Das hängt davon ab, wie reibungslos die Reise verläuft. Wir werden euch das Wertvollste mitgeben, was wir haben. Pferde. Amber schüttelte den Kopf. Die anderen Pan-Gemeinschaften müssen so schnell wie möglich gewarnt werden. Die Weitwanderer brauchen die Pferde viel dringender als wir. Gebt sie ihnen. Eure Reise ist nutzlos, wenn sie zu lange dauert, widersprach Melis. Wenn ihr erst in drei Monaten zurückkehrt, ist der Krieg vielleicht längst vorbei. Dann wäre alles umsonst gewesen. Wir werden sehr bald brauchen, was ihr dort findet. Amber senkte verwirrt den Kopf. Aber wir wissen doch überhaupt nicht, was wir finden werden. Wenn Malrons so viele Soldaten ausschickt, um Pans für die Hautjagd zu fangen, muss die Karte ein sehr wichtiges Geheimnis bergen. Und Malrons sucht ganz sicher nicht nach dem Schlüssel für ewigen Frieden. Was sie will, ist entscheidend für diesen Krieg und wir müssen es vor ihr finden. Amber nickte. Wir werden unser Bestes tun, sagte sie. Während Amber die Methoden erklärte, mit denen sie die Alteration trainieren wollte, bemerkte niemand die Gestalt, die sie durch ein Fenster des großen Raums beobachtete. Neil Demonstration und Erinnerungen Die Pans strömten aus der ganzen Stadt herbei, um die Akademie der Alteration zu sehen. Die Sonne stand schon tief am Horizont und in der Gasse, in der sich die Schaulustigen drängten, wurden die ersten Straßenlaternen angezündet. Doch trotz der allgemeinen Neugier wollte sich kaum jemand einschreiben. Ambers Liste füllte sich nur langsam. Als Melchiot das Mangel der Interesse bemerkte, stieg er auf einen Stuhl und wandte sich in seiner Eigenschaft als Ratsmitglied an die Menge. Habt ihr bereits vergessen, was wir euch gestern gesagt haben? Wir sind im Krieg! Eben, rief jemand, und deshalb wollen wir die letzten ruhigen Tage genießen, anstatt sie mit Studieren zu verplempern. Wir werden noch an eurer mangelnden Motivation zugrunde gehen. Was für eine Chance haben wir denn überhaupt gegen die Armeen der Zynix, erwiderte ein anderer. Wenn wir die Hände in den Schoß legen und nichts unternehmen, gar keine. Aber wenn wir uns vorbereiten, können wir über uns hinauswachsen. Ein Monat reicht niemals aus, um kämpfen zu lernen. Von seinem Stuhl aus zeigte Melchiot auf den Jungen, der diesen Einwand vorgebracht hatte. Hört ihn an, er hat Recht. Auf dem Schlachtfeld können wir die Zynix nicht schlagen, aber wir haben etwas, das sie nicht haben, die Alteration. Zusammen können wir sie nutzen, um die Erwachsenen zu besiegen. Die meisten von uns können doch nicht einmal damit umgehen, entgegnete ein Mädchen. Amber trat ins Freie und hob die Hand. Sofort kehrte gespannte Stille ein. Genau deswegen gibt es die Akademie, erklärte sie laut genug, dass alle sie hören konnten. Ihr werdet bald sehen, dass wir damit über eine unglaublich wichtige Waffe verfügen. Amber bewegte ihre Finger, als taste sie die morschen Wände aus der Ferne ab. Sie nahm ein großes Risiko in Kauf. Sie hatte nicht genug geübt und konnte nicht einschätzen, wie viel Energie ihr die Käfer verleihen würden. Doch dann spürte sie die Kraft in sich anwachsen und begann vorsichtig mit ihren Gedanken, auf die etwa zehn Meter entfernte Materie einzuwirken. Das Holz knirschte, der Dachstuhl wölbte sich, die Bretterwände knarrten und plötzlich hob sich das Dach. Erst ein Balken, dann der nächste Bogen sich unter dem First, bevor sich das Dach in einer Wolke aus Staub und Sägespänen wieder sinkte. Die Menge schwieg ehrfürchtig. Amber entspannte sich und stützte sich auf Chen, um nicht umzukippen. Ihr wurde kurz schwarz vor Augen, so erschöpft war sie. »Da seht ihr, was man mit der Alteration bewerkstelligen kann«, rief Melchiot, der noch immer auf seinem Stuhl stand. »Niemand außer diesem Mädchen ist zu so etwas imstande«, entgegnete ein Junge aus der Mitte der versammelten Pans. Amber atmete tief ein, um wieder zu Kräften zu kommen, und erklärte, »Die Käfer verstärken meine Alteration um ein Vielfaches. Besucht die Akademie, dann seid ihr bald in der Lage, weitaus bessere Leistungen zu vollbringen als das, was ihr soeben gesehen habt.« Die Pans begannen aufgeregt zu diskutieren. Alle hatten von Alterationsunfällen im Zusammenhang mit dem Skara-Heer gehört, aber auf diese Idee wären sie nie gekommen. Was sie gerade erlebt hatten, brachte selbst die größten Skeptiker ins Grübeln. Schließlich trat ein Mädchen mit langen, blonden Haaren vor. »Amber, kannst du uns wirklich helfen, unsere Alteration zu entwickeln?« »Mit dem Skara-Heer auf unserer Seite werden wir die Armeen der Zyniks das Fürchten lehren. »Glaub mir.« »Also, ich bin dabei.« »Ich auch, ich auch,« rief ein Junge. »Ich will auch mitmachen. Und ich? Schreib mich ein. Ich hab immer an die Alteration geglaubt,« schrie ein anderer. Wenige Sekunden später drängte sich die Hälfte der Anwesenden vor der Tür der Akademie, und Amber musste sie bitten, etwas Platz zu machen, damit sie ihre Anmeldeliste holen konnte. Die Pans hatten zwar kaum erfahrene Kämpfer in ihren Reihen, aber die Alteration war ein nicht zu unterschätzender Trumpf. Das war besser als nichts. Matt hatte seinen Abend damit verbracht, vor dem Stadtwall auf und ab zu gehen und Richtung Wald zu starren. Er hoffte noch immer, dass Plusch zurückkommen würde. Beim Einbruch der Dunkelheit gab er auf und ging zur Krankenstation, um nach Mia zu sehen. Ihr Zustand hatte sich nicht verändert. Ihre Wunden, vor allem die am Oberschenkel, eiterten noch immer. Sie zitterte und schwitzte am ganzen Leib. Matt blieb eine ganze Weile bei ihr sitzen. Sie kannten sich kaum, und doch fühlte er sich ihr nahe. Nachdem Tobias sie von dem Nabelring befreit hatte, waren sie gemeinsam vor den Zyniks und den Schattenfressern geflohen und hatten den Absturz des Zeppelins des Unschuldstrinkers überlebt. Diese Erlebnisse hatten sie zusammengeschweißt. Matt untersuchte den Nabel des Mädchens. Die Schwellung nässte noch stark. Etwas Abartigeres als dem Nabelring hätten sich die Zyniks wirklich nicht ausdenken können. Schließlich brach er zum Haus der Gesandten auf, da er hoffte, dort Floyd, John oder Nurnia zu treffen. Er wollte an diesem Abend nicht allein sein und wusste, dass Amber in der Akademie bis spät in die Nacht beschäftigt sein würde. Unterwegs kam er am Salon der Erinnerung vorbei und trat spontan ein. Fast die ganze Stadt war aus Materialien und Überresten aus der früheren Welt errichtet worden, aber der Salon der Erinnerung wirkte wie aus der Zeit gefallen. Mit seinen Holzverkleidungen, dem langen Tresen, den runden Tischen und der Bühne für das Orchester ähnelte er einem Salon in einem Western. An den Wänden hingen unzählige Fotos, Paare mit Kindern, ganze Familien mit den Großeltern und sogar den Hunden, Bilder vom kleinen Bruder oder der großen Schwester und nicht zu vergessen die Klassenfotos. Als Matt auf einem der Fotos Malice und Sally erkannte, begriff er, dass die Einwohner von Eden hier die Fotos von sich und ihren Familien aus der Zeit vor dem Sturm aufbewahrten. In diesem Augenblick wurde ihm bewusst, dass er kein einziges Erinnerungsstück an seine Eltern besaß. In seinem Portemonnaie hatte er nie Fotos mit sich herumgetragen und als er die Wohnung in New York verlassen hatte, war ihm nicht in den Sinn gekommen, welche mitzunehmen. Schließlich hatte er da noch nicht geahnt, dass er seine Familie nie wiedersehen würde. Er hatte sich nie von seinen Eltern verabschieden können. Wenn er an all die gemeinsam verbrachten Stunden dachte, bereute er bitter, ihre Anwesenheit so wenig geschätzt zu haben, ihre Liebe. Das alles war ihm immer selbstverständlich erschienen. Hätte er ihnen doch nur einmal gesagt, wie gern er sie hatte. »Hallo!« Matt fuhr aus seinen Gedanken auf und sah Horace am Tresen sitzen. »Das zieht einen ganz schön runter, was?« sagte Horace. Matt nickte still. Er zog einen Barhocker heran und setzte sich neben den schwarzhaarigen Jungen, der mit seiner breiten Nase, den buschigen Augenbrauen und dem vorspringenden Kinn zwar kein Schönling war, aber durchaus ein einnehmendes Wesen hatte. »Hast du aufgehört, diese scheußlichen Zigaretten zu rauchen?« Horace verzog das Gesicht. »Nicht ganz, aber ich hab wieder angefangen, Sport zu treiben. Mit dem Rauchen aufzuhören ist schwieriger, als ich dachte. Ich glaube, das gilt für das ganze überflüssige Zeug, das die Erwachsenen erfunden haben. Zigaretten, Alkohol, Drogen. Man sollte das eigentlich wissen, bevor man damit anfängt. Die Miliz organisiert Kampfstunden, um uns auf den Krieg vorzubereiten. Jeder wird einer bestimmten Division zugeteilt. Ich bin in der Infanterie. Muss lernen, mit der Lanze umzugehen. Mir wären ja Schleuder oder Bogen lieber gewesen, aber im Schießen bin ich eine totale Null. Und für die Kavallerie muss man schon reiten können. Wir haben ja ohnehin zu wenig Pferde. Und, du kannst nicht reiten? Ich? Überhaupt nicht. Ich bin in Chicago aufgewachsen. Mit U-Bahn kenne ich mich aus. Und beim Skateboardfahren reicht mir so leicht keiner das Wasser. Bloß schade, dass weder das eine noch das andere uns helfen wird, diesen Krieg zu gewinnen. Chicago? Das ist verdammt weit weg. Horace nickte nachdenklich. Hast du auch ein Foto von deinen Eltern hier hängen? Nein, antwortete Horace. Ich hab nicht daran gedacht, welche mitzunehmen, als ich weggegangen bin. Ich war total panisch. Zuerst kam ein heftiger Blizzard, und danach war alles eingeschneit. Überall rannten wild gewordene Hunde und ausgebrochene Zootiere rum. Und die Mampfer griffen alles an, was ihnen über den Weg lief. Zum Glück konnte ich zwei Freunde aufgabeln, und wir machten, dass wir wegkamen. In New York war es genauso. Alles wie ausgestorben und total gruselig. Als wir aus Chicago raus waren, sind wir auf ein paar andere Pans gestoßen, mit denen wir uns in einer Sporthalle eine Unterkunft eingerichtet haben. Nach fünf Monaten kam ein Weitwanderer vorbei und sagte uns, dass viele Überlebende ins Landesinnere ziehen, um dort eine Stadt zu gründen. Wir sind seiner Wegbeschreibung gefolgt, und so bin ich schließlich in Eden gelandet. Angeblich bedecken inzwischen dunkle Wolken den ganzen Norden. Ich frage mich, ob Chicago auch darunter liegt. In Mairons Reich im Süden ist der Himmel ganz rot. Das habe ich am Horizont erkennen können. Sieht fast so aus, als befänden wir uns zwischen zwei Fronten. Hm, ja, wirklich unheimlich das Ganze. Hast du schon gegessen? Horace bestellte zwei Gerichte und zwei Gläser Hydrohonig. Er erklärte Matt, dass in Eden alles umsonst war. Jeder arbeitete für sich und die Gemeinschaft. Man wechselte sich bei den Aufgaben ab, und so kam jeder recht gut dabei weg. Sie unterhielten sich bis spät in die Nacht. Matt erzählte von seiner Reise ins Land der Zynix, und Horace berichtete voller Wut, wie die Soldaten der Königin seine Gruppe auf dem Weg nach Eden angegriffen hatten. Er war als einziger ungeschoren davongekommen, da er in den Wald gegangen war, um nach Wasser zu suchen. Als er zurückkehrte, waren die Zynix schon dabei, seine Freunde mit Hieben in die Käfige der Berserker zu treiben. Deswegen macht mir der Krieg keine Angst. Denen werde ich's heimzahlen. Und wie? Jetzt muss ich nur noch einen Platz in unserer Armee finden, mit dem ich auch klarkomme. Als Infanterist brav in Reih und Glied marschieren, das geht mir gegen den Strich. Warum besuchst du nicht die Akademie der Alteration? Vielleicht kannst du da … Horace lachte trocken auf. Meine Alteration bringt uns im Kampf gar nichts. Wieso nicht? Wieso nicht? Wiederholte Horace, indem er Mets Stimme imitierte. Matt verschluckte sich beinahe. Du klingst ja haargenau wie ich. Wie machst du das? Das ist meine Alteration. Leute nachmachen. Tolle Waffe, was? Kannst du alle Stimmen nachahmen, die du hörst? Mit ein wenig Übung, ja. Und das ist nicht alles. Sieh her und staune. Seine Stirn krümmte sich, seine Augenbrauen wurden schmaler und länger, seine Wangenknochen höher und seine Lippen dünner. Innerhalb weniger Sekunden war Horace nicht wiederzuerkennen. Mit einer hohlen Stimme, die seiner eigenen nicht im Geringsten ähnelte, sagte er, Ich kann mich nach Belieben verwandeln. Kannst du auch das Gesicht eines anderen annehmen? Nein, das nun auch wieder nicht. Aber ich kann meine Gesichtszüge so verändern, dass man mich nicht mehr erkennt. Na, würde ich damit einen Zynik in die Flucht schlagen? Ich verstehe gar nicht, was du hast. Das ist doch genial. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe schon immer den Klassenclown gespielt, wenn du weißt, was ich meine. Habe ständig die Leute nachgeäfft, Grimassen geschnitten und Stimmen nachgemacht. Inzwischen imitiere ich allerdings nicht mehr. Ich reproduziere die charakteristischen Eigenschaften einer Stimme. Das ist echt abgefahren. Es ist super, um die Leute bei Laune zu halten, klar. Aber ein Überlebenstraining würde ich damit nicht bestehen. Matt schwieg eine Weile und musterte ihn nachdenklich. Du hast mit ansehen müssen, wie deine Freunde entführt wurden. Deshalb bist du so. Matt suchte nach dem richtigen Wort. Zynisch, ergänzte Horace grimmig. Wahrscheinlich, ja. Matt streckte ihm die Hand hin. Ich hatte jedenfalls einen tollen Abend. Matt schlief. Tief und fest. Die Art von Schlaf, die keine Erinnerung an Träume hinterlässt. Jeden Abend hoffte er beim Einschlafen, dass ihn der Torvaderon wieder in seinen Träumen aufsuchen würde, um in sein Innerstes vorzudringen. Diesmal wollte Matt ihm alle Türen öffnen, in der Hoffnung, sich seinerseits in das Innere des Monsters stehlen zu können und dort Spuren von Tobias ausfindig zu machen. Aber der Torvaderon erschien nicht. War er noch hinter ihm her? Bestimmt, aber die Entfernung zwischen ihnen war gegenwärtig wohl zu groß, als dass der Torvaderon seine Träume orten konnte. Früher oder später würde sich das ändern. Da war Matt sicher. Als es an der Tür klopfte, glaubte Matt einen kurzen Augenblick, sein Feind habe ihn gefunden. Es war nur ein Wächter der Miliz. Matt, steh auf! Wie? Was ist los? Ein Gewitter? Ist ein Gewitter aufgezogen? Mit Blitzen, die wie Finger aussehen? Der Wächter musterte ihn, als sei er nicht ganz richtig im Kopf. Nein, nein, es geht um deine Hündin. Matt war schlagartig hellwach. Plusch? Habt ihr sie gefunden? Ähm, na ja, das wissen wir nicht so genau, ehrlich gesagt. Wie bitte? Ist sie nun wieder da, oder nicht? Es ist besser, wenn du dir das selbst ansiehst. Matt schnappte sich seinen schwarzen Mantel und rannte in den Flur. Eine etwas andere Kavallerie Drei Wächter klammerten sich an ihre Lanzen, als Matt herbeigelaufen kam. Ich sage ihnen, dass sie sofort alle Fenster und Türen verriegeln und Alarm schlagen sollen, schlug der Kleinste der Gruppe vor. Krieg dich wieder ein, es besteht kein Grund zur Panik. Das fehlte noch, dass du deswegen die ganze Stadt aufwächst. Was ist los? rief Matt. Wo ist Plusch? Sag du es uns. Die Wächter wichen zur Seite und Matt blickte auf die dunklen Felder. Dichte Wolken hatten sich vor den Mond geschoben und im ersten Augenblick sah er gar nichts. Schatten. Vage Gestalten. In der Finsternis leuchteten unzählige Augenpaare, die auf Eden gerichtet waren. Da tauchte der Mond auf und erhellte das Tal. Sie waren zu Hunderten. Groß wie Pferde. Sie saßen auf dem Hinterteil, streckten die Nasen in den Wind und schienen auf ein Zeichen zu warten. Ein ganzes Heer von Hunden. Riesige Hunde mit strubbeligem Fell. Matt wagte nicht, sich zu rühren. Er wusste nicht, ob er sie für niedliche Kuschel oder gefährliche Raubtiere halten sollte. Aus der Dunkelheit löste sich eine Gestalt und Plusch kam auf ihn zugelaufen. Matt machte einen Schritt auf sie zu und die Hündin bellte auf. Du sagst mir, dass du deswegen so lange verschwunden warst, nicht wahr? Verstand Matt. Das hast du also im Wald getrieben. Du hast sie gewittert und bist sie holen gegangen. Plusch rieb sich so heftig an ihm, dass sie ihn fast umgeworfen hätte. Siehst du, die tun nichts, sagte ein Wächter hinter ihm. Aber was machen wir mit ihnen? Es sind viel zu viele. Unsere Kavallerie hat Verstärkung bekommen, verkündete Matt. Sie sind hier, um uns zu helfen. Ähm, es sind Hunde. Ziemlich große Hunde zwar, aber trotzdem nur Hunde. Die können keinen Plan haben. Plusch ist keine gewöhnliche Hündin. Sie versteht eine ganze Menge. Und wenn sie ihre Artgenossen herholt, dann hat sie sich auch etwas dabei gedacht. Vertraut mir. Diese Hunde wissen genau, was sie tun. Sie sind nicht zufällig hier. Einer der Wächter legte seine Lanze ab und ging vorsichtig auf die Tiere zu. Ein Hund kam ihm entgegen und stupste ihn etwas unsanft, aber freundlich an. Er sieht total lieb aus, rief der Junge. Man könnte meinen, er will gestreichelt werden. Diese Hunde haben vor dem Sturm wahrscheinlich zu Familien gehört und fühlen sich seither ziemlich allein. sagte Matt. Lasst uns einen Platz finden, wo sie übernachten können. Morgen stellen wir sie den Bewohnern von Eden vor. Matt grub die Hände in pluschseidenes Fell und schmiegte sich an sie. Am nächsten Morgen ging es in Eden zu, als sei der Weihnachtsmann gekommen. Als die Pans die sanftmütigen Riesen sahen, jauchzten sie vor Begeisterung, streichelten die Tiere und spielten mit ihnen, was die Hunde mit freudigem Gebell quittierten. Amber und Matt beobachteten so manche rührende Szene. Die jüngsten Pans wollten sich von ihren neuen Freunden gar nicht mehr trennen. Ich wüsste gern, woher sie kommen, sagte Amber. Wahrscheinlich haben sie in einem Rudel gelebt, sonst hätte Plush in so kurzer Zeit niemals so viele auftreiben können. Sie haben sich bestimmt nach dem Sturm zusammengeschlossen, wie wir. Glaubst du, dass sie von sich aus auf die Suche nach Menschen gegangen sind? Wenn ich sehe, wie froh sie sind, bei uns zu sein, dann glaube ich das in der Tat. Der Sturm hat ihren Körperbau verändert, aber ihr Gedächtnis hat er vermutlich nicht gelöscht. Sie haben sich in den letzten Monaten offensichtlich nach menschlicher Gesellschaft gesehnt. Beim Frühstück habe ich gehört, dass du sie der Kavallerie zuteilen willst. Sollen wir wirklich riskieren, dass sie verletzt oder getötet werden? Wenn die Zynics den Krieg gewinnen, wird für diese Hunde auch kein Platz mehr sein. Und du kennst ja Plush, sie geht keiner Gefahr aus dem Weg. Sie wacht über uns wie ein Hund über seine Familie, das kann sie am besten. Die anderen werden sich genauso verhalten. Für unsere Kommandotruppe kann es nur von Vorteil sein, wenn sie uns begleiten. Da fällt mir ein, dass wir dem Rat noch die Namen der Pans nennen müssen, die mit uns in den Süden kommen, damit wir sie kennenlernen und ausbilden können. Es sind drei. Ben, Chen und ein Junge namens Horace. Horace? Noch nie gehört. Hat er sich freiwillig gemeldet? Ja, aber er weiß es noch nicht. Matt, du kannst niemanden zwingen. Wir können dabei unser Leben lassen. Ich weiß, dass er Ja sagen wird, wenn ich ihn frage. Und wir brauchen jemanden wie ihn. Zu fünft haben wir meiner Meinung nach eine gute Chance, es bis zu Mairons zu schaffen. Es wird sicher hart, aber ich glaube daran. Und wie läuft's bei dir? Was machen die Alteration und das Gara her? Ich muss jemanden finden, der mich ersetzt, wenn wir aufbrechen. Stell dir vor, was wir alles vollbringen können, wenn es uns gelingt, ihre Energie zu kanalisieren. Unsere kleine Armee nimmt langsam Form an. Amber lächelte. Anfangs war ich nicht sehr zuversichtlich, aber jetzt? Ich denke wirklich, dass wir eine Chance haben. Matt verschränkte die Arme vor der Brust und beobachtete die Kinder, deren Spielkameraden zweimal so groß waren wie sie selbst. Du etwa nicht? fragte sie. Doch, doch, antwortete er ohne Überzeugung. Auch er begann zwar an den Sieg zu glauben, konnte aber nicht vergessen, welches Leid sie alle erwartete. Bald würden Tod und Gewalt auf der Tagesordnung stehen. Eden würde ein Blutbad erleben. Vorbereitungen Fünf Tage lang besuchte Amber vormittags die Kurse für angehende Weitwanderer und leitete nachmittags die Akademie der Alteration. Sie hatte keine einzige freie Minute mehr. Geduldig brachte sie den Pans bei, ihre Alteration zu beherrschen, und erlaubte nur den Besten, mit den Käfern zu üben. Die Ergebnisse übertrafen alle ihre Erwartungen. Die Pans in der Umgebung gewöhnten sich schon bald daran, dass ständig Lichtblitze aus dem Akademiegebäude aufstiegen, weil dort bizarre Experimente durchgeführt wurden. Melchiot, das Ratsmitglied, erwies sich als Ambers bester Schüler. Er handelte ruhig und überlegt, war sehr interessiert und konnte das Erlernte gut weitergeben. Seine Alteration ermöglichte es ihm, Feuer zu entfachen. Seit dem Sturm war er damit beauftragt, die Laternen und Kaminöfen anzuzünden, und im Laufe der Zeit hatte er die Fähigkeit entwickelt, an den Fingerspitzen eine starke Hitze zu erzeugen. In Gegenwart der Käfer verwandelte sich diese Hitze in Flammen, die er nur mit allergrößter Mühe im Zaum halten konnte. Je mehr Energie die Pans aus den Käfern schöpften, desto mächtiger wurde ihre Alteration. Zugleich aber wuchs auch die Kraftanstrengung ins Unermessliche. Wer sich zu übermäßigen Leistungen hinreißen ließ, brach unmittelbar danach zusammen und wachte erst ein oder zwei Tage später wieder auf. Also nahmen Amber und Melchior sich bewusst zurück, um bis zum Abend durchzuhalten, auch wenn sie nur zu gern herausgefunden hätten, was sie mit voller Energie schaffen konnten. Währenddessen nutzte Matt die Zeit, um sich auszuruhen und die Blutergüsse und Schürfwunden verheilen zu lassen, die er bei dem Absturz des Zeppelins davongetragen hatte. Er schlenderte durch die Straßen und beobachtete die Fortschritte der Armee. In den Werkstätten wurden Unmengen von Bögen und Pfeilen hergestellt, und die Schützen trainierten mit Zielscheiben, die von Tag zu Tag weiter weggestellt wurden. Die Infanterie lernte, in Gruppen zu marschieren und gemeinsam auf einen Angriffsbefehl zu reagieren, und alle übten sich mehrere Stunden am Tag im Zweikampf. Die alte Kavallerie hatte sich aufgelöst, denn alle zur Verfügung stehenden Pferde waren den Freiwilligen zugeteilt worden, die mit den Weitwanderern aufbrachen. Stattdessen stellte man ein berittenes Regiment aus mehr als 600 Hunden auf. Die Tiere schienen ihre Rolle sehr ernst zu nehmen und erduldeten das harte Manövertraining mit den Pans auf ihrem Rücken ohne Murren. Wenn sie in dem Tempo weitermachten, würden die Bewohner von Eden bald eine Armee bilden, die diesen Namen verdiente. Schließlich kam der Moment, in dem die Weitwanderer und die Freiwilligen losgeschickt wurden, um das Land zu durchstreifen und alle Gemeinschaften zu versammeln. Die Freiwilligen waren in kürzester Zeit ausgebildet worden, und die meisten dachten mit Angst und Schrecken daran, dass sie sich nun allein ins Ungewisse vorwagen mussten. Matt und Amber verabschiedeten sich von Doug. Pass gut auf dich auf, sagte Matt. Sei vorsichtig und mach einen großen Bogen um alle Gefahren. Vergiss nicht, dass wir dich gesund und munter wiederhaben wollen. Keine Sorge, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden Reggie und die Freunde von der Insel dabei sein. Es gibt eine Gemeinschaft, der ich versprochen habe, einen Weitwanderer vorbeizuschicken. Sie nennen sich das Team der Wilden und leben irgendwo im Südosten, zwischen der Carmichael-Insel und dem Blindenwald. Das sind toughe Kerle, die könnten uns wertvolle Dienste leisten. Ich werde sie finden. Amber gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. Gute Reise, sagte sie. Die Pan sahen zu, wie ihre Botschafter in alle Richtungen davonritten. Sie waren dazu auserkoren, schlechte Nachrichten zu überbringen, und dennoch ruhten alle Hoffnungen auf ihn. Eden konnte jede Hilfe gebrauchen. Am Abend jenes Tages saß Matt gerade auf einem Gatter und sah den Hunden zu, die miteinander spielten, sich im Dreck wälzten, nacheinander schnappten und vor Freude fiepten, als ihn jemand mit schwacher, leicht atemloser Stimme ansprach. Hallo, Matt! Mia! Das Mädchen stützte sich auf eine Krücke. Den anderen Arm trug sie in einer Schlinge und sie sah noch recht blass aus. Man hat mir erzählt, dass du oft bei mir warst. Ich wollte mich bedanken. Seit wann bist du raus? Seit heute Morgen. Offenbar habe ich das Gröbste überstanden. Ganz fit bin ich noch nicht, wie du siehst, aber es geht bergauf. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Ich wollte dir für alles danken, das du für uns getan hast. Bei unserer Flucht hatte ich dazu keine Gelegenheit. Matt zuckte mit den Achseln. Das war doch selbstverständlich. Mia stellte sich auf die Zehenspitzen, strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht und gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange. Am nächsten Morgen brach in der Akademie ein verheerender Brand aus. Melchior hatte versäumt, seine Alteration in Gegenwart der Käfer ausreichend zu kontrollieren, sodass sich das Feuer an seinen Fingerspitzen in riesige Stichflammen verwandelte und er ohnmächtig zusammenbrach. Wie durch ein Wunder wurde kein Pan verletzt und Amber konnte Melchior gerade noch rechtzeitig aus dem lichterloh brennenden Gebäude schaffen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Akademie daraufhin fernab der Wohnhäuser hinter den Ställen und Scheunen im Norden der Stadt eingerichtet, in einem Steinhaus, in dem Landwirtschaftsgeräte untergebracht waren. Amber und Matt trafen sich am frühen Nachmittag am Ufer des Flusses. Wir müssen bald aufbrechen, sagte sie. Wir können nicht länger warten. Die Ratsversammlung will zuerst die Rückkehr der Weitwanderer aus dem Süden abwarten, damit wir über die neuesten Informationen über den Pass der Wölfe verfügen, bevor sich der Spähtrupp mit uns auf den Weg macht. Ich finde, das ist eine kluge Entscheidung. Wir sollten nicht blind drauf losrennen, ohne zu wissen, wie die Lage dort ist. Und wenn sie nicht zurückkommen? Wenn sie... Ich meine, du weißt schon. Für jemanden, der davon träumt, Weitwanderer zu werden, vertraust du ihnen aber nicht besonders. Seit ich ihre Ausbildung durchlaufe, ist mir erst so richtig bewusst geworden, welche Gefahren die neue Welt birgt. Warten wir noch etwas ab. Wenn sie in drei Tagen nicht zurück sind, müssen wir los. Uns bleibt nichts anderes übrig. Malrons Armeen werden nicht warten, bis wir bereit sind. Matt wusch sich die Hände im klaren Flusswasser und musterte die vielen Schrunden und Narben auf seinem braun gebrannten Armen. In den vergangenen Monaten hatte sich sein Körper stark verändert. Seine Muskeln traten klar hervor und seine Pausbacken waren verschwunden. Ich habe gesehen, dass Mia die Krankenstation verlassen hat, sagte Amber. Ja, gestern schon. Ihr versteht euch gut, ihr beide, nicht wahr? Matt hörte an Ambers Stimme, dass etwas nicht stimmte. Warum fragst du das? Ich habe euch gestern gesehen, ihr habt sehr nah beieinander gestanden. Er zuckte die Achseln. Sie hat… Matt, du musst dich nicht rechtfertigen. Ich wollte dir nur sagen, dass… Dass ich es weiß, mehr nicht. Damit es zwischen uns kein Problem gibt. Was für ein Problem denn? Amber biss sich auf die Lippe. Ach nichts, ich bin blöd. Nein, sag es. Nichts, ich rede nur Unsinn. Ich bin total müde, die Akademie schlaucht mich ganz schön. Sie setzte ein breites Lächeln auf, aber Matt spürte, dass es nicht echt war. Himmel, musste er sich denn immer so ungeschickt anstellen? Er glaubte zu verstehen, was Amber ihm mitteilen wollte, aber er wusste einfach nicht, wie er darauf reagieren sollte. Er hatte den Eindruck, dass sie eifersüchtig war. So wie ich auf Ben? Er verscheuchte diesen albernen Gedanken sofort. Er war nicht eifersüchtig auf Ben. Amber gehörte ihm nicht. Sie konnte machen, was sie wollte. Ich muss los, die Arbeit ruft, sagte Amber und stand auf. Wir geben uns drei Tage, dann brechen wir ins Reich der Königin auf. Nach Wirtlon-Dice. Als hätten sie geahnt, wie ungeduldig sie erwartet wurden, kehrten die Weitwanderer aus dem Süden noch am selben Abend zurück. Einer der drei war verletzt und wurde direkt zur Krankenstation gebracht, während die beiden anderen zunächst zum Haus der Gesandten gingen, um ihre Ausrüstung abzulegen. Ihre dunkelgrünen Umhänge waren zerrissen, und einer schien seine Kleider unterwegs notdürftig zusammengepflegt zu haben. Man sah ihnen auf den ersten Blick an, dass sie einiges durchgemacht hatten. Die Ratsversammlung wurde zu einer Sondersitzung einberufen. Nur wenig später traten Philip und Howard, wie sie sich vorstellten, in den Ratssaal und erstatteten Bericht. Als erstes fassten sie für die Anwesenden noch einmal den Zweck ihrer Reise zusammen. Wir waren insgesamt drei Wochen unterwegs, um Informationen über die Wanderbewegungen im Süden zu sammeln. Uns zu vergewissern, dass sich dort keine weitere Paarangemeinschaft niedergelassen hat, und den beiden bereits registrierten Gemeinschaften die neuesten Nachrichten über unsere Welt zu überbringen. Uns interessieren vor allem die Wanderbewegungen, sagte Sally. Seid ihr Patrouillen der Zyniks begegnet? Philip nickte. Mehreren. Wir konnten uns jedes Mal verstecken, aber es waren sehr große Trupps. Uns ist aber noch etwas viel Merkwürdigeres aufgefallen, fügte Howard hinzu. Wir haben ganze Gruppen von Mampfern nach Süden ziehen sehen. Einer Gruppe bin ich zwei Tage lang gefolgt, bis sie sich anderen Gruppen angeschlossen hat. Die Mampfer sammeln sich, und zwar in großer Zahl. Das erklärt auch, warum wir hier immer weniger sehen, meinte Philip. Habt ihr herausgefunden, warum sie das tun? fragte Mählis besorgt. Sie marschieren durch die Schneise im Blindenwald ins Land der Zyniks, antwortete Howard, und sie sind schwer bewaffnet. Sie gehen durch den Pass der Wölfe? Also ziehen sie in den Krieg, vermutete Melchiot. Es sieht ganz so aus. Ich hab's echt mit der Angst zu tun gekriegt, als ich von Weitem beobachtet habe, welches Ausmaß ihre Truppen haben. Tausende von Mampfern. Etwas weiter entfernt hab ich die Spuren einer Zynikpatrouille gefunden. Auch sie scheinen einen großen Bogen um das Heer der Mampfer geschlagen zu haben. Mählis rieb sich die Hände. Wenn die Mampfer eine zweite Front auf dem Gebiet der Königin bilden, kann uns das nur recht sein. Das müssen wir schnell ausnutzen, rief ein Pan aus den oberen Rängen. Nein, erwiderte Serli. Wir sind noch nicht bereit und müssen auf Verstärkung aus den anderen Pan-Gemeinschaften warten. Lassen wir die Mampfer erst einmal allein angreifen. Wenn wir Glück haben, werden die Armeen von Malrons dadurch empfindlich geschwächt. Warum sollten die Mampfer denn die Zyniks angreifen, meldete sich Nils näselnde Stimme zu Wort. Das ist doch Selbstmord. Die Mampfer sind nicht besonders hell im Kopf, erinnerte Philipp ihn. Eigentlich nicht, aber vielleicht haben sie sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Ein Pan mit flammend roten Haaren stand auf. Wenn sie sich sammeln, dann heißt das, dass sie untereinander kommunizieren können. Vielleicht haben die Mampfer aus dem Süden ihre Genossen gewarnt, dass sie bald angegriffen werden, und sie haben sich entschlossen, der Königin zuvorzukommen. So intelligent sind die Mampfer beim besten Willen nicht, entgegnete Neil. Sally hob die Hände, um für Ruhe zu sorgen. Weitwanderer, sagte sie. Könnt ihr uns sagen, ob der Pass der Wölfe begehbar ist? Du meinst die Schneise durch den blinden Wald? vergewisserte sich Philipp. Vor fünf Tagen war sie es noch nicht, aber ich nehme an, dass die Mampfer inzwischen durchgezogen sind. Doch irgendwo auf dem Gebiet der Zyniks muss in diesem Augenblick eine große Schlacht stattfinden, meiner Meinung nach unweit des Waldes. Die Zyniks haben die Invasion sicher schnell bemerkt. Die beiden Wortführerinnen des Rats blickten sich an. Unser Spähtrupp kann also aufbrechen, stellte Males fest. Amber, Matt, habt ihr eure Begleiter gewählt? Matt erhob sich und antwortete. Wir werden zu fünft sein. Vier weitere Pans werden bis zur Festung im Pass der Wölfe mitkommen, um die Umgebung auszukundschaften und unsere Strategie vorzubereiten. Wer sind diese vier? Floyd, der Weitwanderer, den ihr schon kennt, soll sie auf dem Rückweg führen. Louise wird der strategische Kopf sein, und Tanja kommt mit, weil sie eine hervorragende Bogenschützin ist. Außerdem ist ein Mitglied der Ratsversammlung vertreten. Und zwar? Malice wirkte auf einmal unsicher. Ich, sagte Neil und stand auf. Matt starrte Sally und Malice an. Neil war der streitsüchtigste Pan im Rat. Er hatte gefordert, Amber an Malrance zu verkaufen. Wie konnte er Teil des Spähtrupps sein? Mit gesenkter Stimme sagte er zu den beiden Schwestern, Warum er? Eine schlimmere Wahl konntet ihr nicht treffen. Wir haben abgestimmt, erklärte Sally leise. Wir waren nicht recht darauf vorbereitet, aber er hat sich durchgesetzt, und Neil hat genug Freunde, um sich eine kleine Mehrheit zu sichern. Matt fluchte innerlich. Er würde den Kerl im Auge behalten. Wenn er sich nicht ordentlich am Riemen riss, konnte er für nichts garantieren. An Amber und Matt gewandt, erklärte Malice laut, Morgen packen wir eure Verpflegung zusammen. Spätestens in zwei Tagen müsst ihr aufbrechen, fügte Sally hinzu. Aus acht mach neun Nach zehn Tagen in Eden kribbelte es Matt in den Fingern. Trotz all der Gefahren, die ihnen draußen drohten, hielt er es nicht länger in der Stadt aus. Er wollte endlich losziehen, um in den Palast der Königin einzudringen und herauszufinden, warum sie ihn suchte und welches Geheimnis das steinerne Testament bag. Aber dazu musste er es erst einmal bis nach Wirtlandais schaffen. Sobald das alles vorbei ist, mache ich mich auf die Suche nach Tobi. Die Nachricht von ihrer bevorstehenden Abreise verbreitete sich in Windeseile, und mehrere Pans sprachen Matt auf der Straße an, um sich zu verabschieden, ihm Glück zu wünschen, Mut zu machen oder ihm zu sagen, wie sehr sie ihn bewunderten. Für sie schien es an Tollkühnheit zu grenzen, dass er sich in Malronses Reich vorwagen wollte. Dabei hatte er das schon einmal gemacht und überlebt. Warum sollte es nicht ein zweites Mal klappen? Um ein Haar wären wir alle draufgegangen, und dabei sind wir noch nicht einmal in den inneren Machtbereich der Königin vorgestoßen. Matt fand Horace im Salon der Erinnerung. Er saß am Tresen, hatte sich eine seiner stinkenden Kippen angezündet und starrte ins Leere. »Sieh an, ein Held!«, sagte er, als er Matt sah. Matt ging nicht auf die Bemerkung ein. Er erfüllte nur seine Aufgabe, nicht mehr und nicht weniger, so wie jeder andere es im Kampf für die Freiheit würde tun müssen. »Na, hast du dich mit der Infanterie arrangiert?«, fragte er. »Noch nicht. Ich habe darum gebeten, wenigstens in der ersten Reihe kämpfen zu dürfen. Wenn ich in diesem Krieg falle, dann sollen vorher so viele Zyniks wie möglich dran glauben.« »Das ist genau das richtige Stichwort. Ich wollte dir nämlich einen Vorschlag machen, wie du sie da erwischen kannst, wo es am meisten wehtut.« »Spuck's aus.« »Wie du weißt, brechen Amber und ich morgen nach Wirtland-Dice auf, und wenn wir diese Expedition heil überstehen wollen, brauchen wir die Besten der Besten. Und ich wollte dich fragen, ob du mitkommst.« »Ich?«, stieß Horace verdattert hervor. »Machst du Witze? Ich kann nicht mal eine Lanze halten. Meine Alteration eignet sich wunderbar dazu, hier abends für Lacher zu sorgen, aber ihr wollt der Königin doch wohl keinen Hofnarren schicken, oder?« »Wir wollen sie ja nicht offen angreifen, das würden wir nicht überleben. Nein, wir haben vor, uns heimlich in ihr Schloss zu schleichen, und dafür brauchen wir Leute, auf die wir bauen können, die mental stark und hochmotiviert sind, und zu denen gehörst du.« Horace verdrehte die Augen. »Dein Wort in Gottes Ohr. Ich zähle lieber auf uns als auf Gott. Und? Was sagst du? Hast du absichtlich bis zum letzten Moment gewartet, um mich zu fragen?« Matt grinste. »Wenn ich dir zu viel Zeit zum Überlegen gebe, dann kommst du noch darauf, dass das eine Kamikaze-Aktion ist, und ich hätte dich wirklich gern dabei.« Horace nickte nachdenklich. »Schön. Ich schlafe die Nacht darüber und gebe dir morgen Bescheid. Wir gehen bei Sonnenaufgang los.« Horace legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Tja. Wenn ich da bin, hast du einen neuen Freund. Wenn nicht...« Ben trug seinen dunkelgrünen Kapuzenmantel und eine Umhängetasche und hatte eine kleine Axt an seinem Gürtel befestigt. Chen hatte ebenfalls dunkelgrüne Kleider gewählt, um gut getarnt zu sein, wenn er auf Bäume kletterte. Amber und Matt waren in ihre alten Sachen von der Carmichael-Insel geschlüpft, und Matt genoss den beruhigenden Druck seines Schwerts zwischen den Schulterblättern. Zu ihren Füßen lagen mehrere riesige Hunde und ließen sich von den ersten Sonnenstrahlen wärmen. Am Vorabend hatten die Mitglieder der Expedition mehrere Stunden auf der Hundewiese verbracht, um die Tiere kennenzulernen. So hatte sich jeder mit einem bestimmten Hund angefreundet und einen Partner für die Reise gefunden. Ein paar Meter weiter war der Rest der Gruppe dabei, die Lasttiere mit Taschen zu beladen. Floyd hatte sich die Haare so kurz rasiert, dass nur noch ein dunkler Pflaum seine Kopfhaut bedeckte. In seinen Kapuzenmantel gehüllt wartete er darauf, dass sich sein Spähtrupp ebenfalls zum Aufbruch bereit machte. Tanja, eine hochaufgeschossene Jugendliche mit braunem Pferdeschwanz, hatte sich ihren Bogen auf den Rücken geschnallt und musterte die anderen mit wachsamem Blick. Hinter ihr zog sich ein mexikanisch aussehender, etwas kleinerer junge Lederhandschuhe über. Neil stand gegen seinen Hund gelehnt da und kaute auf einem Grashalm. Sally und Malice sowie ein gutes Dutzend weiterer Pants gingen von einem zum anderen und wünschten den Reisenden Glück. Auf einmal stand Horace vor Matt und streckte ihm die Hand hin. »General, ich hab gehört, dass sie Leute suchen?« Matt begrüßte ihn mit einem Knuff gegen die Schulter und zeigte auf die Hundewiese. »Hol dir schnell noch einen vierbeinigen Gefährten.« »Schon erledigt«, erwiderte Horace und deutete auf eine braun-schwarze Kugel aus Fell, deren Augen unter den langen, borstigen Haaren kaum zu sehen waren. »Ich hab ihn ausgesucht, weil er genauso hässlich ist wie ich. Wir werden uns sicher gut verstehen.« Sally gesellte sich zu Matt und Amber. »Wir werden die Arbeit in der Akademie fortführen,« sagte sie zu Amber. Melchior kümmert sich darum. »Wenn alles gut geht, wird ein Teil unserer Armee in ein paar Wochen zu wahren Wundertaten in der Lage sein.« »Vergesst nicht, ein System zum Transport der Käfer zu entwickeln,« erinnerte Amber sie. »Die Gefäße lassen sich schlecht in den Kampf mitnehmen.« »Ja, das behalten wir im Hinterkopf.« Philip und Howard werden sich in drei Tagen wieder in Richtung Süden aufmachen, um den Pass der Wölfe zu überwachen. »Ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen genug Verstärkung bekommen haben, um unsere Truppen loszuschicken.« »Malrance muss fünf Armeen mobilisieren. Das dauert,« beruhigte Matt sie, klang aber selbst nicht sonderlich überzeugt. »Diese 15.000 Mann sind ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche. Sie werden lange brauchen, bis sie kampfbereit sind.« Ben schaltete sich ein. »Wenn nichts dazwischen kommt, kann Floyd mit seinen Kundschaftern in zehn Tagen zurück sein. Ihr werdet genug Zeit haben, um eure Angriffsstrategie zu planen. Was uns betrifft, hängt alles davon ab, was wir in Wirtlandais finden. Wir werden alles tun, um die Festung am Pass der Wölfe vor der Schlacht zu erreichen. Falls uns das nicht gelingt, sitzen wir hinter den feindlichen Linien fest.« Matt betonte, »Ihr müsst die Festung unbedingt einnehmen, sonst ist unser ganzer Plan zum Scheitern verurteilt.« »Wir schaffen das.« Sally drückte jedem von ihnen die Hand. »Können wir Neil vertrauen?«, fragte Matt, als sie sich ihm zuwandte. Sally warf einen verstohlenen Blick zu Neil. »Er vertritt ziemlich radikale Positionen. Das könnte gefährlich werden,« murmelte sie. »Aber er ist auch sehr intelligent und hat mitunter gute Ideen. Er haltet ihn im Auge, aber hört ihm auch zu, wenn er etwas zu sagen hat.« »Wir haben entdeckt, dass viele ältere Pans irgendwann zu den Erwachsenen überlaufen. Sie fühlen sich bei den Kindern nicht mehr wohl und gehen in den Süden, um sich mal Rons anzuschließen. »Neil ist so um die siebzehn, also genau im kritischen Alter.« Sally nickte finster. »Ja, das haben wir auch bemerkt. Hier dauert es länger bis zur schwierigen Phase. Bei denen, die wir kennen, fing es erst mit achtzehn an. Aber seid vorsichtig. Man weiß nie.« Ben setzte hinzu. »Ich bin siebzehn, und ich kann euch garantieren, dass es mich nicht zu den Zynics zieht.« »Das liegt daran, dass du ständig unterwegs bist. Die Einsamkeit hat vielleicht...« Amber fiel ihm ins Wort. »Ihr redet, als wäre dieser Verrat unvermeidlich. Nicht jeder ist dazu verdammt, eines Tages zu den Zynics überzulaufen. Hört auf mit diesem Schwachsinn.« Ihr Wutausbruch ließ alle verstummen. Sally wünschte ihnen alles Gute und verabschiedete sich dann. In diesem Augenblick kam Nia herbeigehumpelt. »Jetzt ist es also soweit,« sagte sie. »Ja,« sagte Matt, dem es etwas unangenehm war, Amber in der Nähe zu wissen. »Komm schnell und gesund wieder und nimm dich vor Pfeilen und Eisenstangen in Acht. Die richten ganz schön Schaden an. Ich spreche aus Erfahrung,« scherzte Mia lächelnd. »Ich werd's versuchen.« Mia wandte sich abrupt um und stolperte dabei über ihre Krücke. Matt fing sie auf und die langen, blonden Haare des Mädchens berührten seine Schultern. Sie klammerte sich mehrere Sekunden an ihn und als sie sich wieder aufrichtete, berührten sich ihre Wangen. »Du wirst mir fehlen,« flüsterte sie. Matt lief knallrot an. Die halbe Stadt säumte die Straße, als die neun Reisenden aufbrachen. Die Pans winkten ihnen lange nach. In ihren Blicken mischten sich Bewunderung und Trauer. Als bereiteten sie sich innerlich darauf vor, sie nie wiederzusehen. Matt hatte das unangenehme Gefühl, ein dem Tode geweihter Held zu sein. Gesichter in der Nacht Schlafen war das Schlimmste. In der eiskalten, mit Knochen übersäten Grotte konnte Tobias sich zwar in seiner Nische verkriechen, aber Schlafen war geradezu unmöglich. Schlafen bedeutete, sich endgültig auszuliefern, sich mit Leib und Seele dieser Höhle preiszugeben, diesem Monster, das hier seine Nahrung holte. Erschöpft nickte er ab und zu ein, schreckte aber beim leisesten Geräusch auf. Wenn er vor sich hin dämmerte, schlug sein Herz ruhig und langsam. Doch kaum wurde er wach, raste es vor Angst. Mit stechender Brust und trockenem Mund starrte er in die Dunkelheit, ohne an Flucht zu denken. Ohne überhaupt zu versuchen, seine Nische zu verlassen, die zu einem schützenden Kokon geworden war. Er brachte auch nicht die Kraft auf, sich für die anderen Elendsgestalten zu interessieren, die wie er an diesem schrecklichen Ort gefangen waren. Im schwachen Licht der Kristalle konnte Tobias nur ihre Umrisse erkennen. Sie lagen ebenfalls zusammengekauert an der Wand und rührten sich nicht. Er wusste nicht, wie viel Zeit inzwischen verstrichen war. Stunden? Tage? Tobias zählte nur die Mahlzeiten, die der Verschlinger einnahm, die schaurigen Rituale, denen jedes Mal ein anderer zum Opfer fiel. Schon drei. Wie viele waren außer ihm noch hier? Höchstens zwölf. Früher oder später würde es ihn treffen. Das Etwas würde seine ekelhafte Masse durch die klebrige Tür wuchten und nachdem die Leuchtkristalle erloschen waren, würde es in der Finsternis Knochen knackend seine Opfer abtasten, bis ihm eines gefiel. Und das würde irgendwann er sein. Tobias streckte seine steifen Beine aus. Dabei stieß er mit der Ferse gegen etwas Rundes, Hohles, das zur Seite rollte. Ein Schauer lief durch die Reihen der Gefangenen. Zum ersten Mal, seit er hier war, durchdrang ein beruhigender Gedanke den Nebel der Angst in seinem Kopf. Sein Pilz. Tobias griff sofort in seine Hosentasche und holte das leuchtende Pilzstück hervor, das seinen Winkel der Grotte in einen gespenstischen Lichtschein tauchte. »Was ist das?« fragte eine dünne Stimme neben ihm. »Steck das weg!« befahl eine andere. »Damit lockst du es an!« Zu Tobias' Füßen lag ein fast vollständiges Skelett, daneben der abgetrennte Schädel. Der Anblick löste widersprüchliche Gefühle in ihm aus. In das nackte Grauen mischte sich auch ein wenig Kraft, ein Hauch von Hoffnung. Und dann tat er, was er bislang für undenkbar gehalten hatte. Er löste sich aus der Nische und wagte sich in die Höhle vor. Dutzende und aberdutzende Skelette bedeckten den Boden. Bei jedem Schritt trat er auf eine Rippe, einen Wirbel oder ein Schienbein. Er wusste selbst nicht, was ihn antrieb, aber er spürte dumpf, dass er sich bewegen musste. Dieser Anflug von Unternehmungsgeist mitten in der Höhle bewies, dass er noch am Leben war. Die Grotte führte leicht nach unten, die Decke war nicht sonderlich hoch, höchstens drei Meter, und der Raum schien sich wie ein unendlicher Schlauch in die Tiefe zu winden. »Geh zurück in deine Ecke«, flüsterte jemand. »Du wirst uns noch alle umbringen.« Tobias hörte nicht hin. Das Leben pulsierte wieder durch seine Adern. Er dachte nicht darüber nach, was er tun würde, wenn der Verschlinger plötzlich auftauchte, sondern konzentrierte sich nur darauf, seinen Körper und seine immer klarer werdenden Gedanken zu beherrschen und das lähmende Netz des Schreckens abzustreifen. Was er sah, bestätigte ihm, dass er sich irgendwo im Innern des Torvaderon befand. Nicht in dem schwarzen Tuch, das im Wind flatterte und einen unheimlichen Totenkopf barg, sondern jenseits davon in der Welt dieser Kreatur. Er hatte eine Grenze überschritten. Seine eigene Welt, seine Freunde, all das war woanders, weit weg, unerreichbar. »Schieb jetzt bloß keine Panik«, befahl er sich. »Wenn du verzweifelst, blockiert dich das nur.« Langsam ging er weiter. Es war bitterkalt. Er bemerkte, dass er völlig durchgefroren war. Am liebsten hätte er ein Feuer gemacht, aber in einer Höhle ohne erkennbare Öffnungen nach außen, war das unmöglich. Außerdem hatte er weder Streichhölzer noch sonst irgendein Zündmittel bei sich. »Ich, ich kenne dich«, murmelte jemand ganz in seiner Nähe. Ein zwischen zwei Felsblöcken kauernder Junge in zerrissenen Kleidern hielt sich schützend die Hände vors Gesicht, um nicht geblendet zu werden. Tobias sah eine Hakennase, eine längliche Narbe. Irgendwie erinnerte ihn das an … »Franklin«, rief er leise. »Der Weitwanderer«!« Sie hatten auf der Carmichael-Insel zusammen gegen die Zyniks gekämpft. »Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen«, sagte er und umarmte den Jungen. »Hat dich das schwarze Phantom also auch erwischt? Der Torvaderon? Ja. Er sucht Matt. Er hat mich gefoltert, um herauszufinden, wo er ist. Er will Matt um jeden Preis. Warum ausgerechnet Matt? Weißt du genaueres? Nein, das ist ein Dämon, ein Ungeheuer. Es kann einem Unerträgliches antun. Ich weiß nur, dass er auf der Erde ist, um Matt zu fangen. Hoffentlich hat Matt mehr Glück als wir. Ja, das kann man nur hoffen. Weißt du, wo wir sind? In der Speisekammer dieses Monsters. Und diese Kreatur, die immer kommt, ich nenne sie den Verschlinger, ist das der Torvaderon in seiner eigentlichen Gestalt? Keine Ahnung. Seit wann bist du hier? Ich weiß es nicht. Es kommt mir vor, als wären es Jahre. Manchmal denke ich, dass ich dabei bin, den Verstand zu verlieren. Isst und trinkst du nichts? Nein, ich habe zwar Hunger und Durst, aber seltsamerweise werde ich nicht schwächer. Es ist, als würde uns diese Höhle am Leben erhalten. Bis uns der Verschlinger verspeist. Bei einem bin ich mir aber ziemlich sicher. Der Verschlinger, wie du ihn nennst, sucht immer diejenigen aus, die am meisten Angst haben. Am meisten Angst, wiederholte Tobias. Ja, die furchtsamsten scheinen ihm am besten zu schmecken. Ich wette, dass seine Seele von unserer Angst lebt. Plötzlich kullerten mehrere Schädel über den steinernen Boden. Unwillkürlich hielt Tobias seinen Pilz vor sich, als könne er damit den Verschlinger abwehren. Colin kam auf sie zugekochen. Sein einfältiges Pickelgesicht war Tränen überströmt. Helft mir, winselte er. Ich tue alles, was ihr von mir verlangt. Das ist doch der Kerl, der den alten Carmichael umgebracht hat, zischte Franklin und griff nach einem Stein. Tobias fiel ihm in den Arm. Lass ihn. Das ist eine arme Sau. Er ist zwar ein Feigling und Lügner, aber das hat er nicht verdient. Kennst du ihn? Tobias seufzte. Er ist schuld daran, dass ich hier gelandet bin. Und trotzdem beschützt du ihn? Tobias zuckte die Achseln. Er hat das alles nur aus Dummheit oder Angst gemacht. Er kann einem leid tun. Colin war inzwischen bei ihnen angelangt und streckte die Hand nach Tobias' Beinen aus. Vergib mir, jammerte er. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich wusste nicht, dass der Tormadäron ein so grauenhaftes Ungeheuer ist. Ich habe geglaubt, dass er sich um mich kümmert. Vergib mir bitte, bitte. Tobias zog sein Bein weg. Hör auf, mir nachzurennen. Du hast es nicht anders gewollt. Hilft mir, schluchzte Colin. Bitte, lass nie zu, dass er mich frisst. Franklin warf Tobias einen Seitenblick zu. Der scheint reif für den Kochtopf zu sein, sagte er kühl. Tobias beugte sich vor. Colin, reiß dich zusammen. Wenn du so weitermachst, fällt die Wahl des Verschlingers beim nächsten Mal auf dich. Du musst deine Angst unterdrücken, sonst bist du geliefert. Colin heulte nur umso lauter. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich habe Angst. Franklin rutschte von ihm weg. Bleib nicht in seiner Nähe, riede Tobias. Er wird den Verschlinger anlocken. Da quietschte das Gitter, das die Höhle verschloss. Obwohl er sich mit aller Kraft dagegen wehrte und Schranken in seinem Geist zu errichten versuchte, wurde Tobias von schierem Grauen gepackt und er rannte zu seiner Nische. Als er sich gegen die Wand drückte, merkte er, dass er seinen Pilz fallen gelassen hatte. Er machte keine Anstalten, ihn zu suchen. Nicht so lange der Verschlinger hier war. Er bereute diesen Entschluss sofort. Denn nun wurde der Verschlinger von dem weißen Licht des Leuchtpilzes erhellt. Eine riesige, schwarzglänzende Spinne mit dünnen, behaarten Gliedern. Unter den achtglasigen Augen malten unheimliche Mundwerkzeuge. Blitzschnell trippelte sie durch die Grotte und begann, die zitternden Gestalten abzutasten. Manche stöhnten, andere schluchzten hemmungslos. Schließlich erreichte der Verschlinger Colin, der mit angstverzerrtem Gesicht um Gnade flehte. Die Spinne tastete ihn mit ihren Vorderbeinen ab. Dann machte sie einen Satz nach vorn, um ihn zu packen. Colin brüllte auf und rollte wie ein widerspenstiges Kind auf dem Boden hin und her. Als die Beine wieder nach ihm griffen, stieß er einen anderen Gefangenen in ihre Richtung. Die Spinne schnappte sofort zu und verschlang den Jungen. Colin bebte und heulte. Er schien am Rande des Wahnsinns zu stehen. Tobias bekam eine Gänsehaut. Er musste hier raus, so schnell wie möglich. Und dazu konnte er nur auf Matt und Amber zählen. Zweiter Teil Reise ins Fegefeuer Wesen der Nacht Matt lief mit Ben an der Spitze des Konvois. Ihre Hunde, denen sie die Taschen mit den Lebensmitteln und die Schlafsäcke umgeschnallt hatten, trabten neben ihnen her. »Wie lange werden wir deiner Meinung nach bis zum Pass der Wölfe brauchen?« fragte Matt. »Zu Fuß etwa sechs oder sieben Tage. Wenn wir auf den Hunden reiten, sind wir vermutlich doppelt so schnell. Die Hunde hatten sie bereits den ganzen Vormittag auf dem Rücken getragen und daran auch sichtlich Spaß gehabt. Am frühen Nachmittag hatte die Gruppe beschlossen, ihnen ein oder zwei Stunden Pause zu gönnen. »Im Grunde hängt es davon ab, ob wir auf den asphaltierten Wegen laufen oder uns durchs Unterholz schlagen,« fügte Ben hinzu. »Gibt es noch begehbare Wege? Ja, alte Straßen, die noch nicht vollständig überwuchert sind. Die Weitwanderer benutzen sie häufig, weil es die Orientierung leichter macht und man schneller vorankommt. Der Nachteil ist, dass die Zynik sie ebenfalls benutzen. Wir könnten uns selbst einen Weg bahnen, aber das dauert viel länger. »Dann bleiben wir lieber auf den Straßen. Wir werden aufpassen.« Ben nickte. Kurz darauf schloss Amber zu Matt auf. »Es muss ganz schön hart für dich sein, Eden zu verlassen,« sagte sie. »Wie für alle anderen, nehme ich an. Schließlich weiß niemand von uns, was uns erwartet. Ich meine, wegen mir. Du musstest dich von jemandem trennen, der dir ganz offensichtlich sehr nahe steht.« Matt verdrehte die Augen. »Sie ist nur eine Freundin.« Amber lachte auf. »Na klar,« meinte sie spitz. »Ich habe doch gesehen, wie sie sich benimmt. Und dieser kleine Stolperer heute Morgen. Eine tolle Schauspielerin. Was willst du damit andeuten? Ach, Matt, erzähl mir nicht, dass du nichts gemerkt hast. Sie hat es natürlich absichtlich gemacht, damit du sie auffängst. Quatsch, sie ist noch geschwächt, das weißt du genau. Ja, klar.« Amber schüttelte genervt den Kopf. Sie lief noch eine Weile neben ihm her, dann ging sie mit ein paar schnellen Schritten vor zu Ben. Matt beobachtete, wie sie sich mit dem Weitwanderer unterhielt. Schon auf der Carmichael-Insel hatte sie Stunden mit ihm verbracht, angeblich, um mehr über den Alltag eines Weitwanderers zu erfahren. Hin und wieder blickte sie über die Schulter zurück zu Matt. Sie schäkerte. Er saß genau. Ben gefiel ihr. Nach fünf Minuten hatte Matt die Nase voll von diesem Zirkus. Er wandte sich zu den anderen um und forderte sie auf, wieder auf ihre Reittiere zu steigen. Während Ambers und Mads Gruppe recht sicher auf den Hunderücken saß, hatten Floyd und seine Leute noch Schwierigkeiten damit. Luis konnte trotz der kleinen Wolldecke, die als Sattel diente und den Rücken des Tieres schützte, das Gleichgewicht nicht halten. Er musste sich am Fell festklammern und wirkte nach einer Stunde raschen Traps noch erschöpfter als sein Hund. Tanja kam ganz gut zurecht, aber Neil und der Weitwanderer hatten ebenfalls sehr zu kämpfen. Die neun Hunde schienen unter der Last nicht zu leiden. Ben's weißgraue Husky hatte sich wie selbstverständlich an die Spitze gesetzt, und sie folgten ihm in flotter Gangart, brav einer hinter dem anderen. Die meisten waren offenbar Mischlinge und wirkten mit ihrem wuscheligen Fell wie zu groß geratene Kuschelbären. Nur manche sahen trotz einer Risthöhe von 1,80 Meter eindeutig wie Rassehunde aus, etwa der Bernhardiner, den Emberritt, oder der australische Schäferhund von Chen. Jeder Pan hatte seinem Hund einen Namen gegeben. Als Horace sein Fellknäuel Billy taufte, protestierte Ember entrüstet. Billy? Das ist kein Hundenname. Du kannst ihn doch nicht Billy nennen, also bitte. Und warum nicht? Er verdient es nicht weniger, als ein Mensch so zu heißen. Für mich ist er Billy, damit das klar ist. Darüber lachten alle herzlich. Mads Beziehung zu Plush war noch enger geworden. Sie war einer der kleinsten Hunde in der Gruppe, aber noch eifriger bei der Sache als die anderen. Voller Stolz, ihr Herrchen tragen zu dürfen, reckte sie mit bebenden Läfzen die Nase in den Wind und zeigte stundenlang keinerlei Müdigkeit. Als sie am Abend ihr Lager aufschlugen, konnte Mads sich kaum zum Essen hinsetzen. So sehr schmerzten sein Po und seine Oberschenkel. Ben entfachte das Feuer und Mad dachte unwillkürlich daran, dass sonst immer Tobias diese Aufgabe übernommen hatte. Ein Stich fuhr ihm ins Herz. Dafür, dass wir heute den ersten Tag unterwegs waren, sind wir gut vorangekommen, meinte der Weitwanderer zufrieden. Für das Nachtlager hatten sie eine kleine Lichtung im Pflanzendickicht unweit der Straße gewählt. Im Schein des knisternden Feuers nahmen sie den Hunden die Tragetaschen ab und rollten ihre Schlafsäcke aus, während die Tiere begannen, an Baumstämmen und Büschen herumzuschnüffeln. Wovor müssen wir uns hier am meisten in Acht nehmen? fragte Horace, der sich eine Zigarette drehte. Noch sind wir zu weit nördlich, als dass wir auf Patrouillen der Zynix stoßen könnten, aber wir sollten trotzdem die Augen offen halten, sagte Ben. Ich weiß, dass es hier in der Gegend ziemlich viele Säbelkrallentiger gibt. Meidet Wasserstellen, dort lauern sie am häufigsten. Säbelkrallentiger? fragte Amber mit weit aufgerissenen Augen. Sowas wie Säbelzahntiger? Genau, ein großer roter Tiger mit gigantischen, gelben Augen, mehreren Reihen von Reißzähnen und gegabelten Pfoten mit einer einzigen Kralle in der Mitte. Aber was für eine Kralle? Sie ist ellenlang und messerscharf. Ich hoffe, dass wir keinem begegnen, meinte Horace und leckte sein Zigarettenpapier an. Matt zeigte darauf. Ich dachte, du wolltest aufhören. Bald. Du redest wie ein Erwachsener. Horace zündete sich die Zigarette an. Ich rauche ja auch wie sie. Eine stinkende Wolke stieg auf und Matt rückte ein Stück von ihm ab, um den Appetit nicht zu verlieren. Die Mahlzeit, die sie über dem Feuer zubereiteten, war fast fertig. Nach dem Essen streckten sie sich auf ihren Schlafsäcken um das Feuer aus. Die Hunde waren von ihrem kleinen Streifzug zurückgekommen und hatten sich wie ein schützender Wall im Kreis um sie gelegt. Die Pans unterhielten sich mit gedämpften Stimmen über ihr Leben vor dem Sturm. Matt begriff, dass das ungeschriebene Gesetz, nicht über die Vergangenheit zu sprechen, unter diesen besonderen Umständen aufgehoben war. Er spitzte die Ohren und hörte, wie Neil, Louise und Chen erzählte, dass er früher in einer Heavy-Metal-Band Gitarre gespielt und Sport gehasst hatte. Amber und Tanja tuschelten miteinander, aber so leise, dass Matt kein Wort verstand. Er sah zu Ben, Floyd und Horace hinüber. Letzterer rauchte schon wieder und starrte stumm in den Sternenhimmel, während die beiden Weitwanderer ihre Erfahrungen über die Gegend austauschten, die sie am nächsten Tag durchqueren würden. Plötzlich sah Matt ein helles, buntes Licht über den Bäumen auftauchen. Ein weiteres Licht folgte und er betrachtete staunend den Tanz zweier Riesenschmetterlinge, deren Flügel wie grelle Neonlampen leuchteten. Einer war blau, grün und violett, der andere, etwas größere, schillerte rot, orange und rosa. Matt hatte den Eindruck, dass die gut 400 Meter entfernten Falter mindestens so groß wie ein kleines Charterflugzeug sein mussten. Das sind Luminobellen, erklärte Ben, während alle mit offenem Mund die Schmetterlinge bewunderten. Sie sind nachtaktiv und ich glaube, dass sie nur leuchten, um das andere Geschlecht zur Paarung anzulocken. Du kennst dich echt gut aus mit dieser neuen Welt, meinte Matt. Dafür sind wir Weitwanderer ja auch da. Wir beobachten, ziehen Schlussfolgerungen und berichten über alle unsere Funde und Erlebnisse. Auf diese Weise stellen wir in Eden eine Bibliothek mit unserem Wissen zusammen, dass alle Weitwanderer immer wieder studieren. Wie du sagst, es ist eine neue Welt, die von Grund auf erforscht und ergründet werden muss. Amber verschlang ihn geradezu mit ihren Blicken. Matt seufzte. Da kamen vier weitere Luminobellen aus den Wipfeln hervor und zeichneten bunte Arabesken in den Nachthimmel. Über eine Stunde lang betrachteten die Pans dieses märchenhafte Schauspiel, während das Feuer einen angenehmen warmen Schein verbreitete. Schließlich sanken sie in einen tiefen, wohligen Schlaf. Am nächsten Tag, kurz vor Mittag, kämpften die Hunde sich gerade einen Steilhang hoch, auf dem der Pfad immer schmaler wurde, als aus den Baumwipfeln in der Ferne ein gellender Schrei ertönte. Matt runzelte die Stirn. Das verhieß nichts Gutes. Er zögerte, weil er ihren Konvoi nicht durch lautes Reden verraten wollte, entschied dann aber, dass es wichtig sein könnte und rief dem vor ihm reitenden Ben zu. Ben, hast du eine Ahnung, was das war? Das klang wie ein Schrei oder ein Tier laut. Ich musste sofort an einen Nachtschleicher denken. Möglich, aber sie jagen nie am Tag. Vielleicht ist es ein brunftiges Tier. Ich bin einmal einem Nachtschleicher begegnet und der ist geflohen, als Plusch ankam. Sie haben offenbar Angst vor Hunden. Das ist unser Glück. Ist das lange her? Naja, acht Monate. Wir hatten New York gerade verlassen. Die Nachtschleicher passen sich schnell an. Wenn sie in der Zwischenzeit Hundefleisch gekostet haben, fürchten sie sich bestimmt nicht mehr. Sehr tröstlich, danke. Sobald der Weg wieder breiter wurde, fielen die Hunde in ihren schnellen Trab zurück. Matt hatte sich mittlerweile daran gewöhnt und fand das regelmäßige Auf und Ab sogar ganz angenehm. Während der Mittagspause hörte er den sonderbaren Laut noch einmal, allerdings deutlich weiter weg, was ihn ein wenig beruhigte. Als er die Taschen wieder auf Plushs Rücken befestigte, ertönte das Kreischen ein weiteres Mal und ein zweiter Schrei antwortete ihm aus einer anderen Richtung. Was auch immer das ist, es ist nicht allein, warnte er. Sind alle bewaffnet? Ich habe einen Leibwächter, sagte Floyd und zog sein Schwert aus der Scheide. Das habe ich von den Zynics geklaut. Chen öffnete ein Lederfutteral, auf dem er wie in einem Sattel saß und zum Vorschein kam eine kleine Armbrust mit zwei übereinandergelegten Bolzen, die gleichzeitig abgeschossen werden konnten. Horace hatte einen polierten Holzstock mit Stahlspitze dabei, Tanja packte ihren Bogen und Ben seine Axt. Amber, Louis und Neil standen mit leeren Händen da. Euch drei nehmen wir am besten in die Mitte, man weiß nie. Ben, kommen wir bald aus diesem Wald raus? Nein, nicht vor morgen. Da erreichen wir die weiten Ebenen. Matt biss sich auf die Lippe. Diese Schreie gefielen ihm ganz und gar nicht. Von nun an sind wir doppelt wachsam, sagte er, bevor er sich auf Plushs Rücken schwang. Am Abend musste sich Matt der Mehrheit beugen, die ein Feuer anzünden wollte, obwohl er das für zu gefährlich hielt. Die Flammen waren weithin zu sehen und der Geruch ihres Chili con carne aus der Dose war so kräftig, dass er fürchtete, damit sämtliche nachtaktiven Raubtiere anzulocken. Voller Ungeduld wartete er darauf, dass die Hunde von ihrer Runde zurückkamen und zuckte beim kleinsten Geräusch zusammen. Er hatte das Kreischen seit den späten Nachmittagsstunden nicht mehr gehört, doch die Angst saß ihm tief in den Knochen. Trotz seiner Müdigkeit schnallte er sich das Schwert auf den Rücken. Er zögerte kurz, ließ die Weste aus Kevlar aber schließlich liegen. Du solltest dich entspannen, riet Ember ihm. Es ist noch weit bis Wirtlon Dice. Mir ist es lieber, wir kommen alle heil dort an. Er machte langsam eine Runde um das Lager. Plush beäugte ihn dabei neugierig. Ist er immer so nervös? fragte Tanja, während sie ihre langen braunen Haare löste. Ember beobachtete Matt nachdenklich. Er ist besorgt, antwortete sie, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Sie aßen schweigend, müde und in Gedanken versunken. Wenn ihre Reittiere weiter ein solches Tempo vorlegten, würden sie den Pass der Wölfe schon in zwei Tagen erreichen. Doch da fingen die eigentlichen Schwierigkeiten erst an. Sie mussten die Festung in Augenschein nehmen und irgendwie daran vorbeikommen, um ins Land der Zynix zu gelangen. Noch nie hatten sie sich verletzlicher gefühlt als jetzt, da alle Hoffnungen auf ihn ruten. Während sie in die zuckenden Flammen starrten, wurde ihnen klar, dass von ihren Entscheidungen und ihrem Handeln das Schicksal ihres Volkes abhing. Matt wälzte sich über eine Stunde in seinem Schlafsack hin und her, bis er endlich Schlaf fand. Das Feuer war ausgegangen und die Hunde schnarchten leise. Da riss ein greller, langgezogener Schrei ihn brutal aus dem Schlaf. Es klang beinahe wie das Lachen eines Ungeheuers. Blitzschnell sprang er auf und zog das Schwert, als habe er nur auf dieses Zeichen gewartet. Grauenhafte Begegnung Die Dunkelheit hatte die Umgebung völlig verschluckt. Bäume und Gestrüpp bildeten nur schwarze Tupfer in einem graublauen Schleier. Die beiden stets wachsamen Weitwanderer waren ebenfalls sofort auf den Beinen. Hast du ihn gesehen? flüsterte Ben, der dicht neben Bett stand. Nein, er wird von Ast zu Ast hüpfen. Auf dieses Geräusch müssen wir achten. Neil kroch auf sie zu. Das ist ein Nachtschleicher, oder? Weder Ben noch Matt antworteten. Angestrengt spähten sie in den Wald ringsum. Die Hunde begannen alle auf einmal zu knurren. Wieder zerriss ein schriller Hyänenschrei die Stille. Er kam aus den Baumwipfeln weit über ihnen. Kurz darauf antwortete ein zweiter Schrei, ganz nah. Nein, sagte Matt, nicht ein Nachtschleicher, sondern zwei. Neil, schau nach, ob alle wach sind. Holt eure Waffen, wir bilden einen Kreis um die Feuerstelle. Seine Gefährten hatten weniger Vorkehrungen getroffen als er. Sie mussten erst in ihre Kleider schlüpfen, bevor sie nach Armbrust, Bogen, Schwert und Stock greifen und Stellung beziehen konnten. Da Amber keine Waffe besaß, hielt Matt ihr sein Jagdmesser hin. Nimm wenigstens das. Nein, ohne komme ich besser klar, sagte sie und drückte ihren Rucksack an sich, als beschütze sie einen Schatz. Plötzlich stürzte eine fahle Gestalt aus dem Gestrüpp, sprang über die aufgeregte Hundemeute hinweg und richtete sich vor den Jugendlichen auf. Das Wesen hatte einen menschenähnlichen Rumpf mit feinen, knotigen Gliedern und einem länglichen, unförmigen Schädel. Die leichenblasse Haut überzog fleischlose Knochen und der vorstehende Kiefer entblößte eine Reihe spitzer Fangzähne. In der Dunkelheit leuchteten die Schlitzaugen gäblich. Die scharfen Krallen des Nachtschleichers pfiffen so schnell durch die Luft, dass niemand reagieren konnte. Im nächsten Augenblick versuchte Matt ihm mit einem Schwerthieb den Arm abzuhacken. Er hörte einen Jungen aufbrüllen, während der Nachtschleicher zu ihm herumfuhr. Matt spürte einen stechenden Schmerz am Handgelenk und ein harter Schlag schleuderte sein Schwert drei Meter weit weg. Noch bevor die anderen ihre Waffen in die Höhe reißen konnten, war der Nachtschleicher im hohen Farnkraut verschwunden. »Verdammt, ist der schnell!« rief Horace. »Louis!« schrie Floyd. In der Brust des jungen Mexikaners klaffte eine offene Wunde, sein T-Shirt war blutdurchtränkt. Er schnappte nach Luft wie ein gestrandeter Fisch und sah die anderen verwirrt an. Neil lief zu ihm. Aber er kam nicht mehr dazu, dem Verletzten zu helfen. Eine Blätterwolke stob auf und der Nachtschleicher schoss je wieder aus dem Dickicht, packte Luis mit seinen ungeheuren Greifarmen an den Knöcheln und zog ihn ins Unterholz. Ben rannte herbei und schwang seine Axt. Da ließ sich der zweite Nachtschleicher aus den Ästen über ihnen fallen, stieß Ben beiseite und griff gierig nach Tanja, die wie gelähmt dastand. Horace' Stockspitze bohrte sich gerade noch rechtzeitig in die Hand des Monsters, bevor die Krallen ihr die Kehle aufschlitzten. Horace brüllte vor Wut und Angst. Er schien wie entfesselt. »Aaah! Verreckt, du scheiß Vieh!« Matt und Floyd holten im selben Augenblick zum Schlag aus, der eine mit der Faust und all der übernatürlichen Kraft, die in ihm steckte, der andere mit seinem Schwert. Der Nachtschleicher wich beiden Hieben mit verblüffender Geschwindigkeit aus und nutzte die Blöße, die sich die Jungen gegeben hatten, zum Gegenangriff. Matt wich nicht schnell genug zurück und wurde an der Seite getroffen. Sofort schoss warmes Blut aus der Wunde und strömte über seine Hüfte. Stöhnen vor Schmerz sank er auf die hob, begriff er, dass er der nächsten Attacke wehrlos ausgeliefert war. Auf einmal flog der Nachtschleicher wie von einer riesigen Hand geohrfeigt mehrere Meter in die Höhe und krachte in eine Eiche, wo er mit zerschmetterten Armen und Beinen hängen blieb. Gleichzeitig brach Amber bewusstlos zusammen. Luis versuchte sich an einem Busch festzuklammern und schrie wie am Spieß. Zwei Hunde sprangen hinzu, aber der Nachtschleicher, der den Jungen fortzerrte, verjagte sie mit zwei mächtigen Tritten. Als er sein Opfer weiterschleppte, richtete sich Luis heulend auf und schlug nach dem Monster. Wieder pfiffen die Krallen durch die Luft und trennten Luis Hände mit einem glatten Schnitt vom Körper ab. Verständnislos starrte Luis seine Armstümpfe an. Der Nachtschleicher packte ihn bei den Schultern und kletterte mit unglaublicher Leichtigkeit auf den nächsten Baum. Chen hechtete hinterher. Auf allen Vieren huschte er den Stamm hoch wie eine Spinne, für die die Gesetze der Schwerkraft nicht galten. Tanja spannte ihren Bogen und sandte einen Pfeil ab, der sich in den Rücken des Nachtschleichers bohrte. Die anderen waren vollkommen baff. Bei dieser Geschwindigkeit war es ein Wunder, dass sie traf. Auch die nächsten Pfeile fanden ihr Ziel. Chen nutzte die Gelegenheit Das fünfter Pfeil drang genau in den Nacken ein. Das Monster zuckte zusammen und blieb eine Sekunde lang reglos an den Baum gekrallt, bevor es mitsamt seiner Beute in die Tiefe stürzte. Chen versuchte noch Louis aufzufangen, aber er schaffte es nicht mehr und musste sich an einen Ast klammern, um nicht den Halt zu verlieren. Louis und der Nachtschleicher krachten aus zehn Metern Höhe zu Boden. Tanja und Ben stürzten an die Seite ihres Freundes und richteten seinen Oberkörper auf. Louis blinzelte ein paar Mal, den Blick ins Leere gerichtet. Er machte Anstalten etwas zu sagen, aber ein rötlicher Faden floss aus seinen Nasen Löchern und er sackte zusammen. Ben presste ihn an sich. Louis war tot. Obwohl Mets Wunde stark blutete, gelang es ihm, sich über den Boden bis zu Ember zu rollen. Sie rührte sich nicht. Ihre Augen waren geschlossen. Er hielt die Hand über ihren Mund, um sich zu vergewissern, dass sie noch atmete. Da glitt der Rucksack, den sie immer noch krampfhart umklammerte, zur Seite. Ein rot-blauer Lichtschein erhellte sein Gesicht. In einem Gefäß wuselten mehrere Dutzend Käfer umher. Ember, flüsterte Matt. Im gleichen Moment schoss ihm ein stechender Schmerz durch den Rücken. Matt krümmte sich zusammen. Mit jedem Tropfen Blut, der seinen Körper verließ, wurde er schwächer. Neil drückte ihn zu Boden und brachte ihn in die stabile Seitenlage. Rühr dich nicht, befahl er. Du verlierst viel Blut. Floyd trat zu ihnen. Ist die Ich dachte, du kannst nur kleinere Verletzungen behandeln. Wenn ich es nicht versuche, geht er drauf. Matt spürte Nils kalte Hände auf seiner Haut. Ein gewaltiger Stich fuhr durch seine linke Hüfte. Dann folgte ein Brennen, das schnell unerträglich wurde. Er wollte sich wehren, aber Floyd hielt ihn fest und er hatte überhaupt keine Kraft mehr. Matt brüllte. Sein Schrei hallte in der Stille des Waldes wieder. Dann wurde der Schmerz zu stark. Ihm wurde schwarz vor Augen und das letzte, was er hörte, war Floyds Stimme. Es ist vorbei, Neil. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Zwei Stimmen Tobias versuchte mit aller Macht, seine Gefühle in den Griff zu bekommen. Vor allem die Angst. Sie spülte über seine Gedanken hinweg wie die Flut über eine Zeichnung im Sand, die unermüdliche Wellen, die immer wieder anschwollen, höher und höher wurden und sich genauso plötzlich zurückzogen. Dagegen musste er ankämpfen, wenn er nicht ausgelöscht werden wollte. Nachdem der Verschlinger verschwunden war, hatte der Leuchtpilz die Stimmung in der Grotte spürbar verändert. Das Ungeheuer selbst schien ihn nicht bemerkt zu haben, vielleicht orientierte es sich nur mit dem Gehör und dem Tastsinn. Im fahlen Schimmer des Pilzes konnten sich die meisten Gefangenen nun sehen. Manche brachten es sogar über sich, ihren schützenden Winkel zu verlassen, um sich leise mit ihrem Nachbarn zu unterhalten. Das dauerte allerdings nie sehr lange, denn beim geringsten Laut oder unerwarteten Luftzug hasteten sie an ihren Platz zurück. Nur mit Colin sprach niemand. Dass er ihrem Peiniger ein anderes Kind zum Fraß vorgeworfen hatte, um sich zu retten, hatte ihm den Hass aller Mitgefangenen eingetragen. Dafür würde es Vergeltung geben. Tobias fragte sich, ob der Racheakt während einer ihrer kurzen Schlafperioden oder beim nächsten Auftauchen des Ungeheuers erfolgen würde. Sein Verhältnis zu Colin war widersprüchlich. Er verabscheute ihn, empfand aber auch Mitleid. Colin hatte seine Strafe mehr als verdient und dennoch bedauerte Tobias den armen Tölpel, der sich überall ungewollt und fehl am Platze fühlte. Weil er überzeugt gewesen war, dass die Pans ihn nicht leiden konnten und die Zyniks früher oder später ohnehin die Herrschaft übernehmen würden, war er übergelaufen. Als ihn auch die Erwachsenen zurückwiesen, hatte er beim Unschuldstrinker Halt Schützer gesucht, der ihm noch mächtig genug erschien, den Tor Varderon. Colin war ein egoistischer und feiger Dummkopf, aber eigentlich wollte er nichts anderes als irgendwo seinen Platz zu finden. Tobias stellte fest, dass sich die Wogen der Angst in seinem Inneren geglättet hatten. Über Colin nachzudenken war eine beruhigende Ablenkung. Da schoss ihm das Bild der Riesenspinne mit ihren behaarten tastenden Gliedern durch den Kopf und auf den Strand seines Geistes ging ein Sturzregen nieder. Tobias stemmte sich sofort dagegen, um die Kontrolle zurück zu erlangen. Die Kreatur zeigte sich vorerst nicht mehr. Kaum hatte sie ihr Opfer verspeist, hatte sie ihren widerlichen Leib durch die kleine Türöffnung gezwängt und war seither nicht wieder aufgetaucht. Zum ersten Mal konnte Tobias die unheimliche Lethargie dieser Gefangenschaft so weit abschütteln, dass er darüber nachzudenken begann, was außerhalb der Grotte existierte. Wohin begab sich das Ungeheuer, wenn es seine Höhle verließ? Hinter dem Gitter konnte er weder Licht noch Bewegung ausmachen. Eine Welt aus Finsternis. Ihre Gedanken, die der Angst hilflos ausgeliefert waren, kreisten im Nichts. Worauf wartete er hier? Den Tod? Jetzt nicht mehr. Auf seine Freunde, Amber und Matt? Sei realistisch, wie könnten sie ihn hier finden? Er wartete auf gar nichts mehr. Also stand er auf, tappte vorsichtig zwischen den Schädeln und Knochen hindurch in die Mitte der Grotte und hob seinen Leuchtpilz auf. Was machst du da? fragte eine Stimme panisch. Unser Licht, lass es da, lass es da. Nur zu, ertönte eine andere aus der Dunkelheit. Nimm es weg, dieses Scheiß Licht. Wir wollen dem Ungeheuer nicht nochmal beim Fressen zusehen. Tobias ging zum Eingang und kniete sich vor die Tür. Ein kreisförmiges Holzgitter, das mit einer weißlichen, zähen Substanz überzogen war. Spinnenfäden? überlegte Tobias laut. Er griff nach einem Oberarmknochen und tippte damit gegen das Gitter. Er musste ihn richtig gehend losrütteln. Das weiße Zeug pappte besser als Sekundenkleber. Daraus folgerte er, dass das Gitter mit Hilfe dieses widerlichen Klebstoffs an der Wand befestigt war, denn er konnte keine Schlösser erkennen. Offenbar riss der Verschlinger die Tür jedes Mal an einer Seite auf und schmierte sie an dieser Stelle wieder zu, wenn er die Handbreit auseinander. Tobias holte tief Luft, um sich Mut zu machen und schob den Leuchtpilz hindurch. Er sah eine weitere Grotte. Sie war kleiner und niedriger, aber offenbar sehr lang. Tobias spürte einen leichten Lufthauch. Auf der anderen Seite des Gitters stieg der Boden an. Wenn es irgendwo einen Ausgang gab, dann hier und nicht am Ende ihrer Höhle, die er bereits erkundet hatte. Tobias achtete sorgfältig darauf, nicht mit dem klebrigen Zeug in Berührung zu kommen, als er seinen Arm zurückzog. Er inspizierte die Umrisse des Holz Gitters und glaubte an einer Seite so etwas wie Tür Angeln auszumachen. Entschlossen packte er den Oberarm Knochen, legte ihn auf einen Gitterstab auf der entgegengesetzten Seite und stellte sich so davor, dass die anderen Gefangenen nicht sehen konnten, was er tat. Dann begann er den Knochen auf dem Stab hin und her zu reiben. Bei normalem Tempo wäre dieses Unterfangen aussichtslos gewesen, denn die Substanz hielt wie Zement. Aber Tobias wollte testen, ob seine Alteration auch hier noch wirkte. Und tatsächlich arbeiteten seine Arme mit übermenschlicher Geschwindigkeit. Es klappt. Ich bin immer noch sehr schnell. Innerhalb einer Minute machte sich ein erster Erfolg bemerkbar. Die klebrige Substanz löste sich langsam. Als er etwa 20 Zentimeter des Holzstabs entleimt hatte, hielt er inne und spitzte die Ohren, um sicher zu gehen, dass der Verschlinger sich nicht näherte. Dann rubbelte er fieberhaft weiter, bis er eine Hälfte der Tür von der Substanz befreit hatte. Er drückte dagegen. Das Holz gab knirschend ein Stück nach. Tobias schätzte, dass er die Tür weit genug aufschieben konnte, wenn er sich noch ein bisschen ins Zeug legte. Und was willst du dann machen? schrie seine innere Stimme. Mich nur kurz draußen umsehen, es muss sein. Entweder das oder hier rumsitzen und warten, bis er uns alle gefressen hat, antwortete er sich Augenblick tauchte Franklin hinter ihm auf. Was tust du da? fragte er entsetzt. Immer mit der Ruhe, ich schaue mich nur um. Wenn ich einen Fluchtweg finde, komme ich euch holen. Nein, mach das bloß nicht, du läufst ihm geradewegs in die Arme. Das Risiko nehme ich in Kauf. Hier drin würde er mich früher oder später sowieso erwischen. Willst du mitkommen? Franklin starrte ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Um mich abschlachten zu lassen? Ganz bestimmt nicht. Du hast einen Knall, Tobias, einen totalen Knall. Schau mich an, ich bin schon ewig hier, halte mich zurück, versuche nicht zu viel Angst zu haben und bis jetzt hat er mich in Ruhe gelassen. So muss man es machen, unauffällig bleiben, wie eine Kaulquappe in ihrem Tümpel. Und wenn du die letzte Kaulquappe bist, friss dich der Fisch, sagte Tobias düster und ging ein paar Schritte rückwärts. Franklin hob zum Abschied die Hand. In seinem Blick las Tobias, dass der Weitwanderer nicht damit rechnete, ihn je wieder zu sehen. So schnell seine steifen Beine ihn trugen, hastete Tobias den Gang hoch, um eine Biegung, dann ein grauer Schimmer auf. Tobias steckte seinen Leuchtpilz ein und lief weiter in Richtung der Helligkeit, die von einer äußeren Lichtquelle auszugehen schien. Hinter einem Schutthaufen tat sich eine Öffnung im Fels auf und die Luft wurde deutlich frischer. Tobias fühlte sich wie neu geboren. Noch sah er keine Landschaft, aber er spürte, dass vor ihm ein weiter Raum lag und vermeinte fast das Rauschen von Wind in Baumwipfeln zu hören. Seine Freude erhielt einen kräftigen Dämpfer, als er eine heisere Stimme vernahm. Will essen! Ich habe Hunger! Großen Hunger! Warte noch! Ich muss mit dir reden! Er widerte ein Mann. Tobias kannte diese Stimme. Er konnte ihr kein Gesicht zuordnen, aber er wusste, dass sie ihm von irgendwoher vertraut war. Und sie gehörte nicht einer weiteren grauenhaften Kreatur, sondern einem Menschen. Dieser Gedanke beruhigte ihn ungemein. War die Rettung womöglich ganz nah? Beeil dich, sagte die erste Stimme, die krächtste und pfiff, als käme sie aus einem gewaltigen Hohlraum. Ich sterbe vor Hunger und ich rieche sie von hier. Gleich mehrere sind reif, mehrere. Tobias drehte sich der Magen um. Das war der Verschlinger, kein Zweifel. Ich habe bemerkt, dass das Kind Matt in uns vorgedrungen ist, als wir seinen Geist erforscht haben, erklärte der Mann. Ihr lenkt mich ab, du und die anderen, wenn ich die Schächte des Unterbewusstseins erkunde, und deshalb hat das Kind Matt uns gespürt. Das darf nicht noch einmal passieren. Aber ich muss essen. Dazu bin ich da. Das ist meine Funktion. Nicht während ich die Schächte auskundschafte, gab der Mann verärgert zurück. Tobias hörte, wie die Beine des Ungeheuers nervös auf dem Boden tippelten. Gut, du entscheidest. Er darf in seinen Träumen nicht mehr spüren, dass ich ihn jage. Wir brauchen ihn. Verstehst du das? Ja, wir brauchen ihn. ihn uns ein zu verleiben. Er wird köstlich schmecken. Sobald er in deinem Magen ist, gehört er für immer uns. Nur uns. Wir müssen ihn vor der Tür Madra kriegen. Die Spinne wich zurück. Plötzlich sah Tobias ihren riesigen behaarten Bauch und ihre Hinterbeine. Zwischen ihren Spinnenwarzen wölbte sich ein Tropfen milchiger Seide. Tobias hielt sich den Ich habe Hunger, stöhnte die Kreatur mit ihrer heiseren Stimme. Dann geh und friss, aber danach will ich absolute Stille. Ich werde die Schächte des Unterbewusstseins öffnen und dann finden wir das Kind Mad. Tobias machte so leise wie möglich kehrt und rannte zurück in die Grotte. Hier konnte er sich nirgends verkriechen und wenn der Verschlinger ihn einholte, würde er nicht lange fackeln. Er musste die anderen warnen, sich verstecken oder sich teuer verkaufen. Das Kind Mad. Dieser Mann hat einen Weg gefunden, sich Mads Träumen zu entziehen. Der Torvaderon wird Mad überfallen, ohne dass er ihn kommen spürt. Bislang hatte Tobias alle Hoffnung in die Hilfe seiner Freunde gesetzt, dabei brauchten sie ihn viel dringender. Sonst würde der Torvaderon auch sie erwischen. Ihre Tage waren gezählt. Noch ein Feind. Sanft legten sich die Sonnenstrahlen auf Mads Gesicht. Das warme Licht kitzelte seine schweren Lider. Mühsam öffnete er die Augen. Der Hals tat ihm weh, sein Kopf dröhnte entsetzlich und seine gesamte linke Seite brannte, als läge er auf Glassplittern. Er kommt zu sich, verkündete ein über ihn gebeugtes Gesicht. Mads sah verschwommen. Erst nach einigen Sekunden wurde sein Blick klarer. Freundliches Gesicht, sehr kurze Haare, Floyd. Durst, brachte er heraus. Man hielt ihm einen Becher Wasser an die Lippen und es gelang ihm, sich so weit aufzurichten, dass er in tiefen Schlucken trinken konnte. Die Erinnerungen an die vergangene Nacht kamen zurück. Er blickte sich hastig um und sah als erstes die traurigen Minen von Ben, Horace und Chen. Die drei hatten die Hände voller Erde. Als er den kleinen Erdhaufen hinter ihnen sah, begriff Matt, was los war. An war von ihnen gegangen. Von plötzlicher Panik erfasst fuhr Matt herum. Amber stand ein Stück entfernt. Zum Glück schien sie wohl auf. Sie fing seinen Blick auf und ging zu ihm. Neil hat dir das Leben gerettet. Deine Wunde hat sich geschlossen. Ungläubig hob Matt sein Hemd. Er entdeckte nicht einmal eine Naht. Außer einem riesigen braun-violetten Fleck war von der Verletzung nichts mehr zu sehen. Wie hat er das angestellt? Ich weiß sicher, dass ich geblutet habe. Schau, meine Klamotten sind total durchtränkt. Das ist seine Alteration. Er kann durch Hand auflegen Wunden heilen. Bis gestern Nacht hatte er nur Verstauchungen oder kleinere Schnittwunden behandelt. Das verdanken wir dem Skara Hermet. Die Käfer verstärken unsere Kräfte weit mehr als wir dachten. Dessen habe ich ihn zermalmt. Großartig! Das beschützt uns besser als jede Rüstung! Amber runzelte ungehalten die Stirn. Nur leider können wir unsere Kraft überhaupt nicht dosieren. Ich bin wegen der großen Anstrengung in Ohnmacht gefallen. Als Neil sich um dich gekümmert hat, konnte er im ersten Moment gar nichts ausrichten. Aber dann hat er sich von seiner Intuition leiten lassen und Er hingegen hat das Bewusstsein verloren und ist noch immer nicht wieder zu sich gekommen. Matt rappelte sich mühsam auf und stolperte zu dem Menschen, dem er sein Leben verdankte. Neil lag zwischen ihren Taschen auf seinem Schlafsack. Tanja wachte über ihn. Schläft er oder liegt er im Koma? fragte Matt. Keine Ahnung. Ich habe ihn mehrmals beim Namen gerufen, aber ich habe versuchen, aufzuwecken. Wir müssen los, wir haben schon zu viel Zeit verloren. Wie geht es den Hunden? fragte Matt. Zwei sind verletzt, aber ich glaube, dass sie noch weiterlaufen können. Wir werden sie nicht mehr so schwer beladen. Und Louis? fragte Matt bang. Ihr habt ihn hier begraben, oder? Ja. Floyd hat mir gesagt, dass er katholisch war, also haben wir eine kleine Ansprache über das Paradies und sowas in der Richtung gehalten. Wir haben ihm sogar ein kleines Kreuz geschnitzt, ergänzte Chen. Und was wird aus eurem Auftrag? Er war doch der Stratege, der auf alle Schwachpunkte der Festung achten und den Angriffsplan entwickeln sollte. Dann werden wir vor Ort improvisieren, antwortete Floyd. Tanja und ich übernehmen das. Wir haben ja nicht fassen, dass der Junge, der gestern Abend noch neben ihnen hergeritten war, jetzt kalt und steif unter dieser Erde lag. Ben riss ihn aus seinen Gedanken. Floyd und ich werden Neil auf seinen Hund binden. Holt eure Sachen, wir brechen auf. Traurig wandte sich Matt von der Grabstätte ab. In wenigen Tagen würden Blätter und Brombeer Ranken sie vollkommen bedecken und niemand sofern sie selbst diese Reise überstanden. Den ganzen Vormittag ritten sie flott dahin. Neil lag recht bequem auf dem Rücken seines Hundes und die beiden verletzten Tiere, die Hunde von Floyd und Louis, die am Ende der Truppe liefen, schienen keine Schmerzen zu haben. Matt vermutete, dass man sie ohnehin nicht hätte zurückschicken können. Sie waren den Paaren so treu ergeben, ab und zu den Kopf, wenn die Gangart seines Hundes ihn zu stark durchschüttelte. Matt sah, dass er immer wieder trank und das Gesicht verzog. Er ließ sich zu ihm zurückfallen und fragte, »Wie fühlst du dich?« »Mir ist übel, als wäre ich krank. Und mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich platzen. Und wie geht es dir? Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Neil zuckte die Achseln, als messe er der Sache nicht viel Bedeutung bei. Ich hätte auch Louis gern noch geholfen. Du hättest leider nichts mehr für ihn tun können. Du hast echt außerordentliche Fähigkeiten. Außerordentliche Fähigkeiten, die außerordentliches Schädelbrummen verursachen. Mir tut alles weh. So muss es sich anfühlen, wenn man von einem ließ ihn dann in Ruhe, damit er zu Kräften kommen konnte. Kurz vor Mittag an diesem dritten Tag zeichnete sich am südlichen Horizont ein schwarzer Streifen ab. Je näher sie kam, desto stärker wurde der Eindruck einer riesigen Mauer, die sich am Ende der Welt erhob. Der Schatten einer unendlichen grünen Gebirgskette. Die Ausläufer des blinden Waldes. Am nächsten Tag waren sie schon besser zu erkennen. Mit jedem zurückgelegten Kilometer wurden die überwältigenden Dimensionen des Waldes deutlicher. Zwischen den Pflanzenbergen tat sich ein Tal auf, als habe eine wundersame Kraft mitten durch dem blinden Wald eine Kluft Richtung Süden geschlagen. Der Pass der Wölfe, der einzige Verbindungsweg zwischen dem Reich der Zynix und dem Territorium der Pans. Seit dem Vorabend hatte eine Patrouille der Zynix stoßen und so achteten sie auf das geringste Anzeichen von Bewegung auf der Straße vor ihnen. Noch wollten sie den befestigten Weg nicht verlassen, damit sie weiter zügig vorankamen. Die Hundekarawane hatte gerade das Tempo gedrosselt, um sich etwas zu erholen, da deutete Ben plötzlich auf eine winzige Staubwolke, die in der Ferne hinter einer Anhöhe aufstieg und sich offenbar fortbewegte. Das sieht aus wie Pferde in vollem Galopp, sagte er, und die kommen auf uns zu. Alle Mann in Deckung, befahl Matt. Sie sprangen ab und zogen ihre Hunde in ein etwas abseits gelegenes dichtes Nadelgehölz. Matt, Ben und Amber krochen im Schutz der hohen Farmbüschel bis zum Straßenrand. Bald näherten sich dröhnende Hufe in und ihre Gesichter waren hinter einem Visier verborgen. Die Erde bebte, als sie mit unverminderter Geschwindigkeit an den Treibhahns vorbeiritten. Matt sah ihre Schwerter und ihre langen schmalen Dolche. Was treiben hier zwei Reiter ganz allein? fragte er. Das ist recht mager für eine Patrouille. Speer oder Botschafter? vermutete Ben. Wir müssen wachsam sein, damit sie uns nicht von »Glaubst du, noch viele Patrouillen der Zynix in dieser Gegend unterwegs sind?« fragte Amber. »Keine Ahnung, aber in letzter Zeit gab es unheimlich viele. Es würde mich wundern, wenn sie alle in den Süden zurückgekehrt wären. Ben wandte sich um und sie liefen geduckt zu den anderen zurück, um ihre Reise fortzusetzen. Von nun an ritt Ben vorne weg, während Floyd das Schlusslicht bildete. Beide ließen den Horizont nicht aus den Augen, um beim kleinsten Anzeichen von Gefahr Alarm zu schlagen. »Ist der Pass der Wölfe breit?« wollte Horace wissen. »Bisher habe ich mich nicht weiter als einen Kilometer hinein gewagt,« antwortete Ben. Am Eingang dürfte er etwa drei oder vier Kilometer breit sein. Es ist ein flaches Tal, das mit hohem Gras bewachsen ist. Am Rand fließt ein Fluss entlang und zu beiden Seiten steigt der Wald abrupt an. Wie kann man es da vermeiden, nicht von den Zynics entdeckt zu werden? Der Waldrand bietet ganz guten Schutz. Ab heute Abend machen wir kein Lagerfeuer mehr. Wir galoppieren nicht mehr, um kein Staub aufzuwirbeln und wir bewegen uns so wenig wie möglich durch offenes Geländer. Wir werden es schon schaffen. Horace runzelte die Stirn. Er schien Bens Zuversicht nicht zu teilen, erwiderte aber nichts. Sie machten eine kurze Pause, aßen eine kalte Mahlzeit und ritten rasch weiter. Trotz ihrer Sorge, weiteren Zynics zu begegnen, wollten sie so schnell wie möglich zum Pass der Wölfe kommen. Die Straße zog sich wie ein dunkles Band an einem Hügel entlang, bis sich schließlich die Bäume längs des Weges lichteten und eine in sattem Grün und Gold leuchtende Ebene preisgaben. Um in den Pass der Wölfe zu gelangen, musste man diese hohen Wiesen durchqueren, in denen nur hier und da vereinzelte Nadelbäume und Büsche standen. Der Pass wirkte ganz nah, so hoch erhob sich der blinde Wald links und Abschnitt, sagte Ben. Entweder versuchen wir jetzt gleich die freie Fläche zu überqueren, wobei wir allerdings sofort entdeckt würden, sollten irgendwelche Zynics hier auftauchen, oder wir warten, bis es dunkel wird. Wir warten, entschied Matt, ohne zu zögern. Bis dahin ruhen wir uns aus, das haben wir alle dringend nötig, vor allem die Hunde. Und morgen früh brechen wir vor Sonnenaufgang auf und überqueren die Felder zum Pass der Wölfe. Sie entfernten sich von der Straße, schlugen ein provisorisches Lager auf und kuschelten sich erleichtert in ihre Schlafsäcke. Ihnen tat alles weh. Nachdem die Hunde von ihrem Gepäck befreit worden waren, wälzten sie sich im Gras oder nahmen die Witterung eines Rees auf. Neil schlief sofort ein. Die Anstrengung vom Vortag zehrte noch an seinen Kräften. Auch Ember war völlig erschöpft, hielt aber tapfer die Augen auf. Matt wusste, dass ihre Wachsamkeit nicht nachlassen würde, solange noch ein Funken Energie in ihr steckte. Je tiefer die Sonne sank, desto dunkler wurde der Himmel. Schließlich war die Ebene in jenes besondere Zwielicht der Dämmerung gehüllt, in dem schräge Sonnenstrahlen überfliehende Schatten tanzen. Auf einmal tauchten im Südwesten am Rand der Ebene Lichtpunkte auf. Hunderte schwankender kleiner Sterne, die knapp über der Erdoberfläche dahin wanderten. Tanja machte die anderen darauf aufmerksam und bis auf den schlafenden Nil scharrten sich alle zusammen, um die wankenden Lichter zu beobachten. Fackeln, die eine unendliche Kolonne unsicher vorantrottender, teilweise humpelnder Gestalten erhellten. Mampfer, rief Floyd, Tausende von Mampfern, die in den Pass der Wölfe marschieren. Sie werden gegen die Zynix kämpfen, meinte Chen, der den Blick nicht von dem Schauspiel abwenden konnte. Das glaube ich nicht, entgegnete Ben. Schaut mal, wer den Konvoi anführt. Sie starrten in die Dunkelheit am Waldrand und erkannten etwa fünfzig schwarz gekleidete Reiter. Das sind Zynix, antwortete sagte Ember finster. Sie geleiten sie in ihr Reich. Die Mampfer werden nicht gegen Malrons Krieg führen. Sie schließen sich ihren Truppen an. Das war in Malrons Plan aber nicht vorgesehen, rief Matt empört wie ein Kind, dem eine gewaltige Ungerechtigkeit widerfährt. Der ohnehin schon selbstmörderische Kampf der Pans gegen die Erwachsenen schien von vornherein verloren. Selbst mit einer hervorragenden Strategie und dem Überraschungseffekt auf ihrer Seite würden sie niemals eine vereinigte Armee aus Zynix und Mampfern schlagen. Lasst uns umkehren, sagte Tanja niedergeschmettert. Unsere Expedition hat keinen Sinn mehr. Wir müssen Eden warnen und allen sagen, dass sie fliehen sollen, so schnell und so weit es geht. Und wohin bitte? sagte Floyd. Die Zynix werden uns auslöschen oder in Wenn wir eine Armee aus Mampfern schlagen müssen, na gut, dann legen wir uns halt ins Zeug. Wir wussten, dass es schwer werden würde, so oder so. Tanja und Chen starrten ihn entsetzt an, als habe er den Ernst der Lage nicht begriffen. Floyd wandte sich Ebenen stampften, während die hereinbrechende Nacht die orange-gelben Flammen der Fackeln immer klarer hervortreten ließ. Die Armee rückte in die Kluft im blinden Wald vor und nachdem sie vollkommen von der Finsternis verschluckt war, begannen die Wölfe unter dem Sternenhimmel zu heulen. Der Pass der Das Heulen der Wölfe dauerte mehrere Stunden lang. Sie waren unsichtbar, aber ihr Klagen schwebte vom Wind getragen durch die Nacht wie Gespenster, die über die Ebene spukten und jeden Eindringling bedrohten. Es war gegen drei Uhr nachts, als Matt aufwachte und nicht mehr einschlafen konnte. Er träumte nicht mehr, seit einiger Zeit schon. Auch die Albträume hatten aufgehört. Hatte der Torvaderon seine Jagd aufgegeben? Das war nicht sehr wahrscheinlich. Warum auch immer er ihn suchte, er würde nicht eher aufgeben, bis er sein Ziel erreicht hatte. Vielleicht ist er weit weg. Deswegen kann er mir keine schlimmen Träume schicken. Er ist noch zu weit entfernt, um mein Unterbewusstsein aus allen anderen herauszufiltern. Matt war sich nicht sicher, ob er froh darüber sein sollte. Wenn der Torvaderon ihn wieder aufspürte, würde das ihrer Expedition womöglich ein schnelles Ende bereiten. Andererseits ergebe sich so die Gelegenheit, ihn herauszufordern, um Tobias zurückzuholen. Und wenn er bereits tot ist? Was, wenn ich mich täusche, wenn Tobias tatsächlich gestorben ist, als dieses Ungeheuer ihn verschlungen hat? Dann würde er seinen Freund rächen, und wenn er dafür bis ans Ende der Welt ziehen müsste. Er packte seine Sachen zusammen und rüttelte seine Gefährten sanft wach. Es war Zeit zum Aufbruch. Neil war wieder bei Kräften. Er konnte sich wach halten und die unerträglichen Kopfschmerzen hatten nachgelassen. Sie ritten durch die Ebene bis zum Eingang des Passes der Wölfe. Der Mond verschwand nun hinter die gigantischen Masse des Blindenwaldes, der zu beiden Seiten wie zerklüftete Berge in die Höhe ragte. Ab hier mussten sie mehrere Atolje noch auf andere Gefahren zu treffen, die die Aufmerksamkeit ihrer Widersacher erregen konnten. Sie befanden sich von nun an auf feindlichem Gebiet. Die Wölfe heulten weiter um die Wette. Bislang hatten sich die Panster von nicht beirren lassen, doch jetzt begannen ihre Reittiere zu zittern. Die Schritte der Hunde wurden unsicherer und sie stellten ihr Fell auf. Ich glaube, sie haben vor irgendetwas Angst, meinte Amber besorgt. Plush auch, dabei sind unsere Hunde doch groß genug, um Hackfleisch aus den Wölfen zu machen, falls sie angreifen. Außer sie kommen in einer riesigen Meute, vielleicht spüren die Hunde das. Keine Ahnung, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Kaum erhellte das Morgengrauen den Himmel, verstummte das Wolfsgeheul. Die Pans ritten in einer Reihe, Ben vorne weg und Floyd bildete wieder das Schlusslicht. Rechtzeitig zum Tagesanbruch erreichten sie den Waldrand und Ben gab das Zeichen zum Halt. Wir müssen ab jetzt in Deckung bleiben, die Straße ist kaum zwei Kilometer entfernt, die Zynics könnten uns bemerken. Auf der anderen Seite des Passes schlängelte sich ein heller Streifen am Ufer eines dunklen Flusses Daher nutzten sie am Vormittag das Unterholz am Waldrand zur Tarnung, kamen aber zwischen den Wurzeln tief hängenden Ästen und Fuchsbauten nur langsam voran, zumal sie auf die beiden verletzten Hunde Rücksicht nehmen mussten. Das Licht im Pass der Wölfe war kümmerlich, denn die riesigen Bäume des Blindenwaldes ließen nur wenige Sonnenstrahlen durch. Erst als die Keine Ahnung, ich war noch nie so weit im Pass. Aber es gibt hier genug Büsche und Felsen, die sich zur Deckung nutzen lassen. Wir könnten es uns ein wenig näher ansehen, wenn ihr wollt. Ich bin dafür, meinte Floyd. Ich möchte in Eden ungern einen unvollständigen Bericht abliefern. Die Hunde pirschten sich etwa anderthalb Kilometer weit in die Mitte des Tals vor. Dort überließ Schützt von hohem leuchtend grünem Gras suchten sie sich einen Beobachtungspunkt etwa hundert Meter von der Straße entfernt. Vor ihnen lag ein zweistöckiges graues Steinhaus mit einem Strohdach. Aus zwei dicken Schornsteinen stieg Rauch auf und von der ihnen abgewandten Seite ertönte das Knarren eines riesigen Rades, das von der Flussströmung angetrieben wurde. Ein großes Gebäude, Ist das die Festung? fragte Chen fast enttäuscht. Ich denke nicht, erwiderte Matt. Es sieht eher wie eine große Herberge aus. Die Zyniks machen hier vermutlich Rast, wenn sie den Pass durchqueren. Eine Herberge, die wie ein Bollwerk gebaut ist? Schaut mal, die Fenster, sagte Amber. Das ist nicht normal. Tanja warf ein. Das ist ein Kriegsgebäude. Nein, dann wäre das Dach nicht aus leicht entflammbarem Stroh, sondern aus Schiefer. Die Zyniks wissen, wie man das macht. In Babylon, ihrer größten Stadt, habe ich solche Dächer gesehen. Amber hat recht, nickte Ben. Es gibt keinen Nebenstall. Die große Tür da rechts ist für die Pferde gedacht. Sie lassen nichts draußen. Wahrscheinlich um sich warm zu halten, meinte Chen. Im Winter tragen die Tiere dazu bei, dass die Räume sich erwärmen. Nein, erwiderte Ben. Die Türen sind beschädigt. Dieser Ort wurde angegriffen. Wahrscheinlich von Mampfern, bevor sie zu ihren Verbündeten wurden, überlegte Matt. Möglich, aber eins ist sicher, diese Herberge wird nicht leicht einzunehmen sein. Man braucht doch nur brennende Pfeile auf das Dach zu schießen, widersprach Amber. Dann werden die Bewohner sehr schnell rauskommen, wozu auch immer dieses Gebäude genutzt wird. Es wurde jedenfalls nicht erbaut, um sich gegen einen schlauen Gegner zu schützen. Aber wogegen dann? fragte Matt, der seine Freundin gut genug kannte, um zu wissen, dass sie bereits eine Vermutung hatte. Gegen Tiere. Die Zynik suchen hier Zuflucht vor Raubtieren. Vor Nachtschleichern? rief Tanja entsetzt. Keine Ahnung, aber noch ein Grund mehr auf der Hut zu sein. Sie kehrten wieder zu den Hunden zurück. Neil und Horace waren in eine lebhafte Diskussion vertieft, beide hatten sich einen Grashalm zwischen die Zähne gesteckt. Und? fragte Horace. Wir beeilen uns, sagte Ben. Wir sollten so schnell wie möglich aus dem Pass der Wölfe herauskommen. Als die Schatten der Bäume mit der einsetzenden Abenddämmerung immer länger wurden, machte sich in der Gruppe die Furcht vor dem Einbruch der Nacht breit. Keiner sprach ein Wort, und immer wieder spähten sie unsicher in den Wald. Welche Geheimnisse barg er? Lauerten darin grauenhafte Gestalten, die im Mondschein aus ihren Verstecken kriechen würden? Einstimmig beschlossen sie, sich etwas vom Waldrand zu entfernen und unter freiem Himmel zu übernachten. Sie richteten ihr Lager hinter einigen großen Felsen ein, wo man sie von der Straße aus nicht sehen konnte. Zum Abendbrot aßen sie nur ein paar kalte Bissen und als die nächtliche Kühle heraufzog, sehnten sich alle nach einem wärmenden Feuer. Entgegen ihrer Gewohnheit entfernten die Hunde sich diesmal kaum, sondern blieben im Schutz der hohen Felsen und und gleich darauf sprangen zahllose Gestalten ins Freie. Groß und bedrohlich. Das Mobile Der Verschlinger kam wieder, um seinen Hunger zu stillen und niemand versuchte, sich gegen ihn zu wehren. Als Tobias nach seiner Erkundungstour die anderen Gefangenen gewarnt und eine Verteidigungsstrategie vorgeschlagen hatte, mit der sie das Monster vom Betreten der Grotte abhalten konnten, hatten sich alle geweigert, ihn überhaupt anzuhören. Stattdessen verkrochen sie sich in ihren Nischen und beteten darum, verschont zu bleiben. Die Spinne huschte an Tobias vorbei und er spürte, dass sie zögerte. Denn in diesem Augenblick spülte eine mächtige Flutwelle über den Strand seines Geistes hinweg, auf dem die Dämme seines Willens und seiner Selbstbeherrschung standen und machte seine innere Abwehr zunichte. Unaufhaltsam breitete sich das Grauen in ihm aus, und das witterte auch die Spinne. Da versetzte sich Tobias innerlich auf seinen Strand, um das Wasser erst mit den Händen zurück zu stoßen und dann mit der Kraft seiner Gedanken was besser funktionierte. Die Spinne hob die Vorderbeine an, als wollte sie ihn abtasten und eine weitere gigantische Welle brach über das Ufer herein. Tobias war kurz davor, sich von dem brodelnden Wasser mitreißen zu lassen. Sollte das Monster doch gewinnen, dann war wenigstens alles vorbei. Aber sein Lebenswille war stärker und baute sich wieder vor der Wasserwand auf, um sie abzuwehren. Blitzschnell wuchs er zu einem unüberwindlichen Deich an. Und als Tobias schließlich die Augen öffnete und fest damit rechnete, von der nächsten Welle überheult zu werden, hatte sich das Wasser zurückgezogen. Der Verschlinger hatte sich abgewandt und konzentrierte sich auf eine andere Nische. Da tat Tobias etwas Dummes. Als er das verzweifelte Kreischen eines Mädchens vernahm, das von der Spinne gepackt wurde, stürzte er sich mit einem Knochen in der Hand auf den Verschlinger. Ein Tritt des Ungeheuers sandte ihn zurück in seine Ecke. Er prallte so heftig auf, dass er kurz das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, hatten die Schreie aufgehört. Es war zu spät. Das Monster spuckte das warme Skelett des Mädchens aus. Tobias brach in Tränen aus. Dieser Zellen. Sobald der Verschlinger verschwunden war, lief Tobias zur Tür. Die Spinne hatte das runde Gittertor wieder mit ihrer klebrigen Seide eingeschmiert. Ich hasse Spinnen, fluchte Tobias leise, packte einen Knochen und feilte drauf los. Nachdem er durch den Spalt geschlüpft war, tappte er langsam und vorsichtig den Gang hinauf und vergewisserte sich bei jedem Schritt, dass der Verschlinger ihm nicht irgendwo auflauerte. Dann sah er endlich den grauen Schimmer der Nacht. Keine Spinne in Sicht. Tobias wagte einen Blick ins Freie. Eine düstere Felslandschaft, vom Wind geschliffene Menhiere, scharf wie Klingen, ausgedörrte, von bedrohlich wirkenden Steinen übersähte schwarze Erde. Tobias bemerkte sofort, dass an dem bleiernden Himmel keine Sterne leuchteten. Stattdessen zuckten immer wieder geheimnisvolle Blitze wie verkrümmte Bogen am Horizont auf. Es war totenstill. Tobias trat auf die kahle Erde hinaus und blickte sich um. In der Ferne sah er den Verschlinger hinter einer Anhöhe in etwas verschwinden, das wie eine weitere Grotte aussah. Er stieg auf eine Erhebung, um sich eine bessere Übersicht zu verschaffen. Bald machte er eine Gestalt aus, die langsam zwischen den spitzen Steinen hin und her wanderte und beschloss ihr zu folgen. Auf dem wüsten gleichen Gelände kam Tobias schnell voran und so schlich er sich mutig in die Nähe des Wesens. Es trug ein langes glockenförmiges Gewand und sein Gesicht war unter einer riesigen Kapuze verborgen. Tobias war sicher, dass er einen Menschen vor sich hatte. Zwei Tür öffnete. Ein rot-weißes Licht drang aus dem Schacht. Als der Mann sich darüber beugte, wurde seine Kapuze in das gespenstische Licht getaucht. Doch von seiner Position aus konnte Tobias das Gesicht nicht erkennen. Er fluchte in sich hinein, wollte aber nicht riskieren, entdeckt zu werden. Der Mann blieb eine Weile über den Schacht gebeugt stehen, dann schüttelte er den ein köstlicher Trank und stützte sich mit den Händen auf den Rand. Auch aus diesem Schacht strömte unheimliches rot-weißes Licht hervor. Die Lichtstrahlen bildeten wirre, durchsichtige Formen, die wie Rauchfahnen auftauchten und sich sogleich wieder auflösten. Tobias sah mehrere Gesichter vorbeiziehen, dann wurden die schemenhaften Motive klarer und er konnte Landschaften und Gestalten erkennen. Der Mann starrte reglos in die Tiefe. Was er am Grund des Schachts beobachtete, schien ihn zu fesseln. Plötzlich machte er einen Satz nach hinten und ballte die Fäuste. Langsam begann er um den Schacht zu kreisen, während die Bilder im Licht weiter aufstiegen und im Halbdunkel verschwanden. Schließlich lachte der Mann grausam und grimmig auf. Er riss eine Hand hoch und schloss die Faust, als wollte er eine Fliege fangen. Hab ich dich! Diesmal gehörst du mir! Mir allein! Die Türmadra hat keine Chance! Keine Chance! Hastig warf er den Deckel über dem Brunnen zu und lief mit flatterndem Gewand in Richtung eines spitzen Hügels. Tobias zögerte. Wenn er dem Mann weiter folgte, fand er vielleicht den Weg zur Grotte nicht mehr und er wollte seine Mitgefangene nicht im Stich lassen. Nein, ich muss mehr herausfinden, murmelte er. Vorsichtshalber ließ er dem Mann etwas Vorsprung. Als er hinterher schlich, achtete er sorgfältig auf markante Steine, die ihm helfen konnten, den Rückweg zu finden. An der Spitze des Hügels angekommen, erblickte Tobias zu seiner Verblüffung einen Wald. Ein unendliches Labyrinth aus knotigen, blätterlosen Bäumen, mit verkrümmten Ästen und einer Rinde, die so verrunzelt war wie die Haut eines Greises. Auf einer kleinen Lichtung stieg eine dünne Rauchfahne in den Himmel auf. Tobias glaubte, eine Hütte zu erkennen, schaute aber nicht genauer hin, sondern rannte den Hang hinunter, bevor der Mann in dem schauerlichen Wald verschwand. Sein erster Eindruck bestätigte sich. An diesem Ort herrschte kein Leben mehr. Alles war abgestorben. Die hohlen Bäume waren verkrüppelt, das staubtrockene Moos bildete einen rauen Teppich und die verdorrten Zweige der Brombeersträucher brachen bei der kleinsten Berührung ab. Der Mann folgte einem Weg, der sich bis zu der Lichtung schlängelte, wo die Hütte stand. Ein Kaminfeuer warf von innen einen orange-roten Schein auf die runden Fenster. Der Mann stieß die Tür auf und verschwand im Haus. Tobias rannte zu einem der Fenster und blickte hinein. Der Mann wärmte sich die Hände über den Flammen, was Tobias seltsam fand, denn es war überhaupt nicht kalt. Ich kann an diesem Ort ohne Essen und Trinken auskommen, vielleicht habe ich auch alle anderen Empfindungen eingebüßt. Er zwickte sich in die Handfläche und spürte sofort den Schmerz. Au! Nein, das kann's nicht sein. Vielleicht ist dieser Typ so kalt wie der Tod. Vielleicht hat er keine Körperwärme. Vor allem hatte der Mann immer noch kein Gesicht. Tobias sah zu, wie er sich an einen Tisch setzte und ein prächtiges Lackkästchen öffnete. Ein metallisch glänzendes Mobile kam zum Vorschein. Mehrere Eisenringe verschiedenen Umfangs drehten sich auf unsichtbaren Achsen um eine Stahlkugel. Im Innern der Ringe schimmerten undeutliche Motive auf. Die ganze Skulptur schien wie von Zauberkraft angetrieben und erinnerte an die Bahnen der Planeten im Sonnensystem. Da bemerkte Tobias, dass das Mobile keinen Sockel hatte. Es schwebte frei in der Luft. Er presste die Nase an die Scheibe und versuchte die Motive in den Ringen zu erkennen. Die Kreisbewegungen behinderten die Sicht, doch schließlich machte er im Innern der Skulptur eine Spinne aus, dann weiter außen eine Mücke. Der größte Ring, der das Mobile umschloss, brachte Blitze hervor. Blieb noch die Kugel im Zentrum. Auf ihr zeichnete sich etwas Rundes ab. Ein Gesicht, aber es sagte ihm nichts. Was ist denn das, flüsterte er. Der Mann hob die Hände über das Mobile und die Ringe drehten sich langsamer. Dumpf klang seine Stimme nach draußen. Wir haben ihn geortet. Bald wird er in uns sein. Uns gehören. Das Mobile begann wieder zu kreisen, schneller und schneller. Ein Zeichen der Erregung, vermutete Tobias. In uns? Wenn der Torvaderun met absorbiert, wird er sich dann auch seine Alteration einverleiten? Stärker werden? Tobias bekam eine Gänsehaut. Er musste etwas unternehmen. Dieses Mobile war wichtig, das spürte er. Es verströmte eine beunruhigende Energie. Alles geht von dort aus, von diesem Gegenstand, diesen Ringen, die einander umkreisen. Das ist das Herz des Torvaderun. Bei diesem Gedanken fügte sich das Puzzle in seinem Kopf mal alles klar. Und er erkannte die Stimme des Mannes. Oh nein, stöhnte er und spürte, wie seine Knie nachgaben. Er rutschte die Mauer entlang zu Boden und hielt sich die Hand vor den Mund. Matt durfte auf keinen Fall hierher kommen. Tobias würde alles in seiner Macht stehende tun, um das zu verhindern. Er war nicht in der Welt des Torvaderun, sondern im Innern seines Organismus. Und die Lebewesen und Dinge, die ihm hier begegneten, stellten seine verschiedenen Körperfunktionen dar. Die Spinne war sein Verdauungsapparat, die Blitze seine Energie und seine Sinne. Und während das Mobile sein Herz war, war dieser Mann seine Seele. Da vernahm Tobias ein lautes Summen am Himmel. Dutzende geflügelter Gestalten brausten heran und richteten mit ihren Spitzenrüsseln grelle Lichtstrahlen auf ihn. Das gilt mir. Jetzt würde er Bekanntschaft mit dem Immunsystem des Torvaderon machen, und eine innere Stimme sagte ihm, dass diese Begegnung nicht glimpflich verlaufen würde. Das Opfer Ember stieg auf einen Felsen. Ich kann nichts Genaues erkennen, aber es sind sehr viele. Ben kletterte hinterher. Wölfe, sagte er, riesige Wölfe, so groß wie unsere Hunde, und sie kommen auf uns zu. Alle griffen zu ihren Waffen. Als Ben Ember beim Herunterklettern half, fragte sie ihn leise, bist du sicher? Es dunkel und sie sind noch weit weg, vielleicht ganz sicher. Du hast mich nie gefragt, was meine Alteration ist. Ich sehe nachts fast so gut wie am helllichten Tag, und ich habe riesige Wölfe gesehen. Floyd und Matt wiesen die anderen an, sich für eine sofortige Flucht bereit zu machen. Dann sagte Matt zu Tanja, ich habe von deinem Kunststück gegen den Nachtschleicher gehört, fünf Pfeile ins Schwarze. Ich nehme an, das war kein Zufall, nicht fünfmal hintereinander, oder? Stimmt, ich habe diese Gabe, ich schieße sehr genau. Wunderbar, wir wickeln Stoff um die Pfeile und durchtränken ihn mit dem Alkohol aus unserer Erste Hilfe Ausrüstung. Mit brennenden Pfeilen können wir die Wölfe hoffentlich abschrecken. Und wenn das nicht funktioniert, fragte Neil, dann sehen wir, wer schneller ist, die Wölfe oder die Hunde. Das wird eine Partie russisches Roulette. Während Tanja und Floyd entflammbare Pfeile vorbereiteten, baute Neil sich vor Matt auf. Das Feuer wird die Zynix auf uns aufmerksam machen. Wenn sich hier in der Gegend welche aufhalten, ja, aber irgendwie müssen wir diese Viecher abwehren, die auf uns zurasen, entgegnete Matt, während das Heulen immer näher kam. Tanja spannte den Hetzende Meute zu beleuchten. Beim zweiten Schuss zögerte sie. Auf welchen soll ich zielen? Du musst den Anführer des Rudels treffen, meinte Matt. Und wie stelle ich das an? Keine Ahnung, vielleicht ist es der, der ganz vorn läuft, oder der, der am lautesten heult. Jetzt konnten alle die Wölfe erkennen. Etwa zwanzig Tiere, jedes fast so groß wie ein Pferd. Nein, ich habe nur einmal gelesen, dass es in Wolfsrudeln immer ein Leittier gibt, dem die anderen gehorchen, mehr weiß ich auch nicht. Tanja nahm den Wolf an der Spitze der Meute ins Visier. Sie atmete tief ein und konzentrierte sich auf den näher fliegenden Schatten. Das Feuer an der Pfeilspitze erschwerte ihr Augenblick. Sie ließ die Sehne los. Wie ein verirrter Feuerwerkskörper sauste der Pfeil durch die Nacht, fiel plötzlich ab und bohrte sich in die Brust des vordersten Wolfs, dessen Läufe sofort einknickten. Während das tote Tier noch mehrere Meter über den Boden rollte, rannten die anderen unbeeindruckt weiter. Versuch's nochmal, rief Matt. Tanja erschoss einen zweiten Wolf, mit demselben Ergebnis. Nein, sagte sie, das klappt nicht. Nichts wie weg, rief Ben und schwang sich auf seinen Husky. Hunde und Reiter sprangen auf. Ben sah keine andere Möglichkeit, als sie in rasendem Galopp zwischen den Felsen hindurch bis zur Straße zu führen. Er ritt vorne weg, die Hände in das Fell seines Huskys vergraben. Sobald sie den Weg aus festgestampfter Erde erreichten, zog der Hund das Tempo weiter an. Alle anderen folgten, nur Floyd blieb etwas zurück, da sein verletzter Hund nicht mithalten konnte. Louis' Hund hechelte ohne Reiter und Ausrüstung am Ende der Kolonne hinter ihnen her. Die Wölfe warfen sich mit aller Kraft in die Verfolgung ihrer Beute, die ihnen zu entkommen drohte. Matt bremste plusch und ließ sich zu Floyd zurückfallen. Bis er sein Schwert gezogen hatte, waren einige der Riesenwölfe schon gefährlich nah. Tanja spannte ihren Bogen und erschoss den Wolf an der Spitze. Der Pfeil stoppte ihn in rasendem Lauf, sodass er sich mehrmals überschlug. Matt empfing den Nächsten, als dieser vorsprang, um Plusch in die Flanke zu beißen. Ein Stoß mitten ins Maul und das Tier brach zusammen. In Tanjas Pfeilhagel sackte ein Wolf nach dem anderen zu Boden. Doch unaufhörlich preschten neue Rudel aus dem Wald, stürmten heran und ersetzten die Gefallenen. Die Schlacht schien aussichtslos. Für jeden getöteten Wolf rückten zwei neue nach. Kaum war Matt den Reißzähnen eines Angreifers mit einem Schwerthieb entronnen, da versuchte der Nächste, ihm den Fuß stürmte schon ein dritter Wolf heran und riss das Maul auf, um nach Plush zu schnappen. Seine Kiefer krachten nur wenige Zentimeter vom Hinterbein der Hündin entfernt zusammen. Beim zweiten Versuch zielte er besser und wollte seine Spitzenzähne gerade in Plushs Fleisch bohren, als er von einer übermächtigen Kraft erfasst und zehn Meter durch die Luft geschleudert wurde. Er landete Matt drehte sich um und sah Amber mit einer Hand auf die Angreifer zeigen, während sie sich mit der anderen an Gas, ihrem Bernhardiner, festklammerte. Einige Wölfe wichen zurück, doch eine Meute von rund zwölf Tieren, die als letzte aus dem Wald gekommen waren, ließ sich von nichts abschrecken. Matt hörte sie vor Erregung und Hunger mit den Zähnen fletschen. Amber wurde müde und Tanja gingen die Pfeile aus. Matt bekam es mit der Angst zu tun. Er wollte nicht als Wolfsfutter enden. Entschlossen riss er seine bluttrefende Klinge in die Höhe. Auch wenn ihre Chancen schwanden, er würde sich wehren bis zum Umfallen. Plötzlich begann Louis' Hund, den sein Herrchen vor der Abreise auf den Namen Peps getauft hatte, langsamer zu werden. Sekunden später hatte ihn die Meute eingeholt. Matt wollte an Plush's Feld ziehen, um ihm zu Hilfe zu kommen, als Peps den fliehenden Kindern einen eindringlichen Blick zuwarf. Da wurde Matt klar, dass der Hund genau wusste, was er tat. Mit diesem Blick nahm er Abschied von seinen Reisegefährten. Dann warf Peps sich herum und zog die Lefzen hoch. Das Rudel stürzte sich geschlossen auf ihn und Peps bäumte sich vor seinen Angreifern auf. Im nächsten Augenblick war er unter der Masse der Grauen Jäger verschwunden. Eine Ewigkeit später begann einer der Wölfe den Mond anzuheulen, um ihren Sieg zu feiern. Matt war elend zumute. Peps war eines grausamen Todes gestorben, aber er hatte seine Haut teuer verkauft. Die Das Tor zur Hölle Das Morgengrauen erlöste die Fliehenden. Die Hunde keuchten und ihre jungen Reiter waren immer noch wie gelähmt vor Angst. Topf Floyds Hündin zog ein Bein nach und Tanja ritt ganz am Ende. Sie weinte leise. All die Tränen, die sie bei Louis Tod noch hatte zurückhalten können, liefen ihr jetzt über die Wangen. Dass Peps sich geopfert hatte, war zu viel für sie gewesen. Wir müssen runter von der Straße, warnte Matt. Die Wahrscheinlichkeit, auf Zynix zu treffen, ist nicht kleiner geworden. Vor allem nicht, seit wir mitten in der Nacht mit brennenden Pfeilen herumgeschossen haben, maulte Neil. Matt hörte nicht hin. Er hatte keine Lust, sich in einen Streit verwickeln zu lassen, nur weil Neil sich abreagieren wollte. Die Pans ritten wieder zum westlichen Waldrand, um unter den Bäumen Schutz zu suchen, vermieden es aber, tiefer als ein paar Meter in den Wald einzudringen. Matt und Amber erinnerten sich nur zu gut an die Gefahren, die im blinden Wald lauerten. Die Riesenwölfe waren nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen. Am Vormittag machten die Reisenden halt und ließen sich erschöpft auf das weiche Moos fallen. Sie beschlossen ein wenig zu schlafen, um sich von der kurzen Nacht zu erholen und schlugen das Lager auf. Während jeder in dumpfem Schweigen sein Hund striegelte, sprach Tanja aus, was alle dachten. Peps hat sein Leben gegeben, um uns zu retten. Auch wenn wir es schon geahnt haben, ist damit endgültig bewiesen, dass diese Hunde Nein, meinte Matt, ich habe es in seinem Blick gesehen. Das war eine bewusste Entscheidung. Er hat es für uns getan. Sie betrachteten ihre Hunde. Die acht Reittiere saßen brav da, freuten sich, gebürstet zu werden und genossen jede Streicheleinheit. Nach Louis' Tod hatten wir keine Zeit darüber zu reden, sagte Amber schließlich. Vielleicht sollten wir diesen Moment nutzen, in Worte zu fassen, was Louis für uns bedeutet hat, und wer ihn besser kannte, könnte uns mehr über ihn erzählen. Amber machte den Anfang und beschrieb in wenigen Sätzen, was sie über Louis dachte und was ihr an ihm aufgefallen war. Als Nächste ergriff Tanja das Wort. Die Jungen mussten sich etwas überwinden, aber nachdem sie einmal begonnen hatten, konnten sie kaum aufhören. Fast war es, als könnten sie ihn wieder zum Leben erwecken, indem sie von ihm sprachen. Die drei, die ihn begraben hatten, hatten schon Gelegenheit gehabt, von ihm Abschied zu nehmen, aber den anderen wurde erst mit dieser langen Aussprache klar, dass er für immer von ihnen gegangen war, und es flossen viele Tränen. Das Trauerritual endete mit einer Bemerkung von Horace. Und was, wenn Pepps ohne seinen Herrn nicht mehr leben wollte? Erkannte ihn erst seit kurzem, aber vielleicht bedeuten wir ihn sehr viel, meint ihr nicht? Niemand wusste etwas zu erwidern, aber jeder musterte nachdenklich seinen Hund. Als sie sich schließlich gegen das samtene Fell ihres Tieres schmiegten, wiegte sie der warme Atem der Hunde in den Schlaf. Nach einer vierstündigen Pause brachen die Pans Wolken auf, und so hüllte sich der Pass noch vor Einbruch der Nacht in ein düsteres Zwielicht. Der Regen kam am Ende des Tages. Die ersten großen schweren Tropfen verwandelten sich bald in einen Sturzbach, der alles hinter einem grauen Schleier verbarg. Beschützt von den Baumwipfeln streiften die Pans nur ihre Mäntel über, schlugen Kragen oder Kapuzen hoch und zogen den Kopf ein. Die Hunde hingegen schienen den Regen, der an ihrem Fell abhärte und die Erde aufweichte, gar nicht zu bemerken. Draußen in der Ebene tauchten hinter ein paar hohen Tannen vier Reiter auf, die die Straße entlang galoppierten. Aber der Weg war über zwei Kilometer entfernt und die Pans konnten nur schemenhafte Gestalten ausmachen. Sie werden sicher in der befestigten Herberge absteigen, die wir gestern gesehen haben, meinte Ben. Apropos, ich frage mich, was aus der Mampfer-Armee geworden ist, meldete Chen sich zu Wort. Floyd runzelte die Stirn. Sie sind so zahlreich, dass sie auf jeden Fall im Freien übernachten mussten, so wie wir, aber ich denke nicht, dass die Wölfe ein so riesiges Heer angegriffen haben. Jedenfalls würde ich die Mampfer nur ungern einholen. Keine Sorge, wir werden sie schon früh genug sehen. Das Licht wurde schwächer und schwächer. Ben, der immer wieder vorne weg ritt, überließ seinem Husky die Führung, während er selbst seine übernatürliche Sehkraft nutzte, um seine Gefährten rechtzeitig vor tief hängenden Ästen zu warnen. Matt und Amber ritten hintereinander und unterhielten sich. Floyd, der das Schlusslicht bildete, hörte sie über das Volk der Chloropanphylika sprechen, das über den Wipfeln des blinden Baldes lebte. Es gibt Pans, die da oben wohnen? fragte er verwundert. Ja, antwortete Amber und drehte sich zu ihm um. Bei ihrem Erfindungsreichtum würden dir die Augen übergehen. Diese Gemeinschaft würde ich gern mal besuchen. Da wäre ich vorsichtig, bremste Matt ihn. Die Chloropanphylika sind etwas eigenartig. Warum? Sagen wir mal so, sie sind nur bereit, dich aufzunehmen, wenn du dich ihren Gebräuchen und ihrem Glauben unterordnest, und vor allem darfst du nicht mehr weg. Sie schützen sich eben, sagte Amber tadelnd. Das ist normal. Wir haben uns nicht korrekt verhalten, wir haben ihr Vertrauen gebrochen. Es ist ihre Schuld, sie hätten nicht so eine Geheimnistur reife veranstalten sollen. Wir haben leiser, befahl Ben. Man hört euch bis hier vorne. Amber seufzte. Mads Einstellung ärgerte sie. Mad schwieg ebenfalls und lenkte Plush neben Floyds Hund. Was ist eigentlich deine Alteration? fragte er. Wenn ich dir sage, dass ich als Kind ständig hingefallen bin und mir mehr Knochenbrüche zugezogen habe, als alle meine Klassenkameraden zusammen, worauf würdest du tippen? Floyd schüttelte den Kopf. Daneben. Meine Knochen sind elastisch geworden. Nicht sehr, aber immerhin breche ich mir jetzt nichts mehr. So biegsam wie ich ist niemand sonst in Eden. Ah, sagte Matt ein wenig enttäuscht, und nutzt dir das oft was? Wenn ich mich durch einen engen Spalt zwängen muss, ist es praktisch und vor allem kann ich bei einer Prügelei oder im Kampf einiges einstecken und kriege höchstens einen blauen Fleck. Okay, ich nehme an, wenn der Schlag wirklich heftig ist, dann riskiere ich eine innere Blutung oder sowas, aber das Genick kann mir keiner brechen. Und bei dir? Was ist deine Alteration? Meine? Nun ja, bei meinen Schlägen trägst du mehr als einen blauen Fleck davon, antwortete Matt und wies mit dem Daumen auf sein Schwert, das er sich wie immer auf den Rücken geschnallt hatte. Ben wollte gerade das Zeichen zum Halt geben und das Nachtlager errichten lassen, da erblickte er in der Ferne eine spitze Form, die sich im Regen nur verschwommen abzeichnete. Hat jemand ein Fernglas? fragte er. Matt fiel ein, dass er Tobias Fernglas bei sich trug. Nach dem Absturz des Ausrüstung seines Freundes zurück zu lassen. Er wühlte in einer der Taschen auf Plush's Rücken und ritt nach vorn, um Ben das Fernglas zu reichen. Während Ben die Ebene absuchte, wunderte Matt sich, dass er am schwarzen Horizont überhaupt irgendetwas erkennen konnte. Ben schnappte plötzlich nach Luft. Was ist los? wisperte Matt. Die Festung der Zynix. Sie ist da umrundeten einen über 20 Meter hohen Felsvorsprung, der aus dem bewaldeten Abhang ragte, und saßen leise von ihren Hunden ab. Mit äußerster Wachsamkeit, um nicht von einer Zynik-Patrouille überrascht zu werden, schlichen sie in die Ebene hinaus. Als sie die letzten Bäume hinter sich gelassen hatten, sahen sie die Festung vor sich aufragen. Matt blieb die Luft weg. Sie war viel beeindruckender, als er es sich vorgestellt hatte. Die Zyniks hatten einen idealen Ort für ihre Burg gefunden. Der Pass war an dieser Stelle mit riesigen Felsblöcken übersät, die aussahen, als wären sie von den Hängen des blinden Waldes ins Tal gerollt. Von diesem natürlichen Fundament schwang sich eine gewaltige Festungsmauer in die Höhe und bildete so einen unüberwindlichen Riegel quer durch das Tal. Selbst über den Fluss spannte sich ein brückenähnlicher Bogen, unter dem ein gigantisches Fallgitter aus Metall in das dunkle Wasser tauchte. Der Festungsring war mit hohen Wachtürmen und Zinnen begrenzten Wehrgängen versehen und umschloss einen massiven Bergfried mit schmalen Fensterschlitzen. Die Straße schlängelte sich bis an eine Rampe, die zu einem mächtigen Eisentor hinaufführte. Es schien der einzige Zugang zu der Burg zu sein. Hinter den Zinnen erkannte Matt schwankende Lichter, die sich langsam hin und her bewegten, die Laternen der Wachposten. Matt begriff, dass sie vor einem echten Problem standen. Es war nicht unmöglich, einen Bogen um die Festung zu schlagen, um nach Wirtlon Dice weiterzureisen. Niemals würde die Armee der Pans dieses überdimensionale Bauwerk einnehmen können. Beide Missionen waren zum Scheitern verurteilt. Ihr kühner Plan, den Vorposten des Reichs der Königin zu erobern, war aussichtslos. Das war keine Festung. Es war das Tor zur Hölle. Schlimmer als der Tod In dieser Nacht taten die Pans kein Auge zu. Sie wälzten sich in ihren Schlafsäcken hin und her und grübelten darüber nach, was sie tun sollten. Keiner von ihnen wagte sich auszumalen, wie ihre Freunde in Eden auf die Nachricht reagieren würden, dass ihre Expedition umsonst gewesen war und es keine Hoffnung mehr gab. Bei Tagesanbruch spähte Mett durch das noch tropfende Geäst in Richtung der riesenhaften Burg. Die Pans hatten im Schutz des Waldes auf Baumstümpfen übernachtet, da der Regen bis spät in die Nacht angehalten hatte. Wird nicht leichter reinzukommen, hörte er Amber hinter sich sagen. Sie setzte sich neben ihn. Es irgendwie außenrum gehen könnte. Wir können seitlich daran vorbei durch den blinden Wald. Die Zyniks haben sich gut überlegt, wo sie ihre Festung hinstellen. Schau, der Wald endet hier nicht in flach abfallenden Hügeln, sondern in schroffen Steilwänden. Aus diesen Felsen muss sich das Geröll gelöst haben, auf dem die Talsperre errichtet worden ist. Das wäre das reinste Extremklettern, das schaffen wir nicht. Außerdem wächst da Gras, es ist sicher rutschig und wir müssten im Dunkeln dadurch, damit man uns von der Festung aus nicht sieht. Dann müssen wir eben versuchen, über die Mauer zu gelangen. Sie ist mehr als zwanzig Meter hoch und der Fluss ist mit diesem Fallgitter gesichert und wird von den Türmen aus genau überwacht. Nein, ich sehe nur eine einzige Möglichkeit, das Tor. Aber solche massiven Türflügel können wir nie und nimmer einrennen. Wir haben das Gara Hermet, vergiss das nicht. Die Käfer verstärken die Kraft unserer Alterationen. Sie verstärken höchstens den Knall, mit dem ich gegen den Stahl krache. Ich würde mir sämtliche Knochen brechen. Das habe ich nicht gemeint. Wenn wir unsere verschiedenen Alterationen vereinen, können wir wahre Wunder vollbringen. Unsere Stärke ist die Gruppe. Du siehst doch dieses Bollwerk. Das ist extra so gebaut, dass sich niemand Zugang verschaffen kann. Ich bezweifle sehr, dass wir eine Schwachstelle finden. Das Ding ist dichter als eine Badewanne. Komm, lass uns das mit den anderen besprechen. Die Pans nahmen gerade ein kleines Frühstück aus Zwieback und Milch zu sich, um wieder zu Kräften zu kommen und richtig wach zu werden, als Ember mit ihrer Idee heraus platzte. Wir sollten das Skara her nutzen, um unsere Schlagkraft zu erhöhen. Wenn wir unsere Fähigkeiten geschickt kombinieren, könnten wir in die Festung eindringen. Dann geben wir also nicht auf? fragte Tanja zwischen Hoffen und Bangen. Ganz bestimmt nicht. Um die große Offensive vorzubereiten, müsst ihr einen Überblick über die Stärken und Schwächen dieser Anlage gewinnen. Und wir müssen hier vorbei, um in den Süden zu kommen. Zusammen können wir es schaffen. Als erstes müssen wir ins Innere gelangen. Das Tor können wir vergessen, erklärte Ben. Es ist schwer und lässt sich nur von innen öffnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Fluss kommt auch nicht in hatten. Bleibt also nur die Mauer, sagte Chen. Nur leider sind wir nicht alle so gute Kletterer wie du, Kleber, erwiderte Floyd. Ember hat recht, fuhr Chen fort. Wir müssen die Käfer benutzen. Mit Hilfe ihrer Energie kann ich bestimmt so viel Substanz erzeugen, dass ich fest genug an der Wand haften bleibe, um Ember auf den Schultern zu tragen. Und die anderen? Ihr wartet, bis wir euch aufmachen. Wenn wir uns erst einmal reingeschlichen haben, finden wir schon einen Weg, das Tor zu öffnen. Zu zweit habt ihr da drin keine Chance, entgegnete Matt. Ember ist keine Kriegerin, und so leid es mir tut, Chen, aber auch du bist nicht besonders kräftig. Chen zuckte die Achseln. Ihr anderen seid aber zu schwer. Ich weiß was, meinte Ember, mit dem Skara her dürfte ich Matt zum Schweben bringen können. Mich zum Schweben bringen? Als würde ich fliegen? Ich müsste mich wahnsinnig konzentrieren, um den Kraftfluss aufrecht zu erhalten, aber ich denke, dass ich es schaffen kann. Na, wenn du dich da mal nicht überschätzt, sagte Horace. Chen soll mit dir auf dem Rücken 20 Meter in die Höhe klettern, während du Matt in die Luft hebst? Ein kleiner Ausrutscher und wir können Matt vom Boden kratzen. Ich schaffe das. Das bezweifle ich ja gar nicht, aber dafür brauchst du Übung. Mit ein paar Tagen Vorbereitung, dazu bleibt uns keine Zeit, wiegelte Matt ab. Und wenn Ember heute übt, ist sie am Abend müde, wenn es darauf ankommt. Vergiss die Dann brauchen wir aber ein Ablenkungsmanöver, sagte Floyd, sonst würden euch die Wachposten auf der Mauer sofort entdecken. Wir müssen sie da weglocken, bevor ihr loslegt. Ben verzog das Gesicht. Er wirkte nicht recht überzeugt. Wenn wir im Tal ein Feuer anzünden oder sie irgendwie auf uns aufmerksam machen, verdoppeln sie doch höchstens ihre Wachsamkeit. Nicht wenn dieses Ablenkungsmanöver auf der gegenüberliegenden Seite der Festung stattfindet. Und wie? Wenn ich mich zu der Brücke am Fluss schleiche und abtauche, bevor die Wächter mich sehen, kann ich mich zwischen den Gitterstäben hindurch zwängen und auf der anderen Seite ans Ufer klettern. Tanja schlug die Hand vor den Mund. So extrem kannst du dich verbiegen? Ich denke schon. Dann sorge ich dort für Chaos und sobald alle Wächter zur anderen Seite rübergelaufen sind, klettert ihr an der Mauer hoch. Amber und Matt nickten. Chen war ebenfalls einverstanden. Und wenn ihr drin seid, sehen wir zu, dass wir unbemerkt zum Tor kommen, ergänzte Ben. Aber was ist, wenn die Mampfer, die wir vorgestern gesehen haben, jetzt alle in der Festung sind? Dieses Risiko müssen wir eingehen, erwiderte Amber. Nehmt nur unsere Hunde mit, sagte Matt zu Ben und Tanja. Eure Tiere sollen hier auf euch warten, bis ihr eure Mission erfüllt habt. In der Festung werden unsere Wege sich trennen. Matt streckte die Hand aus, wie in den Zeiten der Gemeinschaft der Drei, und die anderen legten ihre Hände darauf. Für unsere Zukunft, sagte er. Für Eden. Nach Einbruch der Nacht warteten sie noch eine Weile, bis sich tiefe Dunkelheit über das Tal gesenkt hatte. Zu ihrem Glück bedeckten weiter dichte Wolken den Himmel. Floyd umarmte seine Gefährten, bevor er allein zum Fluss aufbrach. Dank seiner Nachtsicht konnte Ben die Geschehnisse an der Festung durch das Fernglas beobachten und Matt, Amber und Chen Bescheid geben, wenn es soweit war. Floyd ließ sich Zeit, um ja nicht entdeckt zu werden. Ben behielt ihn über eine Stunde lang im Blick. Bald ist er am Gitter. Er stellt sich nicht schlecht an, der Kerl. Er bewegt sich ganz langsam an der Wasseroberfläche voran. Macht euch bereit. Matt drückte seine Hündin an sich, als würde er sie nie wieder sehen. Er konnte es sich selbst nicht erklären, aber ihn bedrückte eine dunkle Vorahnung. Dann glitt er mit Chen und Ember von Fels zu Fels und kroch durch das hohe Gras bis an den mächtigen Festungsring heran. Ohne Mondlicht konnten die Wachposten sie aus dieser Entfernung nicht sehen. Sobald sie an der kühlen Steinmauer standen, zog Chen seine Schuhe aus, band sie mit den Schnürsenkeln an seinem Gürtel fest und fragte seine beiden Genossen leise, seid ihr bereit? Nein, wir warten noch auf Lloyds Signal, antwortete Matt. Ember sagte nichts, sie konzentrierte sich bereits auf die Aufgabe, die sie gleich zu bewältigen hatte. Mats Leben würde in ihren Händen liegen. Was ist das Signal? fragte Chen. Das wissen wir, wenn wir es hören. Plötzlich drang von der anderen Seite der Händes Getöse herüber. Ein Horn ertönte und über ihnen brüllten die Männer Kommandos. Das ist das Signal, flüsterte Matt. Chen legte eine Hand auf die Mauer und nickte. Er war bereit. Ember schraubte den Deckel des Gefäßes auf, das sie in ihrer Tasche hatte und die Käfer krabbelten ihnen voran an der Mauer hinauf. Ember kletterte auf Chens Rücken. weiter oben auf, dann seinen bloßen Fuß. Ein saugendes Geräusch begleitete jeder seiner Bewegungen. Unglaublich, ich klebe perfekt, murmelte er. Dem Skara her sei Dank, sagte Matt. Im nächsten Augenblick riss ihm ein heftiger Stoß die Beine weg und er stützte sich an der Mauer ab, um nicht umzufallen. Nicht festhalten, brachte Ember mit Mühe hervor. Mit dem Rücken zum Mauerwerk hob Matt sachte ab, die Beine von einer unsichtbaren Kraft zusammengepresst. Du tust mir weh, sagte er. Kannst du ein bisschen lockerer lassen? Sofort löste sich der Griff, der ihn umklammerte und Matt begann zu fallen. Die Kraft kam zurück, kurz bevor er auf den Boden traf und nahm ihn wieder in den Schraubstock. Matt stieß einen erstickten Schrei aus, der sich in ein langes Stöhnen verwandelte. Er ballte die Fäuste und der Druck wurde erträglich. Er stieg wieder auf. Chen und Amber waren bereits zehn Meter höher auf halber Strecke. Der Schmerz klang ab und Matt konnte wieder durchatmen. Hin und her schwankend näherte er sich seinen beiden Freunden. Die Energie, die ihn hielt, war unstet. Unter ihm ging es schon verdammt weit in die Tiefe. Vom Schwindelgefühl wurde ihm übel. Chen schien keine Probleme zu haben. Er schob Amber und sich in die Höhe, indem er sich mit den Beinen abstieß und mit den Armen zog. Er kletterte mit der Eleganz einer Eidechse. Matt versuchte, die Zinnen über ihnen im Blick zu behalten. Er sah keine Wachposten. Er hoffte, dass niemand ihren Aufstieg bemerkt hatte. Inzwischen schwebte er etwa 15 Meter hoch. Die Levitationskraft hatte sich auf seinen ganzen Körper verteilt und er litt weniger. Aber der Energiefluss war nicht gleichmäßig. Er hatte den Eindruck, dass er gleich ins Leere stürzen würde. Doch Amber hob ihn weiter an. Bis auf 20 Meter. Ganz nah an die Zinnen des Wehrgangs heran. Amber klammerte sich an Chen. Ihre Muskeln waren zum Zerreißen gespannt. Sie atmete kaum noch. Es ist gleich vorbei. Halte durch, beschwor sie sich innerlich. Konzentriere dich auf Matt. Um ihn hochheben zu können, hatte sie ihn fühlen müssen. Sie hatte ihre Gedanken in den Körper ihres Freundes projiziert, bis sie den Raum, den er ausfüllte, ganz deutlich spürte. Dann hatte sie einen imaginären Schraubstock Ohne die Käfer wäre sie zu einer solchen Leistung niemals im Stande gewesen. Allerdings beherrschte sie diese Kraft noch nicht vollkommen. Sie ahnte, welche Schmerzen sie Matt zufügte und versuchte den Druck zu verteilen. Ihr Herz raste, in ihrem Kopf drehte sich alles und ein dröhnendes Brummen schwoll zwischen ihren Schläfen an. Nicht Matt kostete sie am meisten Kraft. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es ihr so schwer fallen würde, sich an Chen festzuhalten. Wenn sie Krämpfe bekam, war alles aus. Gleich würde sie loslassen und 20 Meter weiter unten auf den Boden krachen. Matt sie musste Matt heil hochbringen. Inzwischen war die Energie gut auf seinen ganzen Körper verteilt. Sie spürte seine Haut, seine Wärme, seinen Geruch und hätte ihr eigenes Herz nicht so wild getrommelt, dann hätte sie seinen Herz schlag fühlen können. Sie spürte Matt ganz und gar. Plötzlich wurde ihr klar, dass sie ihn so deutlich spürte, als wären sie nackt aneinander geschmiegt. Ihre Konzentration riss. Sie verpasste sich eine gedankliche Ohrfeige und stellte den Kontakt gerade noch rechtzeitig wieder her, bevor Matt ihr entglitt. Sie hielt ihn wieder fest gepackt. Amber keuchte. Der Schweiß rann ihr über das Gesicht. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie konnte nicht mehr. Und Matt baumelte immer noch in der Luft. Sie begriff, dass sie sich sofort entscheiden musste. Er oder sie. Amber entschied sich für Matt. Noch ein paar Zentimeter und er war oben. Sie würde verzichten. Es war ein schönes Leben gewesen. Sie hätte es gern noch ein wenig länger mit ihm geteilt, ihn näher kennengelernt, ihn geliebt. Ihre Gedanken konzentrierten sich voll und ganz auf Matt und ihre Arme ließen los. Chen machte einen letzten Klimmzug. In dem Moment, in dem Amber nach hinten kippte, hangelte er sich über eine Zinne, fuhr herum und bekam sie gerade noch zu fassen. Die Erschöpfung raubte ihr die Sinne. Sie verlor den gedanklichen Kontakt. Chen zog sich auf die Mauer, während sie in höchster Verzweiflung eine Hand nach Matt ausstreckte. Zu spät. Er verschwand bereits in der Tiefe. Einen Sturz aus dieser Höhe würde er nicht überleben. Amber krümmte sich zusammen. Ihr Herz, ihre Gedanken, alles blieb stehen. In ihrem Innern herrschte mit einem Mal eine entsetzliche Leere. Matt fiel. Amber konnte ihren mentalen Griff nicht mehr erneuern. Sie würde machtlos mit ansehen müssen, wie er starb. Da tauchte urplötzlich eine schwarze Silhouette am Fuß der Festung auf, schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit heran und erreichte Matt einen Sekundenbruchteil vor dem Aufprall. Er verschwand spurlos in dem Dunklen etwas, das wie ein riesiger Teppich wenige Zentimeter über dem Boden auf- und abwogte. Trotz ihrer Betäubung begriff Ember, was das war. Der Tor war Deron. Diesmal hatte er Matt erwischt. Schnelligkeit als Waffe Matt streckte gerade die Hände nach der Brüstung aus, als er spürte, wie die Kraft unter ihm schwand. Im nächsten Moment sauste er in Richtung Boden, ungebremst. Sein Kopf würde auf den Felsen zerschmettern, wie eine aus dem siebten Stockwerk eines Gebäudes geworfene Melone. Alles ging blitzschnell. Die dunkle Gestalt, die weiche Landung, der Eindruck, eine endlose Rutsche, einen Schlauch aus Stoff hinabzugleiten, in völliger Finsternis. Dann fiel er in einen großen Raum mit flaumigem Untergrund, der seinen Aufprall federnd abfing. Völlig verwirrt blieb Matt eine Weile liegen, bevor er in der Lage war, sich aufzusetzen. Er sah fast Himmels. Da bemerkte er eine Bewegung ganz in der Nähe. Er wollte aufspringen, auf das Schlimmste gefasst, aber dabei wurde ihm sofort so schwindelig, dass er sich mit einem Bein hinknien musste. Eine Gestalt baute sich vor ihm auf, streifte ihn. Matt wich langsam zurück. Im Halbdunkel erkannte er einen langen Stängel, dann Formationsfetzen, die nur langsam von seinen Sehnerven ins Gehirn gelangten, endlich zu einem Ganzen zusammengefügt hatte, griff er hastig nach dem Schwert auf seinem Rücken. Doch da hatte sich die Spinne bereits auf ihn gestürzt. Zwei spitze Stacheln drangen in seine Schultern und verabreichten ihm eine Dosis Gift. Matt wankte. Alle Kraft wich aus seinem Körper, als wäre er eine hilflose Marionette, die ohne ihre Fäden zu laufen versuchte. Er plumpste zu Boden und verlor das Bewusstsein. Die Spinne neigte sich über ihn, packte ihn mit ihren Kiefer Klauen und hob ihn in Richtung ihres geifernden Mauls. Tobias war den bedrohlichen Mücken entkommen. Obwohl sich die geflügelten Jäger mit der Eleganz und Leichtigkeit von Tänzern an seiner Verfolgung gemacht hatten und ihre langen Rüssel ein grelles Licht auf den Boden warfen, war er ihnen entwischt. Er hatte sich im Wald der toten Bäume versteckt, dessen Wurzeldickicht einem riesigen schwarzen Gedärm glich. Die Mücken suchten ihn, daran bestand kein Zweifel. Sie überflogen das ganze felsige Land und den Wald, wobei sie jeden Zentimeter mit ihren weißen Scheinwerfern abgrasten und ihre Tobias hatte den spitzen Stachel gesehen, der aus ihrem Kopf hervorwuchs, eine tödliche Waffe. Nicht auszumalen, wenn es ihnen gelänge, ihm diesen Stachel in den Leib zu rammen. Ihr winziger Schädel wurde von zwei großen roten Augen eingerahmt, die völlig leblos wirkten. Er hatte lange gewartet, bevor er aus seinem Versteck gekochen war. Wohin sollte er jetzt gehen? Ganz sicher nicht zurück in die Höhle zu den anderen. Nachdem seine Flucht bemerkt worden war, hatte man bestimmt die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Wenn er zurückkehrte, könnte er nie wieder hinaus. Tobias beschloss, sich auf der anderen Seite des zerklüfteten Hügels umzuschauen und das Loch zu inspizieren, durch das der Verschlinger verschwunden war. Wenn er schon hierbleiben musste, dann konnte er auch gleich ein wenig die Gegend Auskundschaften. Er fand den Rückweg ohne Schwierigkeiten und presste sich jedes Mal in eine Felsnische, sobald eine Mücke am schwarzen, von Blitzen durchzuckten Himmel auftauchte. Tobias hatte den Eindruck, dass die Luft elektrisch geladen war. Er wusste nicht, ob es an seiner Flucht lag oder an etwas anderem, aber die Atmosphäre im Torvaderun hatte sich eindeutig verändert. Als er an einem Schacht vorbeikam, war er versucht, einen Blick hineinzuwerfen. Offenbar nutzte der Torvaderun diese Brunnen und Schächte, um das Unterbewusstsein der Menschen zu durchforschen und Matt mittels seiner Träume zu folgen. Wie wohl das kollektive Unterbewusstsein aussah? Wie Worte, Bilder, Eindrücke, Sinneswahrnehmungen, die in Lichtstrahlen übermittelt werden, Informationen, die so fein und empfindlich sind wie dünne Rauchschwaden. So hatte es jedenfalls auf Tobias gewirkt, als er den Mann beobachtet hatte. Er ahnte, dass man sehr viel Übung brauchte, um sich in die Lichtstrahlen hineinzuversetzen und durch diese gespenstischen Datenströme zu reisen. Es ist besser, sich davon fernzuhalten, hätte Amber ihn bestimmt ermahnt. Und ihre Ratschläge waren stets weise, das wusste Tobias nur zu gut. Er näherte sich dem Höhleneingang, der sich hinter einem spitzen Felsen auftat. Hier war es so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sah. Nur dank der Blitze Boden vor sich erkennen, während er behutsam einen Fuß vor den anderen setzte. Aus Angst entdeckt zu werden, holte er seinen Leuchtpilz lieber nicht aus der Tasche. Aus der Öffnung drang ein saurer Geruch, ranzig und betäubend. Das erinnerte Tobias an etwas. In diesem Loch bin ich angekommen. Jetzt weiß ich's wieder. Ich bin durch einen endlosen Schlauch gerutscht und hier gelandet. Dann nichts mehr. Ich muss eingeschlafen sein. Im Halbdunkel glaubte Tobias eine Gestalt auszumachen. Das ist er, der Verschlinger, er ist hier. Eine Welle von Panik erfasste ihn, bevor er sich wieder fing. Den Damm aufrechterhalten, den Geist schützen, wiederholte er innerlich. Der Verschlinger war nicht allein. Neben ihm lag jemand auf dem Boden. Matt, das ist Matt. Die Spinne hob ihn gerade mit den Klauen an ihrem Maul in die Höhe und krabbelte Richtung Ausgang. Matt trug noch seine Tasche und sein Schwert auf dem Rücken. Er war offenbar gerade erst in dieser Welt gelandet. Tobias drückte sich gegen den Felsen, als Festschmau schmau 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 sieg sieg Matt baumelte schlaff vor dem grässlichen Maul der Spinne. Nein, sie kriegen ihn nicht, dachte Tobias wütend und diese Entschlossenheit gab ihm ungeahnten Mut. Er rannte der Spinne hinterher, ohne zu erkennen, ob sie die Höhle mit den Gefangenen ansteuerte oder in Richtung des Waldes lief, in dem der Mann das Mobile beschwor. Dieser Gedanke jagte Tobias einen Schauer über den Rücken. Matt durfte auf keinen Fall in die Fänge dieses Unmenschen geraten. Plötzlich fuhr die Spinne herum, als spürte sie, dass jemand ihr folgte. Nur dank seiner übermenschlichen Schnelligkeit konnte Tobias verhindern, dass sie ihn entdeckte. In einem Sekunden Bruchteil war er hinter einem Busch in Deckung gegangen und wartete mit angehaltenem Atem, während er die Fäuste ballte. Schließlich lief der Verschlinger weiter und Tobias stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Nach einer Weile gelangten sie an einen Felsen, von dem aus man auf den schwarzen Wald hin abblickte. Tobias bemerkte eine zweite, größere Lichtung, auf der ein mächtiger, von Brombeerranken umwobener Altar aus Stein stand. Wie in einer Kirche? Bestürzt wurde ihm klar, dass sich ein grausiges Opferritual anbahnte. Er musste etwas unternehmen. In wenigen Minuten würde der Verschlinger Matt auf den Altar legen und vor all den anderen Wesen, die diese Welt bevölkerten, verzehren, darunter auch dem Mann, den Tobias so fürchtete. Gegen die ganze Bande habe ich keine Chance. Jetzt oder nie. Aber was konnte er gegen eine so riesige Spinne ausrichten? Ich muss meine Stärke ausnutzen, die Schnelligkeit. Tobias glaubte einige scharfkantige Steine auf und beschleunigte seine Schritte, um das Monster einzuholen. Jetzt ging es um alles. Mittlerweile knisterte die Luft fast, so hoch war die elektrische Spannung. Kein Zweifel, im Torvaderon ging etwas vor sich. Tobias lief noch schneller und rannte schließlich los. Er kam so schnell angesaust, dass die Spinne ihn erst im letzten Moment bemerkte. Sie wollte sich umdrehen, aber Tobias war bereits unter ihrem Leib hindurch geschlüpft und hatte ihr einen spitzen Stein in den Magen gerammt. Das Ungeheuer verspürte einen stechenden Schmerz und hielt einen Augenblick verblüfft inne, gerade so lange, dass Tobias wieder davon huschen konnte. Dann ließ es Matt fallen und suchte die Umgebung nach dem Angreifer ab. Tobias schoss aus einer anderen Richtung heran und noch bevor der Verschlinger sich umwenden konnte, um ihn mit den Mandibeln zu packen, rollte der Junge erneut unter ihm hindurch und ritzte ihm den Leib auf. Vor Zorn bebend trommelte die Kreatur mit ihren Beinen auf den Boden und trat blind nach dem rätselhaften Feind. Aber Tobias flitzte weiter wie wild hin und her, angespornt von seinem Erfolg und der Unfähigkeit der Spinne ihn abzuwehren. Bei jedem Angriff schlitzte er sie tiefer auf. Aus ihrem verletzten Leib tropfte bereits eine zähe schwarze Flüssigkeit. Bald blieb ihr keine Wahl mehr. Sie musste fliehen, um sich zu retten. Sie tastete nach Matt, doch Tobias schnitt ihr so heftig in eins der Vorderbeine, dass sie von ihrer wertvollen Beute abließ. Wenn sie länger blieb, riskierte sie ihr Leben. Das gesamte Gleichgewicht des Torvaderon wäre gefährdet. Da stieß der Verschlinger einige schrille Schreie aus, als wollte er um Hilfe rufen und floh den Hügel hinab. Tobias robbte zu Matt. Sein Freund war bewusstlos, aber am Leben. Er hatte keine Sekunde mehr zu verlieren. Die Mücken waren sicher schon im Anflug und vielleicht noch so manch andere Dinger, denen Tobias auf keinen Fall begegnen wollte. Er stemmte Matt mühsam hoch und schaffte es, ihn sich auf die Schultern zu hieven. Seine Alteration hatte ihn zwar mit Schnelligkeit gesegnet, aber im Augenblick hätte er sich vor allem mehr Kraft gewünscht. Matt wog eine Tonne. Dennoch gelang es ihm, seinen Freund in eine kleine Höhle zu schleppen, die nur fünf Meter weit in den Felsen reichte. Dort wettete er ihn sanft auf den Boden. Draußen schlugen mit einem Mal unzählige Blitze ein, und der Himmel füllte sich im Nu mit brummenden Mücken. Alle Funktionen des Tova Dehron waren in Alarmbereitschaft, um sie zu jagen. Das wahre Gesicht des Feindes Als Matt wieder zu sich kam, zitterte er vor Kälte. Seine Mundhöhle war ausgetrocknet, und sein Schulterbereich fühlte sich taub an. Über ihm tauchte ein schwarzes Gesicht auf, die Haare bildeten eine runde, fast helmartige Frisur. Nach und nach gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, und er und umarmte ihn. Nicht so fest, du drückst mir die Luft ab. Mensch, bin ich froh, dich zu sehen. Ich wusste, dass du nicht tot bist. Ich wusste es. Freu dich nicht zu früh, unsere Lage ist nicht gerade rosig. Matt musterte die Höhlenwände um sie herum. Wo sind wir? In ihm, Matt, im Torvaderun. Gefangen? Tobias wiegte zögerlich den Kopf werden sie uns finden, da kannst du drauf wetten. Von wem sprichst du? Tobias holte Tiefluft und sagte dann, die Lebensfunktionen des Torvaderun sind jeweils durch ein bestimmtes Element oder ein bestimmtes Wesen verkörpert. Diese Spinne, die dich mit ihrem Gift eingeschläfert hat, das ist sein Ernährungs- und Verdauungssystem. Eine Gänsehaut überzog Mets Arme. Ja, ich erinnere mich schwach an eine Gestalt, Beine. Das Immunsystem ist ein Heer von Riesenmücken und die Blitze am Himmel könnten seine Muskeln sein oder irgend sowas. Dann hat er ganz sicher auch ein Herz, ein Herz, das wir finden und vernichten können. Tobias dämpfte die Begeisterung seines Freundes. Ich habe es schon gesehen, es ist ein Mobile aus Stahl, das sich in der Luft dreht, wenn man es aus seiner Holz Schatulle holt, aber wir können da nicht ran. Warum denn nicht? Es ist ziemlich weit weg von hier und die Mücken überwachen die Gegend, hat keinen Sinn. Und das Gehirn? Hast du das auch gesehen? Tobias verzog das Gesicht. Ja. Und? Wie sieht es aus? Ist es verwundbar? Ich denke nicht, vergiss es. Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Mach ich doch gar nicht, es wäre nur Zeitverschwendung. Wir müssen hier weg, das ist alles. Aber wir haben die einmalige Chance, den Torvaderon unschädlich zu machen. Die müssen wir nutzen. Wir haben vor allem eine Chance, hier lebend rauszukommen, erwiderte Tobias trocken. Nutzen wir die Gelegenheit zu fliehen, das würde mir schon reichen. Ich will nicht als immer wieder zum Höhleneingang hinüber. Hast du einen Plan? fragte er. Wir werden dort hinausgehen, wo wir auch hereingekommen sind, durch die Partie, die ihm als Magen dient, aber vorher müssen wir noch ein paar Leute befreien. Wir sind nicht allein hier? Nein, Franklin ist auch da, der Weitwanderer, der mit uns auf der Carmichael-Insel war, einige andere Pants und Colin. dieser Verräter? Im Augenblick ist er ein Opfer, wie wir alle. Komm, wir müssen die Mücken beobachten und einen Weg austüfteln, wie wir in die Höhle dieser Bestie gelangen können. Tobias und Matt krochen an den Rand ihres Unterschlupfs und betrachteten die Armee von Mücken, die mit ihren Rüssel-Scheinwerfern die Gegend absuchten. Wenn wir schnell sind und so oft wie möglich in Deckung gehen, können wir es schaffen, meinte Tobias. Du scheinst diesen Ort und seine Bewohner gut zu kennen. War es eine harte Zeit? Tobias Blick verdunkelte sich. Es war ein einziger Albtraum. Ich bin froh, dass du da bist. Ich wollte dich suchen, weißt du? Ich wollte dich da rausholen, um jeden Preis, auch wenn ich dabei drauf gehe. Aber die Dinge sind nicht so gelaufen wie gedacht. Jetzt bist du ja da, und nur das zählt für mich. Los, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es bis zum nächsten Hügel, bevor diese beiden Mücken da oben wieder in unsere Richtung fliegen. Tobias führte Matt zu der von Spinnenfäden überzogenen Gittertür. Als er anfangen wollte, die klebrige Substanz weg zu feilen, schob ihn Matt kurz entschlossen zur Seite und zertrümmerte das Hindernis mit einem kräftigen Schwerthieb. Die Gefangenen in der Höhle stöhnten vor Schreck auf. Kommt, befahl Tobias leise, kommt alle mit, wir fliehen, wir verlassen diese grauenhafte Welt. Colin erschien als erster. Stimmt das? Bringt ihr uns hier raus? Du hättest es verdient, hier zu bleiben, sagte eine Stimme hinter dem pickligen Jung. Colin eilte rasch hinaus, bevor man ihn wieder zurückstieß. Ihm folgten ein halbes Dutzend Paans, Mädchen und Jungen verschiedenen Alters. Gibt es gar keine Erwachsenen? fragte Matt verwundert. Nein, ich habe auch nie welche gesehen. Er jagt dich, Matt, einen Pan, und ich nehme an, dass er nur Kinder in sich aufgesogen hat. Hast du herausgefunden, warum er mich unbedingt haben will? Tobias schluckte mühsam und war froh, dass sein Gesicht im Dunkeln nicht zu erkennen war, als er seinen Freund anlog. Keine Ahnung. Hastig setzte er sich an die Spitze des Grüppchens und führte die Pans zum Ausgang. Lauft nicht auseinander, befahl er. Wir müssen zusammenbleiben. Eine zweite Chance bekommen wir nicht. Für mich gibt es nur die Flucht oder den Tod, sagte von einem Fels zum nächsten, von einer Nische zum nächsten, von Schatten zu Schatten, geleitet nur von dem grauen Schimmer des Himmels und den Blitzen, die immer schneller aufeinander folgten, bis die tote Landschaft schließlich wie von einem Stroboskop erhellt schien. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Torvaderon, warnte Tobias. Diese ganze Spannung in der Luft und diese Blitze, da ist was im Busch. Es Der Himmel ist sowas wie die Grenze des Torvaderon, wie das Tuch, das seinen Leib umgibt. Ich habe den Eindruck, dass er mit irgendetwas in der Außenwelt kämpft. Schließlich erreichten sie das runde Loch, das den Eingang zum Magen des Torvaderon bildete. Wie kommen wir da hoch? fragte Franklin. Ich erinnere mich an eine Art endlose Rutsche. Da können wir Wenn es sich wirklich um einen Magen handelt, dann müssen wir ihn einfach dazu bringen, uns auszuspucken. Matt warf seinem Freund einen bewundernden Blick zu. Noch nie hatte er ihn so entschlossen gesehen. Tobias musste verdammt viel Angst gehabt haben, um auf solche kühnen Ideen zu verfallen. Da fuhr eine Windböe vom Himmel herab, und bevor sie begriffen, wie ihnen geschah, sausten zwei Mücken heran, packten je einen Pan und trugen ihn weg. Die beiden Jugendlichen schlugen und traten die Insekten mit einer Heftigkeit, die von ihrem wiedererwachten Lebenswillen zeugte. Gnadenlos bohrten die Mücken ihnen den spitzen Stachel in den Leib und saugten ihr Blut aus, während ihre Opfer ein letztes Mal zuckten und dann erschlafften. Fünf weitere Mücken tauchten auf und Matt enthauptete die erste mit einem geschmeidigen wütenden Hieb. Tobias griff nach Steinen und schleuderte sie auf die Flügel. Nur ein Geschoss traf sein Ziel, zeigte aber keine Wirkung. Lauft, brüllte er, rennt in den Magen! Eine Mücke brummte mit dem Stachel voran auf ihn zu. Matt schlug ihr den Kopf ab und stieß sie mit dem Fuß beiseite. Die meisten Flüchtlinge waren bereits in die Höhle geschlüpft, als der Verschlinger mit einem gewaltigen Satz vor Tobias und Matt sprang und ihnen den Weg versperrte. Seine Vorderbeine hoben sich drohend in die Luft. Die beiden Pans warfen sich zu Boden. Der Verschlinger stürzte sich auf Matt, der seine Klinge tanzen ließ. Das Monster haschte von allen Seiten mit seinen langen Beinen nach ihm. Tobias wollte ihm zu Hilfe eilen, wurde im selben Moment aber von einer weiteren Mücke attackiert und hechtete zur Seite. Matt versuchte erfolglos dem Monster die Beine abzuhacken. Während er den Tritten auswich, merkte er, dass die Spinne nicht wirklich angriff. Lag es an den Verletzungen, die Tobias ihr zugefügt hatte? Nein, sie zwang ihn rückwärts zu gehen. Matt hielt sie mit mehreren entschlossenen Schwerthieben gerade lange genug auf Abstand, um einen Blick über die Schulter zu werfen. Ein Mann, der einen weiten schwarzen Umhang mit Kapuze trug, rannte auf ihn zu. Matt blieb keine Wahl mehr. Er setzte alles auf eine Karte und ging zum Angriff über. Mit einem Satz sprang er zwischen die bedrohlichen Vorderbeine, ignorierte die ausgefahrenen Kieferklauen, die über seinem Kopf zuschnappten und holte aus. Die Klinge pfiff durch die Luft und drang dicht unter den Augen der Spinne in ihren Leib. Matt spürte den Widerstand des Panzers und mobilisierte seine ganze Kraft, um das Schwert noch weiter hinein zu stoßen. Der Stahl erreichte die Höhe gerissen wurde und sein Gewicht die Klinge noch tiefer in das Fleisch trieb. Als die Spinne wieder zu Boden fiel, zog Matt seine Waffe heraus und rollte zur Seite. Der Verschlinger stieß einen gellenden Schrei aus. Tobias hatte die Mücke abgewehrt, indem er ihr mit einem präzisen Steinwurf ein Auge zerschossen hatte. Aber schon surrte die Nächste heran. Aus den Augenwinkeln sah er die Spinne wanken. Plötzlich setzte das Summen der Mücke aus. Matt hatte sie in zwei Hälften geschlagen. Da erblickte er den Mann, der auf ihn zurannte. Tobias schubste Matt auf die Höhlenöffnung zu. Er musste ihn unbedingt von dieser schrecklichen Gestalt ablenken. Die anderen Pans warteten ängstlich. Colin hat versucht, den Schlauch hochzuklettern, aber das ist unmöglich. Das Ding ist viel zu glitschig, rief Franklin. Der Magen muss uns ausspeien, entgegnete Tobias. Lasst uns ein saures Aufstoßen provozieren, springt auf und ab, los, alle springen. Die ganze Höhle bebte von den Sprüngen der Pans. Bist du sicher, dass das funktioniert? fragte Matt. Mein Vater musste ständig sauer aufstoßen, dadurch hatte er Mundgeruch, wir müssen diesen Magen quälen und ihn damit zwingen, uns loszuwerden. Da wüsste ich eine sehr wirkungsvolle Methode, meinte Matt und hob sein Schwert. In diesem Augenblick fiel ein Schatten auf ihn. Der Mann stand am Eingang. Matt! Das Kind! Matt! brüllte er. Matt erstarrte. Diese Stimme! Du gehörst mir! schrie der Mann und lief auf sie zu. Matt konnte sich nicht rühren. Das ist unmöglich. Tobias riss ihm das Schwert aus der Hand und bohrte es tief in den weichen Boden. Die Wände erzitterten und zogen sich plötzlich zusammen. Die Öffnung schrumpfte, der Höhlenboden verhärtete sich und der Raum wurde immer kleiner. Dann wurden die Pans wie von einem Trampolin in den engen Schlauch hinauf befördert, durch den Im Sturmgewitter Das Unwetter war urplötzlich über die Festung der Zynix hereingebrochen. Der ganze Pass der Wölfe verschwand auf einmal unter den Wassermassen. Unzählige Blitze fuhren herab, zerfetzten die Baumwipfel, schlugen in einen Turm ein und töteten den Soldaten, der zu seinem Pech dort Wache hielt. Die Zynix eilten ins schützende Festungsinnere. Wer es nicht rechtzeitig zu den Treppenhäusern schaffte, wurde von den Fluten erfasst, die nach und nach die unteren Stockwerke überschwemmten. Amber und Chen kauerten immer noch auf der Zinne, auf die sie geklettert waren. Amber war der Ohnmacht nahe. Sie hatte sich völlig verausgabt, um Matt hochzuheben und konzentrierte jetzt ihre letzte Energie auf die schwarze Gestalt, die unten an der Mauer schwebte. Der Tor war Deron, das Monster, das Matt verschlungen hatte. Amber hielt es mit der Kraft ihrer Alteration dort fest, wo es war. Sie wusste, dass der Tor Deron sofort im Wald verschwinden würde, wenn sie ihn losließe, und dann würde sie weder ihn noch Matt je wiedersehen. Verzweifelt klammerte sie sich an die Hoffnung, an die sie bislang nicht so recht geglaubt hatte. Tobias und nun Matt waren vielleicht nicht tot, sondern nur gefangen in diesem seltsamen Tuch, in einer anderen Welt. Vielleicht bestand noch die Chance, ihre Freunde zu retten. Und dieser Gedanke half ihr durchzuhalten, trotz des Schwindelgefühls, trotz der Schmerzen, die ihr schier den Kopf zerrissen. Wenn sie fest an Matt und Tobias dachte, konnte sie bei Bewusstsein bleiben. Kaum hatte der Torvaderon begriffen, dass er von einer unsichtbaren Kraft gefangen gehalten wurde, war das unwetterlos ausgebrochen. Die Blitze schlugen auf gut Glück ein, um ihren Herrn und Meister zu befreien. Es war ihm gelungen, Matt zu überraschen, indem er sich ohne seine Späher fortbewegt hatte, doch jetzt hätte er seine Leibgarde gut gebrauchen können. Ben, Horace und Tanja waren aus dem Wald herbeigelaufen und versuchten, den Torvaderon einzukreisen und mit ihren armseligen Waffen zurückzuhalten. Sie Plötzlich wuchs aus der Mitte des schwarzen Tuchs ein gespenstischer Schädel hervor, ein Totenkopf mit breiter Stirn, vorstehenden Kiefern und bedrohlichen Augenhöhlen. Der Mund klappte auf, als wolle er schreien, und mit einem Rascheln kamen mehrere Gestalten zum Vorschein, die verschreckt aus der Finsternis glitten. Tanja spannte ihren Bogen und zielte auf die Erste, bemerkte aber im letzten Moment, dass es sich um einen Pan handelte. Als Tobias und Matt aus der Mundöffnung rollten, lief Ben auf sie zu. Matt, lauft weg von diesem Ding, wir haben es. Matt rappelte sich benommen auf. Lasst ihn, sagte er kraftlos, lasst ihn ziehen. Was, bist du verrückt? Es hat dich, es hat dich verschluckt. Matt schüttelte müde den Kopf. Er ist geschwächt, er wird fliehen, lasst ihn. Ben verstand gar nichts mehr. Er warf Tanja und Horace einen Blick zu, doch die zuckten auch nur ratlos mit den Schultern. Also wich er zurück und bedeutete ihren beiden Gefährten auf der Mauer, dass der Kampf vorüber war. Amber löste ihre mentalen Ketten und verlor das Gleichgewicht, Chen konnte sie gerade noch festhalten. Der Tovaderon flatterte im Wind und richtete sich vor den Jugendlichen auf. Matt hatte den Verschlinger, eine der Lebensfunktion des Wesens, schwer verletzt. Es hatte keine Kraft mehr, sich seine Beute zurückzuholen. Das Knochengesicht musterte Matt einen Augenblick lang, dann rauschte die wogende Gestalt blitzschnell zwischen den Felsen davon und verschwand im Wald. Der Sturm war so heftig, dass kein Wachposten mehr die Ebene beobachtete. Das Erscheinen der Pans und ihr Kampf mit dem Torvaderon waren vollkommen unbemerkt geblieben. Neil und Ben brachten die Neuankömmlinge in ihr Lager am Waldrand und betteten sie neben die Hunde. Matt ließ sich etwas abseits nieder. Tobias kniete sich neben ihn. Es tut mir leid, sagte er tief traurig. Du wusstest es, nicht wahr? Du hast ihn gesehen. Tobias brachte keinen Ton über die Lippen, er nickte nur. Das ist unmöglich, versuchte Matt sich einzureden. Das kann nicht er sein. Es war seine Stimme, sein Gesicht. Matt vergrub den Kopf zwischen den Armen. Er war verloren. Er war auf alles gefasst gewesen, nur nicht auf das. Die Seele des Torvaderon, sein Gehirn, besaß ein menschliches Gesicht, das seines Vaters. Ben und Tanja näherten sich. Amber und Chen sind oben auf der Mauer und Floyd ist immer noch auf der anderen Seite. Wir müssen etwas unternehmen, sagte Ben. Matt nickte. Er stand mühsam auf. Ich klettere mit Tobias über die Mauer, erklärte er. Wie wollt ihr das anstellen? Das Unwetter wird nicht lange andauern. Das ist das Gefolge des Torvaderon, der Kreatur, die ihr soeben gesehen habt. Solange es noch donnert und blitzt, wird niemand unsere Klettertour bemerken. Der Tor? Woher weißt du das alles? fragte Tanja. Matt überging die Frage, packte seine Umhängetasche und steckte sein Schwert in die Scheide auf seinem Rücken. Er ging zu Plusch, um den Rucksack und den Bogen zu holen, die er überall hin mit geschleppt hatte und brachte sie Tobias. Meine Sachen, rief sein Freund überrascht. Ich wusste, dass ich dich früher oder später wiederfinden würde. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, Tobi. Tobias umarmte ihn und flüsterte ihm ins Ohr. Wir werden herauskriegen, warum dein Vater der Torvaderon ist. Dafür gibt es sicher eine Erklärung, okay? Matt nickte und sie marschierten auf den Festungsring zu, der das Tal abriegelte. Als sie am Fuß der Mauer angelangt waren, knurrtete Tobias ein dünnes Seil an einer Pfeilspitze fest. Ohne Ember würde es viel schwieriger sein, den Pfeil an die richtige Stelle zu lenken. Ich habe bewiesen, dass ich auch ohne sie klarkomme. Chen gab ihnen mit einem Handzeichen zu verstehen, dass die Luft rein war und Tobias ließ die Bogensehne los. Der Pfeil sauste so dicht an Chen vorbei, dass dieser nur zuzugreifen brauchte. Triumphierend hielt er den Pfeil hoch und band dann das Seil an einer Zinne fest, damit Matt seinen Aufstieg beginnen konnte. Ich habe genug Kraft, um mich hochzuziehen. Wenn ich oben bin, knotest du dir das Seil um die Hüfte und ich ziehe Die Blitze schlugen nun ein Stück entfernt ein und der Regen wurde langsam schwächer. Das Gewitter zog ab. Wir müssen uns beeilen, sagte Matt. Wo ist Amber? Ich habe sie in eine Ecke gelegt, gleich neben den Fässern da drüben. Sie ist bewusstlos. Sie hat dieses schwarze Tuch mit ihrer Alteration in Schach gehalten und dabei ihre ganze Energie ausgeschöpft. Matt und Tobias vergewisserten sich, dass kein Wachposten in der Nähe war und liefen schnell zu ihr. Matt drückte sie an sich. Amber, Amber, du musst wieder zu dir kommen, wir brauchen dich. Eindringlich sprach er auf sie ein und Tobias tat es ihm gleich. Embers Lieder bebten sachte. Schließlich öffnete sie langsam die Augen. Tobi? murmelte sie. Ja, ich bin's. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, ihr werdet verloren. Ein Tropfen rann ihr über das schöne Gesicht, doch Matt konnte nicht sagen, ob es der Regen oder eine Träne war. Geht's wieder einigermaßen? fragte er. Ich glaube schon, aber verlang nicht von mir meine Alteration zu nutzen. Ich glaube, das würde mich umbringen. Sie halfen ihr beim Aufstehen. Sie schien am Ende ihrer Kräfte. Wir müssen die anderen hereinlassen, sagte Matt. Kommt, wir gehen zum Tor hinunter. Unsere Mission ist noch nicht beendet. Scheideweg Die vier Eindringlinge schlichen in das Treppenhaus des nächstgelegenen Turms, der in den Bergfried hinüberführte. Lampen mit Tierfett verbreiteten einen rötlichen Schein und einen beißenden Geruch. Der Regen trommelte gegen die Spitzbogenfenster. Schnell, flüsterte Chen. Die Wachen können jeden Moment zu ihren Posten zurückkehren. Hast du die Armee der Mampfer irgendwo gesehen? fragte Matt besorgt. Nein, zumindest nicht auf dem Innenhof. Es wirkt alles ziemlich ruhig. Wenn du mich fragst, sind die Mampfer nur durchgezogen und haben keinen Halt eingelegt. Warum wollt ihr unbedingt die anderen hereinholen, wollte Tobias wissen. Ben und Horace kommen mit uns nach Süden, erwiderte Matt. Und Tanja wird die Burg aus Kundschaften und einen Angriffsplan für unsere Armee ausarbeiten. Unsere Armee? Die Armee von Eden. Die Armee der Pans. Uns bleibt keine Wahl. Wir werden in den Krieg gegen die Zynics ziehen. Wow, kaum bin ich mal ein paar Tage weg, herrscht das totale Chaos. Lange? Im Torvaderon verging die Zeit irgendwie gar nicht. Es wurde nie Tag und Essen gab es auch nicht. Ich sterbe vor Hunger, um ehrlich zu sein. Drei Wochen ohne zu essen? meinte Chen erstaunt, während sie die Treppe hinab stiegen. Das glaube ich nicht. Du müsstest total abgemagert sein. Das ist eine andere Welt. Unser Organismus war... Ich kann es nicht erklären. es war wie eine Art Winterschlaf. Wir brauchten gar nicht zu essen, aber pst, machte Chen. Von unten näherten sich schwere Schritte. Chen schob die anderen auf die erstbeste Tür zu und nachdem sie einen raschen Blick durch das Schlüsselloch geworfen hatten, traten sie in ein rundes Zimmer, in dem es nach Schweiß stank. Um zwei Tische waren Bänke aufgestellt, in einer Ecke lagerten Bierfässer. Eine kleine Pfütze schäumte noch auf den Fliesen, gleich unterhalb der Zapfhähne aus Holz. An den Deckenbalken hingen Schinken. Die vier Pans versteckten sich hastig hinter einem dicken Samtvorhang, doch der Zynik lief draußen vorbei, ohne anzuhalten. Als sie seine Schritte im Stockwerk über ihnen verhallen hörten, wurde Tobias zappelig. Entschuldigt mich, aber ich kann nicht länger widerstehen, rief er und schnitt sich eine dicke Scheibe Schinken ab. Chen lauschte im Treppenhaus und winkte sie zu sich. Die Spirale aus Treppenstufen schien kein Ende zu nehmen. Endlich gelangten sie in ein dunkles Vorzimmer. Auch hier standen Tische und Bänke nebeneinander, dazu gab es Thronen und ein Gestell für Lanzen. Offenbar ein Aufenthaltsraum für die Wächter. Zum Glück war er gerade leer. Die Tür da drüben dürfte ziemlich genau dahin führen, wo wir hin wollen, sagte Matt. Woher weißt du das? fragte Chen. Ich habe einen guten Orientierungssinn. Tatsächlich öffnete sich die Tür auf einen langen zehn Meter hohen Tunnel, der das gewaltige Tor in der Mauer mit dem Innenhof verband. Erwachsene in Rüstung Sie sind beschäftigt, jetzt oder nie, flüsterte Chen. Als sie in dem Tunnel standen, machte Amber sie auf zwei Fallgitter aufmerksam, die in die Decke eingelassen waren. Wir sollten auf keinen Fall zwischen diesen beiden Gittern gefangen werden. Chen zeigte auf eine Scharte über ihren Köpfen. Dort befindet sich bestimmt der Wachsaal mit den Winden für die Gitter. Keinen Laut jetzt! Sie tappten auf Zehenspitzen zum Tor. Dicke Ketten hielten die riesigen Baumstämme, mit denen die beiden Torflügel verriegelt waren. Die Vorrichtung schien von einem etwas höher gelegenen Raum aus gelenkt zu werden, indem man über eine kleine Treppe gelangte. Gesprächsfetzen drangen zu ihnen herab, und Schatten flackerten an der Wand. Wenn wir diesen Mechanismus betätigen, haben wir die halbe Befestung am Hals, murmelte Tobias. Die Ausfallpforte, sagte Amber. Mit klopfenden Herzen schlichen sie an der kleinen Treppe vorbei, bis zu der Pforte, einer kleinen, etwa zwei Meter hohen Tür, die in einen der riesigen Eisenflügel eingelassen war. Eine Kette mit Vorhängeschloss hing daran. Tobias zeigte auf zwei Schemel, die halb im Wasser standen. Normalerweise wird sie überwacht. Jetzt wird es kompliziert, meinte Chen, während er das Vorhängeschloss in den Händen wog. Wir können den Schlüssel nicht suchen, das ist zu riskant. Matt trat vor und steckte sein Messer zwischen zwei Glieder der Kette. Er wickelte sie um die Klinge und drückte auf den Griff seines Messers. Als eins der Glieder zersprang, halte das Geräusch laut von der Tunnelwand wieder. Chen und Tobias hielten den Atem an und spitzten die Ohren. Aber außer dem Knistern der Fackeln, die den Gang säumten, war nichts zu hören. Matt löste die Kette und legte sie ins Wasser. Sein Messer war zerbrochen. Amber zog die Pforte auf und lugte nach draußen. Zunächst sah sie niemanden. Dann tauchten Ben und Tanja hinter einem nahen Felsen auf. Horace, Neil und sieben Hunde folgten. Sie kochen durch das Gras an die Rampe heran und robbten die letzten Meter bis zum Tor auf dem Bauch. Als alle in der Festung waren, hängte Matt die Kette wieder sorgfältig an ihren alten Platz, als ob sie noch intakt wäre. Dabei stieß sie klirrend an die Pforte. Ein Wächter rief aus dem Zimmer über der Treppe. Sam, bist du das? Ja, alles in Ordnung, antwortete ein Erwachsener inmitten der Pans. Alle Jugendlichen zuckten zusammen und rückten instinktiv ein Stück von Horace ab. Da erinnerte sich Matt an die Fähigkeit des Jungen, seine Stimme zu verstellen und sein Gesicht zu verformen. Sie würden gleich wissen, ob seine Alteration eine wirkungsvolle Waffe war. Wenigstens pennt ihr nicht, rief der Wächter, rülpste laut und lachte hämisch. Matt gab Horace einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. Was macht Neil hier, flüsterte Amber. Ich komme mit, ich begleite euch in den Süden. Nein, setzte Matt an, das kommt nicht, ich bin der Vertreter des Rates von Eden, ich habe das Recht zu tun, was ich will, und ich komme mit, flüsterte Neil deutlich lauter als die anderen. Ben beugte sich zu Matt. Lass gut sein, er hat sich schon entschieden und seine Alteration könnte uns von Nutzen sein. Habt ihr Floyd irgendwo gesehen? fragte Tanja. Wenn er klug ist, dann ist er schon wieder durch das Fallgitter zurück zum Lager geschwommen, entgegnete Chen. Wir dürfen nicht hier bleiben, meldete sich Amber zu Sie liefen die Wand entlang bis zum Hof, den das Gewitter in einen Teich verwandelt hatte. Vor ihnen ragte der Bergfried auf. An der östlichen Fassade des imposanten Steingebäudes waren Holzgerüste angebracht. Der Festungsring, der die Anlage umschloss, wurde in regelmäßigen Abständen von Türmen unterschiedlicher Höhe und Breite unterbrochen. Matt erblickte ganz in der Nähe eine Scheune, die groß genug für ihre Hunde schien. Dann sah er die Stelle, ein langes niedriges Gebäude mit einem Schieferdach und daneben ein großes Bogentor. Das Fallgitter war hochgezogen. Die Öffnung schien zum Fluss und einer sandigen Piste zu führen. Da, unser Ausgang, sagte er. Tanja streckte ihm die Hand hin. Hier trennen sich unsere Wege. Wir helfen dir, das ist, braucht ihr nicht. Dann gehe ich durch die Pforte wieder raus. Allein bin ich unauffälliger als mit euch. Floyd wird alles vermerkt haben, was es über den Fluss zu wissen gibt. Eure Mission geht weiter mit. Neil wandte sich an Tanja. Wenn ihr dem Rat von Eden Bericht erstattet, vergesst nicht, ihnen zu sagen, dass ich die anderen begleitet habe, um das Entscheidungsorgan der Pans zu vertreten. Tanja tat, als hätte sie nichts gehört und wandte sich Tobias zu. Ich überlasse dir meine Hündin. Du wirst sie mehr brauchen als ich. Sie heißt Lady und mag es, wenn man sie am Abend gründlich striegelt. Pass gut auf sie auf. Tobias blickte die Hündin an, die ihn neugierig musterte. Er nickte und dankte Tanja. Nachdem sich alle voneinander am Fuß des Bergfrieds und verschwand in dem Gebäude. Matt bewunderte ihren Mut. Hoffentlich wird ihr dieser Schneid nicht zum Verhängnis. Mit Pfiff, Wachsamkeit, Geschick und einer guten Portion Glück konnte sie es schaffen. Dann würde sie hoffentlich ohne weitere Schwierigkeiten nach Eden zurückkehren, um den Pans bei den Kriegsvorbereitungen zu helfen. Die Zukunft der Kinder ruhte zum Teil auf den Schultern dieses Mädchens. Viel Glück, Tanja, das werden wir alle brauchen. Die Truppe war kleiner geworden. Jetzt begann eine ganz neue Reise, ins Reich der Zynix. Armbrust, Bogen und Genauigkeit. Ein leichter Nieselregen fiel auf die Festung. Die Fahnen der Zynix tropften, die Regenrinnen der Türme leerten sich nach und nach, die Laternen leuchteten durch die schmalen Fenster und die Wachsoldaten kamen langsam wieder nach draußen, um auf den Mauern zu patrouillieren. Matt wusste, dass sie es nicht länger aufschieben durften. Sie mussten los. Aber sie bildeten eine lange Karawane, sieben Pants und ebenso viele Hunde. Das machte die Aufgabe nicht unbedingt einfacher. Nachdem Matt den Hof und die möglichen Gefahrenquellen gründlich studiert hatte, kehrte er zu seinen Gefährten zurück, die sich in einem Winkel hinter ein paar Holzkisten verschanzt hatten. Wenn wir bis zu den Stellen kommen, schaffen wir es problemlos zu dem offenen Tor, sagte er. Momentan sind noch wenige Soldaten draußen. Wenn wir uns geschickt anstellen, können wir uns vorbeischleichen, sobald sie uns den Rücken zuwenden. Dummerweise sind zwei Zynics auf dem Wehrgang genau so postiert, dass sie den Weg zu den Stellen im Blick haben. Ich kann die Mauer raufklettern und einen überrumpeln, meinte Chen. Tobias hielt seinen Bogen hoch. Und mit Ambers Hilfe bringe ich den anderen zum Schweigen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich schon etwas beitragen kann, gestand Amber. Matt sah Tobias an. Der zuckte mit den Schultern. In dem Fall garantiere ich für nichts, sagte er. Start mich nicht so an, okay, ich übernehme das. In der Zwischenzeit führe ich den Rest zu den Stellen. Ihr kommt danach. Matt ging mit den beiden Jungen an den Rand des Hofes und zeigte ihnen die zwei Ziel Personen. Chen zog sich die Schuhe aus und knotete sie mit den Schnürsenkeln an seinem Gürtel fest. Dann begann er die Mauer hochzuklettern. Tobias suchte sich einen Winkel, in dem er nicht gesehen werden konnte, neben einem Wagen voll mit nassem Heu und steckte fünf Pfeile vor sich in die Erde. Wenn er auch nicht sehr genau schoss, so war er immerhin schnell. Irgendwie würde er den Mann schon treffen. Blieb nur zu hoffen, dass er es schaffte, bevor der Soldat Alarm schlug. Sobald Chen auf dem Wehrgang angelangt war, ging alles sehr schnell. Er wartete, bis der Zwischenzeit voll und ganz auf seine Zielperson konzentriert hatte, ließ die Bogensehne los. Der Pfeil surrte leise durch die Nacht und flog einen guten Meter am Wachposten vorbei. Wie durch ein Wunder bemerkte der Soldat es nicht einmal. Er schien vor sich hin zu dösen. Keine Sekunde später hatte Tobias schon einen weiteren Pfeil aufgelegt und abgeschossen. Dann einen dritten und kaum waren diese auf Höhe des Mannes angelangt, schoss er schon den vierten ab. Der Zynik begriff, dass irgendetwas vor sich ging, als der zweite Pfeil dicht unter ihm an der steinernen Brüstung abprallte. Aber er hatte keine Zeit, dem Geräusch auf den Grund zu gehen, da sich der dritte in seine Kehle bohrte und der vierte mitten in seiner Brust landete. Der Mann brach zusammen und rührte sich nicht mehr. Wahrscheinlich war er auf der Stelle tot gewesen. Tobias schüttelte seine Schuldgefühle ab und rannte zur Scheune. Die fünf anderen Pans und das Rudelhunde pirschten sich von Schatten zu Schatten und gelangten so zu den Stellen, ohne von den Patrouillen bemerkt zu werden. Sie drückten sich an dem Gebäude entlang und machten kurz vor der Öffnung in der Mauer Halt. Das Gitter war noch hochgezogen. Zwei Wächter standen davor. Sie stützten sich auf ihre Lanzen und plauderten miteinander. Offenbar rechneten sie nicht damit, dass zu dieser späten Stunde noch irgendjemand hinaus oder herein wollte. Matt und Horace zogen sich die Kapuzen ihrer Mäntel ins Gesicht und gingen zügig und entschlossen auf die Da sage ich zu ihm. Die beiden Wächter unterbrachen ihr Gespräch, um den Kollegen, die sie noch nicht erkannten, einen flüchtigen Blick zuzuwerfen. Da stürzte Matt sich auf den einen. Ein ungeheuerlicher Faustschlag zertrümmerte ihm den Schädel und beförderte ihn ein paar Meter weiter in den Schlamm. Horace schlug dem anderen mit seinem Wanderstab so heftig gegen die Schläfe, einen länglichen Bottich, der als Regentonne diente. Danach gab Matt den anderen per Handzeichen zu verstehen, dass der Weg frei war, und sie huschten unter dem Bogen hindurch. Chen und Tobias folgten als Letzter. Sie liefen durch einen dunklen Tunnel bis zu einer kleinen Pforte, die auf einen Anlegeplatz am Flussufer hinaus führte. Auf dem Brettersteg, der von zahlreichen Laternen ließ seine Kameraden in einen kleinen Graben. Die Hunde sprangen sogleich hinter drein. Ein gut zwanzig Meter langes Boot lag vor Anker. Es ähnelte einer chinesischen Dschunke. Floyd hat ein saftiges Durcheinander angerichtet, freute sich Chen, während er den Zynix bei der Arbeit zusah. Wir müssen warten, bis sie fertig sind, meinte Ben. Dann können wir an der Mauer entlang in den südlichen Teil Tageslicht sähe man uns aus mehreren hundert Metern Entfernung. Horace zeigte auf die Dschunke. Wir stehlen ihn einfach das Schiff. Damit kommen wir rasch voran, können uns darauf ausruhen und sind sicher, uns nicht zu verlaufen. Chen lachte auf. Dich hört man selten, aber wenn du mal den Mund aufmachst, dann lohnt es sich. Matt nickte. Horace hat recht. Wir nehmen wird bald bemerken, dass die Wächter am Fallgitter verschwunden sind. Tobias, du hast ein wenig Erfahrung im Umgang mit Schiffen. Du wirst uns zeigen, wie wir ablegen. Die Zyniks erledigten ihre Aufgabe binnen einer Stunde. Nachdem sie die Fässer zu kleinen Pyramiden aufgestapelt hatten, ließen sie die meisten Laternen und zwei Wachposten zurück und begaben sich schleunigst wieder ins Warme. Diesmal kümmerten Matt und Ben sich um den einen Soldaten, während Horace und Chen den Zweiten erschlugen. Der Weg war frei. Sie kletterten an Bord der Djunke und während Tobias sich mit dem Boot vertraut machte, lösten Matt, Ben und Chen die Leinen. Da ertönte ein lauter Schrei auf dem Wehrgang der Festung. Angriff! Angriff! Am Anleger! Vom Turm erschallte ein Horn und kurz darauf kamen etwa zehn Männer in Rüstung durch das Tor gerannt. Die Djunke hatte sich erst wenige Meter vom Ufer entfernt. Chen legte seine Doppelbogen Armbrust an und gab unmittelbar nacheinander zwei Schüsse ab. Einer der vorderen Zynix brach zusammen, als ein Bolzen ihn in den Oberschenkel traf. Die Männer blieben abrupt stehen. Bis sie Schwindigkeit eines trabenden Pferdes vom Steg weg. Chen hatte sofort nachgeladen und schoss erneut auf die Zynix, die wild gestikulierend auf den Anleger rannten. Dank der starken Strömung und des günstigen Windes war die Djunke schnell außer Reichweite und alle an Bord hörten die Zynix vor Wut brüllen. Die zackige Silhouette der Festung hob sich schwarz gegen den Blickfeld verschwand. Kurz vor Tagesanbruch vernahmen sie Hufgetrappel. Ein Reiter tauchte auf der Straße auf, die den Fluss entlang verlief. Er galoppierte Richtung Süden. Ein Bote, sagte Ben erschrocken. Er wird der nächsten Garnison mitteilen, dass wir kommen. Er darf sein Ziel nicht erreichen, rief Matt. Amber trat zu ihm. Sie hatte sich seit ihrer Abfahrt etwas ausgeruht. Er wird an uns vorbeikommen. Bei seinem Tempo hat er wenig zu befürchten, es sei denn, Tobias und ich kümmern uns darum. Bist du dazu in der Lage? Wir werden schon sehen. Der Reiter kam näher. Ihr habt nur einen einzigen Schuss. Konzentriere dich gut. Tobias lehnte sich gegen die Reling und hielt die Luft an. Amber hatte den Behälter mit den Käfern geöffnet. Du solltest sie nicht benutzen, sagte Matt besorgt. Du stirbst noch vor Erschöpfung, wenn du so weitermachst. Amber schob ihn beiseite und konzentrierte sich. Der Reiter war jetzt auf ihrer Höhe angelangt. In vollem Galopp würde er gleich vorbeigeritten sein. Da feuerte Tobias seinen Pfeil ab. Das Geschoss nahm zwar die richtige Flugbahn, aber der Reiter war so schnell, dass beendete seinen Irrenflug im Nacken des Soldaten, der wankte und dann aus dem Sattel kippte. Sein Pferd galoppierte ungerührt weiter. Alle an Bord beglückwünschten Tobias, der nur traurig die Achseln zuckte. Das ist schon der zweite Mensch, den ich heute umbringe, sagte er. Amber war leichenblass und klammerte sich am Mast fest. Matt fing sie auf, bevor sie zusammenbrach und trug sie zum Heck, um sie auf einen Schlafsack zu legen. Er hatte Angst um sie. Was, wenn sie sich irgendwann nicht mehr von der Erschöpfung erholte? Vielleicht vervielfachte das Garaher nicht nur die Alteration selbst, sondern auch die Folgen dieser Kraftanstrengung. Tobias stand wieder am Steuerruder. Ich werde sie im Auge behalten. Mach dir keine Sorgen, sagte er. Über dem Tal, das hier deutlich breiter war als auf der anderen Seite der Festung, ging die Sonne auf. Der blinde Wald rückte immer weiter in die Ferne. Sie hatten den Pass der Wölfe hinter sich gelassen und waren jetzt zweifellos im Reich der Königin. Neil erblickte das reiterlose Pferd, das friedlich auf einer Wiese graste und fragte, diese Sandpiste Fluss sind, der durch Babylon fließt, die Hauptstadt der Zyniks, meinte Matt. Dann müssen wir rechtzeitig runter vom Schiff und die Stadt umgehen. Wir werden ja wohl nicht gerade wegs in die Höhle des Löwen fahren. Doch, erwiderte Matt, so kommen wir am schnellsten nach Wirtlandais. Wir segeln bis Henoch, die Stadt vor dem Gebiet, in dem Alronz lebt. Das ist lebensmüde. Die Zyniks werden uns verhaften. Nicht, wenn wir uns als Erwachsene ausgeben. Wenn sie keine anderen Reiter als den ausschicken, den Tobias heute früh abgeschossen hat, werden sie keinen Verdacht schöpfen. Bald sind wir beim steinernen Testament, Leute. Matt kreuzte die Finger, um sich Mut zu wirken, als er eigentlich war. Immerhin, mit Tobias Rückkehr war die Gemeinschaft der drei wieder komplett. Jetzt konnte ihnen nichts mehr passieren. Matt sagte sich das mehrmals, als wolle er sich zwingen, daran zu glauben. Fluss abwärts Die Hunde kauerten sich am Bug der Dschunke dicht aneinander. Das Schiff glitt lautlos dahin. Alle schliefen, um sich von den aufwühlenden Ereignissen der Nacht zu erholen. Nur Tobias, der am Ruder stand, und Matt, der bei Ember saß, waren wach geblieben. Schließlich gesellte sich Matt zu seinem Freund. Das war nicht der Erste, sagte er. Ich weiß genau, dass dir die toten Zynics von heute Morgen keine Ruhe lassen. Nein, das waren nicht die Ersten, stimmte Tobias mit finsterer Miene zu. Vielleicht liegt da das Problem. Ich gewöhne mich nicht daran. Umso besser. Das macht dich zu selbst zu verwunden. Beim Einschlafen denke ich daran. Ich habe das ganze Blut vor Augen, den Blick meiner Gegner, in dem sich Angst und Ungläubigkeit mischen, und dann der Schmerz. Ich mag das auch nicht, und es ist jedes Mal schlimm. Aber es ist ein Krieg, Tobias, vergiss das nicht. Wenn du zögerst, wird der Zynik keine Nachsicht mit dir haben. Glaubst du, dass alle Kriege nur mit dem vernichtenden Sieg einer Seite enden können? Dass wir alle Erwachsenen auslöschen müssen, um wieder in Frieden zu leben? Matt seufzte tief. Ich weiß es nicht, Tobias. Ich weiß es wirklich nicht. Hoffentlich nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wohin das alles führt. Wenn eine Tierart anfängt, ihre eigenen Kinder zu verfolgen und zu töten, dann mühsam und blickte Matt in die Augen. Du denkst an deinen Torvaderon, nicht wahr? fragte er. Matt nickte wortlos. Vielleicht ist das nur eine Illusion, meinte Tobias. So eine Art Vater Morgana, die der Torvaderon fabriziert, um dich zweifeln zu lassen. Wenn das der Fall wäre, hätte er dir deinen Vater gezeigt, um auch dich zu manipulieren. Nein, ich Das war sein Gesicht, seine Stimme, ich habe sogar seinen Geruch wiedererkannt. Das war wirklich mein Vater. Es gibt keinen Zweifel. Was will er nur von dir? Er sprach davon, dich in sich aufzunehmen. Keine Ahnung. Das alles ergibt keinen Sinn. Plötzlich fuhr eine Windböe heran, und die beiden Jungen zuckten zusammen, beruhigten sich aber gleich wieder. Die Djunke glitt rascher dahin. Denkst du, er wird dich weiter verfolgen, nach dem, was heute Nacht passiert ist? Er ist so besessen, er wird sich garantiert wieder auf die Suche nach mir machen. Er ist verletzt, ich habe die Spinne getroffen. Vermutlich wird er eine Weile brauchen, um sich davon zu erholen, aber irgendwann geht das Ganze von vorne los. Oh Gott, Tobias, was soll er leicht anstupste, um das Boot vom sandigen Uferbereich wegzulenken. Auch er fragte sich, wie die ganze Geschichte zwischen Matt und dem Tovaderon enden würde. Dann dachte er an Tanja und Floyd. War es ihnen gelungen, die Festung auszukundschaften und den Rückweg nach Eden anzutreten? Tanja hatte die Aufregung, um ihre Flucht mit dem Schiff sicher nutzen können, um sich aus dem Staub zu machen, blieb nur zu hoffen, dass ihre Informationen der Armee der Pans helfen würden, die Festung durch eine List einzunehmen, denn eine Belagerung schien aussichtslos. Dazu mussten sie jedoch erst einmal heil nach Eden zurückkommen. Ich frage mich, ob es eine gute Idee war, Colin bei den anderen zu lassen, sagte er nachdenklich. Er ist zwar nicht bösartig, aber wenn er Angst hat, ist er zu allem fähig. Und könnte sie verraten, ja, ich weiß, worauf du anspielst, aber was hätten wir sonst tun sollen? Franklin hat gesehen, wozu er in der Lage ist. Er wird ihn im Auge behalten, beruhigte sich Tobias selbst. Hast du einen Plan, wie wir durch Babylon kommen? Matt biss sich auf die Lippe und schüttelte langsam den Kopf. Ich hätte da eine Idee, meinte Tobias. Horrors Alteration wird nicht ausreichen, um die Wachen in Babylon und Henoch zu täuschen. Wir brauchen die Hilfe eines echten Erwachsenen. Ich kenne einen. Ich denke, wir sollten uns an ihn wenden. Willst du in Babylon Halt machen? Ich fürchte, dass uns die Zynics ohnehin dazu zwingen werden. Unser Leben in die Hände eines das weißt du genauso gut wie ich. Das ist ein riskantes Spiel. Es kann uns das Leben kosten. Vertrau mir, dieser Zynik ist anders. Matt stützte das Kinn in die Hand und überlegte lange. Ich nehme an, dass uns nichts anderes übrig bleibt, seufzte er nach einer Weile. Der Wind fuhr erneut in das Segel, das sich knatternd spannte. Ihre Fahrt nahm eine Die Straße hingegen verlief direkt weiter nach Süden. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, an Bord zu bleiben? fragte Neil Matt. Die Zyniks benutzten dieses Schiff, oder? Sie müssen diesen Weg genommen haben. Das ist der einzige befahrbare Fluss. Nach wenigen Kilometern wurde das Tageslicht schwächer. Dickes braunes Moos bedeckte das Ufer, das Schilf war verschwunden. Stattdessen ragten stachelige Gewächse aus dem Wasser. Die Bäume waren über hundert Meter hoch. Über ihren Wipfeln sah man ihre großen Brüder im blinden Wald. In dieser abweisenden Dunkelheit war es unvorstellbar, dass dort oben auf über einem Kilometer Höhe eine andere Welt existierte, mit ihrer eigenen Fauna und ihren eigenen Völkern. Doch die Gemeinschaft der drei hatte sie mit eigenen Augen sich ein bequemes Nest und eine beeindruckende Flotte aus fliegenden Schiffen gebaut. Auf einmal ertönte ein seltsames Kreischen aus dem Wald des Inneren, ein schrilles Krächzen, das sich wiederholte und keinem der Tierlaute glich, die die Pans in der neuen Welt kennengelernt hatten. Es begleitete das Boot eine Weile lang, bevor es in der Ferne verklang. Mett sah Affen, oder zumindest Wesen, die Affen ähnelten, weit oben in den Ästen. Die Aussicht, eine weitere schlaflose Nacht verbringen zu müssen, um für die Sicherheit der Dschunke zu sorgen, war nicht gerade erfreulich. Er wusste nicht, wie lange er das noch durchhalten würde. Aber bevor sich der Himmel komplett verdüsterte, trat der Fluss aus dem Wald heraus und beschrieb eine Biegung nach Süden. Matt atmete auf. Sein Aufenthalt im Blindenwald vor anderthalb Monaten reichte ihm vollkommen. Beruhigt wagten sie es, zwei Tierfettlampen anzuzünden und Chen zog einige Vorratsbeutel aus einer Truhe. Schaut mal, was ich gefunden habe. Schinken, Pilze, Marmelade und sogar etwas Brot. Nach dem Abendessen, das ihnen wie ein Festmahl vorkam, löste Ben Tobias am Steuer ab. Der Weitwanderer hatte den Tag über viel geschlafen. Keine Spur von der Mampfer Armee? fragte er Tobias. Nein, keine Menschenseele weit und breit. Wie sieht diese Armee überhaupt aus? Haben sich die Mampfer und die Zynix jetzt verbündet? Scheint so. Wir haben sie am Eingang zum Pass der Wölfe gesehen. Die Armee zog nach Süden und sie wurde von berittenen Zynix angeführt. Ich nehme an, dass sie inzwischen in einem von Malrons Heerlagern angekommen ist. Komm, leg dich ein bisschen hin. Deine Augen sind schon ganz rot. Du kannst dich ja kaum noch aufrechthalten. Am nächsten Morgen glitt die Dschunke durch eine Hügellandschaft. Der blinde Wald war nur noch ein ferner schwarzer Streifen am nördlichen Horizont. Sie hatten es geschafft. Kurz nach Mittag jagte sich alle versteckten. Nur Horace blieb am Bug stehen und Ben hielt weiter das Steuer, das Gesicht unter seiner Kapuze verborgen. Sie kamen zu einem großen Steinhaus. Matt, der neben seinen Freunden unter der Plane lag, hörte Horace zwischen den Zähnen murmeln. Das ist eine Herberge. Die Straße und der Fluss laufen hier zusammen. Ich sehe einen Steg mit zwei Fischern. Wenn rührt ihr euch nicht und gebt kein Mucks von euch. Die Fischer riefen der Djunke etwas zu. Horace erwiderte den Gruß mit seiner Erwachsenen Stimme. Die Armee mobilisiert sich in Babylon, verkündete einer der Fischer. Wir bringen ihnen Bärenfälle, meinte Horace. Gerade ist eine Gruppe Soldaten hier abgestiegen. Sie ziehen nach Babylon, falls ihr euch den Weg ersparen wollt. Wir Erlösung naht. Die Königin wird uns leiten, sagte der zweite Fischer. Der andere fügte entschuldigend hinzu. Mein Kumpel und ich können nicht in die Schlacht ziehen, wegen unserer Beine, die sind ganz verkrümmt, aber wir sind in Gedanken bei euch. Könnt ihr die Soldaten vielleicht auf dem Schiff mitnehmen? Wir sind auch so schon überladen. Na dann, gute Fahrt. Horace Als Matt aus seinem Versteck kroch, wurde ihm klar, dass sie bei einer Routineinspektion sofort auflegen würden. Es gab einfach nicht genug Schlupfwinkel an Bord für sieben Riesenhunde und die Pans. Die Zynix würden sie sofort verhaften. Zwei Tage lang fuhren sie unbehelligt den Fluss hinab, dessen Wasser immer grüner wurde, je südlicher sie kamen. Amber hatte die ersten 48 Stunden ihrer Reise mit kleinen Unterbrechungen durchgeschlafen und war wieder in Topform. Seither trainierte sie ihre Alteration, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf kleine Gegenstände an Deck konzentrierte und dabei nur vorsichtig aus der Energie der Käfer schöpfte. Anfangs hatte sie mehrere Scheuerbürsten, Messer und Küchenwerkzeuge über Bord geschleudert, doch mittlerweile gelang es ihr schon ganz gut, den Kraftüberschuss in Gegenwart der Käfer zu dosieren. Neil hatte sich auf eine Taurolle gesetzt, um ihr zuzusehen. Er lächelte sanft, als wolle er Frieden mit ihr schließen. Gibst du ihn nie zu fressen? fragte er. Nein, am Anfang habe ich ihnen Blätter, Brotstücke und sogar Regenwürmer reingelegt, aber sie rühren nichts an, sie trinken und fressen nie. Wie können sie dann überleben? Ich denke, dass sie nur eine Hülle sind, eine Art Auffangbecken für die Energie, die ihnen Lebenskraft gibt. Und diese Energie, woher kommt die? Es ist dieselbe, die wir auch für unsere Alteration benutzen. Ich nehme an, dass es sich um eine Art Strom handelt, der alle Dinge im Universum verbindet. Ah, davon habe ich schon mal was gehört. Die dunkle Materie. Das sind Partikel, die es überall gibt, sogar in dem, was man die Leere nennt, im Weltall. Dann ist die Energie dieser Insekten vielleicht ein Konzentrat von dunkler Materie. Das würde die Hypothese von einer zornigen Erde stärken. Das ist deine Erklärung für den Sturm? Genau, eine Art gigantische chemisch-physikalische Reaktion auf unsere Exzesse, auf die Ausbeutung der Ressourcen unseres Planeten, auf unsere ganze Verschmutzung, die ihn zerstört hat. Die dunkle Materie hat demnach wie ein Antikörper reagiert und die Welt auf den Kopf gestellt und damit auch uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Materie entscheidet, wer überlebt und wer sich in Luft auflöst. Sie hat es sicher nicht bewusst entschieden. Die dunkle Materie wird vermutlich nur durch ein einziges Leibprinzip geprägt, das Leben verbreiten und im Gleichgewicht halten. Dieses Gleichgewicht hat sie nun wieder hergestellt und dafür gesorgt, dass das Leben sich weiter vermehren kann. Nur anders. Neil schien nicht überzeugt. Hm. Aber vielleicht haben die dunkle Materie und der Sturm gar nichts miteinander zu tun. Keine Ahnung, das sind alles nur Vermutungen. Auf jeden Fall scheinst du deine Alteration schon bestens im Griff zu haben. Glückwunsch. Ich arbeite daran. Neil blickte sie durchdringend an und dabei wurde ihr ganz unwohl. Amber packte ihre Sachen zusammen und gesellte sich zu ihren beiden Freunden, die am Bug saßen. Am Abend ließen sie gerade ein kleines Wäldchen hinter sich, als Tobias auf die Bank neben dem Steuerruder sprang. Mein Fernglas, schrie er und lief rasch zu seiner Tasche, um das Gerät hervorzuholen. Ich sehe ihn, den Turm des Unschuldstrinkers. Wir sind kurz vor Babylon, hinter diesem großen Hügel, Babylon. Die Stadt der Zynix. Eine Frage des Prinzips. Amber erschauerte vor Ekel, als sie die Silhouette von Babylon vor sich sah. Der Turm des Unschuldstrinkers, der über der alten Universität in die Höhe ragte, weckte böse Erinnerungen in ihr. Die Djunke näherte sich der Stadtmauer. Links und rechts vom Fluss erhoben sich zwei Türme und ihre Ankunft war bereits von Soldaten bemerkt worden, die sie von dort oben beobachteten. Die Hunde lagen vorne. Matt, Chen, Neil und Tobias hatten sich unter der Plane versteckt. Ben und Amber, die alt genug aussahen, um als jugendliche Überläufer durchgehen zu können, standen neben Horace an Deck. Dessen Gesicht hatte eine verblüffende Verwandlung hinter sich. Seine Haut hatte sich gespannt und einen dünnen Bart zum Vorschein gebracht. Die Ränder um seine Augen und seine Stirn hatten sich plötzlich in Falten gelegt und erprobte leise, um eine passende Stimme zu finden. Er sah aus wie dreißig. Die vier Pans unter der Plane nutzten kleine Risse in dem wasserabweisenden Stoff, um die Umgebung im Auge zu behalten. Sie erhaschten einen Blick auf das riesige Feldlager, das die Stadt umgab. Hunderte von Zelten und ebenso viele Lagerfeuer, über denen Kochtöpfe hing, sowie tausende von Männern, die meisten von ihnen in Zivilkleidung. Eine von Malrons Armeen machte vor den Toren Babylons mobil. Das ist gar nicht gut für uns, murmelte Chen. Die Armee ist fast bereit, sie wird bald losziehen. Die Streitkräfte von Eden werden keine Zeit mehr haben, sich zu sammeln, um ihnen entgegen zu treten. Ein Zynik brüllte etwas von einem der beiden östlichen Kai an. Horace nickte zum Zeichen, das er verstanden hatte, rührte das Steuerruder jedoch nicht an. Was soll ich tun? zischte er. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, antwortete Ben. Sie werden uns sofort unter Beschuss nehmen, wenn wir nicht anhalten. Sobald wir einen Fuß auf den Kai setzen, fliegen wir auf, gab Amber zu bedenken. Nein, meldete sich Tobias dumpf unter der Plane zu Wort. Nicht, wenn uns ein Zynik hilft. Lasst mich in die Stadt gehen, ich hole uns ein. Man wird dich entdecken, erwiderte Amber. Ach was? In Babylon herrscht wegen der Armee da draußen und dem bevorstehenden Krieg bestimmt das totale Chaos. Außerdem bin ich schnell. Im schlimmsten Fall hänge ich meine Ember seufzte und warf Ben und Horace einen fragenden Blick zu. Letzterer zuckte die Achseln und sagte, uns bleibt sowieso kein anderer Ausweg. Dann such uns einen etwas abgelegenen Ankerplatz, kapitulierte Ember, damit Tobias unbemerkt an Land gehen kann. Das wird nicht leicht, meinte Ben, als sie in den Hafen von Babylon einfuhren. Die Kais waren überfüllt, die gesamte Flotte der Zynix lag hier vor Anker und an den Piers waren lange nagelneue Transportschiffe verteut, auf denen zahllose Hafenarbeiter umhereilten und die Last auf Ochsen, Esels und Pferdekarren packten. Schaut, was sie auf die Wagen laden, flüsterte Neil. Das sind Waffen und Rüstungen. Frisch aus den Schmieden der Königin, murmelte Matt. Ember zeigte auf eine freie Stelle zwischen zwei Schiffen. Bring uns dorthin, Horace. Diese beiden Segelschiffe sind groß genug, um uns vor den Blicken der Turmwächter zu schützen. Das gibt Tobias die Gelegenheit, unauffällig in den Straßen zu verschwinden. Kaum hatte die kleine Junke an der steinernen Pier angelegt, schlüpfte Tobias unter der Plane hervor, hievte sich an Land und mischte sich unter die Leute. Die Kapuze hatte er tief Wenn etwas schiefläuft, werde ich versuchen, den Feind so lange wie möglich hinzuhalten. Während die anderen die Flucht vorbereiten, deckst du mich mit deiner Armbrust, Jen, und du Niel, rennst los und durchtrennst die Tower. Die beiden Jungen nickten zögerlich. Der Plan trug nicht gerade zu ihrer Beruhigung bei. Da hörten sie Ben panisch flüstern. Horace, dein Gesicht, es zersetzt sich. Ich weiß, ich spüre es, ich muss aufpassen, dass mir die Gesichtszüge nicht entgleiten. So, ja, jetzt ist es besser. Ich muss mich nur konzentrieren. Sie warteten mehr als zehn Minuten und hielten nervös nach Tobias Ausschau. Plötzlich standen zwei Soldaten vor ihnen, die einen Mann in schwarz-roter Soutane flankierten. Er sah wie ein Priester aus. Seid ihr hier, Nachschub zu fassen? fragte er. Horace trat vor. Nein, wir haben einen neuen Auftrag, sagte er mit einer tiefen, rauen Stimme. Wir müssen diese Hunde zu unserer Königin bringen. Teufel aber auch sind die groß. Und die Waffenthron für den Pass der Wölfe, wann holt ihr die? Auf dem Rückweg. Aber das ist zu spät, so lautet der Befehl, den ich erhalten habe. Ich tue nur, was man mir sagt. Der Mann mit der Soutane wirkte verstimmt. Er musterte die beiden anderen Besatzungsmitglieder und stellte überrascht fest, wie jung sie waren. Das sind Verräter aus den Reihen der Pants, erklärte Horace sofort. Sie haben uns die Hunde geliefert. Ich soll sie ebenfalls nach Wirtland Dice bringen. Sind sie schon beim Ministerium gewesen? Nein, sagte Amber, die eine Falle witterte. Sie erinnerte sich, dass das Ministerium allen in Babylon registrierten Überläufern ein besonderes Armband verpasste. Diese Hunde sind der Beweis unseres guten Willens. Der Mann mit der Soutane schüttelte skeptisch den Kopf. Offensichtlich war er sehr auf Formalitäten erpicht. Sein Ton wurde aggressiver. Ich komme an Bord. Ich will euer Auftragsformular sehen. Sie haben keines, antwortete ein anderer Zynik hinter ihm. Der Mann mit der Soutane fuhr herum und sah einen alten Herrn vor sich. Hinter seinen Ohren ragten zwei weiße Haarbüschel hervor, seine Wangen waren hohl und auf seiner schmalen Nase saß eine dünne Es handelt sich um eine Mission unter meiner Führung, erläuterte Balthasar. Ich beliefere die Königin mit außergewöhnlichen Kreaturen. Sie kennen mich, nicht wahr? Ich handle mit Kuriositäten. Meine Verbindungen reichen bis zu unserer Festung im Norden. Unser spiritueller Berater Eric, möge er in Frieden ruhen, hat mich vor einiger Zeit gebeten, diese Riesenhunde für unsere Königin zu besorgen. Dann hat Eric Ihnen sicherlich einen Auftragsschein ausgestellt, den würde ich gerne sehen. So arbeite ich nicht. Bei mir gelten mündliche Absprachen. Ist das ein Problem? Soll ich einen Boten losschicken, um die Königin zu informieren, dass ihre Speziallieferung sich verspätet? Der Mann mit der Soutane ließ sich nicht einschüchtern. Sein Misstrauen schien sogar noch größer zu werden. Ohne Genehmigung des Ministeriums lasse ich in diesen Zeiten keines unserer Boote in den Süden fahren. Wenn ihr diesen Hafen verlassen wollt, dann nur mit einem Passierschein. Bis dahin bleibt diese Junke hier, und wenn ich bis morgen Abend kein offizielles Dokument auf meinem Schreibtisch liegen habe, beschlagnahme ich sie für unseren Waffentransport. Balthasar verbeugte sich. Er begriff, dass er nichts mehr Sobald Balthasar an Bord war, kam auch Tobias herbeigeeilt, und sie versammelten sich neben der Plane, damit alle zuhören konnten. Es tut mir leid, sagte der alte Mann. Da war nichts zu machen. Haben wir eine Chance, wenn wir versuchen, uns heute Nacht heimlich davon zu stehlen? fragte Amber. Nicht die geringste. Für die Soldaten auf den Türmen gilt die höchste Wachsamkeits Stufe. Seit die Mobilmachung begonnen hat, liegen die Nerven blank. Sie werden euch mit Pfeilen übersehen. Ohne Sondergenehmigung darf nachts kein Schiff mehr auslaufen, und tagsüber stehen die Chancen auch nicht besser. Sie lassen niemanden durch, der seine Durchfahrt nicht angemeldet hat. Also brauchen wir dieses Dokument des Ministeriums, folgerte Amber. Balthasar hob abwehrend die Hand. Das ist undenkbar. Ich habe gelogen und ich kann euch keines beschaffen. Ihr müsst schnell fliehen, und zwar ohne dieses Schiff. Gibt es keinen Weg, ein gefälschtes Dokument zu bekommen? Balthasar zögerte kurz und schüttelte dann den Kopf. Wieso habe ich den Eindruck, dass sie uns etwas verheimlichen? fragte Tobias. Der Alte seufzte. Ich habe euch schon einmal vor dieser Person gewarnt, sagte er widerwillig. Der Unschuldstrinker? stammelte Tobias geschockt. Ember lief es eiskalt über den Rücken. Er ist der Einzige, der ein offizielles Dokument fälschen könnte, gab Balthasar zu. Er ist nicht tot? fragte Tobias erstaunt. Nein, ich weiß, dass er beinahe gestorben wäre. Er hat allen erzählt, dass eine Gruppe von Kindern versucht hat, ihn umzubringen. So ein Dreckskerl, rief Tobias zornig. Wir holen uns diesen Passierschein, sagte Matt unter der Plane. Ich kann euch nur raten, euch vom Unschuldstrinker fernzuhalten. Wirklich, er, wir hatten bereits mit ihm zu tun, unterbrach Ember ihn. Wir wissen, wozu er in der Lage ist, aber wir müssen unsere Reise in den Süden fortsetzen. Balthasar musterte die Jugendlichen nachdenklich. Ist es so wichtig, wie es den Anschein hat? fragte er, als könne er ihre Gedanken lesen. Ja, antwortete Ember sanft. Gut, in diesem Fall dürft ihr nicht hier bleiben, das ist unklug. In einer Stunde ist es dunkel, wartet ein wenig und kommt dann zu meinem Laden. Er befindet sich an dem Platz, den ihr dort rüben seht. Bildet kleine Grüppchen, maximal drei Leute jeweils, damit ihr nicht auffällt. So könnt ihr wenigstens im Warmen schlafen. Balthasar verabschiedete sich, stieg wieder auf die Pier und verschwand in der Menschenmenge. Sie warteten, bis es Nacht wurde. Dann kamen die drei Pants unter der Plane hervor und schüttelten ihre steif gewordenen Beine aus. Der Weg ist frei, flüsterte Tobias. Wir können los. Horace und ich müssen kurz weg, verkündete Matt. Wozu? Ich habe einen Plan, wie wir an den Passierschein kommen können. Wartet in der Zwischenzeit hier. Wir sind bald wieder zurück. Und Balthasar? fragte Tobias. Er hat uns eingeladen, bei ihm zu übernachten und ich teile seine Meinung. Wir sind bei ihm besser aufgehoben als hier. Es hat keinen Zweck, das Risiko einzugehen, die ganze Stadt zu durchqueren. trat zu ihm. Mir gefällt es nicht, dass du ohne uns zum Unschuldstrinker gehst. Ich kenne ihn, er ist fürchterlich. Du hast deinen Teil der Arbeit schon erledigt, was ihn angeht. Jetzt bin ich dran. Sie packte ihn beim Handgelenk. Matt, gib ihm nichts, er wird alles zu seinem Vorteil verkehren. Andere Menschen zu manipulieren ist seine große Stärke. Er zwinkerte ihr Ich werde rächen, was er dir angetan hat. Ein alter Bekannter Matt erklärte Horace seinen Plan und sie liefen auf die Brücke zu, die den Fluss überspannte. Auf der anderen Seite erstreckte sich ein riesiger Park, in dem über mehrere Hektar die neugotischen Gebäude der alten Universität verteilt waren. Überall an den Fassaden und auf den Dächern flatterten die Fahnen der Zynix. Der schmale hohe Turm des Unschuldstrinkers ragte am Eingang des Stadtparks auf. Die Buntglas Fenster des Dachzimmers waren erleuchtet und sandten blaue, rote und violette Lichtschimmer in den schwarzen Himmel. Am Ende der Brücke wachte eine Gruppe von Soldaten und kontrollierte den Zugang zum gegenüberliegenden Ufer, wo das Ministerium der Königen lag. Als ein Wächter dem zügig marschierenden Duo den Weg verstellte, schlug Horace die Kapuze seines weiten Mantels nach hinten und machte eine Kopfbewegung zu Matt hin. Eine Lieferung für den Unschuldstrinker, sagte er mit seiner erwachsenen Stimme. Er packte Matt bei den Handgelenken und hob sie hoch, um das Seil zu zeigen, mit dem er gefesselt war. Gegenüber einem Erwachsenen seines Alters schöpfte der Wächter kein Verdacht und er winkte Horace mit einem hämischen Grinsen durch. Dein Gefangener dürfte eine böse Nacht vor sich haben. Die anderen Wachposten lachten dümmlich und Horace beeilte sich fortzukommen. Als sie sich dem Turm näherten, vergewisserte sich Matt, dass Horace wirklich bereit war. Bist du sehr nervös? Ja, meine Hände sind ganz feucht. Alles wird gut. Gott, dieser Typ ist niemand, der sich mit Hunderten von Leibwächtern umgibt. Er hat gern seine Ruhe. Ich habe nur das lange Messer, das Ben mir zugesteckt hat, und ich gebe zu, dass ich damit nicht umgehen kann. Falls die Sache aus dem Ruder läuft, bin ich. Lass mich nur machen. Gib mir Deckung, falls es sein muss, und vertraue dir. Ich habe in es kommt auf das richtige Timing an. Wenn ich dir das Zeichen gebe, nicht früher. Horace atmete tief durch, um sich Mut zu machen und packte dann den großen Türklopfer, um ihre Ankunft anzukündigen. Sie warteten eine lange Minute, bis ein Jugendlicher mit hässlichem Gesicht und einer furchtbaren Stupsnase ihnen öffnete. Ich habe ein Geschenk für den Unschulztrinker, sagte Horace und zeigte auf Matt. Tut mir leid, es ist spät, um diese Zeit will er nicht gestört werden. Kommen Sie morgen früh wieder vorbei. Horace stellte rasch den Fuß in die Tür, bevor der Junge sie schließen konnte. Ich möchte jetzt zu ihm. Es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Geschenk. Sag ihm, dass ich ihm den Burschen bringe, der ihn erniedrigt hat. Der Junge mit dem Schweinsgesicht zögerte. Dann ließ er sie herein. Ich werde ihn fragen, sagte er. Warten Sie hier, aber Sie müssen versprechen, kein Theater zu machen, wenn er das Gesuch ablehnt. Diesmal mussten sie nicht lange warten. Der Junge stürzte die Treppe herab, als würde er vom Teufel persönlich verfolgt. Völlig außer Atem verkündete er ihnen, mein Herr wird sie empfangen, folgen sie mir. Nach einem ermüdenden Aufstieg gelangten sie in die oberste Etage des Turms, durchquerten ein mit buntem Samt ausgelegtes Vorzimmer und traten in einen Salon mit dunkler Holztäfelung. Vor den sechs Meter hohen Buntglas Fenstern standen mehrarmige Kerzenleuchter und erhellten den Raum. Der Unschuldstrinker saß an seinem Schreibtisch aus Birnbaumholz, auf dem eine Feder und ein Tintenfass bereit lagen. Er hatte die Finger verschränkt und hielt den Kopf geneigt, doch sein kleiner weißer Schnurrbart, die eng beieinander liegenden Augen, sein hagerer Hals, einfach alles an ihm bebte vor Erregung. Als er Matt sah, glühten seine Augen auf. Noch bevor Horace sich vorstellen konnte, schrie er, Wie viel willst du? Wie bitte? Für deinen Gefangenen, wie viel willst du für ihn? Außer dem schweinsgesichtigen Jugendlichen befand sich noch ein weiterer Diener des Unschuldstrinkers im Raum. Er stand im Schatten, so dass Matt ihn nicht erkennen konnte. Er sah nur eine kompakte Gestalt. Haben ihn etwa seine schlechten Erfahrungen mit uns dazu veranlasst, sich einen Leibwächter anzuschaffen? Wo hast du ihn gefunden? Am Pass der Wölfe, wo ich patrouliere, antwortete Horace. War er allein? War er nicht in Begleitung eines wunderschönen Mädchens und eines schwarzhäutigen Jungen? Nein, er war allein. Schade! Der Unschuldstrinker wedelte mit der Hand und der Hühne trat aus dem Schatten. Eine Naturgewalt. Das war nicht vorgesehen. Die Dinge verkomplizierten sich. Egal, jetzt ist es zu spät für einen Rückzieher. Der Unschuldstrinker hielt seinem Leibwächter einen Lederbeutel hin, den dieser an Horace weitergab. Wie heißt du? fragte der Herr des Hauses, damit ich weiß, wem ich dieses unverhoffte Geschenk verdanke. Horace. Nun, Horace, lass dir gesagt sein, dass ich dir die vierfache Summe gebe, wenn du seine beiden Komplizen findest. Und du? Was ist mit deinem Gesicht los? Hast du eine Krankheit? Horace wich einen Schritt zurück und wandte sich ab, um sein Gesicht zu sortieren. Doch der Unschuldstrinker brüllte bereits, Phil, schnapp dir dieses Gewürm! Der Hühner versuchte, Horace am Mantelkragen zu packen, aber Horace duckte sich noch rechtzeitig weg, und Matt schrie, jetzt! Horace ließ seinen Mantel fallen und enthüllte Matt's Schwert, das er darunter verborgen hatte. Matt streckte die Arme aus und zog mit aller Kraft. Seine nur lose geknüpften Fesseln knirschten und rissen in zwei. Das Schweinsgesicht warf sich auf ihn und handelte sich damit einen gewaltigen Faustschlag ein. Sein Nasenbein knackte und der Junge kippte bewusstlos um. Matt fing das Schwert auf, das Horace ihm zuwarf und stürzte sich auf den Leibwächter, der ein großes Silbertablett packte und das Teser wies aus Kristall, das darauf stand, beiseite schleuderte. Matt holte aus, um das Tablett zu zertrümmern, aber der Koloss war schneller. Er preschte mit dem Tablett, das er wie ein Schutzschild vor sich hielt, und drückte ihn gegen die Wand. Mets Schwert klemmte zwischen ihm und das von der Anstrengung verzerrte Gesicht des Leibwächters war dicht vor seinem, die Adern und Sehnen in dem bulligen Hals traten deutlich hervor. Mit seiner freien Hand verpasste Matt dem Mann eine knallharte Linke gegen die Schläfe, doch der schien den Hieb nicht einmal zu spüren, so berauscht war er von dem Gedanken, die Fliege zu zerquetschen, die es wagte, ihn anzugreifen. Matt gab nicht auf und schlug weiter auf den Riesen ein, ohne nennenswertes Ergebnis. Der Koloss reagierte nicht und vor Mets Augen begann es zu flimmern. Das Blut stieg ihm in den Kopf, lange würde er nicht mehr durchhalten. Da sprang Horace auf den Rücken des Hühnen und trommelte mit den Fäusten auf ihn ein. Matt holte zu seiner letzten linken Geraden aus. Er schlug so fest zu, dass die Kiefer des Zynics mit einem grässlichen Knirschen aus den Gelenken sprang. Der Mann wankte und fiel dann hinten über auf einen Stuhl, der in tausend Stücke zerbrach. Matt kniete sich mit einem Bein auf den Boden, um Luft zu holen und stützte sich auf sein Schwert. Der »Jetzt werden Sie uns einen wertvollen Dienst erweisen«, sagte er keuchend. Der Unschuldstrinker drückte seinen Siegelring in das heiße Wachs und hielt Matt den Brief hin. »Bitteschön, hiermit könnt ihr die Stadt jederzeit verlassen, sogar noch heute Nacht. Seine Hand zitterte. Matt nahm das Dokument und starrte den Mann an, der vor Angst schlotterte. Beim letzten Mal hatte er wie durch ein Wunder überlebt, aber offenbar war er nicht sicher, dass diese zweite Begegnung glimpflich für ihn ausgehen würde. »Stellen Sie mir noch eine andere aus, für die hohen Schleusen. »Henock?« stieß der Mann hervor und einen Augenblick lang war seine Neugierde stärker als die Furcht. »Was habt ihr vor? Warum um alles in der Welt wollt ihr in das Gebiet der Königin? Sie stellen hier nicht die Fragen. Los, tun sie, was ich sage. Der Unschuldstrinker zuckte zusammen und verfasste eilig das zweite Dokument. Horace hatte unterdessen die beiden Gehilfen des Unschuldstrinkers gefesselt und fragte Matt. Was machen wir jetzt? Wir könnten sie aus dem Fenster werfen. Das wäre spektakulär, aber nicht sehr diskret. Diese Herren werden die Treppen bis in den Keller hinunterrollen. Dort sperren wir sie ein. Es wird sicher eine Weile dauern, bis sie jemand findet. Außer dieser Typ hat Freunde, die sich solche Sorgen um ihn machen, dass sie nachschauen kommen. Hat er keine? Tja, dann wende die Knoten ja richtig fest. Aber du willst sie verschonen? Matt musterte Horace mit eisigem Blick, so eisig, dass er Horace unter die Haut ging. Willst du so enden wie sie? Als grausamer herzloser Zynik? Wir hilf mir den da zu fesseln und sie die Treppe hinunter zu buxieren. Sie rollten die drei Gefangenen, die bei jeder Stufe stöhnten, die Treppe hinab. Matt fand ein lang gezogenes Keller Gewölbe, in dem es nach Mode erroch. Mit einer Kerze in der Hand kniete er sich neben den Unschuldstrinker. Wenn sie uns Probleme machen, werde ich zurückkommen, das schwöre ich, und dann schneide ich ihnen die Hände, die Füße und die Zunge ab, ist das klar? Der Zynik nickte und röchelte vor Entsetzen hinter seinem Knebel. Und das, fügte Matt hinzu, ist für das, was sie Ember angetan haben. Daraufhin verpasste er ihm einen heftigen Tritt in die Weichteile. Der Unschuldstrinker gab ein ersticktes Brüllen von sich und krümmte sich in der Lache seines eigenen befohlen habe, am nächsten Morgen wieder zu kommen, nachdem er sie eine Stunde lang habe warten lassen. Etwa hundert Meter von der Djunke entfernt begriff Matt, irgendetwas vorgefallen sein musste. Ihr Boot war von Soldaten umstellt. Er stieß Horace in eine dunkle Gasse. Sie sind erwischt worden. Ember, Tobias und die anderen. Horace lugte um die Ecke. Nein, warte, sie Das wäre Selbstmord. Beim ersten Schrei hätten wir die ganze Miliz von Babylon am Hals. Komm, ich will mir das aus der Nähe anschauen. Matt und Horace nahmen eine Gasse, die parallel zum Uferweg verlief und gelangten so bis auf die Höhe der Soldaten. Matt schlich sich vorsichtig an und kauerte sich hinter eine Regentonne. Die Soldaten waren ganz nah. Ein Offizier teilte Netze an die fragte ein mit einer langen Lanze bewaffneter Soldat. Tötet sie, geht kein Risiko ein. Unser Ziel sind die Kinder. Wenn unsere Informationen stimmen, sind auch welche unter der Plane. Los, auf eure Plätze. Matt spürte, wie ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken lief. Die Soldaten waren gut informiert. Das konnte nur eines bedeuten. Jemand hatte sie verraten. Vertrauen Matt rannte so schnell durch die finsteren Gassen von Babylon, dass Horace kaum hinterher kam. Wo willst du hin, Matt? Rede mit mir! Keine Antwort. Matt schien blind und taub vor Wut. Sie gelangten zu einem Platz unfern der Brücke und Matt lief auf ein Haus mit trübem Schaufenster zu. Balthasars Bazar stand in goldenen Lettern auf einem schwarzen Schild. Matt trat des Ladens, aus dem ein Lichtschimmer drang. Er war darauf gefasst, dort Zynix anzutreffen, vielleicht sogar ein paar ranghohe Beamte der Königin, aber das war ihm egal. Er war von solchem Zorn erfüllt, dass er glaubte, mit allem und jedem aufnehmen zu können, um den Verräter zu stellen. Mehrere Personen saßen in dem angenehmen warmen Raum um einen Tisch herum, sogar die Hunde drängten sich in der Küchen Nische. Ihr? stieß Matt hervor. Aber was ist mit dir los? fragte Amber. Du machst ein Gesicht, als hieltest du uns für Gespenster. Ich dachte, ihr seid auf dem Schiff? Tobias blickte schuldbewusst rein. Nein, ich dachte mir, dass es vielleicht doch klüger wäre, hier zu warten. Auf der Dschunkel hätte jederzeit jemand vorbeikommen und uns entdecken können. Matt zeigte mit der Schwertspitze auf Balthasar. Er hat uns verraten. Die Zynik sind in diesem Augenblick auf der Dschunke und sie wissen haargenau, was sie dort suchen. Sie wissen über alles Bescheid, die Hunde, unser Versteck unter der Plane, über alles. Alle Gesichter wandten sich mit einem Ruck dem alten Mann zu. Balthasar antwortete er. Wenn ich euch einmal Rons verraten hätte, wieso hätte ich dann die Soldaten zum Boot geschickt, wo ich euch doch hier erwartet habe. Außerdem hätte ich heute Nachmittag an der Pier mit dem Kontrolloffizier ausreichend Gelegenheit dazu gehabt. Das Argument saß. Alle entspannten sich. Moment mal, rief Tobias, die Zynik sind auf der Dschunke? Ich habe einen Zettel an Bord gelassen, um euch zu sagen, dass wir uns hier treffen. Matt und Amber blickten sich an. Wir müssen fliehen, schnell, sagte er. Und wohin? fragte Neil panisch. Der Fluss kommt jetzt nicht mehr in Frage und die Stadttore sind unüberwindbar. Noch dazu lagert eine ganze Armee von Zyniks vor der Stadt, fügte Chen hinzu. Matt postierte sich an der Hintertür und Horace und die Hunde mit bis in die Nähe der Junke. Versteckt euch gut, solange wir den Weg nicht freigemacht haben. Die anderen kommen mit mir, wir werden das Boot zurück erobern. Wenn sie Tobias Zettel gesehen haben, dürften sie inzwischen auf dem Weg hierher sein. Und Balthasar? fragte Tobias. Wir können ihn nicht hier lassen, er ist ihnen mehr als ausgeliefert. Matt musterte den Alten. Er schien jetzt viel weniger unheimlich als damals in seinem Laden in New York. Fast bemitleidenswert. War das eine List? Den Eindruck habe ich nicht. Ich bin es, der sich seit letztem Jahr verändert hat. Er kommt mit uns, in der Gruppe von Amber. Nein, wartet, sagte Balthasar. Ihr könnt die Stadt nicht auf dem Fluss verlassen. Die holte den Passierschein aus seiner Manteltasche. Ich habe den Wisch, den wir brauchen. Balthasar verzog das Gesicht. Der wachhabende Offizier muss ihn erhalten, bevor ihr versucht, an den Wachposten vorbeizukommen, wandte er ein. Ich kann ihn hinbringen, schlug Horace vor. Nein, entgegnete Balthasar. Das übernehme ich. Setzt eure Reise fort und was auch immer ihr vorhabt zu tun, tut es. Tobias bekam auf einmal Angst. Der Alte war ihm ans Herz gewachsen. Aber die Zyniks werden irgendwann kapieren, was passiert ist, und dann verhaften sie sie. Balthasar fuhr Tobias zärtlich übers Haar. Ein alter Mann wie ich fürchtet sich nicht vor dem Kerker. Und angesichts des Krieges, der sich abzeichnet, ist mir Heultaten. Er streckte Matt die Hand hin. Nun, junger Mann, wirst du mir vertrauen? Matt zögerte. Das Ganze ging viel zu schnell. Er hätte gern Zeit gehabt, alles gründlich zu überdenken. Aber er musste eine Entscheidung treffen. Jeden Augenblick konnten die Schergen der Königin aufkreuzen. Also biss er die Zähne zusammen und legte den Passierschein in Balthasars verrunzelte Hand. Matt schlich sich hinter einen Wagen, der herrenlos mitten auf der Pier stand. Drei Männer hielten vor der Djunke Wache. Chen glitt zwischen einem Transportschiff und der Pier ins Wasser und schwamm vom Fluss aus auf die Djunke zu, während Tobias, Ben und Matt so nah wie möglich zu den Wächtern aufrückten. Als sie sich auf weniger als zehn Meter genähert hatten, Stelle tot. Chen tauchte im Rücken der Soldaten auf und erledigte den Zweiten mit seiner Armbrust. Matt und Ben stürzten sich auf den Dritten, der unter den Schwert und Axt Hieben starb, bevor er begriffen hatte, was vor sich ging. Amber eilte mit den anderen herbei und sie legten hastig ab. Lautlos glitt die Djunke zwischen den mit Waffen und Rüstung beladenen Schiffen dahin. Wenn wir nur ein paar dieser Lastschiffe versenken könnten, seufzte Neil, das würde unseren Truppen einen Aufschub verschaffen, den sie bestimmt dringend brauchen. Matt legte ihm eine Hand auf die Schulter. Hervorragende Idee. Amber, kannst du mit Hilfe des Skara Heers ein paar Planken im Rumpf dieser Schiffe eindrücken? Ich denke schon. Nicht zu heftig, nur so, dass das Wasser langsam eindringen kann. Amber holte den Behälter, stellte ihn vor sich ab, öffnete ihn und konzentrierte sich. Mehrere Planken gaben sofort mit einem lauten Knacken nach. Hoppla, sagte sie. Tut mir leid, bei den anderen gehe ich vorsichtiger zu Werke. So bearbeitete Amber ein Schiff nach dem anderen, während die Djunke sich langsam den Türmen der südlichen Stadtmauer näherte. Matt stand am Bug und beobachtete die Bewegung an der Spitze der Türme. Die Wächter sammelten sich um die Laternen und spannten ihre Bogen. Den Namen eures Chefs, schrie einer. Die Stücks, antwortete Horace mit seiner Erwachsenenstimme. Es folgte endlose Stille. Matt's Herz raste. Mehrere Bogenschützen zündeten bereits die Spitzen ihrer Pfeile an, um die weitersegelte. War es richtig gewesen, Balthasar zu vertrauen? Immerhin war der Alte trotz allem ein Zynik. Matt schloss die Augen. Von seiner Entscheidung hing nun ihrer aller Leben ab. Er packte den Griff seines Schwertes fester, das er unauffällig vor sich hingelegt hatte. Wenn die Bogenschützen auf sie schossen, konnten sie nur ins Wasser springen und darauf hoffen, das Ufer heil zu erreichen. Wo die Miliz sie wohl schon erwarten würde, da ertönte eine Stimme von der Spitze des Turms. Alles in Ordnung, gute Fahrt! Wer ist der Verräter? Die Lichter von Babylon verschwanden langsam in der Nacht. Matt hatte wieder etwas Zuversicht geschöpft. Zu Wasser waren sie schnell, viel schneller als zu Lande. Er hatte diesen Weg schon einmal zurückgelegt, mit dem spirituellen Berater der Königin und er erinnerte sich, dass die Straße hier viele Umwege durch hügeliges Gelände und Waldgebiete machte. Bevor die Zyniks die Täuschung bemerkt hatten, würde die Stücks genug Vorsprung herausgeholt haben, um Henock vor den Booten zu erreichen. Jetzt, wo die Spannung nachgelassen hatte, quälten ihn ganz andere Sorgen. Tobias überließ Ben das Steuer und setzte sich mit seinem Freund neben die Hunde, die leise schnarchend vorne am Bug schliefen. Ich hoffe, dass er irgendwie klarkommt, sagte er traurig. Walter sah? Mach dir keinen Kopf, den haut so schnell nichts um. Er hat den Sturm überlebt, vergiss das nicht. Eben, er ist der letzte normale Erwachsene. Ich möchte nicht, dass ihm etwas zustößt. Matt legte ihm einen Arm um die Schultern. Eine Geste des Trostes, die er schon lange nicht mehr ausgeführt hatte. Er fühlte sich gleich besser. Tobias hatte ihm unheimlich gefehlt. Wir haben ein ernstes Problem, Tobias, fügte er leiser hinzu. Die Sache mit dem Verrat? Richtig. Die Zynics wussten genau, wo sie uns finden würden. Die Plane, die Hunde, das konnten sie nicht erraten. Hat irgendjemand die Gruppe verlassen, während Horace und ich weg waren? Tobias verzog das Gesicht. Leider ja. Ben hat vorgeschlagen, dass wir die Wartezeit ausnutzen, um unseren Proviant nachzufüllen. Er hatte Geld, das er einer Patrouille der Zynics geklaut hatte. Ember war dagegen, aber Neil hat darauf bestanden. Ember ist an Bord geblieben, während wir Verpflegung eingekauft haben. Alle zusammen? Nein, jeder allein. Wir dachten uns, dass wir in der Gruppe Aufmerksamkeit auf uns ziehen würden, während wir allein als Panverräter durchgehen konnten, die soeben in der Stadt angekommen sind. Wann habt ihr beschlossen, zu Balthasar zu gehen? Nach unserer Rückkehr meinte ich, dass wir bei ihm sicherer wären als auf der Dschunke. Wer uns verraten hat, der hat es also während der Einkäufe getan. Sonst hätte er die Zynix nicht zum Boot geschickt. War jemand gegen deinen Vorschlag? Neil? Er hatte überhaupt keine Lust. Er fand, wir sollten bei unserem Plan bleiben. Der war mir von Anfang an schon nicht geheuer. Warte, vielleicht war er es gar nicht. Ich habe absolutes Vertrauen in uns drei. Horace war mit mir unterwegs, und zwar die ganze Zeit. Bleibt noch Chen, der würde ist schon im Rat nicht gezögert, einen Handel mit Ember als Unterpfand vorzuschlagen. Ohne Beweise kannst du niemanden überführen. Ich weiß, fluchte Matt. Bis dahin müssen wir alle im Auge behalten, vor allem Neil. Er ist fast siebzehn Jahre alt. Er hat bald das Alter der Vernunft erreicht, wie die Zynix sagen. Wahrscheinlich spielt er schon mit dem Gedanken, auf die Seite der Erwachsenen zu wechseln. Sag das nicht, bat ihn Tobias verzagt. Das macht mir Angst. Ich will nicht so enden. Keine Sorge, wir werden einander nie verraten. Tobias nickte, wirkte aber nicht sehr überzeugt. Ich hoffe es. Matt stand auf. Komm, von jetzt an schieben wir beide abwechselnd Wache. Einer von uns behält die anderen permanent im Auge. Willst du Ember nichts davon erzählen? Im Moment schläft sie, um sich von ihrer Anstrengung mit dem Skara her zu erholen. Danach sehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sie damit zu belasten. Sie hat auch schon so genug Dinge im Kopf. Weißt du, die Karte, die Malronz sucht, das bin nicht ich, sondern sie. Der große Plan? Das ist Ember? Ja, Tobias schwieg verblüfft. Aber warum sucht Malronz dann dich? Matt zuckte die Achseln. Das werden wir bald wissen. An den zwei darauf folgenden Tagen spionierte Matt seine Kameraden aus und achtete darauf, dass sie nichts davon bemerkten. Seine Aufmerksamkeit richtete sich vor allem auf Neil, der sich meistens etwas abseits hielt, jedes Gespräch belauschte und den anderen schräge Blicke zuwarf. Ja, selbst sein Aussehen missfiel Matt. Wie konnte ein Junge in seinem Alter schon die Hälfte seiner Haare verloren haben? Ihm sind wohl die Haare ausgefallen, weil er so durchtrieben und bösartig ist. Im nächsten Augenblick bemerkte Matt selbst, wie bescheuert dieser Gedanke war. Er konzentrierte sich so sehr auf Neil, dass er darüber schon den Verstand verlor und die verrücktesten Hypothesen aufstellte. Wie tief musste man gesunken sein, um so etwas zu glauben? Letztendlich kam er zu dem Schluss, dass Neil nicht verdächtiger war als irgendein anderer aus der Gruppe. Er wollte Ember an Malrons ausliefern. Das kann ich ihm einfach nicht verzeihen. Das war in Mets Augen eine Todsünde, aber bei genauerem Betrachten doch ein rein logisches Kalkül. Ein nur, dass Malrons uns niemals in Frieden lassen würde. Am Morgen des dritten Tages wurde Mets von Chen wachgerüttelt. Reiter! rief er. Mets trat noch ganz verschlafen an die Reling. Fünf Männer in Rüstung stoben im Galopp die Straße entlang. Sie kamen aus dem Süden, aus Henoch und wollten offensichtlich nach Babylon. Hinter ihnen folgte eine lange, flache Staubwolke. Erst auf ein unendlicher Militärzug, der an den sieben fassungslosen Pans vorbeimarschierte. Vorneweg Reiter, dann mit Planen bedeckte Karren, gefolgt von einer endlosen Infanterie. Niemand achtete auf das kleine Schiff. Das Ende des Konvois bildeten die Berserker, hohe Bambuskäfige, die von schwarzen Riesenbären gezogen wurden. Darin würden die Zyniks die erbeuteten Pans gefangen halten. Es dauerte über eine Stunde, bis der ganze Tross vorüber war. Das war nur eine einzige der fünf Armeen, die bald in Eden einfallen würden, und dennoch schien dieses Heer allein schon mächtig genug, um alle Kinder des Landes in die Sklaverei zu schicken. Die Kreuzritter der Königin verschwanden hinter den Hügeln. Bald war nur noch der Schleier aus Staub zu sehen, der über ihnen hing. Bei Einbruch der Dunkelheit begannen Tobias und Matt einen Angriff der Schattenfresser zu befürchten. Sie wussten, dass sie nicht mehr sehr weit von Henoch entfernt waren und wollten auf keinen Fall am Fuß des Berges übernachten müssen. Neben bösen Erinnerungen hatten die Schattenfresser ihnen einige immer noch sichtbare schmerzhafte Narben beschert. Matt konnte nicht einschlafen, also setzte er sich mit Tobias Fernglas in der Hand an den Bug. Beim ersten größeren Schatten, der sich am Horizont abzeichnete, würde er den Anker auswerfen. Nichts geschah. Als Tobias ihn mitten in der Nacht ablöste, sah Matt selbst von seinem Schlafsack aus noch überall schwarze spitze Schemen, bevor er vor Erschöpfung einschlief. Der bedrohliche Berg von Henoch tauchte am nächsten Tag gegen Mittag in der Ferne auf. Eine Felsnadel und andere zerklüftete Gesteinsbrocken, die sich in den Himmel reckten, als wollten sie von diesem Ort fliehen. Matt wusste, dass sich darunter die hohen Schleusen befanden, die nach Wirtlon Dice führten. Ein gigantischer Vorhang aus Dampf verhüllte das südliche Ende des Waldes, dort, wo der Fluss über 500 Meter in die Tiefe stürzte. Nur über Henoch konnte man in das Flachland jenseits dieser natürlichen Talsperre gelangen. Dafür mussten sie sich den Zynix anvertrauen, auf die Verwandlungskünste von Horace und das reife Aussehen von Ben zählen, um die Erwachsenen zu täuschen, die für die unterirdische Schleusenanlage verantwortlich waren, und noch einmal ihr Leben in die Hände des Unschuldstrinkers legen. Mett strich das versiegelte Dokument glatt, das er in seiner Umhängetasche aufbewahrte. Er hatte darauf geachtet, dass jedes Wort klar und deutlich geschrieben war, um mitlesen zu können. Der Text hatte korrekt auf ihn gewirkt, beamtenhaft und umständlich, wie ein Auftragsbefehl eben lautete. Doch jetzt, mit etwas Abstand, wusste er nicht mehr so recht. Was, wenn der Unschuldstrinker den Passierschein mit einem Code versehen hatte, einem verschlüsselten Satz, der bedeutete, dass man den Träger dieser Botschaft sofort hinter Gitter werfen solle. Waren die Zynics schon so gut organisiert? Hatte der Unschuldstrinker trotz seiner Angst die Nerven gehabt, ihn auszutricksen? Mett war sich nicht sicher. Aber er konnte das Siegel nicht aufbrechen, das würde dem Brief jeglichen Wert rauben. Er musste auf sein eigenes Urteil vertrauen. Hätte der Unschuldstrinker an jenem Abend ein doppeltes Spiel gespielt, dann hätte er es gemerkt. Und wenn er mich getäuscht hat? Jetzt war es zu spät. Die Strömung wurde stärker, es wurde immer schwieriger, die Djunke zu steuern. Sie näherten sich dem Nebenarm des Flusses, der unter den Berg in die Stadt Henoch führte. Diese Abzweigung durften sie nicht verpassen, sich um das Segel kümmerten. Zusammen versuchten sie, das Schiff in die richtige Richtung zu leiten. Doch der Fluss riss sie mit sich auf die Wasserfälle zu und die Abbiegung flog geradezu näher. Die Djunke trudelte hin und her und beschrieb schließlich eine waghalsige Kurve, um der Hauptströmung zu entkommen. Sie glitt in den Schatten des Berges. Jenseits davon befand sich Wirtlandais, ein riesiges Plateau, das von unüberwindlichen Steilhängen umgeben war. Als schämte sich die Erde für dieses Land, als wollte sie es verbergen. Ganz im Süden leuchtete der Himmel rot. Aus der Zeit gerissen Die Djunke segelte in die riesige Grotte und ringsum wurde es dunkel. Ben zündete zwei Lampen an Bord an und stellte sich an den Bug zwischen die Hunde. Ich sehe die Stadt. Sie funkelt wie ein Schatz, rief er bewundernd. Jetzt müssen wir uns verstecken, sagte Matt. Horace übernahm das Steuerruder des Stücks. Das offizielle Dokument hielt er vorsorglich schon in der Hand. Ben breitete ein langes Netz über die Hunde aus, um den Eindruck zu erwecken, dass sie festgebunden waren. Die anderen Pans legten sich mit gezückten Waffen unter die Plane. Wenn ihr Plan scheiterte, hieß es kämpfen, bis sie eine Fluchtmöglichkeit gefunden hatten. Sie durften auf keinen Fall in die Fänge der Zynix geraten. Und wenn wir endlich einmal Erwachsenen begegnen, die Mitgefühl empfinden können und in der Lage sind, uns trotz der Unterschiede zu akzeptieren, sagte sich Matt. Wenn sie beschließen, uns zu helfen, anstatt uns zu bekämpfen. Immerhin befindet sich Henoch etwas abseits von allem. Die Stadt ist anders. Die Dschunkel näherte sich dem spärlich beleuchteten Anlegesteg. Vor ihnen tauchten kleine weiße Gebäude mit Flachdächern aus dem Dunkel auf. Tierfettlampen und einige Fackeln erhellten die Gassen der kleinen Stadt, die an einem sanft ansteigenden Hügel errichtet war. Matt fragte sich, ob man sich wirklich etwas Gutes von einem Volk erhoffen konnte, das in einer unterirdischen Stadt lebte. Es war naiv zu glauben, dass gerade hier die Erwachsenen der Königin den Gehorsam versagen könnten. Der Traum eines kleinen Jungen. Matt umklammerte den Griff seines Schwerts. Darauf musste er zählen, nicht auf die Milde der Zynix. Auch wenn er diese bittere Tatsache manchmal einfach nicht wahrhaben wollte. Der Schiffsrumpf knarrte und ächzte, als er den Stegrand berührte und ein Mann sagte, »Kommst du uns besuchen, Sam?« Matt konnte durch das Loch in der Plane nichts sehen, es war zu finster. »Nein«, antwortete Horace mit der Stimme eines Dreißigjährigen, »Ich nutze das Schiff für eine besondere Mission. Ich habe eine Lieferung für die Königin. Hier ist mein Passierschein. Ach so? Gut. Sagen Sie mal, hier ist keine offizielle Unterschrift drauf. Auch der Unschuldstrinker kann sich nicht alles erlauben. Müsste man ihm mal erklären. Es handelt sich um eine Geheimmission, mit der ihn die Königin betraut hat, flunkerte Horace. Mehr kann und darf ich ihnen nicht sagen. Und wann wollen sie durch den Tunnel? Heute noch? So schnell wie möglich. Die Königin erwartet uns. Aber für heute sind noch zwei Warentransporte von unten vorgesehen. Das wird den ganzen Tag dauern. Ich kann sie in der Nacht abseilen, aber vor Tagesanbruch dürfen sie den Berg nicht verlassen. Sie wissen ja, dass Schattenfresser hier ihr Unwesen treiben. Unsere Mission hat Vorrang, beharrte Horace mit einer Bestimmtheit, die Matt ihm nicht zugetraut hätte. Der Wachposten seufzte. Ich werde sehen, was ich machen kann. Dort an der Ecke ist eine Herberge. Wenn sie so lange warten... Nein, wir haben keine Zeit. Beeilen sie sich. Der Wächter murmelte ein paar unfreundliche Worte über den Unschuldstrinker, während er sich im Laufschritt entfernte. Die Zeit zog sich endlos in die Länge. Eine Stunde ihn sehen. Er trug ein Leinenhemd und eine ärmellose Jacke aus Schafsfell. In seinem Gürtel steckte ein Dolch. Er war kein Soldat. Kann ich zwischen den Hunden durchgehen? fragte er unsicher. Was haben sie vor? Um ihnen beim Anhängen zu helfen, muss ich am Bug stehen. Ja, nur zu, aber berühren sie die Tiere nicht, sie würden ihnen die Hand abbeißen. Hastig bahnte der Mann sich einen Weg durch die Gruppe der Riesenhunde, die unter dem Netz lagen und ihn aufmerksam musterten. Machen sie die Leinen los und fahren sie zum Tunnel dort am Ende der Höhle. Dazu brauchen sie eigentlich nur der Strömung zu folgen. Als die Djunke vor einem riesigen Tor angelangt war, warf der Seemann seinen dort wartenden Kollegen die Taue zu. Diese wurden an breiten Stahlrädern festgemacht, die ihrerseits an ebenso beeindruckenden Ketten befestigt waren. Matt erinnerte sich an die gewaltige Anlage. In diesem Tunnel konnte man ohne weiteres einen Dreimaster hinab befördern. Ein komplexes System aus Seilscheiben, Zahnrädern und Getrieben sorgte für den Auf- und Abtransport der Schiffe. Dabei nutzte es die Kraft des Wassers, das Lande. Die Stücks war klein und damit leichter zu handhaben als die üblichen großen Frachtschiffe, aber die Männer brauchten eine weitere Stunde, um sie auf den Gleisen zu platzieren, über die sie dann im Tunnel in die Tiefe fahren würde. Matt schwitzte Blut und Wasser. Der Zynik lief hin und her und er fürchtete, dass der Mann sie irgendwann entdecken würde, wenn er aus Abfahrt, sie nehmen die Treppe, sagte der Seemann zu Horace, aber ihre Hunde will ich nicht an Land haben, sie bleiben hier, sie müssen da halt durch. Ist das gefährlich? Der Seemann zögerte. Naja, sagen wir so, sie werden ein wenig durchgeschüttelt, verlassen sie das Schiff am besten über die Strickleiter, ich hoffe, sie haben eine gute Ausdauer, denn die Treppe ist lang, sehr lang. Ich hätte ihnen gern angeboten, in den bequemen Kabinen unserer Seilbahn Platz zu nehmen, aber wir hatten vor kurzem einen Unfall und sie sind noch nicht repariert. Matt konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Einen Unfall? Einen Sabotageakt meinst du wohl? Horace, Ben und der Mann verließen das Schiff. Dann kippte es abrupt nach vorn und begann unter fürchterlichem Knirschen und Knarren seine Abfahrt. Die Pans rutschten ungebremst über Deck und krachten in die Hunde. Matt packte hastig die Plane und zog sie wieder über ihre Köpfe. Zum Glück war kein Wachposten an Bord. Jedes Mal, wenn die Stücks einen Meter nach unten sackte, erklang ein metallisches Klicken, regelmäßig wie das Ticken eines Metronoms, das im Lärm des Wassers, das direkt unter dem Schiffsrumpf in die Tiefe donnerte, kaum zu hören war. Eine ausgeklügelte Abfolge von Zahn- und Schaufelrädern führte die Djunke langsam aber sicher nach unten. Matt fragte sich, wie zuverlässig diese unglaubliche Erfindung war, und wenn plötzlich eine der Ketten riss, die Djunke würde auf ihrem unterlegten Fahrgestell in rasendem Tempo gegen eine Felswand krachen Mets Position war besonders ungemütlich. Er klemmte zwischen Billy, dem Hund von Horace und jemand anderem. Er befreite einen Arm und merkte, dass es Amber war. Plötzlich war die Enge gar nicht mehr unangenehm. Er spürte ihre Brust an seiner. Sie hob den Kopf und dabei streiften sich ihre Lippen. Matt wurde wie von einem elektrischen Stoß durchzuckt. Im Halbdunkel unter der Plane konnte er ihre grünen Augen sehen. Ihre Blicke trafen sich. Verlegen versuchte sie zurückzuweichen, aber Matt gab ihr zu verstehen, dass das nicht nötig war. Du tust mir nicht weh, murmelte er. Sie blickte ihn immer noch an. Dann legte sie ihm die Hand auf die Schulter und entspannte sich. Er spürte ihr Gewicht an seinem Körper. Sie schön. Ihm schien, als habe er sein ganzes Leben lang auf dieses Gefühl gewartet. Ruhe und Erregung zugleich. Die Hitze des Körpers, der Rausch der Sinne, Wasser und Feuer, Erde und Himmel. Endlich fühlte Matt sich ganz. Auf einmal verlangte ihn danach, den Rausch noch mehr auszukosten, mit ihr zu verschmelzen. Er wollte Ember in sich haben, in ihr sein. Er wollte sie küssen. Trotz seiner Angst strich er zärtlich mit der Hand über ihren Rücken nach oben, bis er ihren Nacken und ihre weichen Haare spürte. Er fühlte, wie ihre Haut fast unmerklich zitterte. Sie neigte ihr Gesicht und ihre Lippen streiften sein Kinn. Matt drehte sich ganz leicht, sodass seine Nase die von Ember berührte. Ihr warmer Atem mischte sich, ihre Lippen trafen sich, ein Schauer durchlief sie. Ihre Münder entdeckten sich, feucht und seidenweich, ihre Zungen umspielten einander, schüchtern zuerst, dann leidenschaftlich. Der Kuss ließ die Zeit stillstehen, als reisten sie in ein fremdes, fernes Land. Weder Matt noch Ember wussten mehr, wo sie waren und wie lange sie sich schon so in den Armen berührt. Lasst euch nur nicht stören, lautete Chens alberner Kommentar. Ember rutschte zur Seite und hielt sich an Gas ihrem Bernhardiner fest. Matt tat, als habe er nichts gehört. Er schloss die Augen und spürte sein Herz Rasen. Er spürte Embers Lippen noch auf den Seinen. Fahrt ins Ungewisse Mit einem letzten Ächzen der Ketten endete die Fahrt des Stücks. Als Horace und Ben den ermüdenden Abstieg hinter sich gebracht hatten, lag die Junke bereits neben zwei großen Frachtern am Kai. Etwa zwanzig Zynix eilten hin und her und bereiteten den Transport des ersten Schiffs vor. Ein Seemann kam auf Horace zu. Hier, ihr Passierschein. Sie können jetzt nicht mehr losfahren. Gleich wird es dunkel, dann kommen die Schattenfresser aus ihren Löchern. Hat man ihnen nicht angeboten, oben in der Herberge zu übernachten? Ich verbringe die Nachtliebe auf meinem Boot, das Schaukeln wiegt mich in den Schlaf, antwortete Horace schlagfertig. Sobald sie wieder an Bord waren, ging Ben neben der Plane in die Hocke. Seid ihr noch da drunter? Ja, aber es ist verdammt heiß, stöhnte Neil. Ben steckte ihnen zwei Feldflaschen mit Wasser zu. Ich glaube fast, dass wir es schaffen können, sagte er ganz leise. Noch sind wir nicht draußen, flüsterte Matt. Ben ließ sich auf den Hintern fallen und lehnte sich gegen den Mast. Wie sollen wir wieder zurückkommen? fragte er. Horace hat mir gesagt, dass ihr den Unschuldstrinker verschont habt. In Babylon hat man sicherlich schon Alarm geschlagen. In ein paar Tagen oder gar Stunden wird Henock benachrichtigt werden. Bald gibt es keinen Ort mehr, an dem die Leute nicht vor uns gewarnt sind. Immer eins nach dem anderen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell nach Wirtland Dice kommen. Und doch sind wir jetzt hier. Aber wir können nicht ewig auf gut Glück weitermachen. Irgendwann wird sich das Schicksal gegen uns wenden. Wir brauchen einen konkreten Plan. Alles hängt davon ab, was wir bei Mairons finden, erinnerte Matt ihn. Das wussten wir von Anfang an. Ben kaute mürrisch auf seiner Unterlippe herum. Das gefällt mir nicht, sagte er. Immerhin geht es um unser Leben. Nein, um das Leben aller Pans. Du hast Mairons Armee gesehen. Gegen diese Übermacht haben wir im Kampf keine Chance. Ich fürchte, dass unser Volk nur noch auf das hoffen kann, was der große Plan birgt. Das steinerne Testament wird über unsere Zukunft entscheiden. Die Seemänner waren die ganze Nacht damit beschäftigt, die beiden Frachtschiffe über den Tunnel nach oben zu befördern. Vorsichtshalber blieben die Pans unter der Plane, für den Fall, dass ein Zynik zu einer unangekündigten Inspektion auf das Boot kam. Horace und Ben brachten ihnen Schlafsäcke und Lebensmittel, bevor sie die Lampen löschten und sich im hinteren Teil des Schiffs schlafen legten. Tobias und Matt schreckten auf, als sie draußen vor der Höhle Schreie hörten. Die Schattenfresser waren auf der Jagd. Tobias rutschte zu Matt heran. Vor seinem inneren Auge tauchten schreckliche Bilder auf. Der Tod von Stu, der blutige Kampf, in dem jeder geglaubt mach dir keine Sorgen, wir sind hier in Sicherheit. Tobias wirkte nicht überzeugt. Und was, wenn einer der beiden Horace oder Ben der Verräter ist? Murmelte er. Wenn er uns heute Nacht an die Zynix ausliefert? Ich vertraue beiden. Aber wenn es dich beruhigt, ich werde wach bleiben. Ich kriege ja sowieso kein Auge zu. Tobias nickte erleichtert. Er wickelte sich in tief und fest. Matt seufzte und verschränkte die Arme unter dem Kopf. Morgen würde er müde sein, es war dumm, sich nicht auszuruhen, aber das Gesicht des Torvaderon verfolgte ihn in seinen Träumen. Kaum schlief er ein, sah er wieder vor sich, wie sein Vater vor ihm auftauchte. Wie war das möglich? Was sollte er tun, jetzt, wo er das eigentliche Antlitz des Ungeheuers kennengelernt hatte? Du musst vor ihm fliehen, in ihm steckt nichts Gutes. Das Einzige, was er mit meinem Vater gemeinsam hat, ist das Gesicht und die Stimme, sonst nichts. Der Torvaderon war nur ein Nichts, eine Hülle des Leidens, ohne wirkliche Seele. Ein Großteil dessen, was ihn einmal geformt hatte, war ihm entrissen worden, und dieses unvollkommene Wesen irrte nun mit seinem Wahnsinn und seinen Phantomen im Schlepptau auf dieser Welt herum. Es ist der Geist meines Vaters, begriff Matt. Er jagt mich, weil ich das Einzige bin, was er kennt. Ich erinnere ihn an die Vergangenheit. Eine Sekunde lang erwog Matt, den Torvaderon zu töten, um die Seele seines Vaters zu befreien, aber dann schlug er sich diese Idee entsetzt aus dem Kopf. Das würde er nicht über sich bringen. Matt spürte, dass er verrückt wurde, wenn seine Gedanken weiterhin nur um den Torvaderon kreisten. Er musste sich ablenken. Matt spähte zu Ember hinüber, die sich ein Stück weiter weggelegt hatte, als wollte sie auf Abstand zu ihm gehen. Sie wandte ihm den Rücken zu. Er hätte sich gern an sie geschmiegt, blieb aber still liegen. Er wusste selbst nicht, was am Nachmittag im Tunnel in ihn gefahren war. Die Hitze und die Anspannung hatten ihm offenbar den Kopf vernebelt. Es war das Gefühl, dass unsere Tage gezählt sind, dachte er. War Ember wütend auf ihn? Vielleicht sollte er sie einfach nicht darauf ansprechen und so tun, als sei nichts passiert. Matt beschloss sich, an Embers Verhalten zu orientieren. Wenn sie nicht darüber sprach, dann würde er es auch Im Morgengrauen steuerten Horace und Ben die Junke aus dem Tunnel. Bald brannte die Sonne gleißend vom Himmel. Erleichtert kamen die Pans unter der Plane hervor und buschen sich abwechselnd hinter einer kleinen Trennwand im hinteren Teil des Schiffes. Matt blickte mehrmals verstohlen zu Ember hinüber, aber sie ignorierte ihn den ganzen Vormittag über. Am Ufer zogen bunte Stabt. Vereinzelt ragten fahle Klippen in die Höhe und auf den schroffen Felsen kämpfte sich hier und da etwas Grünes durch. Das Talbecken von Wirtland Dice war ringsum von steilen Steinwänden umgeben, fast so, als hätte ein Riese unüberwindliche Mauern darum errichtet. Ben zeigte nach Süden. Warum ist der Himmel dort rot? Man könnte meinen, der Horizont brennt. Das war schon so, als wir das erste Mal hierher gekommen sind, antwortete Matt. Die Zyniks glauben, dass es das Blut Gottes ist, das unsere Sünden ertränken soll, erklärte Tobias, der sich an die Worte des Unschuldstrinkers erinnerte. Das wollen wir doch mal nicht hoffen, sagte Matt und wandte sich ab. Horace rief ihn zu sich. Da vorn teilt sich der Fluss. Welche Richtung soll ich einschlagen? Matt lief zum Bug und starrte auf die beiden Flussarme. Keine Ahnung, gestand er. Fahr nach rechts, schlug Ben vor. Wenn wir immer die rechte Abzweigung nehmen, verirren wir uns nicht so leicht. Horace klatschte in die Hände und packte das Ruder. Jetzt können wir nur noch beten, dass wir die richtige Wahl getroffen haben, sagte er. Keine Straße in Sicht, kein Dorf, nicht einmal ein Häuserdach. Außer ihnen schien es weit und breit keine Menschenseele zu geben. Als ein tiefes Grollen aus dem Wald ertönte, stürzten alle zu ihren Waffen. Mehrere Bäume wackelten, ein Schwarm schwarzer Vögel stob auf und sie hörten das Gebrüll eines Wesens, das so groß wie ein Dinosaurier sein musste. Könnten wir etwas weiter weg von diesem Ufer fahren, bat Ember mit vor Panik bebender Stimme. Das Ungetüm kam näher, die Äste der Bäume zersplitterten wie Zahnstocher. Dann hielt es auf einmal inne und machte Kehrt, bevor die Pans es genauer erkennen konnten. Wer meinte vorhin, dass wir heute Abend an Land gehen und ein Lagerfeuer machen sollten? fragte Tobias mit aschfahlem Gesicht. Das war eine schlechte Idee, räumte Chen ein. Eigentlich haben wir es ganz gut auf dem Schiff. Später holte Matt einen Behälter mit Tieröl und machte sich daran, die Lampen neu aufzufüllen. Ember gesellte sich zu ihm, während alle anderen am Bug standen und die Landschaft betrachteten. Es zu dem, was gestern passiert ist, fing sie an. Hör zu, es tut mir leid, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, meinte Matt hastig. Er war erleichtert, dass sie nicht sauer auf ihn war. Oh, Ember schien getroffen. Also, ich meine, das war schön, unglaublich schön, haspelte Matt. Aber wenn ich dich schockiert habe, dann ent... Ember unterbrach ihn, indem sie ihm einen Finger auf die Lippen legte. Sie lächelte. Nein, Matt, gar nicht. Auch für mich war es etwas ganz Besonderes. Ich wollte dir nur sagen, dass es unsere starke Bindung, unseren Zusammenhalt nicht verändern soll. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich hatte noch keine Gelegenheit, es dir zu sagen, aber ich bin sehr froh, dass wir uns begegnet sind, Matt Carter. Matt's Wangen begann zu brennen und sein Mund war plötzlich wie ausgedörrt. Sie hob eine Schulter und neigte den Kopf ein wenig zur Seite, eine Geste, die ihre Verlegenheit verriet. Gut, ich gehe wieder zu den anderen zurück, bevor Chen uns zusammensieht und Gerüchte die Runde machen. Matt nickte, obwohl er sie am liebsten an sich gezogen und den ganzen Abend nicht mehr losgelassen hätte. Beim Abendessen vereinbarten sie die Reihenfolge für die Nachtwache. Tobias und Matt besprachen heimlich ihren eigenen Wachwechsel. In der ersten Nacht konnten sie nur schwer einschlafen. Der rote Schein im Süden ließ ihnen keine Ruhe und die Geräusche der nächtlichen Tierwelt verstärkten die düstere Stimmung nur noch. Immer wieder halten grelle Schreie, wimmernde Klagen und krechzendes Kekkern durch den Wald, der im fahlen Licht des Halbmonds Gespenste schimmerte. Am nächsten Morgen knappete Neil gerade ein Stück Zwieback zum Frühstück, als er einige längliche Formen im Kielwasser der Dschunke entdeckte. »Hey, Leute«, rief er, »Ich glaube, wir haben ein Problem.« Mehrere ihrer Verfolger tauchten kurz an die Oberfläche und entblößten ihre ölige Haut. Sie glichen riesigen unförmigen Ahlen. »Habt ihr ihre Mäuler gesehen?« schrie Chen. »Sie haben Zähne wie Piranhas.« »Fleischfressende Neunaugen«, erklärte Ben. »Steckt bloß keinen Finger ins Wasser. Sie würden euch den Arm abbeißen. Können sie springen? Nicht sehr hoch, aber bleibt sicherheitshalber von der Reling weg.« Neil ließ seinen Zwieback fallen und wich einen guten Meter zurück. Das Gebäck trieb kurz im Wasser dahin, dann tauchte ein breites Maul voller durchsichtiger Zähne auf und schnappte danach. Am Abend ging Matt zu Horace, der auf einem Fass saß und seinen Tabakbeutel in den Händen hin und her drehte. Alles dich schon lange nicht mehr rauchen sehen. Ich habe aufgehört. Warum schläppst du das Zeug dann immer noch mit? Ich habe verdammte Lust, mir eine anzustecken. Das ist der Stress. Egal, mir ist jetzt einfach danach. Und was hält dich davon ab? Horace holte tief Luft und dachte nach. Entweder höre ich endgültig auf, oder ich fange wieder an. Möchtest du mir nicht den Beutel abnehmen und ihn über Bord werfen? Das musst du schon selber machen. Ich weiß, aber ich schaffe es nicht. Matt packte seine Hand und starrte auf seine Finger. Du kaust dir die Fingernägel ab, bis du blutest. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin ein nervöser Typ. Matt machte einen Schritt zurück und musterte Horace. In der Schule hatte er wegen seines absonderlichen Aussehens sicher viele Spötteleien über sich ergehen lassen müssen. Nun aber verlieh ihm das eine geheimnisvolle, fast charismatische Ausstrahlung. Matt dachte an das, was Horace ihm über sein altes Leben in Chicago erzählt hatte. Weißt du, was uns allen ganz gut tun würde? Du könntest uns mit deinen Verwandlungskünsten einen kleinen Sketch aufführen. Ach, das ist doch blöd. Nein, ich schwör's dir. Das würde die Moral der Truppe heben. Wir haben schon eine Ewigkeit nichts mehr zu lachen gehabt. Horace zögerte. Meinst du sicher? Ganz sicher. Und deine Stimme, besser gesagt, deine Stimmen, die sind garantiert der Brüller. Horace lächelte verkrampft. Ich werd's mir überlegen. Eine halbe Stunde später kugelte sich Amber vor Lachen, als Horace Forrest Gump nachäffte. Alle scharrten sich um ihn und Horace taute immer mehr auf. Er imitierte nacheinander Michael Jackson, Larry King, George Bush, Jack Black und sogar Oprah Winfrey, alle perfekt getroffen. Nach der Vorstellung sah Matt, wie Horace zu Reling ging und sich mit dem Tabakbeutel in der Hand darüber beugte. Horace starrte eine Weile in das schwarze Wasser, trotz der Hitze, die seit dem Vortag stetig zunahm. Am Abend des dritten Tages teilte sich der Fluss erneut in zwei Arme. Sie hielten sich an Bens Vorschlag und wählten den Rechten. Als sie am nächsten Morgen erwachten, war die Luft feucht und drückend. Nebelschwaden waberten über den Fluss und es roch verfault. Überall wucherten Seerosen und Schilf. Sie waren in einem Sumpfgebiet gelandet. Da packte sie der Zweifel. Vor allem, als plötzlich ein Schwarm riesiger Stechmücken auf sie zubrummte. Undurchdringlicher Nebel Die Mücken waren so groß wie Tauben, hatten eine Flügelspannweite von über einem Meter und einen Stachel, der so lang war wie eine Stricknadel. Als Tobias sie sah, musste er unweigerlich an den Torvaderon und dessen fliegende Antikörper denken. Er packte doch in der Aufregung stieß er seinen Köcher um und die Pfeile rollten in alle Richtungen davon. Versteckt euch unter den Decken, brüllte Ben. Wir dürfen uns nicht stechen lassen. Tobias sammelte hastig einige Pfeile ein und steckte sie in eine Ritze zwischen den Planken. Er spannte seinen Bogen und visierte die Mücke an, die ihm am nächsten war. Sie war nur noch zehn Meter weg. Ich helfe dir, rief Amber und stellte sich neben ihn. Das war die Ermutigung, die er gebraucht hatte. Jetzt konnte er schießen, ohne sich Zeit zum Ziel nehmen zu müssen. Die Pfeile sausten unter Ambers Kontrolle durch die Luft. Innerhalb von 30 Sekunden hatte Tobias die Hälfte seines Vorrats verschossen und die erste Angreifer Welle getötet. Du hast mir saumäßig gefehlt, rief Tobias. Das Summen hatte nicht aufgehört, aber der Pfeilhagel hatte die Angriffslust der Mücken deutlich abgekühlt. Sie brausten um die Dschunke herum und verloren sich nach einer Weile im Nebel. Chen seufzte tief auf. Ich hasse Stechmücken, sagte er. Horace warf die Kadaver, die an Decke fallen waren, über Bord. Dann können wir uns schwer, sich zurecht zu finden. Wir scheinen in einem Labyrinth aus kleinen Inseln zu stecken. Matt holte den Kompass aus seiner Tasche. Malrance ist im Süden, nicht wahr? Hier, nimm den, solange du am Steuer bist. Trotz des Nebels war das rote Glühen in der Ferne deutlich erkennbar. An manchen Stellen leuchtete der Himmel stärker als an anderen, als wanderten gigantische Scheinwerfer über den Horizont und immer wieder waren Donnerschläge zu vernehmen. Mächtig, aber weit entfernt. Das Echo eines ungeheuren Gewitters, das nie nachzulassen schien. Am frühen Nachmittag rollte der Donner noch immer mit derselben Heftigkeit. Die Temperatur war weiter gestiegen, den Pans klebten die Kleider am Leib. Da kamen sie an langgezogenen Inseln vorbei, auf denen riesige Pilze wuchsen, so groß wie kleine Hütten und breiter als die fliegenden Untertassen aus den Filmen im Fernsehen. Vielleicht sind sie essbar, meinte Tobias. Vielleicht sind sie giftig, erwiderte Amber. Am Abend kehrten die Mücken zurück und diesmal waren es so viele, dass Tobias Pfeile nicht ausreichten. Sie mussten sie mit Fackeln verscheuchen, die sie an den Laternen entzündeten und panisch durch die Luft wirbelten. Matt wäre um ein Haar in den Hals gestochen worden. Chans Armbrust hatte ihn im letzten Moment gerettet. Der Angriff dauerte zehn Minuten und zehrte an den Kräften der Pans. Wie durch ein Wunder blieben alle unverletzt. Drei Viertel unserer Geschosse sind aufgebraucht, verkündete Tobias beim Abendessen. Wenn das so weitergeht, können wir vielleicht noch einen Angriff abwehren, aber nicht mehr. Das Gewitter in der Ferne war immer noch nicht abgezogen. Im Gegenteil, es schien sogar näher zu kommen. Seid ihr sicher, dass wir weiter auf dieses Gewitter zusteuern sollen? fragte Neil. Das ist kein Gewitter, antwortete Amber. Was denn sonst? Das müssen feuerspeiende Vulkane sein. Das würde den Lärm, die Hitze und die Farbe des Himmels erklären. Die anderen warfen ihr skeptische Blicke zu. Wietlon Dice soll sich inmitten eines Vulkangebiets befinden? Ist das möglich? fragte Neil erstaunt. Wie viele Kilometer haben wir seit unserer Abreise zurückgelegt? Wollte Chen wissen. Ben antwortete. Wir sind bald drei Wochen unterwegs, davon knapp zwei auf diesem Schiff. Insgesamt dürften wir etwa 1000 Kilometer zurückgelegt haben, vielleicht sogar 1500. Unmöglich, entgegnete Neil. Das Diceaner durchquert haben und jetzt mitten im Golf von Mexiko sind. Nicht ganz. Nach dem blinden Wald führte der Fluss nie direkt nach Süden, sondern eher nach Südosten, meinte Ben. Dann sind wir also in Florida, rief Chen. Aber in Florida gibt es keine Vulkane. Vor dem Sturm gab es dort keine, wandte Amber ein. Aber Sümpfe gab es schon, sagte Tobias. Okay, und was sagt uns das jetzt? fragte Horace. Wir fahren trotzdem weiter, oder nicht? Ich bin doch nicht so weit gekommen, um jetzt das Handtuch zu werfen. Matt stand auf. Niemand wirft das Handtuch, sagte er. Dazu ist es zu spät, seit langem schon. Es war nach Mitternacht. Chen stand am Steuer, während Amber sich am Bug postiert hatte und einen Bootshaken hielt, an dem eine Lampe befestigt war. Landsteuerbord, rief sie mit gedämpfter Stimme, um die anderen nicht aufzuwecken. Lenk noch ein bisschen, noch ein Stück, ein Tick noch. Gut, du kannst geradeaus weiterfahren. Obwohl es fast windstill war, glitt die Dschunke in der stärker werdenden Strömung schneller dahin als am Tag. Hin und wieder tauchten in dem schaukelnden Licht der Laterne fette neun Augen auf und verschwanden wieder in den dunklen Fluten. Amber sah jedes Mal weg, sie ekelte sich vor diesen Monstern. Mit geradezu magischer Kraft drang der rote Glanz am Himmel durch den dichten Nebel. Aus ferner Höhe schienen Feuerbälle den grauen Schleier durchreißen zu wollen und immer wieder zerriss ein ohrenbetäubender Knall die Stille. Es handelte sich tatsächlich um eine Kette von Vulkanen und dieser kamen sie von Stunde zu Stunde näher. Amber schwitzte. Sie wischte sich die Stirn mit dem Ärmel ab, da sie nichts anderes zur Hand hatte und trank noch ein paar Schlucke aus ihrer Flasche. Am Morgen hatten sie den Wasserverbrauch eingeschränkt, nachdem ihnen klar geworden war, dass sie in den Sümpfen wohl kein sauberes Wasser finden würden. Niemand wollte das Risiko eingehen, aus diesem Morass zu trinken, der nach Verwesung stank und bestimmt voller Mückenlarven war. Über den schilf bewachsenen Landstreifen, an denen sie vorbeikam, schwebten ganze Kolonien von Glühwürmchen, die aus der Ferne wie Miniaturstädte wirkten. Die Dschunke glitt gerade auf einen weiteren Schwarm grüner Punkte zu, Amber wollte Chen schon zurrufen, dass er zur Seite steuern sollte, da erkannte sie einen eckigen Schatten, der sich im Dunkel vor ihr abzeichnete. Ein Viereck, höher als das Schiff, länglich, vorne von Querstreben gestützt. Amber reagierte blitzschnell. Sie stieß den Bootshaken ins Wasser, um die Lampe zu löschen, rannte nach hinten zu Chen, riss ihm das Ruder aus den Händen und zog mit aller Kraft daran. Ein Steg, direkt vor uns, stieß sie zwischen den Zähnen hervor. Was, bist du sicher? Leise, befahl sie, er ist beleuchtet. Dreißig Meter vor ihnen tauchte ein weit in den Fluss hinein ragender Steg auf. Sie rasten geradewegs darauf zu. Mit Glühwürmchen gefüllte Lampen, die an den Pfosten befestigt waren, markierten den Stegrand. Die Junke schwenkte um und glitt haarscharf an der Spitze des Stegs vorbei. Sie hatten die Katastrophe in letzter Minute verhindert. Weck die anderen auf, sagte Ember, während ich das Boot ans Ufer manövriere. Willst du wirklich, dass wir hier an Land gehen? Ich denke, dass wir am Ziel sind, Chen. Wir sind im Herzen von Wirtlon Dice angekommen. Sie holte Tiefluft und fügte hinzu, hier muss Malrons Schloss liegen. Wirtlon Dice Etwa fünfzig Meter vom Steg entfernt steuerte Ember das Schiff aus der Fahrrinne heraus ans Ufer. Der gespenstische Schein der mit Glühwürmchen gefüllten Lampen drang durch den Nebel und die Dunkelheit bis zu den Pans. Hast du jemanden gesehen? fragte Matt. Nein, dafür ging alles zu schnell, sagte Ember. Ich glaube, am Ufer steht eine alte Hütte oder so etwas. Mehr habe ich nicht erkennen können. Ich schlage vor, dass wir weiterfahren, meinte Neil. Wenn wir an Land gehen, kostet uns das nur unnötig Zeit, und wer weiß schon, was uns hier erwartet. Wirtlon Dice liegt sicher nicht hinter dieser Vulkankette, entgegnete Matt. Nein, wir müssen nachsehen, wohin der Steg führt. Tobias nickte, auch alle anderen waren einverstanden, bloß Neil winkte verärgert ab. Das trifft sich gut, neckte Matt ihn. Wir brauchen einen, der auf das Boot aufpasst. Oh nein, kommt nicht in Frage, ich bleibe nicht allein hier. So leise wie möglich stakten sie die Stücks auf den Anlegeplatz zu. Matt sprang auf den Steg, fing die Leinen auf und schlang sie um die Holzpfosten. Tobias, Ben und ich machen eine kleine Erkundungstour. Rührt euch nicht vom Fleck und haltet euch zum Ablegen bereit, damit wir im Notfall sofort fliehen können. Die drei Jungen gingen an Land. Amber hatte sich nicht getäuscht. Am Ufer stand tatsächlich ein altes Häuschen mit rissiger Holzfassade und schiefen Fensterläden, von denen die Farbe abblätterte. Sie schlichen daran vorbei und stellten fest, dass sie sich auf einer Allee aus rosa Pflastersteinen fortbewegten, die teilweise von Lianen und Löwenzahn überwuchert war. Die Straße führte zu einem großen schmiedeeisernen Tor, hinter dem sich ein kleiner Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte auftat. Dort, wo einst das Wasser geplätschert hatte, wuchsen nun schwarze Ranken und ein zäher Nebel Und ob, bestätigte Ben, dessen Nachtsicht sich wieder einmal als sehr nützlich erwies. Zwischen den Bäumen ragen Dutzende von Dächern und Kaminen hervor. Sieht aus wie eine verlassene Stadt, fügte Matt hinzu. Tobias verbesserte ihn sofort. Eine Geisterstadt, meinst du wohl. Plötzlich packte Ben sie bei den Schultern und schubste sie hinter einen Baum. Soldaten, flüsterte er. Obwohl der Pflanzenteppich das Geräusch der Stiefel dämpfte, hörten sie bald schwere Schritte auf den Pflastersteinen. Zwei Zyniks in Rüstung marschierten mit Lanzen bewaffnet an ihnen vorbei, machten am Steh kehrt, ohne einen Blick auf den Fluss zu werfen und stapften in der Gegenrichtung wieder zurück. Eine Wachpatrouille, meinte Matt, wir sind eindeutig auf dem Gebiet der Königin. Kommt, wir holen die anderen. Die Pans beschlossen, niemanden auf dem Boot zurückzulassen. Sie nahmen sowohl die Hunde als auch ihre Ausrüstung mit und ließen nur das Nötigste an Bord der Stücks. Sollten die Zyniks das Schiff entdecken, würden sie vielleicht an eine Lieferung oder einen Boten glauben. Zumindest hofften sie das. Alle zusammen sind wir zu auffällig, stellte Matt fest. Wir müssen den Hunden ein Versteck suchen. Als sie das schmiedeeiserne Tor passiert hatten, machte Ben etwas abseits des kleinen Platzes eine halb verfallene Scheune aus. Eine Holzwand fehlte, das Stroh im Innern Roch verfault, aber der Stall war groß genug, um allen sieben Hunden Platz zu bieten, ohne dass man sie von weitem sah. Matt umarmte Plusch, die ihm eine Weile nachblickte, bevor sie zu beiden Seiten zweigten zahlreiche Alleen ab, die ein Stück weiter wieder zusammen liefen. Ben, der an der Spitze der Gruppe ging, folgte den mit Glühwürmchen gefüllten Lampen, die einen grünlichen, fast übernatürlichen Schein verbreiteten. Auf einmal tauchte vor ihnen ein großes Gebäude auf einem Hügel auf. Es hatte Spitzdächer, einen Glockenturm mit einer Uhr und schmale Fenster, die unter den Giebeln wie schwarze Augen auf sie blickten. Davor tat sich ein weiter Platz auf, der links und rechts von einer kleinen Mauer eingerahmt wurde. Zu beiden Seiten des Hauses konnte man über einen Tunnel durch den Hügel gehen. Laternen wiesen den Weg. Diesen Ort kenne ich irgendwoher, sagte Neil. Sieht aus wie das Haus in Psycho, witzelte Tobias, um sich von seiner Angst Was ist denn los? Tobias hielt es nicht mehr aus. Er befürchtete eine schlimme Offenbarung, die alle ihre Pläne zunichte machen würde. Stattdessen murmelte Neil. Das ist Disney World. Aber das sieht gar nicht wie ein Vergnügungspark aus, widersprach Chen. Viel unheimlicher. Nein, Neil hat recht, entgegnete Amber. Es wirkt viel bedrohlicher als früher, aber wir sind tatsächlich in Disney World. Sie sahen, dass der Platz vor dem Haus in Wirklichkeit ein Bahnsteig war und die Mauer, vor der sie standen, nichts anderes als die Einfahrt in die Geisterbahn. Rührt euch nicht von der Stelle, zischte Ben. Ich sehe Soldaten, mindestens vier in jedem Gang. Matt zog sie zur Seite. Dann lasst uns um das Gebäude herumgehen. Ich habe schon immer davon geträumt, bei Mickey einzubrechen. Nach ein paar Metern fanden sie eine geeignete Stelle zum Hochklettern. Die Räuberleiter, ein Klimmzug und schwupps hatten alle die Mauer und die Gleise überwunden und standen in einem kleinen Wäldchen. Auf einmal leuchtete der Himmel rot und orange auf. Am Horizont schoss ein heller Lavastrahl zwischen dicken Rauchsäulen in die Höhe. Die Pans kauerten sich instinktiv ins Gebüsch, bis das Licht abgeklungen war. Die Explosion hallte noch lange nach, gefolgt von einem fürchterlichen Grollen, als würde gleich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Land erschüttern. Und jetzt? Disney World ist groß, meinte Chen. Wo, meinst du wohl, hat die Königin ihren Herrschaftssitz eingerichtet? fragte Ben sarkastisch. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal im Schloss nach. Sie schlugen sich durch das Pflanzendickicht bis zu der Rückwand eines Gebäudes im Stil des 19. Jahrhunderts, stießen eine Schwingtür auf und standen am Rand eines Platzes, der von alten verfallenen Häusern umgeben war. In den Fenstern spiegelte sich der brennende Himmel und die Laternen mit den Glühwürmchen verbreiteten ihr fahles Licht. In der Mitte des Platzes ragte ein Mast mit einer rotschwarzen Fahne in die Luft. Darauf prangte ein silberner Apfel, das Wappen der Königin. Das ist die Main Street, rief Amber. Die Hauptstraße führte an heruntergekommenen Fassaden entlang, bis zu einem weiteren, dicht mit Pflanzen bewachsenen Platz in der Ferne, hinter dem sich ein Schloss erhob, das sie sofort erkannten. Die spitzen Türmchen, die sich in den Himmel Rakete, über dem der höchste Turm mit seinem goldenen Dach wie eine mittelalterliche Rakete in den Himmel ragte. Dieses Wahrzeichen ihrer Kindheitsabenteuer hatten sie zu Beginn jedes Walt Disney Films bewundert. Doch jetzt, mit den speienden Vulkanen im Hintergrund schien es eher einem Albtraum zu entspringen. Gerade noch rechtzeitig entdeckten sie die drei Zynics, die auf der Main Street in ihre Richtung marschierten. Wir müssen außen herum gehen, beschloss Matt. Hier erwischen sie uns, noch bevor wir die Zugbrücke erreicht haben. Sie machten Kehrt und betraten einen märchenhaften Wald, wo tropische Bäume, riesige Farngewächse und bunte Blumen wuchsen. Tobias lief mit Matt voraus. Er hielt seinen Leuchtpilz in der Hand. Sobald er ein Loch oder eine hervorstehende Wurzel entdeckte, warnte er die anderen vor der Gefahrenstelle. Ganz in der Nähe plätscherte Wasser. Offenbar floss irgendwo ein Bach durch den Wald. Aber nach all den seltsamen Raubtieren, denen sie in der letzten Zeit begegnet waren, hielten sie sich lieber von seinem Ufer fern. Erschöpft von dem langen Umweg gelangten sie schließlich zu einem großen Gebäude mit gläsernem Kuppeldach, das im Licht der Vulkanlava rot leuchtete. Sie stiegen auf einen nahegelegenen Hügel, von dem aus sie die Rauchfahnen erkennen konnten, die hinter dem Schloss in den Himmel stiegen. Über den südlichen Teil des Parks verteilten sich unzählige Schlote, unter denen riesige Öfen glühten. Die Pans vermeinten fast die Hammerschläge auf dem heißen Stahl zu hören. Malrons Waffenschmiede arbeiteten Tag und Nacht und die Öfen lieferten ununterbrochen Nachschub für die Kriegsmaschinerie, als sollten alle Pans auf einmal mit flüssigem Metall übergossen werden. Der Anblick machte ihnen Angst. Hastig liefen sie den Hang hinab, bis zu einem Weg aus rosa Pflastersteinen, der zum Platz vor dem Schloss führte. Sie schlichen nacheinander zu einer kleinen Wiese, über die sie ganz nah an die Burg herankommen konnten, als Matt plötzlich wie vom Blitz getroffen stehen blieb. In der Mitte des Platzes stand eine offenbar neu errichtete, strahlend weiße Statue. Sie thronte über fünf Meter hoch auf einem Sockel aus Obsidian. Die Statue einer Frau in einer weiten Robe, die alles verbarg außer ihrem bleichen Gesicht. Malrance. In Mets Kopf drehte sich alles. Er starrte die Statue an, die kühl in die Ferne blickte. Jetzt, wo er sie sah, schien es ihm vollkommen logisch. Warum hatte er es nicht schon längst geahnt? Nach den Ereignissen im Torvaderun hätte er es wissen müssen. Malrance, die Königin der Zynix, hatte das Gesicht seiner Mutter. Die Geheimnisse des Körpers. Matt kniff die Augen zu. Gleich würde er aufwachen. Das alles war nur ein Traum. Es konnte nicht anders sein. Seine Eltern verkörperten die beiden feindlichen Lager, und sie waren zu allem bereit, um ihn zu sich zurück zu holen. Das ist bloß ein langer Traum. Ich bin doch nicht der Nabel der Welt, das können nicht meine Eltern sein. Wenn ich mich kneife, werde ich aufwachen und in meinem Bett in unserer Wohnung in Manhattan liegen. Papa und Mama werden aufhören, sich ständig anzuschreien, sie werden die Scheidungspapiere unterzeichnen, ich werde unter der Woche bei dem einen wohnen und die Wochenenden bei dem anderen verbringen und alles wird gut. Er zwickte sich, bis er blutete. Doch das änderte nichts. Dann fiel er auf die alle seine Überzeugungen waren ins Wanken geraten, er konnte und wollte nicht mehr, er fühlte sich plötzlich vollkommen leer. Das war einfach zu viel für ihn. Matt, rief Amber noch einmal, was ist los mit dir? Tobias zeigte auf die Statue. Ich glaube, das ist seine Mutter, sagte er. Ich erkenne sie wieder. Seine Mutter? Aber wie ist das möglich? Keine Ahnung, aber Matt geht es gerade nicht gut. Los, wir müssen ihn vom Weg runter ziehen. Er schafft es nicht aus eigener Kraft. Zu mehreren hoben sie ihn hoch und trugen ihn weg. Als Matt blinzelte und aus seiner Trance erwachte, überquerten gerade zwei Soldaten eine Brücke und marschierten auf ihrer Höhe vorbei. Das war knapp, flüsterte Tobias. Matt wandte sich an ihn. Du hast sie auch erkannt, nicht wahr? Tobias nickte düster. Mal dich daran erinnern, dass sie uns den Krieg erklärt hat, meinte Horace. Wenn sie ihren Sohn sieht, ist das sicher ein Riesenschock für sie, der sie zum Umdenken bewegen könnte. Tobias schüttelte den Kopf. Sie erinnert sich ja schon an ihn, sagte er. Überall in den Städten der Zynix hängen Steckbriefe mit Matt's Gesicht. Und das hat sie uns gegenüber auch nicht milde gestimmt, im Gegenteil. Ich habe gesehen, was sie mit den Pans anstellen, wie sie ihnen Nabelringe verpassen. Und was haben sie mit Ember vor, wenn sie sie fangen? Sie wollen ihr die Haut abziehen. Nein, Malrance ist alles andere als eine freundliche und verständnisvolle Frau. Die anderen protestierten, aber Matt brachte sie zum Schweigen. Wir müssen in das Schloss einbrechen und das steinerne Testament finden, wie geplant. Danach fliehen wir, und zwar so schnell und so weit wie möglich. Die Zugbrücke wurde von zwei Männern in Rüstung bewacht. Die Mauern waren viel zu hoch, ohne Seile konnte niemand außer Chen sie bezwingen. Horace schlug die harte Methode vor, um keine Zeit zu verlieren. Tobias schoss zwei Pfeile ab, Ember lenkte sie und die beiden Männer brachen lautlos zusammen. Die Pans betraten die Eingangshalle und sahen sich nach einer Treppe um. Nachdem sie drei völlig leere Seele durchquert hatten, zwei Etagen nach oben gestiegen und den wenigen Wachen sorgfältig ausgewichen waren, blieben sie ratlos stehen. Meth fragte sich, ob es klug war, auf gut Glück weiter zu suchen. Das Schloss war viel größer, als er gedacht hatte. Da fuhr der Wind in einen riesigen Vorhang, der sich knisternd wölbte. Meth hörte ein schabendes Geräusch, als würde ein Hund sich kratzen. Er schob den Vorhang zur Seite und hätte sich vor Verblüffung beinahe verschluckt. Ein mehr als sechs Meter breiter Schmetterling saß auf einem ausgedehnten Gesims. Um die Mitte seines Leibes war ein Ledersattel geschnallt. Tobias. Ein Speisesaal, dann ein Raum mit Sportgeräten. Meth verlor die Geduld. Als sie um ein Haar zwei schwer bewaffneten Kriegern in die Arme gelaufen wären, die ihre Runde machten, entschied er sich für eine andere Strategie. Sie liefen weiter, bis sie einen einzelnen Soldaten sahen. Chen kletterte die Decke entlang und griff ihn von hinten an. Dann knebelten sie den Mann und schleppten ihn in eine Besenkammer. Das steinerne Testament, fragte Matt. Wo ist es? Der Mann stand sichtlich unter Schock. Er starrte sie an, als wären sie Geschöpfe der Hölle. Matt bohrte ihm die Schwertspitze zwischen die Rippen und der Soldat stöhnte. Er nickte lebhaft, um ihnen zu zeigen, dass er antworten würde, und Chen nahm ihm den Knebel ihn im Schrank ein. Auf Zehenspitzen tappten sie weiter, an einem Balkon über einem großen Saal vorbei, aus dem der Duft von Gebratenem und das Schnarchen mehrerer Männer drang, und öffneten probeweise eine Tür, hinter der ein Bettensaal voller schlafender Zynix zum Vorschein kam. Schließlich gelangten sie zu einer Treppe, die bis vor eine riesige Doppeltür führte. Matt und die Fenster hoch unter dem Dach zu schmal waren, um das rote Licht von draußen herein zu lassen, nahm Matt eine Fackel aus ihrer Halterung an der Wand und zündete sie an. Zwischen den Kandelabern hingen dicke Wandteppiche und ganz am anderen Ende thronte auf einem Podest ein großer Eisensessel, der mit Kissen ausgelegt war. Wir sind fast da, flüsterte Matt. Sag den und die andere nahm er an zu den Gemächern der Königin. Sie schlief bestimmt nicht sehr weit von ihrem Ton entfernt. Er hatte so lange um seine Eltern getrauert und nun wollte er ihnen auf keinen Fall begegnen. Nicht einmal schlafend wollte er seine Mutter sehen, so sehr fürchtete er sich vor seiner eigenen Reaktion. Wäre er wie gelähmt oder würde er im Gegenteil seinem Zorn freien Lauf lassen? Wie konnte sie nur all diese Männer mit fanatischen Hassreden gegen die Pans aufwiegeln? Wie um alles in der Welt war sie in der Lage gewesen, so abartige Grausamkeiten wie den Nabelring und die Kindesentführung zu befehlen? Und jetzt den Krieg? Welche Mutter war fähig, Vernichtung aller Kinder dieser Erde zu fordern? Matt kniete sich nacheinander vor beide Türen und legte seine Hand an die Ritze zwischen dem Holz und dem kalten Boden. Unter der zweiten fuhr ein leichter Windzug hindurch. Er öffnete sie und erblickte eine weitere sehr schmale Treppe. Sie stiegen die nicht enden wollende Wendeltreppe hinauf, bis sie schließlich ganz oben im höchsten Turm des Schlosses anlangten. In einem runden Zimmer, von dem aus man ganz Wirtlon Dice überblickte. Durch das große runde Fenster sah Matt die Vulkane, die etwa 50 Kilometer entfernt aus den Nebelschwaben ragten. Ein spektakuläres Gebirge, das in einer Dezembernacht innerhalb weniger Stunden aus der Erde gewachsen war. Die Lavaströme krochen über die Abhänge wie Feuerdrachen, die sich aufmachten, die ganze Welt zu verschlingen. Aus den Augenwinkeln bemerkte Matt ein seltsames Möbelstück, einen Holzrahmen, über den eine Tierhaut gespannt war. Auf diesem Pergament waren mit schwarzer Tinte mehrere Punkte eingezeichnet, die an ein Sternbild erinnerten. Amber ging in die Mitte des Zimmers. Hier ist es, sagte sie andächtig. Ein Block aus getrockneter Lava von der Größe eines Tisches. Matt steckte seine Fackel in ein Loch des schwarzen Ein Teil des Steins war vollkommen flach, bis auf einige leichte Rillen und Dellen. Das ist eine Karte mit allen Kontinenten, verkündete Amber, die den Stein ebenfalls genau studierte. Da sind seltsame Zeichnungen drauf, und hier mitten im Atlantischen Ozean befindet sich ein Stern. Du musst deine Muttermale mit diesen Zeichnungen vergleichen, meinte Matt und gab den anderen mit einer Handbewegung zu verstehen, dass sie wieder ins Treppenhaus hinausgehen sollten. Amber nickte. Ich habe am ganzen Körper welche. Wir lassen dich jetzt allein. Es ist nur, es hieß, die Haut des gesuchten Kindes müsste über die ganze Karte ausgebreitet werden. Allein kann ich die Karte nicht lesen. Matt blickte sie einen Augenblick lang an. Dann sagte er leise, ich tief in die Augen. Ich bleibe natürlich nur, wenn du es willst. Amber antwortete nicht. Sie nahm ihn bei der Hand und zusammen beugten sie sich über das steinerne Testament. Hilf mir, dieses Rätsel zu entschlüsseln, bat sie ihn. Die Proportionen stimmen nicht ganz, bemerkte Matt sofort. Der Abstand zwischen Europa und Amerika ist winzig, da hat gerade mal dieser Stern Platz. Das gilt für alle Ozean und Meere. Die Kontinente haben sich einander angenähert. Ich glaube, wenn du dich darauf legst, bedeckt dein Körper einen Teil der Erdkarte. Wir brauchen einen Anhaltspunkt, damit ich mich richtig hinlege, sonst hat es keinen Sinn. Dieser Stern in der Mitte ist nicht zufällig da. Wenn du dich so herum hin legst, bedeckst du die meisten Zeichnungen und dann befindet er sich genau unter deinem Nabel. Ember nickte eifrig. Du hast recht. Das Symbol des Lebens, die Schnur, die eine Mutter mit ihrem Kind verbindet und die Erde mit uns. Sie seufzte und trat einen Schritt zurück. Gut, ich mache es, sagte sie mit zittriger Stimme, und du musst hier bei meiner Augen sein. Dann ging sie in eine dunkle Ecke des Raumes und zog sich vollkommen aus. Ein Frösteln überlief sie. Es war kalt in dem Turmzimmer. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und drehte sich zum steinernen Testament um. Ihre Kehle war wie zugeschnürt und das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Zu ihrer Überraschung hatte auch Matt sich ausgezogen. Er stand nackt auf der anderen Seite des Lavatisches. Wir stehen alles gemeinsam durch, sagte er sanft. Auch das. Amber blickte ihn lange an. Jetzt waren sie beide gleich verletzlich und sie fühlte sich weniger unwohl. Langsam ließ sie die Arme sinken. Ich bin soweit, glaube ich. Sie setzte sich auf den Stein, der so kalt war, dass sie zusammen zuckte. Matt half ihr, sich so hinzulegen, dass ihr Nabel genau über dem Stern war. Als sie seine Finger an ihrem Körper spürte, begann ihre Haut zu prickeln. Richtig so? Oder sollte ich mit dem Kopf nach unten liegen? fragte sie. Matt sah sich alles genau an. Er konzentrierte sich auf seine Aufgabe und versuchte sie so wenig wie möglich zu berühren. Nein, andersherum würden deine Schultern über den Stein hinaus ragen. So ist es gut. Jetzt musst du meine Muttermale untersuchen. Es tut mir leid, Matt. In dieser Position kann ich selbst die Male nicht mit der Karte vergleichen. Ich mach das schon. Bleib so. Er stützte ein Knie auf den Tisch, um sich besser über sie beugen zu können und senkte den Blick auf ihren Körper. Mads Pulsschlag beschleunigte sich, als er sie so vor sich liegen sah, vollkommen nackt. Er war aufgeregt und verlegen zugleich, doch er wollte ihr helfen, so gut er konnte. Als erstes inspizierte er ihren Nabel. Ihre weiße Haut war von Sommersprossen übersät und einige Muttermale bildeten eine eigenartige Konstellation. Unwillkürlich wanderte sein Blick nach oben, geleitet von den braunen und schwarzen Punkten und blieb an den Brüsten haften. Sie waren wunderbar rund und die rosa Matt schluckte und setzte seine Reise über die Haut seiner Freundin fort. Auf ihren Schultern hatte sie weniger Muttermale. Er kehrte zum Nabel zurück. Sein Atem ging schneller, er wagte nicht weiter nach unten zu blicken. Embers Hand legte sich um seine Finger. Er fasste die Geste als Ermutigung auf und musterte die Anordnung der kleinen Leberflecke auf ihrer Hüfte. Dann senkte er den Blick hastig zu ihren Oberschenkeln und versuchte die hellen Haare zu ignorieren, die ihn so verlegen machten. Er untersuchte die Knie, dann die Waden. Im vergangenen Winter hätte er noch alles gegeben, um ein so hübsches Mädchen nackt sehen zu dürfen, aber jetzt fühlte er sich unglaublich unsicher. Der Respekt, den er vor Ember hatte, fragte sie. Matt holte tief Luft, um seine Verwirrung zu verscheuchen. Du hast weniger Muttermale als Sommersprossen und, um ehrlich zu sein, ich sehe nichts Besonderes. Irgendetwas muss es aber geben. Plötzlich hatte Matt den Eindruck, dieses seltsame Mosaik wiederzuerkennen. Er stieg vom Tisch herab und stellte sich vor das aufgespannte Pergament. Das ist der große Plan, begriff er. Von dieser vor sie hier aufgewacht ist. Sie hat sie sofort festgehalten, weil sie wusste, dass es wichtig war. Sie entspricht genau dem, was du auf der Haut hast. Wenn die Muster identisch sind, warum braucht sie mich dann? Matt zuckte die Achseln und ging wieder zum Tisch zurück. Vielleicht weiß sie nicht, wie rum sie den Plan lesen soll. Amber nahm Mets Hand und legte sie auf ihren warmen Bauch. Schau weiter, bat sie ihn. Vielleicht entsprechen die Muttermale ja Städten oder so. Dazu werde ich dich etwas hochheben müssen. Amber nickte und ging ins Hohlkreuz, damit er die Muttermale auf ihrem Bauch mit der Karte unter ihr vergleichen konnte. Ich bin nicht sicher. Ich habe den Eindruck, dass das hier Florida ist, sagte er. Hier, schau weiter. Matt legte seinen Zeigefinger auf ein Muttermal auf ihrer Hüfte und half Amber mit der anderen Hand ein wenig zur Seite zu rutschen, bis der entsprechende Abschnitt der Karte sichtbar wurde. Das könnte New York sein. Er wiederholte die Prozedur mit einem anderen Mal. Chicago, denke ich. Orte, an denen der Sturm heftig zugeschlagen hat, wo er Spuren hinterlassen haben könnte, wie hier und auf diesem Tisch. Der große Plan ist nicht vollständig. Jetzt, wo ich deine Haut genauer betrachte, sehe ich Unterschiede. Auf dem, was Malrance gezeichnet hat, fehlen die Muttermale, sie hatten nur die Sommersprossen und die hellbraunen Leberflecke vermerkt, aber nicht die, die ganz schwarz sind und einen Ort markieren. Matt hatte sich inzwischen an den Hautkontakt mit Amber gewöhnt. Er konnte jetzt einen halbwegs klaren Kopf bewahren, während er sie berührte. Er musterte die Sommersprossen um ihren Nabel herum und stellte auf einmal fest, dass sie in verschiedene Richtungen zu weisen schienen. Es war kaum zu erkennen, aber sie wirkten ganz leicht verformt, als wären sie mit einem Pinsel verspritzt worden. Warte mal, sagte er, völlig in seiner Entdeckung versunken. Matt beugte sich so weit vor, dass er seinen eigenen Atem auf Ambers Haut spürte. Eine Gänsehaut überlief sie. Die Vulkane grollten und warfen ein flackerndes rotes Licht in den Raum, das die Schatten zum Tanzen brachte. Matt identifizierte drei Richtungen, die vom Nabel ausging. Die erste führte zum rechten Oberschenkel. Matt folgte ihr mit dem Finger und strich Amber über die Innenseite ihres Beins. So stieß er auf ein Karte verglich, merkte er, dass es einen Ort in Europa markierte, den er nicht kannte. Er beschloss, diesen erst einmal beiseite zu lassen und folgte der zweiten Punkt Reihe. Sie führte in gerader Linie zu Matt hielt inne, als seine Hand die feinen Haare zwischen ihren Beinen erreichte. Er konnte nicht weitermachen. Nicht in dieser Richtung. Das war Ambers Intimbereich. Mehrere kleine Flecken, fast wie mit Schminke aufgetragene Pünktchen verliefen nach unten in dieses Heiligtum. Das konnte er einfach nicht und er wagte auch nicht, es zu erwähnen. Lieber wandte er sich der letzten Linie zu, die auf ihre linke Brust zusteuerte. An der Unterseite ihrer Brust war ein kleiner dunkler Ring zu sehen. Matt zögerte, doch dann legte er seine Hand darauf. Matt forderte Amber auf, sich zur Seite zu drehen und nach mehrmaligem Überprüfen markierte er den Ort mit dem Finger auf der Karte. Es tut mir leid, entschuldigte er sich und zog seine Hand zurück. Sie antwortete nicht und setzte sich auf, um zu sehen, worauf Mets Finger zeigte. Dort befindet sich der blinde Wald, meinte er. Und zwar das Herz des blinden Waldes, Matt. Dort in der Mitte kann ich mir nur eine Stelle denken und wir wissen beide, um was es sich handelt. Das große Nest, sagten sie wie aus einem Mund. Vor Mets innerem Auge tauchte das auf, was die Chloropanphyliker die Seele des Baumes des Lebens nannten. Eine wundersame Kugel aus Licht und Energie. Amber war eine Karte und diese Karte forderte schien. Malrons und die Seelenlosen Tobias und die anderen Pans warteten ungeduldig im Thronsaal und hofften endlich die Schritte ihrer Freunde auf der Treppe zu hören. Aber es tat sich nichts. Aus Angst vor den Wachpatrouillen versteckten sie sich schließlich hinter den Wandteppichen, die einen schmalen Raum zwischen sich und der Mauer ließen. Sagt mal, findet ihr nicht, dass wir mal oben nachsehen sollten, ob alles okay ist? fragte Neil. Nope, sagte Tobias. Es gibt nur einen einzigen Eingang und den überwachen wir. Ihnen kann nichts passieren. Sollen wir etwa hier versauern? Irgendwann werden sie merken, dass die Wächter am Eingang nicht mehr da sind. Wir müssen das Schloss vor dem Morgengrauen verlassen. Wir warten erst mal ab. Nach einer kurzen Pause wandte Die Gegend ist total unheimlich, wie auf einem anderen Stern. Ich habe den Eindruck, dass hier irgendwie alles scheintot ist. Naja, Florida halt, scherzte Horace, erntete damit aber keine Lacher. Ben trat hinter seinem Vorhang hervor. Ich drehe mal eine Runde und schaue nach, ob die Treppe immer noch unbewacht ist. Ich komme mit, sagte Chen. Nix da, niemand geht irgendwo hin, befahl Tobias, wir dürfen uns nicht trennen. Ben warf ihm einen finsteren Blick zu, aber Tobias starrte unbeeindruckt zurück. Schweigend warteten sie weiter. Die Minuten krochen quälend langsam dahin. Sie zuckten zusammen, als plötzlich ein Horn durch die Gänge, Säle und Hallen schallte. Es klang wie ein ganzes Orchester. Das ist der Alarm, rief Neil panisch. Ich habe euch gewarnt. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir sitzen in der Falle. Sei still, fuhr Horace ihn an und warnte sich an Tobias und Ben. Was machen wir? Gehen wir rauf und holen sie oder kämpfen wir hier bis zum Umfallen? Noch wissen sie nicht, wo wir sind, entgegnete Tobias. Schlimmstenfalls haben sie die toten Wachposten gefunden. Bis sie das ganze Schloss durchkämmt Er zündete in aller Hast einige Fackeln an und verschwand dann hinter der Holztür, hinter der sich Metz Vermutungen zufolge die Gemächer der Königin befanden. Tobias steckte rasch seinen Leuchtpilz ein und schnitt mit seinem Messer ein Loch in den Wandteppich, um den Raum überblicken zu können. Die Fackeln hüllten den Saal in einen warmen Schein. Mit angehaltenem Atem warteten die Pans, was nun geschehen würde. Als der Mann zurückkam, wurde er von der Königin begleitet, eine große, hochmütig auftretende Frau. Sie trug eine schwarz-weiße Robe mit einem Schleier, der nur ihr Gesicht freiließ. Sie wirkte verführerisch und bedrohlich zugleich. Tobias erkannte sie sofort. Es war wirklich Metz Mutter. Allerdings strahlte sie eine Autorität und eine als ein Hühne durch die Tür trat. Twine war ganz in Schwarz gekleidet und hatte einen sorgfältig gestutzten Kinnbart. Alles an ihm, von seinem entschlossenen Gang bis hin zu seinem harten Blick, verriet den kampferprobten Krieger. Tobias drückte sich gegen die Wand und bemerkte, dass die anderen es ihm gleicht taten. Erleichtert stellte er fest, dass der General weder nach rechts noch nach links blickte. Ein Einbruch, sagte er. Die beiden Türwächter wurden ermordet. Hier, bei mir, donnerte die Königin und ballte die Faust. Wer war das? Wir wissen es noch nicht, meine Königin. Die Suche ist in vollem Gange. Alle Mann im Schloss sind wach und werden eure Gemächer durchkämmen, um eure Sicherheit zu garantieren. Die Mutanten können es nicht sein, sie haben sich mit uns verbündet. Wer dann? Twine neigte den Kopf. Es könnte sich um Kinder handeln. Wir haben keinen anderen Feind, der in der Lage wäre, hier einzudringen und Pfeile abzuschießen. Kinder? Ihr macht Witze, General. Unter meinem Dach? Nun, ich wüsste keine andere Erklärung. Malrance rieb sich das Kinn und überlegte. Schön, dann müssen wir das Twine wurde leichenblass, obwohl er nicht so aussah, als könnte ihn irgendetwas erschüttern. Seid ihr sicher? Seit Monaten lasse ich sie an Kleidern schnüffeln, die Kinder oder Jugendliche getragen haben. Die Seelenlosen sind jetzt bereit. Wenn sich irgendwo unter diesem Dach Kinder aufhalten, dann werden sie sie aufspüren und wenn sie schon verschwunden sind, dann wird die Horde ihnen hinterherjagen wie eine wirklich ist, über sie sind die wildesten Gerüchte im Umlauf. Es wird sogar schon gemunkelt, dass sie eine Hexe seid und die Horde mit schwarzer Magie heraufbeschworen habt. Unsinn! Ich habe die Bestien nur eingefangen und gezähmt. Wie ihr wisst, mein lieber Twine, haben sich die meisten Männer und Frauen unserer Welt während der Katastrophe in Luft aufgelöst. Sie wurden vernichtet. Es wurden von den göttlichen Blitzen getroffen. So ist das Leben in ihren Körper zurückgekehrt, nicht aber ihre Seele, und das hat sie zu furchterregenden Geisterwesen gemacht. Ich nehme an, wie bei jedem bedeutenden Projekt gibt es auch hier unvorhersehbare Risiken, mögliche Berechnungsfehler, und die Horde ist Teil dieses Chaos? Nein, Gott macht keine Fehler. Wenn er beschlossen hat, diese Wesen leben um sein Werk zu vollenden. Vergebt mir, meine Königin, sagte General Twine und setzte ein Knie zu Boden. Ein kaltes Grinsen umspielte die Mundwinkel der Königin. Diese Männer, die solche Gerüchte über mich verbreiten, die sagen, dass ich eine Hexe sei. Ja, meine Königin, auf den Scheiterhaufen mit ihnen. Twine senkte den Kopf. Euer Wunsch ist mir Befehl. Twine marschierte auf den Ausgang zu, während Malrons langsam im Thronsaal auf- und abschritt. Tobias wurde Angst und Bange. Die Horde der Seelenlosen? Was um Himmels Willen war das? Malrons stand jetzt vor dem Wandteppich, hinter dem die Pan sich versteckten. Tobias hatte auf einmal den Eindruck, dass sein Herz so laut schlug, dass alle im Saal es hörten. Konnte die Königin durchsichtig, sie kann uns nicht sehen. Dennoch zweifelte Tobias. Das Gesicht der Königin verzerrte sich. Sie hatte etwas Verdächtiges bemerkt. Knecht, hast du die Fackel hier entfernt? Nein, meine Königin, natürlich nicht, ich werde sie sofort ersetzen lassen, seit sie hob herrisch den Zeigefinger. Der Mann verstummte sofort. Niemand hat unbefugt Zutritt zu diesem Saal, überlegte sie laut. Niemand! Ihr Gesicht leuchtete auf und sie eilte auf den Ausgang zu. Raus! Verriegle diese Tür und lass die Horde los! Sie sind oben, im Turm mit dem steinernen Testament! Alles ging so schnell, dass die Pans nicht reagieren konnten. Die Königin und ihr Diener verließen überstürzt den Raum und draußen schob sich eine Stange vor die beiden Türflügel. Die Eindringlinge saßen in der Falle. Tobias kam aus ihrem Versteck hervor und machte ein paar Schritte auf die Saalmitte zu. Sie haben uns eingeschlossen, sagte er. Seine Stimme hallte unter der hohen Deckel wieder. Die anderen gesellten sich zu ihm. Allen war sehr mulmig zumute. Wusste ich's doch, ich hätte rausgehen sollen, fluchte Ben mit einer Verzweiflung, die Tobias bei ihm Ich kümmere mich darum, erklärte Tobias. Versucht ihr so lange den Eingang zu blockieren. Tobias rannte die Wendeltreppe hoch und trommelte an die Tür zum Turmzimmer. Die Tür öffnete sich umgehend. Mets Schwertspitze tauchte auf. Ich bin es, rief Tobias. Wir haben Besuch. Wir haben das Horn gehört und wollten sowieso gerade runter kommen. Habt ihr etwas entdeckt? Matt und Amber wechselten einen raschen Blick. Ich erkläre euch alles, sobald wir hier raus sind, sagte Matt, während sie die Stufen hinab liefen. Warte, so leicht ist das nicht. Die Königin hat den Thronsaal verriegeln lassen und will uns irgendetwas auf den Hals hetzen. Irgendetwas? fragte Amber. Sie nennt es die Horde der Seelenlosen und sogar die Zyniks haben Angst davor. Die Gemeinschaft der drei stieß zu den anderen Pans, die einen Schreibtisch, eine Kommode und mehrere Stühle als Barrikade vor der Tür aufgestapelt hatten. Aus den Gemächern der Königin, erklärte Chen, nur Waffen haben wir dort nicht gefunden. Matt ging hinein. Die Wohnung meiner Mutter von Malrons, sagte er. Die Tür Madra, flüstert Tobias. Die Tür Madra und der Tor Die Tür Madra. Das ist ein Name, den ich einmal gehört habe, als ich im Tor Vaderon war. Er wollte ihr zuvorkommen, sie besiegen. Ich glaube, dass er Malron so nennt. Die Tür Madra. Matt bohrte seine Schwertspitze in einen Teppich und schob ihn beiseite. Was machst du da? Ich suche einen Geheimgang. Im Zimmer der Königin muss es sowas doch Falltüren oder falschen Spiegel. Matt hörte nicht hin und sah hinter jedem Möbelstück nach, in jedem Winkel, umsonst. Plötzlich vernahm sie einen dumpfen Stoß, der den ganzen Raum zum Beben brachte, gefolgt von dem Splittern von Holz. Sie kommen, brüllte Ben. Matt hob sein Schwert. Seine Hände umklammerten den Griff, er konnte den Stahl fast riechen. Die Angst und Verwirrung, in die ihn der Anblick der Statue gestürzt hatte, waren wie weggeblasen. Er dachte nur noch an den bevorstehenden Kampf gegen die Schergen der Königin. Töten, um seinen Zweifel auszulöschen, um sie für das zu bestrafen, was er gerade durchmachte, um sich zu rächen. Nun würde er seine böse Seite zum Ausdruck bringen und seiner Lust an der gewaltfreien Lauf lassen, als wären Malrons und ihre Henkers Sein Gesicht veränderte sich. Die Furcht verschwand, machte ungeheurer Entschlossenheit Platz. Die Barrikade gab nach. Die Pans wichen zurück. Was dadurch die Tür brach, ließ sie vor Entsetzen erstarren. Die Horde. Die Horde Als die Türflügel zerbarsten, stand Matt mit erhobenem Schwert mitten im Thronsaal. Sechs Wesen stürzten in den Raum, zum Teil auf allen Vieren, zum Teil aufrecht. Sie waren von menschlicher Gestalt, ihre Arme und Beine steckten in schwarzen Stahlhüllen, die mit spitzen Zacken versehen waren, und sie trugen weite zerrissene Tuniken, die sie wie Geister von Rittern aussehen ließen. Von den Schultern aufwärts sahen sie aus wie Zwitterwesen aus Mensch und Hund. Ihre verwinkelten Eisenhelme schützten einen monströsen Kopf mit langer Schnauze, kräftigen Kiefern und hoher Stirn. Sie begannen sofort laut zu schnüffeln und die Mäuler zu recken. Der Erste richtete sich hoch auf, neigte sein Gesicht oder das, was ihm als Gesicht diente, zur Seite und blickte Matt an. Der Junge glaubte zwei gelbe Augen unter der unförmigen Maske zu erkennen, die ihn interessiert und gierig musterten. Dann fiel das Wesen auf alle Viere und machte einen gewaltigen Satz auf ihn zu. Matt versuchte nicht, dem Zusammenstoß auszuweichen, im Gegenteil. Er stellte sich breitbeinig hin und lauerte auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Einen Sekunden Bruchteil später war der Seelenlose über ihm und Mäts Klinge sang wie geschliffenes Kristallglas. Sie bohrte sich an der Schulter in die Rüstung, zerfetzte das Fleisch und ließ eine Fontäne purpurner Flüssigkeit aufspritzen. Der Arm des Seelenlosen fiel zu Boden und die Kreatur stolperte mit einem Knurren. Sofort verbreitete sich ein übler Geruch. Kaum hatte Matt sein Schwert zurückgezogen, stand auch schon ein weiterer Seelenloser vor ihm und zerriss ihm mit seinen Stahl bewährten Krallen das T-Shirt, um sich einen Weg zu seinem Herzen zu bahnen. Das Unmögliche geschah. Die Krallen fuhren durch seine Schutzweste aus Kevlar, als wäre sie aus Papier und drangen in seine Brust ein. Matt unterdrückte einen Schmerzensschrei und wich zurück, bevor die Krallen sich in ihm festbohren konnten. Er versuchte dem Angreifer die Hand abzuhacken, aber der Seelenlose packte blitzschnell seinen Waffenarm. Mit einem triumphierenden Zischen streckte er die andere Hand aus, um ihn mit der langen Kralle aufzuspießen. Da bohrten sich zwei Pfeile in seine schwarze Maske. Er wankte, ließ Matt aber nicht los und riss sein Opfer plötzlich in die Höhe. Matt schrie gellend auf und ließ sein Schwert fallen. Zwei weitere Pfeile sausten in eine Augenöffnung. Das Ziel. Die vier anderen Seelenlosen rückten näher und gaben dabei aggressive Grundlaute von sich, mit denen sie offenbar untereinander kommunizierten. Tobias legte einen neuen Pfeil auf und Chen lud seine Armbrust. Pass auf, warnte Chen, die sind verdammt schnell. Amber rannte herbei und zog den Teppich über Matt zur Seite. Er war noch völlig betäubt von dem Aufprall und blutete an Waffe zu Füßen der Monster erblickte. Die Seelenlosen schwärmten aus, um ihre Gegner einzukreisen. Sie jagen wie eine Meute, rief Ben. Da erhob sich der erste Seelenlose plötzlich. Sein abgeschlagener Arm rutschte über den Boden, flog zurück an seinen angestammten Platz, als würde er von einem Magneten angezogen und verschmolz mit einem abartigen Schmatzen mit dem Fleisch und dem Weile fielen aus dem Helm des Zweiten, der sich ebenfalls wieder aufrichtete. Währenddessen versuchten zwei Seelenlose Ben anzugreifen. Horace hielt einen von ihnen mit einer Fackel im Schach, die er von der Wand gerissen hatte. Den anderen wehrte Ben mit seiner kleinen Axt ab und trat gegen das, was er für das Knie der Bestie hielt, doch die zuckte nicht einmal und rammte dem Jungen die Faust ins Gesicht, woraufhin er mit blutiger Nase zusammenbrach. Der Seelenlose stürzte sich auf ihn, um ihm die Krallen in den Hals zu bohren. Amber zielte mit der Hand auf das Monster und nahm ihre ganze Kraft zusammen, um es gegen die Wand zu schleudern. Doch ohne die Unterstützung des Skara-Heers brachte die Wucht ihrer Gedanken das Wesen nur kurz aus dem Gleichgewicht. Ben konnte sich gerade noch wegrollen. Sofort baute sich ein weiterer Seelenloser über ihm auf und bohrte ihm seinen Stahlhandschuh in den Magen. Ben brüllte wie am Spieß. Auch für Chen und Tobias war die Lage kaum besser. Sie wurden von zwei Seelenlosen angegriffen, die drohend ihre Rüstung klappern ließen. Ein weiteres Monster kroch wie eine hungrige Hyäne auf Amber und Metsu. »Wir sind verloren,« stöhnte Amber. »Sie sind unverwundbar. Sie werden uns in Stücke reißen.« »Kannst du uns einen Aufschub verschaffen, wenn du die Käfer zu Hilfe nimmst?«, fragte Matt. »Sie sind dort drüben, in meinem Rucksack, auf der anderen Seite des Saals, neben Neil.« Der Seelenlose vor ihnen knurrte und setzte zum Sprung an. »Benutze deine Alteration,« schrie Matt, während er unter dem Angreifer hindurchrollte, um ihn abzulenken. Amber konzentrierte sich auf ihren Rucksack und öffnete ihn mit Gedankenkraft. Der Behälter mit den Leuchtkäfern wurde sichtbar. Sie ließ ihn nicht aus den Augen und bewegte ihn vorsichtig in ihre Richtung. Kaum war Matt den Krallen ausgewichen, da sah er einen weiteren Handschuh, der auf seine Augen zufuhr. Er packte die Hand und verdrehte das Gelenk so fest er konnte. Die Knochen brachen, und der Seelenlose warf sich mit einem Höllenschrei auf ihn. Als sie über den Boden rollten, bekam Matt sein Schwer zu fassen und bohrte es der Kreatur in die Eingeweide. Tobias und Chen wichen Schritt für Schritt zurück und beschossen ihre Gegner, ohne sie außer Gefecht setzen zu können. Denn sobald die Wunden sich widerschlossen, fielen die Pfeile und Bolzen einfach von ihnen ab. Bald standen sie von zwei geifernden Monstern bedrängt mit dem Rücken zur Wand. Horace versuchte, die Bestie anzuzünden, die auf Ben einschlug. Als die Fetzen endlich Feuer fing, drehte sich der Seelenlose wie wild um die eigene Achse, als begreife er nicht, was vor sich ging. Das fachte die Flammen noch mehr an, und das Monster verwandelte sich in eine lebende Fackel. Grauenhafte Schreie drangen aus seinem Helm, begleitet von einem widerwärtigen Geruch. Matt hackte einem Seelenlosen, der sich gerade aufrappeln wollte, den Arm ab und rannte in die Gemächer der Königin, wo er ein Fenster einschlug. Er beugte sich in die Nacht hinaus und pfiff, so laut er konnte, auch wenn er nicht sicher war, in welcher Richtung die Scheune lag. In der Zwischenzeit eilte Neil zu Ben und legte die Hände auf seine Wunde, aus der sich ein beängstigender Blutstrom ergoss. Der Behälter mit den Käfern glitt über die Fliesen bis zu Embers Füßen. Mit zitternden Fingern schraubte sie den Deckel ab. Die Energie des Skara-Heers war so elektrisierend, dass sich die Härchen in ihrem Nacken aufstellten. Auch Neil spürte ihre Wirkung. Seine Handflächen wurden heiß, und Ben wandte sich vor Schmerzen, als ein weißer, stinkender Rauch aus seiner Wunde aufstieg. Gleichzeitig ging der Seelenlose, dem Matt soeben noch den Arm zertrümmert hatte, ungerührt wieder zum Angriff über. Die Bestien erholten sich so schnell von ihren Verletzungen, dass sie doppelt so zahlreich erschienen. Tobias sah, wie der Helm vor ihm aufklappte. Zum Vorschein kam ein grässliches, braunes Maul, das von gelbem Schimmel überzogen war. Es öffnete sich zu einem ungeheuren Schlund, groß genug, um den Schädel eines Menschen zu verschlingen. Die grauen Zähne blitzten im Licht der Fackeln auf, während eine durchsichtige Flüssigkeit auf den Boden tropfte. Ein silberner Blitz trennte das schreckliche Maul vom Kopf, und mit einem zweiten mächtigen Schlag enthauptete Matt ihn vollständig. Neil nahm erschöpft die Hände von Bens Bauch und wollte aufstehen, doch da wurde ihm plötzlich schwindelig, und er musste sich an Horace festhalten, um nicht umzufallen. Im nächsten Augenblick sah er einen Seelenlosen an sich vorbeisausen und gegen die Wand krachen. Ein weiterer landete grunzend auf dem Thron. Amber war am Werk. Wie im Rausch hob sie die Wesen an und zerschmetterte sie, als wären es Porzellanfigürchen. Matt gab Amber Rückendeckung und hackte einer Kreatur den Kopf ab, die sich von hinten an seine Gefährtin anschleichen wollte. Jede Wunde verursachte einen unerträglichen Gestank, der inzwischen den ganzen Saal verpestete. Plötzlich tauchten zwei weitere Gestalten im Raum auf. Ein bärtiger Mann mit der Statur eines Kriegers und durchdringendem Blick, und hinter ihm eine Frau, die er nur zu gut kannte. Malrance. Sie starrte Matt an. Das war sie. Seine Mutter. Anmutig und charismatisch. Sie sah genauso aus, wie er sie in Erinnerung hatte, und doch war sie wie verwandelt. Sie hatte etwas Grausames an sich. Etwas durch und durch Böses. Du? zischte sie. Wie hypnotisiert von dieser Erscheinung ließ sich Matt einen Augenblick lang ablenken. Amber konzentrierte sich weiter darauf, die Angreifer von den anderen Pans fernzuhalten, und übersah dabei den Seelenlosen, der über ihr an der Decke hing. Er ließ sich auf sie herabfallen wie eine Spinne auf ihr Opfer und umschlang sie mit allen vier Gliedern. Seine Krallen bohrten sich ihr in den Magen, Rücken, Brust und Schultern. Amber gab ein ersticktes Wimmern von sich, als sie merkte, dass ihre Atmung nicht mehr funktionierte. Blut schoss aus ihren Wunden, und sie zuckte ein paar Mal, bevor sie erschlaffte. Ihr Aufstöhnen riss Matt aus seiner Lähmung. Er bohrte seine Klinge bis zum Schaft in den Seelenlosen und riss sie mit solcher Wucht nach oben, dass das Monster in zwei Hälften geteilt wurde. Matt sprang über die Lache aus Eingeweiden und drückte Amber an sich. Sie rang röchelnd nach Luft. Ihre Finger klammerten sich an ihn. Das Leben wich aus ihrem Körper. Ihre Lippen färbten sich blau, ihre Augen trübten sich. Amber würde in seinen Armen sterben. »Nein!« brüllte Matt. »Nein! Du darfst mich nicht verlassen!« Neil stieß Matt beiseite und grub die Hände in Ambers blutdurchtränktes Hemd. Matt Carter hob den Kopf und blickte Malrons an. Das war nicht mehr seine Mutter. Niemals hätte die Frau, die ihn zur Welt gebracht hatte, ein solches Blutbart angezettelt. Niemals hätte sie die Auslöschung der Pans gewollt. Malrons mochte äußerlich seiner Mutter ähneln, aber auch nur äußerlich. Alle Gewalttaten, die er in den letzten Monaten hatte begehen und verarbeiten müssen, kam jetzt auf einmal in ihm hoch. Er packte sein Schwert und stürmte auf sie los. General Twine trat einen Schritt vor, um ihm den Weg zu versperren, und richtete sein riesiges Schwert auf ihn. Matt fuhr im letzten Augenblick herum und hieb mit all seiner übernatürlichen Kraft auf Twines Klinge ein, die sofort brach. Während der Krieger noch verdattert auf sein geborstenes Schwert hinuntersah, warf sich Matt gegen seinen mächtigen Oberkörper und stieß ihn beiseite. Doch so leicht ließ sich General Twine nicht besiegen. Er packte Matt bei den Haaren und schleuderte ihn gegen die Wand. Dann versuchte er, dem Jungen mit seinem kaputten Schwert den Hals aufzuritzen. »Halt!« schrie die Königin. »Ich will ihn lebend!« Der General hielt kurz inne, was Matt dazu nutzte, zum Gegenangriff überzugehen. Aus den unteren Stockwerken drang das Gebrüll von Soldaten. Als Tobias neben Amber niederkniete, sah er, wie sie versuchte, Nils Hände wegzuschieben. Der Junge war leichenblass. »Nil!« stöhnte sie. »Du verausgabst dich zu sehr. Lass!« Aber er hörte nicht auf sie. Eine Wunde nach der anderen schloss sich, und plötzlich konnte Tobias durch Neil hindurchsehen, so als verflüchtigten sich seine Haut und seine Organe. Er schien nicht mehr ganz zu ihrer Welt zu gehören. Amber hingegen gewann wieder an Farbe. »Nein!« schrie sie mit dem bisschen Kraft, das ihr noch blieb. Neil zitterte. Ein eiskaltes Zittern. Der Hauch des Todes. Er hatte alles für Amber gegeben. »Sie muss leben!«, flüsterte er. »Sie muss leben!« »Sie ist Edens einzige Hoffnung!« Dann kippte er um. Alles Leben hatte seinen Körper verlassen. Matt sah Plush hinter Malrons auftauchen, gefolgt von Gus und den anderen Hunden. Sie rannten die Königin und Twine einfach um, und Lady stürzte sich auf einen Seelenlosen, der gerade Tobias in Stücke reißen wollte. Mit einem einzigen Biss brach sie ihm das Genick. Die Bolzen aus Chans Armbrust verschafften Tobias eine kleine Verschnaufpause, in der er Amber half, Neil auf den Rücken seines Hundes zu hieven. Gleich darauf ritten sie alle auf die Treppe zu. Als Matt sich auf Plushs Rücken schwang, versetzte Twine ihm einen letzten verzweifelten Fausthieb in die Rippen, doch der Schlag prallte an der Schutzweste aus Kevlar ab. Malrons presste sich an die Wand, um nicht von Plush niedergetrampelt zu werden. Im nächsten Augenblick waren Hund und Reiter verschwunden. Trennung Die Hunde flogen eher über die Stufen, als dass sie liefen. Sie durchquerten einen langen Gang, und Horace-Hund Billy, der die Gruppe anführte, brachte zwei Wachposten zu Fall, die sich auf sie stürzten. Ben klammerte sich an seinem Husky fest. Obwohl sich die Wunde an seinem Bauch dank Niels Einsatz wieder geschlossen hatte, konnte er sich nur mit größter Mühe auf Takers Rücken halten. Chen erschoss einen weiteren Soldaten, der ihnen mit seiner Lanze entgegentrat. Das ganze Schloss war in Aufruhr. Überall rannten Soldaten wild durcheinander und versuchten, die Ausgänge zu blockieren. Die Hunde pflügten einfach durch das Chaos hindurch, stießen die Wächter über die Balkone hinab, quetschten sie gegen eine Wand oder erschreckten sie mit einem mächtigen Knurren. Als sie an einem Vorhang vorbeikamen, rief Amber in Mets Richtung. Ich halte hier an! Die ganze Truppe bremste abrupt. Was? machte Matt. Wir haben keine Zeit. Die Seelenlosen sind uns auf den Fersen. Lauft weiter. Ich vertraue euch Gas an. Amber stieg ab und öffnete den Vorhang, hinter dem der Riesenschmetterling saß. Was machst du? Auf diesem Viech haben wir doch nie und nimmer alle Platz. Das trifft sich gut. Ich fliege allein. Matt kletterte von Plushs Rücken und folgte ihr. Bist du verrückt? Du weißt ja nicht einmal, wie man das Ding lenkt. Das werde ich schon lernen. Hilf mir bitte und binde diese Leine los. Matt packte sie an den Schultern. Ihre Kleidung war noch voll von dem Blut, das sie vorhin verloren hatte. Du bist viel zu geschwächt. Neil hat sein Leben dafür gegeben, damit ich wieder zu Kräften komme. Es geht mir sehr gut, zumindest körperlich. Aber wo willst du denn hin? Du weißt es, Matt. Dorthin, wohin mein Körper mich führt. Ich folge dem großen Plan und fliege zum großen Nest der Chloropanphylika. Dieser Schmetterling ist das einzige Transportmittel, mit dem ich die Wipfel des blinden Waldes erreichen kann. Matt brachte es nicht über sich, sie ziehen zu lassen. Er hatte geglaubt, sie zu verlieren, und erst in diesem Augenblick war ihm bewusst geworden, wie sehr er sie brauchte. Ohne sie war er nicht derselbe. Ohne sie fühlte er sich nicht als ganzer Mensch, ja mehr noch. Ohne sie sah er keine Zukunft für sich. Was er mit ihr erlebt hatte, was sie miteinander geteilt hatten, über ihre Freundschaft hinaus, das durfte nicht so enden. Nicht so abrupt. Eine so weite Strecke hält dieser Schmetterling nie durch, sagte er. Er wird vor Erschöpfung abstürzen, bevor du den blinden Wald erreichst. Komm mit uns, wir werden schon einen Weg finden. Zusammen! Da schenkte Amber ihm das strahlende Lächeln, das er so liebte, und trat so nah an ihn heran, dass er ihren Atem auf seinem Gesicht spürte. Unsere Stunden sind gezählt, Matt, sagte sie leise. Und wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, dass wir alle überleben, dann finde ich sie dort. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Dann komme ich mit. Sie legte ihm den Zeigefinger auf die Lippen. Nein, das geht nicht. Du hast es selbst gesagt. Der Schmetterling wird schnell müde werden. Ich muss allein sein. Und du hast eine Mission zu erfüllen. Du musst diese Panze nach Norden führen, zum Pass der Wölfe, in die schlimmste Schlacht, die unsere Welt je gesehen hat. Das ist deine Stärke, Matt. Du bist von unschätzbarem Wert für unsere Truppen. Matt schüttelte langsam den Kopf. Er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er wollte sie nicht verlieren. Bedrohliches Knurren drang aus dem oberen Stockwerk herab. Beeil dich, sagte sie. Die Seelenlosen sind gleich hier. Meine Entscheidung steht fest. Matt umarmte sie. Pass auf dich auf. Ich warne dich. Wenn du Dummheiten machst, dann finde ich dich. Notfalls hole ich dich sogar aus der Hölle raus. Geh jetzt. Matt rührte sich nicht. Draußen im Gang feuerte Chen einen Bolzen ab. Sie kommen, schrie er. Matt rannte zu dem Seil, mit dem der Schmetterling festgebunden war, hieb es mit einem Schlag durch und Ember stieg auf den Ledersattel. Ich werde dich wiederfinden, sagte sie. Sie beugte sich vor und küsste Matt sanft auf den Mund. Los jetzt. Matt wich zurück, während Ember an den Zügeln zog. Der Schmetterling schüttelte sich und machte einen kleinen Hüpfer auf den Sims. Dann breitete er seine Flügel aus und hob so schwungvoll ab, dass Matt von dem Luftstoß fast umgeworfen wurde. Bevor Matt wieder auf Plushs Rücken stieg, winkte er Ember noch einmal hinterher. Sie flog bereits auf den nördlichen Horizont zu, an dem sich pechschwarze Wolken türmten. Er verbot sich zu denken, dass er ihr damit lebewohl sagte. Den Tod auf den Fersen Die Wände sausten vorbei. In atemberaubendem Tempo hetzten die Hunde durch Treppenhäuser und Säulenhallen, gelangten in einen kleinen Hof und erreichten die äußere Schlossmauer. Matt sah die Umgebung, hörte die Schreie der Wachposten, aber er nahm das alles wie durch einen Nebel wahr, als wäre er ganz woanders. Er konnte sich nicht von der Erinnerung an Ember losreißen, von ihren Abschiedsworten, ihrem Kuss. Matt's Kopf fühlte sich an wie leergefegt, und schon jetzt war er wütend auf sich selbst, weil er sie allein hatte ziehen lassen. Die Häuser rund um das Schloss flogen an ihnen vorbei, während sie die Soldaten mit Pfeilen, Bolzen und Axtschlägen fernhielten. Matt überließ Plush die Führung. Die Hunde rannten wie der Wind. Bald hatten sie das Gelände von Wirtlandais hinter sich gelassen und liefen auf einem Pfad aus festgestampfter Erde durch einen Wald aus schwarzen Bäumen. Die letzten Stunden waren eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen. Matt wusste nicht mehr, was Traum und was Wirklichkeit war. Zuerst der Torvaderon, nun das wahre Gesicht von Mairons. Wie sollte er so etwas verkraften? Wie war es nur so weit gekommen? Und wie hätte er das ahnen können, als er vor zweieinhalb Monaten einen Steckbrief mit seinem Bild in der Tasche eines Zynics gefunden hatte? Sein Vater und jetzt seine Mutter. Er musste vor ihnen fliehen, für immer, sonst würde er den Verstand verlieren. Durfte sie nie wieder sehen, sie nicht beachten, als wären sie nur ein Traumbild. Eine Halluzination, ein Produkt meiner Fantasie. Ja, genau. Meine Fantasie ist mit mir durchgegangen. Die Stimmen von Tobias und Horace rissen Matt aus seiner Betäubung. Die Styx ist da drüben, schrie Horace. Das Schiff können wir vergessen, rief Tobias zurück. Gegen den Strom ist es zu langsam. Sie würden uns erwischen. Wir müssen versuchen, sie abzuschütteln, bevor sie sich organisieren können. Matt wusste nicht, was er davon halten sollte. Er schaffte es nicht, seine Gedanken in geordnete Bahnen zu lenken. Alles erschien ihm seltsam. Er war von den Geschehnissen losgelöst, als beträfe ihn die Gefahr überhaupt nicht mehr. Dem Grollen der Vulkane in ihrem Rücken folgte eine krachende Explosion, die den Nachthimmel erhellte und eine entstellte, schwefelverpestete Landschaft offenbarte. Mehr als eine Stunde lang galoppierten die Hunde hechelnd und mit schäumenden Läfzen durch den Wald. Dann drosselten sie das Tempo, um bis zum Morgengrauen durchzuhalten. Sie kamen zu zwei Kreuzungen und wählten jedes Mal den Weg, der nach Norden führte. Nach und nach graute der Morgen, ein schmaler, schmutzig-weißer Streifen am Horizont, bis endlich der Tag sein Licht über dieses triste Land ergoss. Einen Moment lang glaubte Matt, einen winzig-schwarzen Punkt im Norden zu erkennen, und er dachte an Ember. War sie das? Doch als er nochmals hinsah, war der Punkt verschwunden. Tobias und Horace verließen den Weg und schlugen sich durch die verkrüppelten Büsche und braunen Farmbüsche. Sie führten die Truppe etwa 500 Meter durch das Unterholz, bevor sie an einem dicken, stark geneigten Baumstamm Halt machten. »Die Hunde können nicht mehr«, meinte Tobias, »und ich glaube, dass auch uns eine Pause nicht schaden wird.« Kaum waren die Hunde von ihrer Last befreit, stürzten sie sich auf eine Pfütze, um gierig ihren Durst zu stillen. Ben schob sein Hemd hoch. Drei große, nässende Wunden kamen zum Vorschein. Neil hatte die Heilung nicht vollständig beendet. Mit Shens Hilfe reinigte Ben die Wunden und verbannt sich. Seine Nase war geschwollen, vermutlich gebrochen, aber er rührte sie lieber nicht an. Auch die anderen nutzten die Zeit, um ihre Verletzungen zu inspizieren. Matt hatte blutige Striemen auf der Brust und ein beängstigendes Hämatom in der Rippengegend, das bei jedem Atemzug schmerzte. Auch seine aufgeplatzte Lippe tat furchtbar weh, aber die Erinnerung an Embers Kuss half ihm darüber hinweg. Er betrachtete seine Schutzweste aus Kevlar. Sie hatte drei Risse auf der Vorderseite. Die Seelenlosen waren wirklich nicht von dieser Welt, wenn ihre Krallen ein so widerstandsfähiges Material zerstören konnten. Dann kam der Augenblick, den alle fürchteten. Sie legten Niels Leiche in das verdorrte Gras und stellten sich im Kreis um ihn herum auf. »Wir werden ihn doch wohl nicht hier begraben, oder?« meinte Horace empört. »Was bleibt uns denn anderes übrig?«, erwiderte Ben. »Er wird anfangen zu verwesen. Für das, was er getan hat, verdient er ein Begräbnis.« Alle waren einverstanden und nachdem sie eine Grube ausgehoben hatten, betteten sie Niels Leichnam in die Erde. Matt musterte ihn traurig. Dann beugte er sich vor und drückte ihm sanft die Augen zu. Bei diesem seltsamen Kontakt wurde ihm der Tod erst so richtig bewusst. Neil würde nicht mehr zurückkommen. Nie mehr. Wie schon Louis und viele andere vor ihm. Niels heldenhafte Tat war sowohl überraschend als auch schrecklich logisch gewesen, erkannte Matt plötzlich. Neil hatte Amber stets als ihren einzigen Trumpf angesehen, um den Krieg mit den Zynics abzuwenden und das Leben aller Bewohner Edens zu retten. Deshalb hat er uns also in Babylon verraten. Im Tausch für den Frieden hat er den Zynics angeboten, ihnen Amber und ihre Gefährten auszuliefern. Aber warum hatte er das getan und war anschließend brav mit ihnen aus der Stadt geflohen? Weil sein Plan gescheitert ist, als Tobias alle zu Balthasar gebracht hat. Danach konnte er nichts mehr unternehmen, ohne sein Leben zu riskieren. Er hatte Angst, dass wir ihm auf die Schliche kommen. Neil hatte Amber gerettet, weil er hoffte, damit ihre einzige Chance auf Frieden zu bewahren. Er hatte genau gewusst, dass er es unter Einsatz seines eigenen Lebens tat. Neil hatte sie an die Zynics verraten, aber es war in der Hoffnung geschehen, noch größeres Leid zu verhindern. Er war nicht der böse Kerl gewesen, für den Matt ihn gehalten hatte. Dafür leistete er nun stumm Abbitte. Dann warf er die erste Handvoll Erde in das Grab. Nach dem Essen schliefen sie ein paar Stunden. Danach konnten sie schon wieder etwas klarer denken. Sie wussten, dass sie gejagt wurden. Wahrscheinlich führte Malrons General höchst persönlich die Verfolgung an. Matt hatte die Zynics stets mit seiner außergewöhnlichen Kraft überrumpelt, und da die meisten Soldaten keine ausgebildeten Kämpfer waren, reichte dies in der Regel, um sie zu besiegen. Aber bei diesem Mann lagen die Dinge anders. Er war von dem heftigen Schlag gegen sein Schwert überrascht gewesen, hatte aber viel schneller reagiert als die anderen Zynics. Und er konnte mit seinen Fäusten umgehen. Das hatte Matt schmerzlich zu spüren bekommen. General Twine war ein furchterregender Krieger. Wenn sie sich noch einmal gegenüberstehen sollten, würde Matt nicht mehr auf den Überraschungseffekt zählen können, denn der Mann wusste jetzt, mit wem er es zu tun hatte. Ein weiterer Kampf gegen den General wäre vermutlich der letzte seines kurzen Lebens. Wir müssen weiter, sagte er. Die Hunde haben einen guten Vorsprung herausgeholt, meinte Chen. Dann lasst uns zusehen, dass wir den nicht einbüßen. Die Hunde schliefen nur mit einem Auge und erhoben sich sofort, als ihre jungen Herrchen ihre Schlafsäcke zusammenrollten. Da gällte ein schrilles Kreischen durch den Wald, das ihnen durch Mark und Bein ging. Die Pans lauschten erschrocken. Es klang wie ein Verständigungsruf. Und tatsächlich antworteten gleich darauf andere Wesen, eines davon ganz in der Nähe, nur wenige hundert Meter von ihnen entfernt. »Die Horde!« schrie Matt. »Das sind die Seelenlosen! Sie haben unsere Witterung aufgenommen! »Bloß weg hier! Schnell!« Sie nahmen sich nicht die Zeit, die Spuren ihres Lagers zu beseitigen. Matt ritt voraus. Zurück auf dem Waldweg trieben sie die Hunde zum Galopp an. Tobias rief ihm atemlos zu. »Glaubst du, die können laufen, mit ihrer Rüstung und allem? Ich habe die Königin über sie reden hören. Das waren früher einmal Menschen!« Matt zögerte. Sollte er seinem Freund sagen, was er wirklich dachte, oder ihn beruhigen? Er zog es vor, ehrlich zu sein. »Tobi, du hast diese Dinger gesehen. Da ist schwarze Magie im Spiel.« »Nein! Der Sturm hat manche Leute, die kurz vorher gestorben waren, wieder zum Leben erweckt, so hat es Mairons ihrem General erklärt. Ich nehme an, dass die Blitze die elektrischen Ströme im Gehirn und im Herz wieder in Gang gesetzt haben, als sie auf die Körper trafen. Und vielleicht funktionieren sie jetzt nur mit der Energie des Sturms. Deshalb kann man sie auch nicht umbringen. Sie sind schon tot. Die Energie des Sturms fügt sie immer wieder zusammen. Das heißt, es gibt kein Mittel, sie zu zerstören.« Tobias brauchte niemanden, der ihm Angst machte. Das schaffte er ganz gut allein. »Ach was!« wiegelte Matt ab. »Konzentriere dich lieber aufs Reiten. Wenn du jetzt runterfällst, bringst du uns erst recht in Gefahr.« »Aber wir können doch nicht in dieser Geschwindigkeit bis nach Henok reiten. Das halten die Hunde niemals durch!« »Wenn wir kämpfen müssen, werden wir kämpfen. Und jetzt hör auf damit!« Matt hatte keine Lust auf diese Diskussion. Dafür war er immer noch zu traurig. Er grub seine Hände in Plushs Fell und beugte sich vor, um sein Gewicht besser zu verteilen. Sie durchquerten einen seichten Bach und liefen dann einen kahlen Hügel hoch. Als sie oben angelangt waren, gelte das Kreischen der Seelenlosen vom anderen Ufer zu ihnen herüber. Die Horde hatte sie ausgemacht. Die Hunde, die bergauf langsamer geworden waren, rannten jetzt wieder so schnell sie konnten. Sie waren schon mehr als zwei Kilometer weit gekommen, als Matt hinter ihnen bedrohliche Schatten auf dem Gipfel des Hügels sah. Die Seelenlosen trabten auf allen Vieren, deutlich langsamer als die Gruppe der Pans, aber unermüdlich. Bei diesem Tempo würden die Hunde irgendwann vor Erschöpfung zusammenbrechen. Die Horde besiegen. Nach dem, was Matt im Schloss erlebt hatte, glaubte er nicht, dass das überhaupt möglich war. Bessere Krieger hätte Malrance nicht finden können. Furchtlos, grausam und unverwundbar. Matt beschloss, wenigstens dafür zu sorgen, dass seine Freunde fliehen konnten. Er würde Plush mit ihnen weiterschicken und sich der Horde in den Weg stellen, um sie von den anderen abzulenken. Selbst wenn es ihnen das Leben kostete. Amber hatte eine Mission zu erfüllen. Tobias würde die Gruppe mit Ben zum Pass der Wölfe führen. Er selbst war dazu bestimmt, hier zu bleiben. Im Land von Wirtlon Dice. Aber nur wenn die Horde uns einholt, sagte er sich zu seiner Beruhigung. Nach einer Stunde zeigten die Hunde erste Müdigkeitserscheinungen. Sie griffen weniger energisch aus und stolperten immer häufiger. Matt hob die Hand, um die Kolonne anzuhalten, und sah es ab. Es hat keinen Sinn, weiterzulaufen. Die Hunde bringen sich noch um. Wir müssen ein Stück zu Fuß gehen, damit sie wieder Kraft schöpfen können. Und was ist mit der Horde? fragte Chen ängstlich. Wir haben einen ordentlichen Vorsprung herausgearbeitet, der hoffentlich für zwei oder drei Stunden ausreicht. Bis dahin werden wir marschieren, und zwar flott. Sie aßen und tranken im Gehen. Ben presste sich oft die Hand auf den Bauch, doch trotz seiner schweren Verletzungen hielt er tapfer den Anschluss und beklagte sich nicht. Nils Tod ließ ihre eigenen Schmerzen in den Hintergrund treten. Hinter ihnen erklang seit einiger Zeit kein Kreischen mehr, was Matt nervös machte. Es wäre ihm lieber gewesen, ihre Verfolger orten zu können. Sollten sie noch schneller gehen und sich dabei vollends verausgaben? Sobald die Hunde sich wieder halbwegs erholt hatten, ritten sie eilig weiter. Bis zum Abend wechselten sie mehrmals zwischen Galoppieren und Marschieren. Sie hielten erst inne, als das Licht so weit abgenommen hatte, dass sie kaum noch die Hand vor Augen sahen. Tobias schlug vor, seinen Leuchtpilz zu benutzen, doch Matt lehnte ab. Er befürchtete damit, in der kahlen Landschaft weithin erkennbar zu sein. In der Hoffnung, genug Abstand zwischen sich und die Horde gelegt zu haben, plädierte er dafür, das Nachtlager aufzuschlagen. Sie schliefen dicht aneinandergedrängt, die Waffen griffbereit. Die Hunde legten sich wie immer schützend im Kreis um sie. Matt war schon vor Morgengrauen wach. Er aß etwas Zwieback und belud die Hunde, während die anderen Paaren sich müde aufrappelten. Die Horde hatte sie während der Nacht nicht eingeholt. Matt zurrte gerade die Riemen einer Tasche auf Plushs Rücken fest, da ertönte der gellende Schrei eines Seelenlosen. Sie zuckten zusammen. Er war ganz nahe, kaum einen Kilometer entfernt. Fieberhaft rollten sie ihre Schlafsäcke zusammen und sprangen auf ihre Hunde. Ein zweiter Seelenloser antwortete, etwas weiter entfernt, dann ein dritter. Sie verständigen und sammeln sich, dachte Matt, sobald einer von ihnen die Beute aufgespürt hat. Sie mussten los. Die Horde machte vermutlich niemals Halt, nicht einmal nachts, und der Abstand, den sie auf den Hunderücken gewann, schrumpfte in den Ruhepausen wieder. Aber anders ging es nicht, sonst riskierten sie das Leben der Hunde, und damit auch ihr eigenes. Die Hunde rannten weiter gen Norden. Chen und Tobias ritten am Ende der Kolonne, um sie notfalls mit ihren Pfeilen zu decken. Die Angst, erwischt zu werden, schnürte ihnen die Kehle zu, aber um die Tiere zu schonen, liefen sie wie am Vortag von Zeit zu Zeit nebenher, bevor sie wieder in voller Geschwindigkeit weiter ritten. Matt und Ben blickten sich immer wieder um, sahen aber nichts. Am Abend zwang sie sich, so lange zu gehen, bis sie nicht mehr konnten. Nachdem erst Horace und dann Tobias in der Dunkelheit über Wurzeln gestolpert und nur mit Mühe wieder auf die Beine gekommen waren, gab Matt wohl oder übel das Signal zum Anhalten, und sie schlugen ihr Lager auf. Sie schlummerten unruhig und brachen schon vor Tagesanbruch wieder auf. Kurz vor Mittag führte der Pfad in scharfen Serpentinen einen Steilhang hinauf, von dem aus man einen Großteil der Ebene von Wirtlon Dice überblicken konnte. Da hörten die Pans im Wald unter sich das Brüllen der Horde. Sie schien relativ weit entfernt zu sein, doch offenbar hatte sie gerade wieder ihre Fährte aufgenommen. Matt fragte sich, wie viele Tage sie noch würden fliehen müssen, bis sie die Felsen von Henoch erreichten, aber schon am frühen Nachmittag tauchte die gigantische Talsperre als verschwommene Linie am Horizont auf. Noch ein paar Stunden im Galopp, und sie würden diese natürliche Grenze erreichen, vielleicht noch vor Einbruch der Nacht. Während er das Felsmassiv bewundernd betrachtete und überlegte, wie sie es überwinden sollten, schrien die Seelenlosen erneut. Was für entsetzliche Wesen! Plötzlich hatte Matt eine Idee. In seinem Kopf wuchs ein Plan heran. Ein sehr gewagter Plan, ein geradezu selbstmörderischer Plan. Aber genau besehen war es der einzige Weg, der Horde zu entkommen und zu ihren Freunden im Norden zurückzukehren, um die große Schlacht vorzubereiten. Matt zögerte. Sollte er den anderen davon erzählen? Er beschloss, den Plan bis zum Abend für sich zu behalten, um ihn nicht zu früh Angst zu machen. Denn seine Idee war wirklich verrückt. Unter der Erde Die riesigen Felsen glühten im Licht der Abenddämmerung glutrot. Dann fiel der Vorhang der Nacht über dieses feurige Farbenspiel, und das Firmament bereitete seine kühle, glitzernde Decke aus. Mit Einbruch der Dunkelheit kamen die Wesen, die zu grauenhaft waren, um sich im Tageslicht zu zeigen, aus ihren Höhlen gekrochen. Dämonische Monster, die in der Nacht jagten. Schreckliche Geschöpfe, die sich von der Angst ihrer Opfer nährten. Mit ihrer Hilfe hoffte Matt, der Horde zu entkommen. Tobias öffnete die Tasche seines Mantels einen Spalt, um seinen Leuchtpilz zu betrachten. Am liebsten hätte er ihn hervorgeholt. Hin und wieder gelte das Kreischen der Seelenlosen durch die Luft. Sie teilten einander ihre Position mit und folgten der Spur der Flüchtlinge. Sie waren keine fünf Kilometer mehr entfernt. »Heute Nacht werden wir nicht schlafen, fürchte ich,« murmelte Tobias. »Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte nicht noch eine Nacht in Weirdlondice bleiben,« meinte Chen. »Und wie sollen wir rauskommen?« grummelte Horace. »Henock ist bis zum Morgen verbarrikadiert, und außerdem hat man die Wachen bestimmt schon alarmiert.« »Wir gehen außenrum,« erklärte Matt. Alle Blicke richteten sich auf ihn. »Und wie stellen wir das an?« fragte Ben. »Ich habe keinen einzigen Weg über die Felsen gesehen.« »Es gibt mehrere. Sie verlaufen unterirdisch.« Tobias schüttelte energisch den Kopf, als wolle er ein Phantom verjagen. »Nein, du bist verrückt. Wenn wir einen Fuß in diese Gänge setzen, sind wir tot.« »Von was redet ihr?« fragte Chen beunruhigt, als er Tobias' panisches Gesicht sah. »Er will, dass wir in den Bau der Schattenfresser gehen,« rief Tobias. Ben starrte Matt ungläubig an. »Stimmt das?« »In die Stadt kommen wir nicht rein. Und wenn doch, dann erwartet uns dort eine Schlacht, die wir unmöglich gewinnen können. Uns bleiben nur die Gänge der Schattenfresser, ich weiß, dass sie ein weitläufiges Netz im Berg angelegt haben, das von der einen Seite zur anderen führt, von hier unten in der Ebene bis nach oben über die Felsen. Wenn wir jetzt gleich gehen, treffen wir wahrscheinlich gar keine an. Sie jagen gerade.« »Aber wenn sie uns erwischen, dann sitzen wir in der Falle,« jammerte Tobias. »Wir haben keine andere Wahl, Tobias,« antwortete Matt ungeduldig. »Entweder wir gehen durch den Berg, oder wir warten, bis die Horde uns einholt und uns in Stücke reißt.« Matt glaubte, in den Minen der anderen einen Anflug von Resignation zu lesen, und fügte rasch hinzu. »Wir wissen, dass wir leise und schnell sein müssen. Die Seelenlosen aber nicht. Mit ihrem Gebrüll werden sie bald die Schattenfresser anlocken. Wenn alles gut geht, kommen wir nicht nur heil bis zur Hochebene, sondern können uns auch noch die Horde vom Hals schaffen.« »Wenn alles gut geht,« wiederholte Ben leise. Die Hunde trugen ihre Herrchen bis zum Rand von Weirdlond Ice. Dort stiegen die Pants am Ufer des Flusses ab, der sich hier durch einen Wald aus Schilf schlängelte. Ein langer, mit Tannen bewachsener Hang trennte sie vom Fuß der Felswand. Aus der Ferne hörten sie ein leises Grollen, das von den Wasserfällen irgendwo im Osten herrührte. Matt stapfte entschlossen den Hang hinauf und machte um jedes zu dichte Gestripp vorsichtshalber einen großen Bogen. Die anderen folgten ihm zögerlich. Sie waren auf das Schlimmste gefasst. Sollten die Schattenfresser sie entdecken, würden sie in Sekundenschnelle ihre Waffen ziehen. Plötzlich öffnete sich vor ihnen ein freies Feld. Bis zu den Wänden aus weißem Kalkstein waren es gut dreihundert Meter. Mehrere dunkle Löcher klafften im Fels, die Eingänge zum Bau der Schattenfresser. Oh nein, stöhnte Tobias. Sie sind noch nicht ausgeschwärmt. Ich sehe sie in ihren Löchern sitzen. Sie halten nach Beuteausschau, vermutete Matt. Sie sind wie Spinnen. Sie warten, bis ihre Opfer zu ihnen kommen, um sich dann auf sie zu stürzen. Was willst du uns damit sagen, fragte Chen misstrauisch. Dass wir von diesen mörderischen Kreaturen und der Horde in die Zange genommen werden? Solange die Schattenfresser nicht ausschwärmen, dürfen wir uns nicht bewegen, räumte Matt ein. Wir bräuchten einen Köder, meinte Ben nachdenklich. Aber niemanden von uns, erwiderte Matt sofort. Ich habe die Schattenfresser in Aktion erlebt. Ich habe sogar gegen sie gekämpft. Das wäre der reine Selbstmord. Selbst wenn ich auf Beker reite? Irgendwann erwischen sie dich. Das kommt nicht in Frage. Da schreckte sie das Kreischen eines Seelenlosen auf. Sie werden noch vor Tagesanbruch hier sein, sagte Chen und zitterte. Die Schattenfresser rühren sich nicht vom Fleck, bemerkte Ben. Weil die Horde noch zu weit weg ist. Sobald sie uns eingeholt hat, werden sie ihre Höhlen verlassen und sich auf unsere Schatten stürzen. Plötzlich kam Plush zu ihm und leckte ihm über die Wange. Sie setzte sich vor ihn hin und blickte ihn aus ihren braunen Augen an. Was ist denn los? fragte Matt. Plush drehte den Kopf in Richtung Felswand. Dann wandte sie sich um, packte den Riemen ihrer Tasche mit den Zähnen und zerrte daran. Du willst, dass ich dir die Sachen abnehme? Jetzt ist nicht der Augenblick um… Auf einmal sah Matt die traurige Entschlossenheit in den Augen seiner Hündin und begriff. Oh nein, auf gar keinen Fall. Du wirst dich nicht als Köder hergeben. Plush zeigte keine Regung, blickte ihn nur unentwegt an. Tobias trat neben ihn. Ich kenne diese Haltung, Matt. Sie hat ihre Entscheidung bereits getroffen. Das kommt nicht in Frage. Ich werde Plush nicht opfern. Das liegt nicht mehr in deiner Macht. Sie wird sich nicht umstimmen lassen, sagte Tobias sanft. Der Blick der Hündin wanderte blitzschnell von Tobias zu Matt, als wolle sie ihrem Herrchen zu verstehen geben, dass er auf seinen Freund hören solle. Nein, das hat sie nicht zu entscheiden. Über Mets Wange lief eine Träne. Plush reckte den Hals vor und leckte sie ab. Ihre Schnauze bebte und sie warf einen kurzen, unruhigen Blick in Richtung Süden. Die Horde kommt näher, übersetzte Tobias. Gus, Embers Bernhardina, trottete zu Matt und gab ihm einen freundlichen Stups mit der Schnauze. Plush sah erst den Hund, dann Matt an. Es brach Matt das Herz, als er begriff, dass Plush den Stab an Gus weiterreichte. Sie wusste, dass sie nicht mehr zurückkehren würde und vertraute ihr Herrchen einem der Ehren an. Er konnte nichts dagegen tun. Nichts und niemand würde sie davon abhalten, sich den Schattenfressern entgegenzuwerfen. Langsam begann er, die Riemen ihrer Taschen zu lösen und zögerte den Moment des Abschieds so lange wie möglich hinaus. Er strich zärtlich über ihr dickes Fell, entwirrte einen kleinen Knoten hinter ihren Ohren und gab ihr einen Kuss auf die Schnauze. Sie wedelte mit dem Schwanz. Matt weinte lautlos. Er drückte Plush an sich. Dann trat er einen Schritt zurück. Mit einem Satz sprang sie auf das Feld hinaus. Gus leckte Matt kurz über die Wange. Plush lief nur noch fünfzig Meter entfernt waren, dann machte sie kehrt und hetzte auf den Tannenwald zu. Die Schattenfresser änderten gleichzeitig die Richtung, als wären sie ein einziges Wesen und innerhalb weniger Sekunden waren sie auf der Jagd nach Plush im Wald verschwunden. Jetzt, befahl Ben. Die Pans rannten über die Wiese und schlüpften durch das erste Loch, das sie erreichen konnten. Tobias holte sofort seinen Leuchtpilz hervor, um seine Kameraden in der Dunkelheit zu führen. Matt folgte als Letzter. Er ließ Gus den Vortritt und drehte sich noch einmal um. Plush kam gerade wieder aus dem Wald. Mehrere Schattenfresser waren ihr dicht auf den Fersen. Die Hündin fuhr herum, stürzte sich auf den ersten Verfolger und biss ihm den Kopf ab. Der zweite hatte kaum Zeit, auf seinen langen Krallen zu landen, da riss Plush ihm erst den einen, dann den anderen Flügel ab. Doch die Ungeheuer segelten von allen Seiten heran. Ihre großen gelben Augen weiteten sich gierig, und ihre abartigen Mäuler offenbarten mehrere Reihen kleiner, spitzer Zähne. Plush enthauptete einen Schattenfresser, der auf sie zu starkte, mit einem wütenden Pfoten hieb. Dann schlossen sich ihre Fangzähne um die blasse Haut eines Kopfes, der sich zu weit vorgewagt hatte. Auch die drei nächsten Angreifer fielen tot zu Boden. Plush kämpfte um ihr Leben. Sie erwischte einen Schattenfresser im Flug und schmetterte ihn gegen einen Felsen. Um sie herum häuften sich die Kadaver, aber dennoch stürzten sich immer mehr Gestalten auf sie. Plötzlich richtete sich eines der Ungeheuer auf seinen Krallen auf. Die Falten auf seiner Stirn glitten zur Seite und offenbarten ein weißes Auge, das mehrere grelle Blitze auf die Hündin abfeuerte, um ihren Schatten hervortreten zu lassen. Plush zerfetzte das Gesicht einer Kreatur und wandte sich dem Blitzer zu. Ihre Läfzen hoben sich und entblößten ihre beeindruckenden Zähne. Die Schattenfresser zogen sich zusammen wie ein einziger Muskel. Gleich würden sie zum entscheidenden Angriff übergehen. Horace packte Matt bei der Schulter. Los, weg hier! Du kannst nichts für sie tun! Komm jetzt! Wenn du nicht überlebst, wäre ihr Opfer sinnlos! Matt ließ sich mitziehen. Dabei schrie alles in ihm danach, sein Schwert zu zücken und auf die Wiese zu rennen, um so viele Schattenfresser wie möglich zu massakrieren. Bis zur Erschöpfung. Bis auch er selbst sterben würde. In den schmalen Gängen stank es bestialisch. Gelbliche Wurzeln hingen wie Tentakel von den Decken herab und verhakten sich in den Haaren und Taschen. Es war unmöglich zu reiten. Jeder rannte, so schnell er konnte. Tobias mit seinem Leuchtpilz voraus, gefolgt von Chen, der die Armbrust im Anschlag hatte. Diejenigen, die ganz hinten liefen, sahen fast gar nichts, und Matt vertraute Gass' Nase. Wenn sie eine Abzweigung erreichten, entschied sich Tobias jedes Mal für den Weg, der ihm nach Norden zu führen schien. Aber nach einer halben Stunde waren sie an so vielen Gabelungen und Kreuzungen vorbeigekommen, dass sie alle Hoffnung verloren, je wieder an die Oberfläche zu gelangen, bevor die Schattenfresser sie schnappten. Vielleicht konnten diese Wesen riechen, dass sich Menschen in ihrem Bau befanden. Endlich fand Tobias einen Gang, der steil anstieg. Es wurde immer wärmer, und sie hatten ihre Wasservorräte schon fast leer getrunken, als sie zu einer riesigen Höhle kamen, in der es noch stärker nach Schimmel stank. Tobias hob seinen Leuchtpilz. Da erblickten sie ein endloses Feld mit durchsichtigen Kugeln. Aber tausende von weißen Bällen lagen auf dem Boden. »Sind das diese Pilze, die so stinken?« fragte Horace ächzend. »Das sind keine Pilze,« verbesserte ihn Ben. »Das sind Eier.« Bei diesen Worten wichen alle unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie waren in der Brutkammer der Schattenfresser gelandet. »Ich schlage vor, dass wir umkehren,« meinte Chen. »Hast du vergessen, welchen Steilhang wir gerade hinter uns haben?« erwiderte Horace. »Der Ausgang ist gleich da oben. Ich sage euch, wir müssen da durch.« Ben nickte. »Wir müssen weiter. Ich gehe voraus, wenn ihr wollt.« Er übernahm zusammen mit Tobias die Führung, und sie tappten vorsichtig zwischen den Eiern hindurch, die so groß wie Basketbälle waren. Die Hunde musterten die Kugeln unruhig und mit angelegten Ohren. Matt bildete wieder das Schlusslicht. Er sah nicht viel und stellte sich darauf ein, beim kleinsten Knacken einer Schale sofort das Schwert zu zücken. Plötzlich blieben vor ihm alle stehen. Er musste sich an Gas festhalten, um nicht rücklings in die Eier zu fallen. Er beugte sich vor, um zu sehen, was ihnen den Weg versperrte, und schreckte sofort wieder zurück. Ein Schauer des Ekels lief ihm über den Rücken. Tobias' Pilz beleuchtete den öligen Bauch eines mehrere Meter hohen Geschöpfes, das Eier legte. Es hatte lange von einem Schittin-Panzer umgebene Beine, fast wie eine gigantische Termite. Das, was wohl sein Kopf war, fuhr zu den Pans herum, und seine riesigen Mandibeln öffneten sich. Von fern hallte ein vielstimmiger Schrei durch die Gänge, und Matt erinnerte sich an seine erste Begegnung mit den Schattenfressern, bei der er den Eindruck gehabt hatte, dass sie telepathische Fähigkeiten besaßen. Beim Anblick dieses Monsters fragte er sich nun, ob es nicht vielmehr ein gemeinsamer Geist war, hunderte von Wesen, die von ein und demselben Gehirn gesteuert wurden. Dann war dieses Legeungeheuer womöglich das Zentrum ihres Denkens, das Herz ihrer Gemeinschaft. Matt sah, wie Chen seine Armbrust hob. Konnten sie die Schattenfresser auslöschen, indem sie den Sitz ihres Denkvermögens zerstörten? Matt bezweifelte es. In den vergangenen Monaten hatte er genug erlebt, um zu wissen, dass die Natur keine so verletzliche Spezies am Leben gelassen hätte. Wenn sie dieses Ding umbrachten, ginge dessen Geist auf etwas anderes über, in einen anderen Schattenfresser vermutlich, oder in ein Ei. Und sie würden den geballten Zorn der Schattenfresser auf sich ziehen. Chen zielte auf die riesige Termite. »Nein«, rief Matt, »wenn du das tust, werden alle Schattenfresser angeflogen kommen und uns bis zum letzten Atemzug jagen. Rennt los, das Ding ist garantiert zu langsam, um uns aufzuhalten.« Doch Tobias, der seinen Pilz Ben gegeben hatte, hatte seine Bogensehne bereits losgelassen. Der Pfeil bohrte sich in ein rundes, schwarzes etwas, das wie ein Auge aussah und die Termite zuckte. Ihr Bauch zog sich zusammen und sie sank zu Boden, wobei sie Dutzende von Eiern zerquetschte. »Verdammt«, fluchte Matt. Abermals gelte ein vielstimmiger Schrei durch die Gänge, wütender denn je. »Lauft«, befahl Matt, »lauft«. Kurz darauf kam ein weiteres Brüllen hinzu, höher und schriller. Die Seelenlosen hatten das Gebiet der Schattenfresser betreten. Monster gegen Monster Die Pans sprinteten aufs Geratewohl los und hielten panisch nach einem Gangausschau. Am Ende der Höhle taten sich fünf Löcher auf. »Welchen Weg nehmen wir?«, schrie Tobias mit vor Angst überschnappender Stimme. »Den, in dem es am stärksten zieht«, antwortete Ben und holte eine Packung Streichhölzer aus der Tasche. Er zündete eins an und hielt es vor einen der Ausgänge. Die Flamme zitterte, ging aber nicht aus. Er wiederholte die Aktion vor den anderen Löchern, doch das Ergebnis war immer dasselbe. »In dieser Höhle zieht es überall«, jammerte Tobias. Die Hunde versammelten sich vor einem Loch und knurrten. »Die Schattenfresser kommen«, warnte Chen. »Dann müssen wir also hier lang«, meinte Matt. »In der Nacht lauern sie alle an den Ausgang. Die Schattenfresser, die hier auf uns zufliegen, kommen bestimmt von oben. Los, versteckt euch in dem Gang daneben, schnell!« Kaum kauerten sie in dem dunklen Loch, rauschten gleich neben ihnen etwa fünfzehn Schattenfresser in die Höhle. Tobias verbarg seinen Leuchtpilz mit den Händen und ließ nur einen schwachen Lichtschimmer durch, der kaum seine Füße erhellte. Matt beugte sich zu Chen. »Sie schwärmen aus«, murmelte er. »Sobald uns ein einziger bemerkt, werden alle anderen es wissen. Kannst du an die Decke klettern und den ersten abschießen, der hier reinkommt? Ich werd's versuchen. Du darfst ihn auf keinen Fall verfehlen. Er muss sterben, bevor er uns sieht, sonst sind wir verloren.« Chen zog sich die Schuhe aus, legte die Hände auf den feuchten Felsen und kletterte hoch. Die Schattenfresser flogen in alle Richtungen. Einer von ihnen näherte sich dem Tunnel, in dem die Pan's sich versammelt hatten. Kaum war er vor dem Loch angelangt, da sausten zwei Bolzen von der Decke herab und bohrten sich in seinen Schädel. Die Kreatur plumpste mausetot zu Boden. Matt richtete sich auf und lugte vorsichtig in die Höhle. Kein Laut. Die Schattenfresser sahen und dachten dasselbe, aber den Tod eines der Ehren schienen sie nicht unmittelbar zu spüren. Matt bedeutete seinen Freunden, ihm zu folgen. Sie rannten in den Tunnel, aus dem die Schattenfresser soeben geflogen waren. Kaum hatten sie zweihundert Meter zurückgelegt, da ertönte hinter ihnen ein furchtbarer Schrei. Die Monster waren ihnen auf die Spur gekommen. Matt zog sein Schwert und bat Tobias, seinen Pilz höher zu halten. So sah er den Schattenfresser, der mit gebleckten Zähnen aus einem Nebengang auf sie zuschuss, gerade noch rechtzeitig. Matt empfing ihn mit einem gewaltigen Hieb und schlug ihm die Kiefer und einen Flügel ab. Der Schattenfresser schwankte und wich in die Dunkelheit zurück. Dafür sprangen urplötzlich zwei weitere hervor. Der eine feuerte mit seinem dritten Auge auf der Stirn einen Blitz ab, doch Matt spaltete ihm den Schädel, bevor er den nächsten Blitz abgeben konnte. Der andere Schattenfresser versuchte, ihn in den Arm zu beißen, aber Tobias packte ihn brüllend am Kopf und knallte ihn gegen die Wand. Matt schlitzte dem Monster den Bauch auf und schwarzes Blut quoll aus seinen Eingeweiden. Matt schlug wie entfesselt zu, sollten diese widerwärtigen Ungeheuer ruhig dafür büßen, dass Plush sich geopfert hatte. Sie wussten, dass sie auf dem richtigen Weg waren, denn der Gang stieg stetig an und wurde immer steiler. Drei weitere Schattenfresser scheiterten an Mets erbitterte Abwehr. Die Hunde, die am Ende der Kolonne liefen, schalteten vier Ungeheuer aus. Sie knurrten und bissen gnadenlos zu, als wollten auch sie sich für die arme Plush rächen. Je höher die Pans kamen, desto mehr Schattenfresser fielen über sie her. Zehn weitere starben. Die Jugendlichen waren am Ende ihrer Kräfte, ihre Beine brannten und vor ihren Augen begann es zu flimmern. Als Matt nicht mehr konnte, schoss Chen zwei ihrer Verfolger ab, und plötzlich tat sich die dunkelblaue Nacht vor ihnen auf. Die Sterne und der Wald, das Leben an der Oberfläche, eine Wirklichkeit, von der sich die Pans innerlich schon fast verabschiedet hatten. Sie warfen sich keuchend ins Gras. Da sprangen etwa zwanzig Schattenfresser aus ihren Nischen und sausten auf sie zu. Gus stupste Matt an und duckte sich, um ihn aufzufordern, sich auf seinen Rücken zu setzen. Die Pans sprangen auf ihre Hunde und rasten so schnell den Hang hinab, dass die Schattenfresser die Jagd bald aufgaben und kehrtmachten, um sich nicht zu weit von ihrem Bau zu entfernen. Als Matt das Gefühl hatte, dass die Gefahr gebannt war, zupfte er an Gashals, um ihn zum Anhalten zu bewegen. In der Ferne stakten die Schattenfresser frustriert und verärgert den Hang hinauf. Die Mahlzeit war ihnen durch die Lappen gegangen. Da fiel Matt auf, dass sie eine eigenartige Formation gebildet hatten, eine Art Netz, das sich um das Loch schloss, aus dem die Pans soeben herausgekommen waren. Sekunden später kam eine vierbeinige Gestalt zum Vorschein und stürzte geradewegs auf die Formation der Jäger zu. Matt's Herz machte einen Sprung. Plush! Das ist sie! Sie hat überlebt! Aber seine Hündin war in einer gefährlichen Lage. Gut zwanzig Schattenfresser versperrten ihr den Weg und mindestens genauso viele tauchten hinter ihr auf. Diesmal würde Matt nicht tatenlos zusehen, nicht noch einmal. Er wollte Gas schon antreiben, um Plush zu Hilfe zu eilen, da flogen mehrere Schattenfresser völlig zerfetzt in die Luft. Die Horde war da. Sechs Geisterwesen, die den Boden abschnüffelten und nach Spuren der Jugendlichen suchten, die sie jagten. Die Schattenfresser bildeten sogleich einen Kreis, der sich langsam um die Horde und Plush zusammenzog. Da rannte die Hündin los und setzte zu einem unfassbaren Sprung an. Ihr Körper streckte sich in der Luft und flog über die Köpfe der überraschten Kreaturen hinweg. Im nächsten Moment wetzte sie den Hang hinab und zog dabei eine Staubwolke hinter sich her. Plush hatte es geschafft. Die Schattenfresser sammelten sich um die Horde. Mehrere helle Blitze zuckten durch die Nacht, während die Seelenlosen sich drohend aufrichteten. Zwei Schattenfresser stürzten sich auf den Schatten eines Seelenlosen, der einen grauenhaften Klageschrei ausstieß. Die übrigen Seelenlosen, die nicht begriffen, mit welchen Gegnern sie es hier zu tun hatten, drehten sich hin und her und schlugen mit ihren stahlbewehrten Krallen um sich. Auf einmal wurde ein zweiter Seelenloser von den Schattenfressern angeleuchtet und als sich sein Schatten auf dem Boden abzeichnete, fielen die Fledermausgestalten darüber her, um ihn zu trinken. Innerhalb weniger Sekunden warfen sich etwa vierzig Schattenfresser auf die Horde und der Himmel wurde von ihren schrecklichen Blitzen erhellt, während die Klagen der Seelenlosen von den schroffen Bergwänden wiederhalten. Nach nur fünf Minuten kehrte wieder Stille ein, und die Schattenfresser zogen sich satt und zufrieden in ihre unterirdischen Gänge zurück. Die Rüstungen der Horde lagen im Gras. Reglos. Denn diesmal konnte keine elektrische Kraft diese gefallenen Krieger wieder auferstehen lassen. Sie hatten keinen Schatten mehr, und jedes Lebewesen ist zur Hälfte Licht, zur Hälfte Schatten. Anders ist es von der Natur nicht vorgesehen. Unterhaltung am Lagerfeuer Die Pans legten fünfzehn Kilometer zwischen sich und den Berg der Schattenfresser, bevor sie ein Lager aufschlugen, um vor Tagesanbruch wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Kinder wie Hunde sanken erschöpft zu Boden. Matt drückte seine Hündin so fest an sich, dass sie fast erstickte. Zum Dank leckte sie ihm die Hand, und Matt striegelte ihr zärtlich das Fell, während die anderen Feuer machten und eine warme Mahlzeit zubereiteten. Sie waren zwar noch im Land der Zynix, aber nachdem sie die Schattenfresser und die Horde abgeschüttelt hatten, fühlten sie sich einigermaßen sicher. Sie hatten schon lange nichts Richtiges mehr im Magen gehabt und waren so nah am Tod vorbeigeschrammt, dass sie sich diesem Genuss jetzt nicht vorenthalten wollten. Ben lag auf seinem Schlafsack und polierte die Schneide seiner kleinen Axt. Matt, weißt du, was Amber im Blendenwald suchen will? Ich weiß nicht genau, was sie vorhat, aber es gibt dort einen Ort, von dem eine wahnsinnig mächtige Energie ausgeht. Aber wird uns das gegen die Zynix nutzen? fragte Horace. Denn das war ja das Ziel unserer Reise, nicht wahr? Matt zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Es ist keine Waffe, so viel ist sicher. Trotzdem würde ich es nicht gerne sehen, wenn die Zynix diese Energie in die Hände bekämen. Welche Art von Energie? So etwas wie das Skara her? Nein, noch viel konzentrierter. So etwas wie … Sie erinnert mich an eine gigantische Festplatte, auf der alle Daten der Natur gespeichert sind. Eine Anleitung, um das Leben zu entschlüsseln? fragte Ben interessiert. Eher eine Art Enzyklopädie, die alles enthält, was die Erde hervorgebracht hat. Die Bibel des Lebens, wenn man so will. Wo ist sie? Im Herzen des Blindenwaldes. Tobias runzelte sorgenvoll die Stirn. Dann kann sie niemand finden, entgegnete Ben. Nicht einmal Amber. Es wundert mich, dass du sie auf eine so gefährliche Reise hast gehen lassen. Amber, Tobias und ich waren schon einmal dort. Und zwar auf dem Dach des Waldes, auf dem man sich fortbewegen kann, wie auf einem Meer. Ich vertraue Amber. Wenn es keine Waffe ist, wie wollen wir die Zynix damit bekämpfen? wollte Chen wissen. Indem wir unserem ursprünglichen Plan folgen. Unsere Truppen zerschlagen die erste Armee der Zynix, die in kleinen Gruppen einfallen wird. Danach müssen wir die Festung im Pass der Wölfe erobern, sodass wir hoffentlich die zweite und die dritte Armee überraschen und in die Zange nehmen können. Nur, dass auch noch die vierte und fünfte Armee dazustoßen werden und die der Mampfer, die wir noch nicht auf der Rechnung hatten, meinte Ben. Matt hob die Hände. Ich habe leider keinen anderen Plan in der Hinterhand. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Allein die Eroberung der Festung wäre schon ein Wunder. Aber wenn dieses Wunder nicht eintrifft, sind wir alle tot. Wir dürfen nicht von vornherein aufgeben. Chen hielt einen Zweig über die Flammen. Wenn das, was Amber holen geht, uns nicht im Kampf gegen die Zynix helfen kann, wozu haben wir dann überhaupt diese Reise gemacht? Sind Luis und Neil umsonst gestorben? Nein, erwiderte Matt schroff. Amber wird diese Energie finden, und sie wird wissen, wozu sie dient, davon bin ich überzeugt. Vielleicht verschafft uns das keinen direkten Vorteil gegenüber den Zynix, aber immerhin sorgen wir dafür, dass Malrance nicht bekommt, was sie unbedingt haben wollte. Und selbst wenn ich der letzte Pan sein sollte, der Amber vor den Zynix beschützt, werde ich es tun. Das macht mir keine Angst. Diese Energie ist mit der Erde verbunden, mit dem Sturm, und ich werde nicht zulassen, dass die Zynix sie so zerstören, wie sie ihre eigenen Kinder zerstören. Matt hat recht, meldete Horace sich zu Wort. Die Erwachsenen sind die reinsten Fanatiker geworden. Wenn das, was Amber sucht, so wichtig für das Gleichgewicht des Planeten ist, dann dürfen sie es auf keinen Fall kriegen. So oder so haben wir auf unserer Reise viel gelernt, meinte Matt. Was denn zum Beispiel? fragte Chen. Malrance. Ich weiß jetzt, wer sie ist. Und was bringt uns das? Matt starrte in die Flammen. Es ist wichtig, das wahre Gesicht des Feindes zu kennen, sagte er leise. Für die Zukunft. Chen warf seinen Zweig ins Feuer. Nun denn, ich gehe jetzt schlafen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis wir wieder zu Hause sind. Falls wir überhaupt noch ein Zuhause haben. Tobias trat zu Matt, während die anderen in ihre Schlafsäcke krochen. Amber ist unterwegs zu den Chloropanphylikern, oder? Matt nickte. Das wird heikel, sagte Tobias nachdenklich. Nach unserer Flucht werden die Pans sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Stimmt. Aber der große Plan führt sie dorthin. Ist es diese seltsame Lichtkugel, die sie mitbringen soll? Ich nehme es an. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Alles ist so schnell gegangen. Matt dachte an den schrecklichen und zugleich herrlich-magischen Moment zurück, als er das Rätsel des steinenden Testaments auf Embers nacktem Körper erforscht hatte. Ihre weiche Haut, ihre Muttermale, ihre perfekten Brüste. Sie fehlte ihm. Ihre Art, ihn zurechtzuweisen, ihre scharfsichtigen Ideen, ihr Duft, ihre Haare auf seinem Gesicht. Glaubst du, sie wird es schaffen? fragte Tobias. Matt verzog das Gesicht. Dann sah er seinem Freund in die Augen. Ich hoffe es. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass dies der letzte Strohhalm ist, an dem wir uns noch klammern können. Was bringt es dann, dass wir uns in den Pass der Wölfe stürzen oder in die Höhle des Löwen, sollte ich wohl sagen? Um Zeit zu gewinnen, Tobias. Um Ember die Zeit zu geben, das zu erfüllen, was sie tun muss. Was auch immer das ist. Wir müssen versuchen, den Feind so lange wie möglich in Schach zu halten. Pfauenauge Mit jedem Schlag erzeugten die Flügel des Schmetterlings einen mächtigen Zug. Um Kraft zu sparen, ließ sich der Schmetterling vom Wind tragen, so oft es ging. Er nutzte die aufsteigende warme Luft, um sich in die Höhe zu schrauben und segelte auf den kühlen Strömungen im raschen Sinkflug dahin. Ohne Kompass konnte sich Ember nur grob an den Himmelsrichtungen orientieren und musste sich oft auf ihr Gefühl verlassen. Jeden Tag vergewisserte sie sich, dass die Sonne zu ihrer rechten aufging und am Abend zu ihrer linken unterging. Wenn der Schmetterling den Kurs änderte, zog sie leicht an den Zügeln und so flog sie bereit seit drei Tagen dahin. Anfangs war es ihr unmöglich gewesen, sich zu entspannen. Aus Sorge, dass das Tier plötzlich auf den Befehl eines seiner Gebieter kehrt machen oder irgendwo landen könnte, um sich auszuruhen, hatte sie jede seiner Regungen nervös beobachtet. Aber der Schmetterling flog unentwegt geradeaus, ohne zu rasten, ohne zu essen und zu trinken. Mit der Zeit lernte sie, sich auf seinem Rücken wie in den Armen eines Freundes zu fühlen. Der Schmetterling sprach zwar nicht, aber das leichte Zittern, das ihn durchfuhr, wenn er sich in die abwärts führenden Strömungen stürzte, verriet Ember, dass er das Fliegen über alles in der Welt liebte. Sein Körper war weich und die riesigen Flügel mit den braunen, roten und grünen Flecken schimmerten in der Sonne. Er flog mit bewundernswerte Eleganz und schließlich vertraute Ember ihm so sehr, dass sie mehrere Stunden am Stück schlief. Etwas anderes gab es auch gar nicht zu tun. Er schien beschlossen zu haben, sie an ihr Ziel zu bringen, ohne einen einzigen Halt einzulegen. Aus ihren Beobachtungen schloss Ember, dass die prächtigen Flügel dieses majestätischen Wesens so empfindsam waren, dass der kleinste Riss es an den Boden fesseln würde. Also hielt sich der Schmetterling von Bäumen und Felsen fern, und Ember fragte sich, ob sie ihn überhaupt dazu bringen könnte, am großen Nest zu landen. Alles zu seiner Zeit. Sie hatte sich umgezogen und die Kleider, die sie in jener furchtbaren Nacht im Schloss von Malrons getragen hatte, ganz tief in ihrer Tasche verstaut. Sie waren von Blut durchtränkt. Ihrem Blut, das einen anderen das Leben gekostet hatte. Neil. Der Junge, der vor einigen Wochen noch gefordert hatte, sie an die Zynix auszuliefern. Schon allein seinetwegen musste sie ihre Mission zu Ende führen. Um zu zeigen, dass sein Tod nicht umsonst gewesen war, dass er zurecht gehofft hatte, mit ihrem Leben auch das Leben aller Pans zu retten. Die Trauer und die Schuldgefühle machten sie ganz krank. Nach zwei Tagen ging es ihr etwas besser. Das schlechte Gewissen war zwar nicht verschwunden, aber sie lernte, mit dieser Bürde zu leben. Sie hatte angefangen, mit ihrem Schmetterling zu reden, ohne eine Antwort zu erwarten. Auch wenn sie nicht wissen konnte, ob er sie verstand, hatte sie den Eindruck, dass es ihm gefiel, ihre Stimme zu hören. Sie nannte ihn Pfauenauge, obwohl sie das Muster auf seinen Flügeln nicht kannte. Sie teilte ihm alles mit, was sie auf dem Herzen hatte, und das half ihr sehr. Sie überflogen die Felswände an der Grenze zu Wirtlon Dice, und Amber spürte einen Stich in der Brust, als sie in der Ferne den Berg von Henoch sah. Wie würden Matt, Tobias und die anderen dieses Hindernis überwinden? Würde sie sie eines Tages wiedersehen? Ihre Zukunft war ungewisser denn je. Alles kam darauf an, wie ihre Expedition ausgehen würde. Und der Krieg, der den Pans bevorstand. Es dauerte fünf weitere Tage, bis der blinde Wald sich vor ihr auftürmte und den ganzen nördlichen Horizont versperrte. Der Schmetterling flog höher, schlug angestrengt mit den Flügeln und gelangte zu den Wipfeln der höchsten Bäume. In diesem riesigen Dschungel verbarg sich eine sagenhafte Tierwelt, die sich hier und da bereits durch sonderbare Laute bemerkbar machte. Mehrere Vögel, die wie Flugsaurier aussahen, lugten aus den Wipfeln hervor, um zu sehen, was da heranrauschte, kehrten aber sogleich wieder in das schützende Blätterwerk zurück. Faunauge wirkte müde. Seine Flügelschläge verloren an Kraft, wurden unregelmäßiger und Ember begann, sich Sorgen zu machen. Dennoch gelang es ihm, über dem blinden Wald aufzusteigen. An diesem Abend wickelte sich Ember in ihren Mantel, um sich gegen den kalten Höhenwind zu schützen, und bewunderte den Sonnenuntergang über der weiten grünen Ebene, die die Chloropanphyliker das trockene Meer nannten. Das Schwierigste lag noch vor ihr. Sie musste das große Nest finden. Ember hoffte, dass sie die Lichter in den Bäumen von Weitem sehen würde, denn sie wusste nur, dass sich das große Nest mehr oder weniger im Zentrum des Blindenwaldes befand. In dieser ersten Nacht über dem Blindenwald blieb Ember sehr lange wach. Wenn Pfauenauge sich keine Ruhepause gönnte, dann wollte sie das auch nicht tun. Hier konnte er erst recht keine Landung riskieren, dafür lauerten zu viele Raubtiere in den Wipfeln der Bäume. Gegen sie würde sich ein Insekt, das so zerbrechlich war wie ein seidener Schleier, nicht zur Wehr setzen können. Irgendwann fielen Ember die Augen zu, und sie wachte erst auf, als es hell wurde. Ringsum nichts als grün. Sie stillte den schlimmsten Hunger mit ein paar Bissen von dem Proviant in ihrem Rucksack und stellte mit Schrecken fest, dass ihre Vorräte zur Neige ging. Und kein Tropfen Regen, seit ich das Schloss verlassen habe. Wenn das so weitergeht, werde ich verdursten, und Pfauenauge fliegt mit einem Skelett auf dem Rücken über das trockene Meer. Auch an diesem Tag zeigte der Schmetterling immer wieder Anzeichen von Erschöpfung. Er verlor oft abrupt an Höhe und konnte nur mit Mühe wieder aufsteigen. Was sollte sie tun, wenn er bei der Anstrengung sein Leben ließ? Am Nachmittag keimte etwas Hoffnung in ihr, als sie am Horizont einen Fleck sah, und sie zog an den Zügeln, um Pfauenauge in diese Richtung zu lenken. Sie brauchte eine Stunde, bis sie erkennen konnte, was es war. Nur ein dicker Ast, der aus einem Wipfel ragte. Die Enttäuschung war groß. Kurz überlegte sie, dort Halt zu machen, um Pfauenauge eine Pause zu gönnen, doch der Schmetterling weigerte sich zu landen. Du stures Ding, schimpfte Ember. Du wirst noch vor Müdigkeit sterben, wenn du so weitermachst. Der Schmetterling gewann etwas an Höhe, und Ember musste sich geschlagen geben. Als die Sonne unterging, hatte sie das große Nest noch immer nicht gefunden, genauso wenig wie eine Spur der Chloropanphylica. Sie fragte sich, wie man sie dort wohl empfangen würde. Immerhin war die Gemeinschaft der drei von dort geflohen und hatte eines ihrer Boote gestohlen. Sie waren bestimmt böse auf sie, und das zu Recht. Trotz der Entschuldigung, die Ember ihnen auf einem Zettel hinterlassen hatte. Am Tag ihrer Flucht hatten weder Matt noch Tobias sie gefragt, was sie vor der Abfahrt so lange getrieben hatte. Sie erinnerte sich, dass Matt sehr besorgt gewesen war, aber er hatte nie wissen wollen, warum sie so lange gebraucht hatte. Sie hatte die Gelegenheit genutzt, um dieser außergewöhnlichen Paarangemeinschaft einen Brief zu hinterlassen und noch einmal zu erklären, warum sie ihre Reise unbedingt fortsetzen mussten. Einen langen Brief, in dem sie alles über ihr Leben seit dem Sturm erzählt hatte. Über die Welt dort unten, mit den Pans auf der einen Seite und den Zyniks auf der anderen, und über ihren Versuch, mehr über die rätselhafte Königin in Erfahrung zu bringen. Würden die Chloropanphylica sie verjagen oder ihr vergeben? Erst einmal muss ich sie finden. Auch in dieser Nacht hielt sie angestrengt Ausschau nach Lichtern, aber über dem Blättermeer war alles dunkel. Am frühen Morgen flog Pfaunauge im Zickzack. Ember versuchte ihn zu lenken, ohne Erfolg. Er war am Ende. Sie wollte ihn zwingen, auf dem dichten Grün zu landen, aber Pfaunauge weigerte sich, tiefer zu fliegen, als spürte er, dass sich direkt unter der Oberfläche riesige Raubtiere befanden. Ember leerte ihre letzte Flasche. Jetzt war es aus. Wie lange würde sie noch durchhalten? Einen Tag? Zwei vielleicht? Nein. Er nicht mehr. Pfaunauge ist schon ganz benommen. Er kann seine Bewegungen kaum noch koordinieren. Wie um ihren Eindruck zu bestätigen, wurde Pfaunauge plötzlich von einer Windböe erfasst, geriet ins Trudeln und konnte nur mit größter Mühe einen Absturz verhindern. Ember musste dringend einen Landeplatz finden, ob das nun das große Nest war oder nicht. Jetzt ging es ums nackte Überleben. Kurz vor Mittag flog Pfaunauge große Kreise und reagierte nicht auf Embers Lenkversuche. Auf einmal lief ein Zittern durch seinen Körper und seine Flügel sanken, bis sie von der unsichtbaren Strömung getragen wurden. Eine Weile schwebte er still dahin. Ember fand ihn außergewöhnlich steif, bis ihr ein schlimmer Gedanke kam. Sie ruckte einige Male an den Zügeln, ohne Ergebnis. Dann verpasste sie ihm mehrere Tritte mit den Fersen, in der Hoffnung, ihn aufzuwecken. Aber Pfaunauge hatte alles gegeben. Er war im Flug gestorben. Erschrocken klammerte sich Ember an den toten Körper, der beim nächsten Windstoß abstürzen würde. Es dauerte nicht lang. Eine heftige Seitenböe erfasste den Schmetterling. Ein Flügel knickte um, er kippte nach vorn und raste im Sturzflug auf das trockene Meer zu. Embers Knöchel traten hervor, so sehr klammerte sie sich an den Sattel. Noch saß sie. Aber der Aufprall würde schrecklich sein. Im Wind breiteten sich die Flügel von Pfaunauge noch einmal aus und bremsten den Fall ein wenig ab. Ember flog in hohem Bogen aus dem Sattel. Sie plumpste auf die Blätter, die sie sofort verschluckten. Nur ein kleines Loch zeugte noch von dem, was gerade geschehen war. Dann schloss sich auch dieses Loch. Engel mit knöchernen Gesichtern Ihre Lippen waren ganz trocken. Ember hatte Durst. Die Blutergüsse und Schürfwunden an ihren Armen und ihrer Hüfte waren ihr egal. Sie wollte einfach nur Wasser. Sie konnte an nichts anderes denken. Nach dem Absturz hatte sie sich von Ast zu Ast hochgekämpft, bis sie wieder Tageslicht sah. Faunauge lag mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Blättermeer. Die Sonne trommelte auf ihre Schläfen wie ein Paukenorchester. Sie wusste nicht mehr, wie lange sie schon hier saß und auf ein paar Tropfen Regen wartete. Verloren inmitten dieses unendlichen Ozeans wurde ihr bald klar, dass niemand sie finden würde. Sie musste eine Entscheidung treffen, bevor der Durst sie um den Verstand brachte. Wenn sie in die Abgründe des blinden Waldes hinabstieg, um dort nach Wasser zu suchen, wäre jede Chance dahin, zu den Chloropanphylikern zu gelangen. Und wenn sie es tatsächlich bis zum Grund schaffen sollte, ohne im Maul einer schrecklichen Kreatur zu landen, was dann? Ember hatte nicht viel Ausrüstung dabei, keine Waffe außer einem langen Messer und nicht genug zu essen, um eine solche Erkundungstour durchzustehen. In die Tiefe zu gehen, bedeutete ihr eigenes Todesurteil zu unterschreiben. Ich habe solchen Durst. Sie konnte nur noch auf wundersame Hilfe hoffen. Unmöglich. Hier sieht mich niemand. Da kam ihr eine ziemlich verwegene Idee. Sie könnte ein Feuer anzünden, um die Chloropanphylika durch den Rauch auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn ich dadurch den ganzen Wald in Brand setze? Nein, das Blätterwerk ist zu dicht. Darunter könnte sich niemals ein Feuer ausbreiten. Einen anderen Ausweg sah sie nicht. Sie löste den Ledersattel vom Körper des Schmetterlings und drehte ihn um. Dann schichtete sie einige junge Äste auf, die noch ganz grün waren. Wenn ich das Feuer ankriege, erzeugen sie vielleicht Rauch. Ember wühlte in ihrem Rucksack nach einer Schachtel Zündhölzer und fand dabei eine Flasche mit Laternenöl. Da bekam sie gleich wieder bessere Laune. Sie goss das Öl über die Äste und riss ein Zündholz an, das sie an das durchtränkte Holz hielt. Eine dicke weiße Rauchfahne stieg alsbald in den Himmel auf. Ember achtete sehr darauf, dass ihr kleines Feuer nicht ausging, aber die jungen Äste waren zu grün und sobald der Rauch stärker wurde, erstickte er die Flammen, sodass Ember bald die ganze Ölflasche geleert hatte. Ich bekomme keine zweite Chance. Sie blies sachte, um die kleinen Äste zum Glühen zu bringen. Schließlich musste Ember einsehen, dass das Feuer keine zehn Minuten weiter brennen würde, wenn sie einschlief. Ich halte durch, die ganze Nacht, wenn nötig, bis ich verdurste, aber ich halte durch. Durch das Pusten trocknete ihre Mundhöhle noch mehr aus. Sie rutschte etwas zurück, um die weiße Rauchsäule zu betrachten, die über dem Körper von Pfauenauge in die Luft stieg. Ich muss ein SOS schicken, sagte sie laut zu sich. Sie holte eine Jacke aus dem Rucksack und wedelte damit über dem Feuer auf und ab, um den Rauch in regelmäßige Stücke zu schneiden. Wie die Rauchzeichen der Indianer. Sie hoffte, die Neugierde der Chloropan-Fühliker damit so sehr anzustacheln, dass sie nachsehen kämen. Sofern sie nah genug sind, um den Rauch zu bemerken. Der Tag ging rasch zur Neige. Ember war völlig erschöpft. Sie glaubte nicht, dass sie ihren Hilferuf die ganze Nacht über durchhalten konnte. Sie wollte sich nur noch hinlegen und schlafen, um alles zu vergessen, vor allem den Durst. Seit wie vielen Stunden schon mühte sie sich mit dem Feuer ab? Hatte sie inmitten dieses Riesenmeeres auch nur die geringste Chance? War es naiv gewesen, diese Reise zu wagen? Sie hatte sich oft ausgemalt, wie sie wohl sterben würde, unter heldenhaften Umständen, bei der Rettung hunderter Menschen, oder würdevoll und tapfer als Opfer einer unheilbaren Krankheit, im Kreis all jener, die sie liebte und die tröstend an ihrem Bett wachten. Niemals hätte sie sich ihren eigenen Tod so einsam und langsam und lieblos vorgestellt. Ihre Augen waren wie ausgetrocknet, und sie konnte nicht einmal mehr weinen. Die Sonne versank am Horizont und es wurde deutlich kühler. Aber Ember hatte nicht mehr die Kraft, sich zuzudecken. Sie wollte, dass es schnell ging. Und ihr Wunsch wurde erfüllt. Die Engel erschienen rasch. Sie kamen, um sie zu holen, um sie ins Paradies zu führen. Schwankende Lichter näherten sich. Ember blinzelte. Nein, keine Engel. Mit der Hoffnung kehrte etwas Lebenskraft in sie zurück. Sie setzte sich auf und blies in die letzten Funken ihres kleinen Feuers, um es neu zu entfachen. Die Lichter kamen tatsächlich von einem Schiff, einem Boot, das einen Meter über der Meeresoberfläche auf sie zusauste. Der Rumpf aus Holz wurde von großen, braunen Ballonen getragen, die an den Masten angebracht waren. Sie hatten sie bemerkt. Sie eilten ihr zu Hilfe. Die Lenkdrachen des Bootes wurden eingeholt, um es zu bremsen, und es hielt genau über den Flügeln von Pfauenauge. Eine Strickleiter fiel vom Hauptdeck herab. Ember schulterte ihren Rucksack und gab Pfauenauge einen kleinen Klaps zum Dank und Abschied. Dann packte sie die Strickleiter und kletterte hoch. Zwei Hände griffen nach ihr und hieften sie grob an Deck. Sie fiel vornüber und landete auf den Knien. Von allen Seiten näherten sich Gestalten. Etwa zwei Dutzend Jugendliche. Von den Masken wurden Laternen herabgelassen. Jetzt konnte sie auch die Gesichter erkennen. Die Jugendlichen trugen Masken, die aus einem pferdeähnlichen Schädel geschnitten schienen und zwei große Löcher für die Augen hatten. Die knöchernen Gesichter starrten Ember aufmerksam an. Sie fühlte sich auf einmal gar nicht wohl in ihrer Haut. Diese Jugendlichen hatten keine grünen Haare wie die Chloropanphylika. Sie war bei einem anderen Stamm im trockenen Meer gelandet. Einem furchterregenden Stamm. Der Schnabelclan. Ember wagte es nicht, sich zu rühren. Sie beobachtete die Haltung der Pans um sie herum und versuchte, Zeichen von Aggressivität auszumachen. Wenn es sein musste, konnte sie rückwärts springen und auf Pfauenauge landen. Und was dann? Einer der Jungen trat zu ihr. Er trug mehrere Halsketten aus Knochen. Als er seine Maske hob, sah sie, dass er nicht älter als vierzehn sein konnte. Er hatte eine braune Haut und schwarze Haare. Wer bist du? Ich heiße Ember Caldero und ich suche Hilfe. Du bist aus keinem Clan, den wir kennen. Woher kommst du? Von ganz unten, jenseits des trockenen Meeres. Die langnasigen Gesichter warfen sich skeptische Blicke zu. Reitet ihr auf Schmetterling? Eigentlich nicht. Ich hab nur... Warum bist du hier hochgekommen? Unterbrach er sie scharf. Um euch um Hilfe zu bitten. Der Junge stemmte die Hände in die Hüften und neigte den Kopf. Und wieso? Das ganze Land ist bedroht. Ein Krieg steht bevor, wenn er nicht sogar schon begonnen hat. Und die Stämme auf dem Festland brauchen euch. Was geht uns das an? Das ist eure Schlacht, nicht unsere. Früher oder später werden die Zyniks, unsere Feinde, auch euch angreifen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die sollen nur kommen, rief der Junge und die anderen johlten. Ember hatte keine andere Reaktion erwartet. Sie richtete sich auf und musterte sie. Dürfte ich euch um ein bisschen Wasser bitten? Der Junge machte einen Schritt auf sie zu. Du bist unser Gast. Du bekommst, was du brauchst, aber nicht unsere Hilfe für den Krieg. Wir sind die Krieger des Meeres, der Schnabel-Clan. Wir haben vor niemandem Angst, aber wir wählen unsere Kriege selbst. Und deiner interessiert uns nicht. Mein Volk wird sterben, wenn ich meine Mission nicht erfülle. Wie sieht die aus? Ich muss zum großen Nest, zu den Chloropanphylikern. Ich meine, zum Volk von Gaia, wie ihr sie vermutlich nennt. Der Junge runzelte die Stirn. Er blickte grimmig rein. Das sind unsere Feinde, knurrte er. Ich muss zu ihnen, und zwar schnell. Dabei können wir dir nicht helfen. Vielleicht könntet ihr mir den Weg weisen, damit … Du kommst mit uns in den Taubenschlag, unser Quartier, und dann werden wir sehen, ob du noch immer zu diesen arroganten Grasköpfen willst. Ember wollte etwas erwidern, aber er wandte sich ab und bellte Befehle, woraufhin sich die Besatzung an Deck verteilte und sie allein mit ihrem Rucksack zurückließ. Ember wurde zu einer kleinen Kabine geführt. Man gab ihr Wasser und Obst und ließ sie allein. Am Morgen kehrte sie gerade rechtzeitig an Deck zurück, um die Anfahrt auf den Taubenschlag mitzuerleben. Der Wohnsitz des Clans bestand aus mehreren grob zusammengezimmerten Kähnen, die mit Brettern und Seilen verbunden waren. Daneben lagen fünf Ballonschiffe vor Anker, nicht größer als das, auf dem Ember sich befand. Der Junge, der an Bord den Oberbefehl zu haben schien, gesellte sich zu ihr. Ich bin Steinbeißer. Herzlich willkommen, Ember Caldero. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kann nicht bei euch bleiben. Ich muss das Volk Gaia treffen. Schlag dir das aus dem Kopf. Das sind Angeber. Sie halten sich für etwas Besseres, für Auserwählte, gegen die alle anderen nur Dreck sind. Liegt ihr deshalb mit ihnen im Krieg? Das ist kein Krieg, sonst hätten wir sie schon längst ausgerottet. Wir erteilen ihnen nur hin und wieder eine kleine Lektion, das ist alles, um sie daran zu erinnern, dass sie nicht so übermächtig sind, wie sie glauben. Steinbeißer, ich muss trotzdem dorthin. Kann ich bei euch auf Unterstützung hoffen? Steinbeißer verzog das Gesicht. Ich an deiner Stelle würde nicht darauf zählen. Weißt du, du bist sehr hübsch, du könntest dir hier einen feinen Mann suchen. Ember zuckte zusammen. Einen Mann? Heiratet ihr? Na klar, und bald kommen die ersten Kinder. Ember starrte ihn mit offenem Mund an. Ein paar Mädchen sind schon schwanger. Die ersten Babys dürften in etwa fünf Monaten zur Welt kommen. Ihr, ihr geht das ja sehr zügig an. Was bleibt uns denn anderes übrig? Die meisten Jugendlichen und Kinder, die die Veränderung der Welt überlebt haben, sind nicht bis hier hoch auf das trockene Meer gelangt. Irgendwann sind wir alt. Dann brauchen wir Nachwuchs. Und ich sage es dir, du würdest eine sehr gute Frau abgeben. Ember hob die Hand. Danke für das Angebot, aber ich muss leider ablehnen. Bist du unten schon verheiratet? Ember zögerte. Ja. Na, egal, schade. Vielleicht ist deine Ehe dort unten ja bei uns nicht gültig. Du könntest also vielleicht wieder heiraten, wenn du dich entschließen solltest. Hör zu, das ist nett, aber ich werde nicht hierbleiben. Wenn es sein muss, schwimme ich. Ich bitte euch nur um etwas Verpflegung und die Auskunft, in welcher Richtung das große Nest des Volkes Gaia liegt. Steinbeißer schüttelte enttäuscht den Kopf. Mit Schwimmen kommst du nicht weit. Ganz offen gesagt, du kannst nirgendwo hin. Hier ist dein neues Zuhause. Komm, ich führe dich herum und zeige dir alles. Du wirst sehen, es ist sehr schön. Widerwillig folgte Ember dem Jungen. Jede Minute, die sie hier verbrachte, war verlorene Zeit. Die Kähne, auf denen der Schnabel-Clan lebte, hatten jeder eine bestimmte Funktion. In einem befand sich der große Speisesaal, der auch als Aufenthaltsraum diente, in einem anderen die Spielhalle, in der sie sich zu Geschicklichkeitsspielen trafen, und einige weitere waren für die Kabinen vorgesehen, in denen die Clan-Mitglieder in Hängematten schliefen. Ember erfuhr, dass alle Jugendlichen einen Vogelnamen trugen, die Jungen einen männlichen, die Mädchen einen weiblichen. So lernte sie nicht nur Tannenherr, Mauerläufer und Regenpfeifer kennen, sondern auch Silbermöwe, Meerschwalbe und Nebelkrähe. Die Blicke, die ihr zugeworfen wurden, waren nicht durchweg freundlich. Mehrere Mädchen starrten sie an, als sei sie eine gefährliche Rivalin, und Ember fühlte sich sehr unwohl. Steinbeißer nahm sie unter seine Fittiche, stellte ihr seine Freunde vor, erklärte ihr die Sitten und Gebräuche im Taubenschlag und sorgte dafür, dass sie zu essen und zu trinken bekam. Als der Abend anbrach, brachte er sie in den Speisesaal, wo sie zusammen aßen. Es gab ein recht schmackhaftes, helles Fleisch. Das Gerücht, dass eine Fremde in den Taubenschlag gekommen war, hatte offenbar die Runde gemacht, denn alle betrachteten sie neugierig. Ember merkte, dass auch diese Pans Alterationen entwickelt hatten, aber noch nicht richtig damit umgehen konnten. Sie sah, wie ein Junge fünf oder sechs Anläufe brauchte, um mit seinem Zeigefinger ein Feuer zu entfachen. Die Alteration betraf alle Pans auf der Erde, dessen war sie sich inzwischen sicher. Doch manche weigerten sich, sie anzunehmen, während andere Mühe hatten, sie zu nutzen oder gar Angst davor hatten. Nach dem Abendessen nahm Steinbeißer Ember mit auf das Oberdeck des Kahns und spazierte mit ihr von Steg zu Steg. Er erzählte ihr, wie er nach dem Sturm allein aufgewacht war. Seine Stadt war völlig von Pflanzen überwuchert gewesen, und bis er einige andere Überlebende seines Alters gefunden hatte, waren die Gebäude bereits unter der Pflanzendecke vergraben und der Asphalt von Wurzeln gesprengt. Innerhalb eines Monats hatten sich etwa 500 Jugendliche inmitten eines Waldes wiedergefunden, der unaufhörlich wuchs. Kaum hatten sie sich eine Unterkunft gebaut, da wurde sie auch schon wieder von den Pflanzen zerstört. Nach drei Monaten verschwand das Tageslicht vollkommen, und so wagten es einige von ihnen, an den gigantischen Baumstämmen emporzuklettern. Als sie feststellten, dass die Lebensbedingungen an der Oberfläche angenehmer waren, beschlossen sie, dort zu bleiben und holten über mehrere Wochen das nötige Material nach oben. Bei den zahllosen Klettertouren verloren sie viele ihrer Freunde, denn die Raubtiere, die in dem dichten Blätterwerk hausten, entwickelten sich ebenfalls rasant. Der Taubenschlag war unter großen Opfern entstanden. Das ist unsere Geschichte, schloss Steinbeißer. Wir konnten unsere Toten nie begraben, aber wir gedenken ihrer, indem wir unsere Zukunft vorbereiten. Deshalb müssen sich alle Jungen eine Frau suchen und Kinder bekommen. Das schulden wir all jenen, denen wir unser Überleben verdanken. Hast du noch keine gefunden? Steinbeißer schlug verlegen die Augen nieder. Nein, die Mädchen entscheiden, wen sie wollen, und sie sind wählerisch. Ich bin sicher, dass du eine Hübsche finden wirst. Dann gab Ember vor, müde zu sein und legte sich in der winzigen Kabine, die ihr zugeteilt worden war, in ihre Hängematte. Sie konnte lange nicht einschlafen. Ihre Lage war vertrackt. Sie durfte nicht hierbleiben. Aber schwimmen war zu gefährlich, da hatte Steinbeißer ganz recht. Und was die Gemeinschaft der drei bei den Chloropanphylikern getan hatte, würde sie nicht über sich bringen. Ein Schiff zu stehlen. Ohne Tobias' Hilfe würde sie ohnehin nicht weit kommen. Offenbar hatten alle Clans, die auf diesem seltsamen Meer lebten, die ärgerliche Angewohnheit, sich sofort alle Besucher einzuverleiben, als käme es auf jeden Einzelnen an. Weil sie wissen, dass sie isoliert sind. Sie leben auf Schiffen und werden darauf sterben, ohne sich mit anderen Gemeinschaften austauschen zu können. Jedes neue Mitglied gibt ihnen Hoffnung, ihre Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Nachdem Ember sich eine Weile vergebens den Kopf zerbrochen hatte, was sie tun sollte, schlummerte sie ein und ließ sich vom wohltuenden Mantel des Schlafes einhöhlen. Am nächsten Morgen wanderte sie von Kahn zu Kahn. Je länger sie den Alltag des Schnabelclans, die Gespräche zwischen Fischern und Zimmerleuten, das Geschäker zwischen zwei Jugendlichen beobachtete, desto klarer wurde ihr, dass sie fliehen musste. Der Klan würde ihr nicht helfen, ganz egal, was sie ihnen erzählte. Das Leben dieser Pans war schon so kompliziert genug. Sie hatten manche Gefahr überstanden und objektiv gesehen keinen Grund, irgendetwas für eine Unbekannte zu riskieren, so überzeugend ihre Argumente auch sein mochten. Als Tobias und Matt beschlossen hatten, ein Boot der Chloropanphylika zu entwenden, war Ember sauer auf sie gewesen, weil sie lieber flohen als verhandelten. Jetzt merkte sie, dass sie dasselbe tun würde. Blieb nur ein Problem, und das war nicht zu vernachlässigen. Auch wenn sie ihr Gewissen eine Weile zum Verstummen brachte und in einem unbeobachteten Moment in ein kleines Boot sprang, wusste sie überhaupt nicht, wie man ein Schiff über das trockene Meer manövrierte. Tobias hatte ihr zwar ein paar grundlegende Dinge über Navigation beigebracht, aber sie fühlte sich auserstande, das Schiff allein zu steuern. Einen anderen Weg gibt es nicht. Du musst schon wissen, was du willst. Entweder das, oder du gibst auf. Sie würde es noch am selben Abend versuchen. Es hatte keinen Zweck, länger zu warten. Sie suchte nach dem kleinsten Boot, das sie ohne Hilfe losmachen konnte. Es lag ein Stück abseits am Ende eines Stegs. Umso leichter wird es, das Ding zu entwenden. Dann ging sie in die Küche und holte etwas Verpflegung aus der Vorratskammer. Sie hatte auch ein paar Zisternen entdeckt, in denen Regenwasser gesammelt wurde und füllte dort ihre Flaschen auf. Als sie in den Speisesaal trat, wo sie die anderen belauschen wollte, um wenigstens den ungefähren Standort des großen Nestes zu erfahren, ertönte draußen ein lauter Schrei. Alle rannten an Deck und erblickten ein kleines Mädchen, das voller Panik herbeistürzte. Wiederhopf ist etwas passiert. Er war dabei, den Rumpf des Dreizack zu reparieren. Da sind die Keile abgerutscht. Er ist darunter eingeklemmt. Schnell! Kommt alle, schnell! Mehr als 300 Kinder und Jugendliche eilten zu einem kleinen Fischkutter, aus dessen Ballonen die Luft herausgelassen war. Holzkeile hielten ihn einen Meter über einer riesigen Wurzel, aber die beiden Keile am Bug waren umgefallen und der schwere Rumpf war auf einen etwa 14-jährigen Rotschopf gekippt, der vor Schmerz stöhnte. Wir müssen die Dreizack leer räumen, damit wir sie hochheben können, schlug ein Mädchen vor. Nein, protestierte ein anderer. Wir würden ihn zerquetschen, wenn wir an Bord steigen. Aber nie im Leben können wir so ein Gewicht in die Höhe stemmen, rief ein weiterer. Amber warnte sich an das Mädchen, das sie benachrichtigt hatte. Weißt du, wo meine Kabine ist? Gut, dann lauf schnell hin. Dort findest du einen großen Rucksack. Bring ihn mir. Die Kleine kam nur drei Minuten später zurück. Sie war schweißgebadet und schleppte mit Mühe den Rucksack, der fast so groß war wie sie selbst. Amber holte das Gefäß mit den Käfern heraus und stellte es offen vor sich hin. Ein Raunen lief durch die Umstehenden und einige Pans wichen zurück, als sie die leuchtenden Insekten erblickten. Amber streckte die Arme zum Schiffsrumpf aus und schloss die Augen. Sie sagte, ich werde es nicht lange halten können, also beeilt euch. Die Wärme breitete sich in ihren Fingerspitzen aus, sie spürte ein Kribbeln in den Armen und fühlte auf einmal die Beschaffenheit der Luft, die weicher und unsteter war als Wasser, ein fast unmerklicher Widerstand. Sie tastete sich durch diese Substanz vor, bis sie das Boot spürte. Das Holz strahlte eine schwache Hitze aus, winzige Reibungen mit der Luft. Sie konzentrierte sich auf diese Energiepartikel und begann mit der Kraft ihrer Gedanken zu schieben. Die Energie des Skara-Heers stieg aus dem Gefäß auf und floss in ihre Adern, durch ihre Nerven, bis in ihr Gehirn. Dieser Überschuss entsandte eine gewaltige Schockwelle, die die Dreizack beben und ächzen ließ. Widerhopf schrie auf, als die Bewegung des Rumpfes seine Schmerzen noch verschlimmerte. Was macht sie da? fragte jemand. Sie wird ihn umbringen, haltet sie auf! Nein, schaut! Amber konzentrierte sich auf das, was sie fühlte, auf die Form der Gegenstände, die Kraftverhältnisse, die Energieleitung, die sie zwischen allen Dingen wahrnahm, die sie umgaben. Für das Boot war eine riesige Energiequelle nötig, die sie aus dem Glas zu ihren Füßen schöpfte. Amber leitete diese Energie nur um. Als sie den Eindruck hatte, den Rumpf zu halten, richtete sie den vollen Strom auf das gesamte Boot. Vor den Augen der entsetzten Pans schoss die Dreizack mit einem Ruck in die Höhe. Die Jungen brauchten mehrere Sekunden, bevor sie reagierten. Drei von ihnen sprangen unter den Rumpf und zogen Widerhopf hervor, bevor Amber fühlte, wie all diese Energie ihren Kopf von innen auffraß. Plötzlich fuhr ein lähmender Blitz durch ihren Leib, wie ein heftiger Stromschlag. Das Boot knallte auf die Wurzel und wirbelte eine Staubwolke auf. Amber sank zu Boden und rührte sich nicht mehr. Ein unerwarteter Empfang. Steinbeißer war ganz krank vor Sorge. Sein Gesicht erhellte sich, als Amber die Augen aufschlug. Sie kommt wieder zu sich. Sie kommt wieder zu sich. Amber hatte eine ausgedörrte Kehle und furchtbare Kopfschmerzen. Oh Gott, stöhnte sie. Ich glaube, mein Schädel zerplatzt gleich. Könnte ich bitte einen Schluck Wasser kriegen? Steinbeißer hielt ihr sofort einen Becher hin. Du hast ihn gerettet. Ganz allein. Du hast Widerhopf gerettet. Wie geht es ihm? Seine Beine sind gebrochen und er hat Quetschung am ganzen Körper, aber er hat überlebt. Ein Mädchen beugte sich über die Hängematte, in die sie Amber gebettet hatten. Was du vollbracht hast, ist ein Wunder, sagte sie. Nein, das ist meine Alteration. Du meinst deine Macht? übersetzte Steinbeißer. Wie die, die wir auch haben? Ja, aber deine ist tausendmal stärker als unsere. Amber richtete sich ein Stück auf, leerte den Becher und gab ihn dem Jungen zurück. Das ist wegen der Käfer, murmelte sie, in dem Gefäß. Diese kleinen roten und blauen Dinger? Unglaublich. Du musst uns das beibringen, unbedingt. Steinbeißer, im Moment brauche ich vor allem Ruhe. Natürlich, natürlich. Ich bleibe in deiner Nähe. Wenn du irgendetwas brauchst, ruf mich einfach. Du bist unbeschreiblich, Amber Caldero. Wirklich unbeschreiblich. Doch Amber schlief bereits. Amber traf Steinbeißer im Speisesaal. Er sah, wie sie nach einer Frucht griff, die wie ein zu groß geratener Apfel aussah, und lief zu ihr. Du bist wieder wach? Sag bloß, wenn du mal schläfst, dann aber richtig. Du hast vierundzwanzig Stunden gepennt. So lange? fragte sie entsetzt. Du, warum schauen mich alle so komisch an? Du bist eine Heldin. Ich habe eher den Eindruck, ein Zirkuspferd zu sein. Steinbeißer, ich muss mit dir reden. Sie zog ihn in eine Ecke, vergewisserte sich, dass niemand sie hörte und sagte. Ich muss weg. Ich kann nicht länger hier bleiben. Der Junge blickte sie entgeistert an. Aber wo willst du hin? Das weißt du haargenau. Ich muss zum großen Nest des Volkes Gaia. Das ist unmöglich. Keiner würde. Dafür gebe ich euch die Käfer und bringe euch unterwegs bei, wie man sie benutzt. Steinbeißer erstarrte. Das würde euch einen enormen Vorteil verschaffen, fügte Amber hinzu. Und ich bin sicher, dass die Mädchen in deinem Clan dich mit anderen Augen sehen werden, wenn du mit den Käfern umgehen kannst. Aber jetzt oder nie, sonst packe ich meine Sachen und springe ins Meer. Steinbeißer seufzte. Ich werde mit den anderen darüber reden. Allein kann ich da keine Entscheidung treffen. Amber legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich zähle auf dich. Am frühen Nachmittag wurde ein schnelles, bewaffnetes Boot zur Abfahrt klar gemacht. Steinbeißer war zum Kapitän bestimmt worden. Er hatte seine Kameraden von Ambers guten Absichten überzeugen können. Den Ausschlag hatte schließlich die Tatsache gegeben, dass sie ein Mitglied des Clans gerettet hatte. Außerdem verlockte die Pans der Gedanke, ihre eigenen Kräfte mit Hilfe der Käfer ebenfalls ins schier Unermessliche steigern zu können, auch wenn ihnen nicht einleuchtete, weshalb Amber ausgerechnet ihre Erzfeinde besuchen wollte. Mit Amber und Steinbeißer gingen zwölf Krieger an Bord. Als der Taubenschlag nur noch ein dunkler Punkt am Horizont war, fragte Amber den Steuermann. Ist das große Nest weit weg? Nein, deshalb liegen wir uns ja auch so oft in den Haaren. Sie haben sich ganz in unserer Nähe breitgemacht. Heute Abend sind wir da. So schnell? freute sich Amber. Und ich dachte schon, ich würde noch mal drei Tage auf dem Meer verlieren. Mir wäre es lieber, sie wären weiter weg. Sind sie nicht als Erste auf ihrem heiligen Berg da gewesen? Ganz bestimmt nicht. Wir waren zuerst da. Woher weißt du das? Weil wir es wissen. Deshalb. Amber sah ein, dass es keinen Sinn hatte, ihn weiter zu befragen. Zwischen den beiden Stämmen herrschte eine Fede, die keinen Raum für vernünftige Gespräche ließ. Niemand wusste eigentlich, wer als Erster hier oben gewesen war, und an sich war es ihnen auch egal. Sie hassten sich, weil sie verschieden waren. Und das reichte schon. Amber holte das Gefäß mit den Käfern und setzte sich auf eine Taurolle gegenüber von Steinbeißer. Warum tragt ihr eigentlich diese Masken? fragte sie und zeigte auf den weißen Schädel, der an seinem Gürtel baumelte. Um den Feind zu erschrecken. Das sind unsere Kampfmasken. Wir machen sie aus den Köpfen einer Art Seepferdchen, die wir unter der Oberfläche jagen. Die armen Tiere. Davon gibt's Hunderte. Und irgendwas müssen wir ja essen. Das Fleisch schmeckt gut. Amber wurde fast schlecht, als sie an das dachte, was sie im Taubenschlag verzehrt hatte. Was ist deine Alteration? Meine Macht? Schau her! Oder er! Hör her! Er beugte sich über die Reling und stieß einen wilden Schrei aus. Das Volumen seiner Stimme stieg und stieg, sie wurde ohrenbetäubend laut und hallte einige Sekunden lang wieder, als würde sie von zahllosen Echos zurückgeworfen. Er drehte sich lächelnd um. Nicht schlecht, oder? Wenn wir auf der Jagd auf eine Horde Seepferdchen treffen, schreie ich los, und das verwirrt sie so, dass wir eines oder zwei fangen können. Du hast viel gesungen, bevor die Welt sich verändert hat, nicht wahr? Stimmt. Woher weißt du das? Die Alteration entwickelt sich aus einer Fähigkeit, die man schon vor dem Sturm hatte, oder aus einer Tätigkeit, die man seither oft ausgeführt hat. Du kennst dich echt gut aus. Es interessiert mich halt. Diese Käfer zum Beispiel enthalten einen Teil jener Energie, die alles im Universum miteinander verbindet. Die Atome und das alles? Ember erinnerte sich an Niels Vermutungen. Noch kleiner. Man nennt das die dunkle Materie. Es ist die Leere zwischen jedem Element. Diese Leere ist Energie. Beim Gedanken an Niel wurde ihr ganz schwer ums Herz. Sie konnte seinen Tod noch immer nicht fassen. Wenn ich also lerne, die dunkle Materie der Käfer zu benutzen, dann kann meine Stimme noch mächtiger werden? Ember nickte. Aber sei vorsichtig. Du hast keine Ahnung, welches Potenzial sie in dir wecken werden. Bevor du sie benutzt, musst du deine Alteration voll und ganz beherrschen. Kannst du die verschiedenen Luftschichten spüren, wenn du dich konzentrierst? Was? Kannst du das etwa? Ich habe große Fortschritte im Umgang mit den Käfern gemacht, aber ich war auch vorher schon recht geübt. Okay, bring es mir bei. Ember schob das Gefäß beiseite und begann, ihm die grundlegenden Dinge zu lehren. Die Konzentration, die haarscharfe Wahrnehmung, die Lenkung des Energieflusses. Der Unterricht brachte ihr die Carmichael-Insel in Erinnerung, und sie dachte wehmütig an diese Tage zurück. Sie nahm Steinbeißer das Versprechen ab, dass er das Garer-Heer erst dann benutzen würde, wenn er seine Alteration vollkommen beherrschte. Stolz nahm der Junge den Behälter und verstaute ihn vorsichtig in einem Kasten. Sie aßen auf Deck zu Abend, während die Wachposten am Ausguck aufmerksam nach dem großen Nestausschau hielten. Die Stimmung an Bord ist seit einer Weile ziemlich angespannt, meinte Ember. Tja, uns steht kein freundschaftlicher Empfang bevor. Bestenfalls schicken sie eins ihrer Segelschiffe, um uns zu befehlen, augenblicklich kehrzumachen. Schlimmstenfalls beschießen sie uns mit einer ihrer ausgeklügelten Waffen, sobald sie uns sehen. Habt ihr denn nie versucht, mit ihnen ins Gespräch zu treten? Doch, ganz am Anfang. Aber sie gehen einem total auf den Geist mit ihrem Gehabe und ihrem arroganten Getue, nur weil wir nicht so sind wie sie. Sie halten sich für die Auserwählten eines Baumes. Ich weiß. Das ist doch Schwachsinn. Sie haben uns wie ihre Diener behandelt, und das haben wir uns nicht gefallen lassen. Sie waren wütend, weil wir an ihrem Glauben gezweifelt haben, und von da an war es aus. Noch ein Religionskrieg, murmelte Ember. Wie bitte? Ach nichts. Und wie wollt ihr ihnen heute Abend begegnen? Können wir ihnen irgendwie zu verstehen geben, dass wir in friedliche Absicht kommen? Steinbeißer verzog das Gesicht. Nein, das geht leider nicht. Wenn wir aufeinandertreffen, dann bekämpfen wir uns. Ember verdrehte die Augen. Dann müssen wir uns also auf das Schlimmste gefasst machen, Steinbeißer nickte. Ich fürchte ja. Wir müssen versuchen, so nah wie möglich ranzukommen und den Geschossen auszuweichen, bis wir ihnen zurufen können, dass wir nicht kämpfen wollen. Und deine Stimme? Kannst du nicht sehr weit schreien? Äh, lieber nicht. Ich hab schon so manche Trommelfälle zum Platzen gebracht. Das könnten sie als eine Aggression werten. Dann hissen wir doch die weiße Fahne. Jeder kennt dieses Zeichen. Steinbeißer wirkte verlegen. Naja, wir haben sie schon einmal als List benutzt, um uns einem ihrer Boote zu nähern und es zu stehlen. Darauf werden sie kein zweites Mal reinfallen. Ember war frustriert die Arme hoch. Ihr seid Schurken und Barbaren. Du müsstest mal die Waffen sehen, mit denen sie uns angreifen. Totale Monsterdinger. Wir wehren uns mit unseren bescheidenen Mitteln. Ember hatte genug gehört. Ich geh rauf zum Ausguck, sagte sie und stand auf. Ich hab die Nase voll von deinen Kriegsgeschichten. Das große Nest tauchte kurz vor Mitternacht auf. Eine Stadt aus silbernen Lichtern, die in hohen Bäumen hing. Ember war besorgt. Wie viel Zeit blieb ihnen noch, bevor sie von den Wachposten im großen Nest entdeckt würden? Und was dann? Würden sie das Feuer eröffnen, ohne das Gespräch zu suchen? Das war sehr wahrscheinlich. Der Schnabel-Clan hatte sich als durchtrieben und streitsüchtig erwiesen. Die Chloropan-Fühliker hatten keinen Grund, sie herankommen zu lassen. Steinbeißer befahl, die Lampen an Bord auszumachen, doch Ember widersprach. Nein, im Gegenteil. Lasst sie an. Dann werden sie uns von Weitem sehen. Eben. Sie werden sich fragen, wieso wir so sichtbar auf sie zufahren. Vielleicht schießen sie dann nicht sofort. Das sind intelligente Leute. Steinbeißer schnaubte verächtlich. Ich warne dich. Wenn sie uns abknallen wie Kaninchen, dann kehren wir sofort um. Ich setze das Leben meiner Männer nicht aufs Spiel. Ich weiß. Trotzdem, die Lampen bleiben an. Steinbeißer gehorchte seufzend. Als sie nur noch ein Kilometer vom großen Nest weg waren, bemerkte Ember, dass irgendetwas nicht stimmte. Zum einen konnte sie das Mutterschiff, das Flaggschiff der Flotte der Chloropan-Fühliker nirgends erkennen. Dann sah sie, dass brennende Geschosse durch die Luft flogen und hörte Schreie. Kurz darauf bemerkte sie das rote Blinken an der Oberfläche des trockenen Meeres. Furchtbare Erinnerungen wurden wach. Der rote Tod. Das schrecklichste Wesen im blinden Wald. Es griff das große Nest an. Die Macht der Stimme Unter den Kriegern des Schnabelclans brach Panik aus, als sie die Gefahr erkannten. Ruder Hartbackbord, brüllte Steinbeißer. Nichts wie weg hier. Ember stürzte zum Steuerruder, um das Manöver zu unterbinden. Nein, schrie sie. Wir müssen ihnen helfen. Du weißt nicht, was sie da angreift. Das ist ein unbesiegbares Monster. Ich weiß sehr wohl, was der rote Tod ist. Wir sind bewaffnet, und er ist nicht darauf gefasst, dass wir ihn von hinten attackieren. Ich werde meine Besatzung doch nicht für diese Klugscheiße opfern. Sie sind in Lebensgefahr. Lieber sie als wir. Ember packte ihn am Handgelenk. Ihre grünen Augen blitzten vor Zorn. Sie sind menschliche Wesen, genau wie wir, zischte sie und dabei berührten sich ihre Nasenspitzen fast. Stell dir mal die Frage, was in deiner Situation menschlich ist, und dann weißt du, ob du mehr wert bist als sie. Steinbeißer schaute stumm in diese Augen, die ihn mit unglaublicher Entschlossenheit anstarrten. Und wir haben die Käfer, sagte Ember. Ich kann damit umgehen. Zusammen können wir ihn in die Flucht schlagen. Sie spürte, dass Steinbeißer zögerte, doch er schüttelte unwirsch den Kopf. Also spielte sie ihren letzten Trumpf aus. Du findest, dass die Chloropanphyliker zu arrogant sind, stimmt's? Dann stell dir mal vor, wie ihr mit einem so kleinen Boot ihr tolles Nest rettet. Stell dir vor, was das für Folgen hätte. Jetzt konnte man richtig sehen, wie es in Steinbeißer arbeitete. In Gedanken genoss er bereits den Triumph. Kannst du mit deiner Alteration wirklich etwas ausrichten? fragte er. Wenn wir nah genug ranfahren, kann ich mein Glück versuchen. Steinbeißer seufzte. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Er drehte sich um und brüllte der Besatzung zu. Auf eure Posten! Heute Nacht werden wir unseren Feinden zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Das mit Heißluftballonen betriebene Schiff fuhr ganz dicht am Roten Tod vorbei. Die Bogenschützen an Bord schossen gleichzeitig ihre Pfeile ab. Ember hatte den Behälter mit den Käfern vor sich stehen und lenkte die Geschosse alle auf denselben Punkt. Die Quelle des blinkenden Lichts. Ein Dutzend Pfeile sauste durch die Blätter und bohrte sich tief in das Ungeheuer. Das zeigte keine Regung. Seine riesigen Tentakel tauchten aus dem grünen Ozean auf und donnerten auf die Stege des Nestes herab, zermalmten die Bretter, zerstörten die Gebäude und zerquetschten die Krieger, die versuchten, den Angreifer mit brennenden Pfeilen zu verjagen. Ember sah, dass die Chloropanphylika große Harpunen aus einem Hangar herausrollten. Sie erkannte die Harpuliter, lange, hohle Bolzen, die mit einem starken Gift gefüllt wurden. Die Pans mit den grünen Haaren konnten gerade mal zwei Ladungen davon abschießen, da krachte ein Tentakel auf die Waffen und ließ nur noch Trümmer übrig. Der rote Tod schien von seinen Verletzungen nicht im geringsten beeinträchtigt zu sein. Immer wieder schlug er zu, richtete eine ungeheure Verwüstung an und riss dabei zahlreiche Pans in den Tod. Nichts schien ihn aufhalten zu können. Ember lenkte die nächste Pfeilsalve und hoffte, sie noch tiefer in den Leib des Monsters treiben zu können, aber auch diesmal bewirkte sie nichts. Vergiss es, rief Steinbeißer. Er spürt sie nicht mal. Da konzentrierte sich Ember auf das Ungeheuer. Sie versuchte, das Vibrieren seiner Organe zu spüren, und als sie sein Herz lokalisiert zu haben glaubte, entsandte sie all ihre gedankliche Kraft, die sie mit dem Skaraherr entfalten konnte. Die Äste zwischen dem Schiff und dem Monster brachen, und es gab einen lauten Knall. Plötzlich hörte das rote Blinken auf, und die Tentakel verschwanden unter der Oberfläche. Dann kehrte das Licht zurück, tiefrot diesmal, und der rote Tod brauste auf das kleine Schiff zu. Seine Tentakel fuhren mit einer solchen Wut durch die Äste, dass er sich in dem splitternden Holz verhedderte und langsamer wurde. Steinbeißer und seine Leute sahen hilflos zu, wie der rote Tod auf sie zukam. Ihr letztes Stündlein hatte geschlagen. Ember hob die Hände, um noch einen Abwehrversuch zu starten, aber das Entsetzen lähmte sie. Als der Wald vor ihnen hin und her wogte und der rote Tod sich daran machte, das kleine Boot zu verschlingen, klammerte sich Steinbeißer an die Reling und brüllte mit aller Kraft. Nein! Seine Stimme verwandelte sich sofort. Sie wurde so laut, dass alle an Bord zu Boden sanken und sich die Ohren zuhielten. Aber sie richtete sich auf das Ungeheuer. Seine vorderen Tentakel wurden wie von einer unsichtbaren Mauer zurückgestoßen und zermalmt. Dann traf die Wucht der Schallwellen auf den Leib des Monsters, der immer stärker zu vibrieren begann, bis mehrere Organe gleichzeitig explodierten. Der riesenhafte Krake sank in das trockene Meer, wurde von seinem eigenen Gewicht hinabgerissen und schlug eine Schneise der Verwüstung durch den Wald. Steinbeißer war von der Energie der Käfer erfasst worden, die zu seinen Füßen standen. Er hatte ihre unglaublichen Kraftströme umgeleitet, aber sein Geist hielt der Belastung nicht stand. Der Junge kippte ohnmächtig um. Aus seiner Nase und seinen Ohren floss Blut. Ember fing ihn auf und legte ihn hin. Obwohl ihr die Ohren dröhnten, überprüfte sie seinen Puls. Er war schnell und unregelmäßig. Das Gesicht des Jungen war verzerrt. An den Schläfen und der Stirn traten die Adern hervor. Ember nahm seine Hand. Steinbeißer hatte sie gerettet, aber er selbst würde womöglich nicht überleben. Unter den verdutzten Blicken der Chloropan-Fühliker legte das Boot des Schnabelclans am großen Nest an. Mauerläufer, der erste Offizier, nahm seine Knochenmaske ab und hob zum Zeichen seiner friedlichen Absichten die Hand, als er von Bord ging. Ein Chloropan-Fühliker in leuchtender Schittinrüstung zückte sein Florett, doch ein anderer hielt ihn zurück und marschierte auf Mauerläufer zu. Warum seid ihr uns zu Hilfe gekommen? Warum habt ihr euer Leben für uns riskiert? Um euch zu beweisen, dass auch wir etwas Besonderes sind. Die Chloropan-Fühliker warfen sich ungläubige Blicke zu. Weil eure Völker es sich nicht mehr leisten können, Feinde zu sein, sagte Ember und stieg ebenfalls an Land. Die Natur entwickelt sich ständig und mit ihr die Pflanzenwelt. Ihr dürft euch nicht mehr bekämpfen. Es ist Zeit, euch zu versöhnen. Der Chloropan-Fühliker musterte Ember prüfend. Seine Haare, wie auch die aller anderen Bewohner des großen Nests, hatten die Farbe der Blätter. Seine Iris glichsmaragden und seine Lippen wie seine Fingernägel waren braungrün. Ich kenne dich, sagte er. Du hast uns bestohlen. Du hast unser Vertrauen hintergangen. Ihr habt euch geweigert, uns gehen zu lassen, also waren wir gezwungen zu fliehen. Ich habe mich dafür schriftlich bei euch entschuldigt. Ich wollte mich nicht heimlich davon schleichen. Aber ihr wolltet es nicht anders. Hiermit beantrage ich eine Audienz vor dem Rat der Frauen. Eine junge Chloropan-Fühlikerin trat hinzu. Sie sagt die Wahrheit. Ich erinnere mich an die Entschuldigung, die sie hinterlassen hat. Ihre Suche. Egal, schrie jemand aus der Menge. Sie haben uns angelogen. Sie haben unser Boot gestohlen. Ja, sie muss bestraft werden, rief ein anderer. Die Chloropan-Fühlikerin gab der Menge mit einem Zeichen zu verstehen, dass sie schweigen sollte. Sie ist zurückgekommen, sagte sie. Sie und diese Jungen vom Schnabel-Clan haben uns heute Abend gerettet. Sie verdient es, angehört zu werden. Mauerläufer nickte erleichtert. Morgen wird das Mutterschiff zurück sein. Dann können wir den Rat einberufen. Bis dahin seid ihr unsere Gäste. Wir haben einen Verletzten an Bord, sagte Ember. Wir brauchen Hilfe, um ihn zu transportieren. Ein gut aussehender, muskulöser Chloropan-Fühliker trat vor. Ember erkannte ihn sofort wieder. Ich kümmere mich darum, sagte Thorsan. Jetzt, wo sie wieder an diesem magischen Ort war, verflog Embers schlechtes Gewissen. Sie betrachtete die fünf hohen Eichen, um die sich ein beeindruckendes Netz aus Stegen, Treppen und Gebäuden spannte. Dutzende von Lampen, die mit Leuchtsubstanz gefüllt waren, schaukelten im Nachtwind und verbreiteten ein silbriges Licht. Dann blieb Embers Blick am Bambuswald hinter dem großen Nesthaften. Dieses geschützte Heiligtum. In seiner Mitte drehte sich eine seltsame elektrische Kugel. So reich und faszinierend wie ein Planet. Ember hatte seit ihrer Abreise vom Schloss oft daran gedacht. Die Weltkarte auf ihrer Haut, die Zeichnungen auf dem Felsblock. Zwei Botschaften der Natur, die sie hierher führten. Zu dieser Lichtkugel. Sie wusste nicht, ob sie sie mitnehmen sollte, nach Eden oder anderswohin. Sie wollte erst einmal den Kontakt zu dieser Kraft herstellen. Nein, sie spüren. Eine Ahnung von ihrer Macht bekommen. Sie hatte es fast geschafft, wenn das Volk Gaia es ihr erlaubte. Und dazu musste sie den Rat der Frauen für sich gewinnen. Absorbiert Steinbeißer kam mitten in der Nacht wieder zu sich. Ember, die im selben Zimmer schlief, um auf ihn aufzupassen, schreckte hoch, als er fragte, »Hab ich es besiegt?« »Ja,« sagte sie blinzelnd, »du hast uns gerettet.« »Mir tut der Kopf weh. Sehr weh.« »Ich weiß. Das wird noch ein paar Tage anhalten. Du hättest sterben können. Du darfst nicht sämtliche Energie des Garerheers auf einmal benutzen. Dazu beherrschst du deine Alteration noch nicht gut genug.« »Das war keine Absicht. Ich wollte nur irgendwas tun. Und da habe ich geschrien.« Ember hielt ihm eine Tasse aus Ton hin und ertrank langsam. »Jetzt ruhe dich aus. Du wirst lange schlafen und du hast es nötig.« Ember wartete, bis sein Atem ruhig und regelmäßig geworden war und legte sich dann wieder hin. Am nächsten Morgen stand sie spät auf. Am Anleger wurde eifrig gearbeitet. Die Chloropan-Fühliker hatten schon begonnen, die Schäden der vergangenen Nacht zu reparieren und machten nun alles für das Mutterschiff bereit, das gerade auf das große Nest zusegelte. Wenn es noch Kunstwerke gab, dann war das Mutterschiff eines davon. Erhaben, majestätisch, grandios. Anders hätte man es nicht beschreiben können. Ein von etwa 30 Ballonen getragener Viermaster, unendlich hohe Segel in Form von Flugdrachen, die weit über dem Bug im Himmel schwebten und eine Besatzung, die zahlreicher und besser bewaffnet war als die gesamte Miliz von Eden. Ember eilte zum Anlegeplatz hinab, um der Ankunft des Flaggschiffs der Chloropan-Fühliker beizuwohnen. Unterwegs merkte sie, dass ihr zwei Jungen mit giftgrünen Haaren folgten. Ich kann es ihnen nicht verdenken, dass sie uns überwachen, nach allem, was wir ihnen angetan haben. Das gilt für mich genauso wie für den Schnabelclan. Die drei Kapitäninnen des Mutterschiffs gingen als letzte an Land. Die große und weise Orlandia, die misstrauische Faelles und Clementes die jüngste und auch die netteste. Zu ihrem großen Bedauern durfte Ember nicht sofort mit ihnen sprechen. Man schirmte die drei Mädchen ab, um ihnen Bericht zu erstatten. Die Verluste waren schwer, die Schäden beachtlich. Da die meisten Verteidigungsanlagen des großen Nestes zerstört waren, konnte es nur noch auf sein Admiralsschiff zählen, das zum Glück schnell zurückgekehrt war. Ember wurde erst am Nachmittag in den Stamm der Haupteiche geführt. Der Rat der Frauen, der über das Leben der Chloropan-Fühliker regierte, war heute ausnahmsweise am helllichten Tag zusammengetreten. Als Ember in die kleine Arena kam, sah sie etwa zehn verschleierte Gestalten im Schatten eines überdachten Balkons sitzen. »Wir empfangen dich hier nicht zum ersten Mal, Ember«, sagte eine wohlbekannte Stimme. »Ich glaube, das ist Orlandia.« »Und beim letzten Mal haben wir es bitter bereut,« fügte eine andere hinzu. »Ich habe versucht, euch in einer Botschaft alles zu erklären,« setzte Ember an. Eines der Mädchen unterbrach sie. »Schöne Worte, aber auf die Taten kommt es an, und da hast du uns böswillig hintergangen.« »Unser Volk leidet, es ist bedroht,« erwiderte Ember. »Ihr lebt hier abgeschieden vom Rest der Welt und interessiert euch nur für euer Schicksal und euren Baum des Lebens. Wir mussten unsere Reise fortsetzen.« »Aber ihr wart nicht gezwungen, unsere Geheimnisse zu stehlen und euch unter die Bibliothek zu schleichen.« Ember senkte den Blick. »Das stimmt, und ich entschuldige mich noch einmal dafür. Meine Freunde und ich waren respektlos und unverschämt. Wir hatten Angst vor euch und hofften, euch danach besser zu verstehen.« »Warum bist du zurückgekommen?«, wollte Orlandia wissen. »Weil unten auf der Erde ein Krieg zwischen Erwachsenen und Kindern ausgebrochen ist, und wir brauchen Hilfe.« »Du bist gekommen, um Unterstützung für einen Krieg zu erbitten, der uns nicht betrifft?« »Ja, aber auch, weil es bei euch einen außergewöhnlichen Quell des Wissens und der Energie gibt.« »Damit meinst du wohl den Baum des Lebens?« »Genau. Die Erwachsenen suchen ihn. Ich weiß nicht, warum, aber ich brauche euch nicht zu sagen, dass sie ihn auf keinen Fall finden dürfen.« »Wir wissen, ihn zu beschützen.« »Das bezweifle ich. Sie sind viel zahlreicher, als ihr euch vorstellen könnt.« »Du scheinst zu vergessen, wo du bist? Über den Wipfeln eines undurchdringlichen Waldes.« »Ich bin ja auch zurückgekommen, oder? Und zwar auf dem Rücken eines Tieres, das von den Zyniks abgerichtet wurde.« Unter den Mitgliedern wurde eifrig getuschelt. Orlandia ergriff das Wort. »Es ist unsere Aufgabe, die Seele des Baums des Lebens zu beschützen. Es ist undenkbar, dass du sie mitnimmst. Diesen Plan kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen. Ich will sie nur berühren, wie ihr es bei der Feier des Baumes macht. Es gibt eine Verbindung zwischen diesem Licht und mir, da bin ich mir sicher. Deshalb bin ich hier.« Die Ratsfrauen neigten sich einander zu und diskutierten leise. Dann richtete sich eine von ihnen auf und sagte, »Die Seele ist heilig. Wie kommst du auf die Idee, dass wir dich sie berühren lassen?« »Gestern Abend habe ich mein Leben riskiert, um euch zu retten. Ich hätte abwarten können, bis der rote Tod das große Nest komplett verwüstet, um anschließend in aller Ruhe die Seele des Baums aus den Ruinen zu holen. Stattdessen habe ich mit dem Schnabelclan für euch gekämpft. Wir sind keine Feinde. Unsere Unterschiede sollten uns einander annähern, uns zum Austausch veranlassen, anstatt uns gegenseitig Angst zu machen.« Orlandia hob die Hand. »Wir haben deinen Antrag gehört. Jetzt werden wir uns zur Beratung zurückziehen und entscheiden, was wir mit dir und deinen Freunden tun werden.« Amber wartete über eine Stunde in einem kleinen, fensterlosen Raum, bevor man sie wieder in die Arena des Rates führte. Orlandia stand vor den anderen Mitgliedern. »Amber«, sprach sie mit gewichtiger Stimme. »Der Rat der Frauen hat entschieden, dass wir dir bei deiner Suche nicht helfen werden. Dein Krieg betrifft dein Volk, und wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber weil du den Baum des Lebens gerettet hast, gestatten wir dir, den Kontakt mit seiner Seele herzustellen. Danach wirst du mit deinen Freunden zum Steg zurückbegleitet, und ihr müsst das große Nest ein für allemal verlassen. Es liegt an ihnen, ob sie dich wieder an den Rand des trockenen Meeres bringen wollen, sofern du nach Hause zurückzukehren wünschst. Damit enden unsere Nachsicht und unser Vertrauen. Danach sind wir dir nichts mehr schuldig.« Amber stand in der Mitte des Amphitheaters, das im Herzen des Bambuswaldes errichtet war. Die schimmernde Substanz in den Lampen warf ihr silbriges Licht auf die leeren Bänke, während der Wind in den Bambusstauden rauschte. Orlandia, Faellis und Clementis beobachteten Amber. Das Mädchen starrte auf die drei Meter hohe Kugel, die sich im Zentrum des Amphitheaters langsam drehte. Sie schien aus leuchtendem Dunst zu bestehen, der auf wundersame Weise elektrisch aufgeladen war, sodass die feinen Haare auf Ambers Unterarmen sich aufstellten. Amber streckte die Hand nach der Kugel aus und trat darauf zu. Die Kugel drehte sich immer schneller und gab ein helles Pfeifen von sich, wie ein Brummkreisel. Ambers Zeigefinger berührte die äußersten Dunstringe. Eine sanfte Liebkosung strich über ihren Unterarm hinauf bis in ihren Kopf. Es war herrlich angenehm. Ein Gefühl von Harmonie durchströmte sie. Die Bambusstauden jenseits des Amphitheaters raschelten in dem stärker werdenden Wind. Dann fuhren drei von Donner begleitete Blitze vom Himmel. Die Kugel hielt plötzlich inne. Aus dem Licht lösten sich Rauchschwaden und ringelten sich um Amber. Sie drangen unter ihre Kleider und schmiegten sich an ihre Haut. Amber spürte ein leichtes Kitzeln an ganz bestimmten Stellen ihres Körpers. Sie tastet mich ab. Sie untersucht die Muttermale auf meiner Haut. Sie liest den Text auf mir. Die Dämpfe verdichteten sich und Amber hatte den Eindruck, ein warmes Milchbad zu nehmen. Sie spürte den Boden unter ihren Füßen nicht mehr. Eine Welle von Wohlgefühl strömte durch ihre Adern, prickelnde elektrische Stöße, und ihr ganzer Körper wurde plötzlich von einer ekstatischen Hitze erfüllt, die ein Lächeln auf ihr Gesicht zauberte. Gras strich über ihre Wangen. Der Geruch von feuchter Erde nach einer Regennacht stieg ihr in die Nase. Die Spannung eines Sommergewitters entlud sich auf ihrer Haut, und sie hatte den Geschmack von salzigem Meerwasser auf der Zunge. Ihre körperliche Hülle war verschwunden, hatte sich im Dunst aufgelöst, und Amber begriff, dass sie sich jetzt in der Lichtkugel befand. Sie reiste in der Zeit zurück, durch die Evolution. Ihre DNS entfaltete sich in diesem grellen Licht, setzte sich neu zusammen. Sie teilte jedes Molekül ihres Wesens mit dieser archaischen Kraft. Amber spürte, dass der Kraft kein Bewusstsein innewohnte, nur eine Energie, die einem einzigen Leitprinzip folgte, sich und das Leben zu verbreiten. Ein unendlicher Kreislauf. Amber war vom Herzen der Erde absorbiert worden. Dritter Teil. Das Inferno. Die Falle schnappt zu. Der Krieg hatte begonnen. Heimlich. Hinter schroffen Hügelketten und im Schutz dichter Wälder. Dort, wo die Leichen schnell unter der wuchernden Pflanzendecke verschwinden und die aufgeschlitzten Rüstungen von Efeu umrangt werden würden. Die gesamte erste Armee der Zynix hatte sich in Trupps von je 50 Mann aufgeteilt, um sich unauffällig in das Territorium der Pans vorzupirschen, im Osten an der Hauptstadt vorbeizuziehen und sich nördlich von Eden für den großen Angriff zu sammeln. Doch unterwegs wurden sie von den 500 Pan-Kriegern überrumpelt, die Eden ausgebildet und in den Untergrund geschickt hatte. Die Pans lagen in Gebüschen oder in Gräben, hinter Farmwedeln oder Baumstämmen auf der Lauer und stürmten urplötzlich auf die nichtsahnenden Erwachsenen los. Die Zynix hatten den kurzen, wilden Angriffen kaum etwas entgegenzusetzen. Sie waren zu wenige, trugen nur selten ihre ganze Rüstung und achteten mehr auf ihre Vorratswagen, die immer wieder im Schlamm einzusinken drohten, als auch verdächtige Geräusche im Wald ringsum. Dieser Leichtsinn rächte sich nun bitter. Wo immer das Gelände es zuließ, schickten die Pans ihre Bogenschützen vor, um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden. So wurde die erste Armee innerhalb von drei Tagen aufgerieben. Die Guerilla-Einheiten der Pans hatten das gesamte Gebiet östlich des Passes der Wölfe besetzt, um keinen einzigen Zyniktrupp entwischen zu lassen. Floyd, der Weitwanderer, führte die Offensive an. Trotz ihrer taktischen Vorteile verlor er bei den Blitzattacken über 150 seiner Leute. Jungen und Mädchen aller Altersstufen fielen den Streitkolben, Schwertern und Armbrustbolzen der Zynix zum Opfer. Die Abwehr der Erwachsenen war gnadenlos. Floyd ließ jeden ihrer Gefallenen einzeln bestatten und kehrte dann nach Eden zurück, wo ein Großteil ihrer Truppen auf den Einsatz wartete. Knapp 8000 Kinder und Jugendliche, die ein improvisiertes vierwöchiges Training durchlaufen hatten und in den meisten Fällen über keinerlei Kampferfahrung verfügten. Die einzigen, die keine Waffen trugen, waren die Kranken und Verletzten, die sich um die Kleinsten kümmerten. Als Floyd und seine Mannschaft von ihren Erfolgen berichteten, zeigte sich vereinzelt ein hoffnungsvolles Lächeln auf den sonst so ernsten Gesichtern. Bis die Pans die Lücken in den Reihen ihrer Kämpfer bemerkten. Der Tod ihrer Freunde machte ihnen endgültig bewusst, was ihnen bevorstand. Der Krieg, der ihnen bislang so fern erschienen war, rückte auf einmal in greifbare Nähe. Pan-Gemeinschaften aus allen Winkeln des Landes waren dem Aufruf Edens und seiner Botschafter gefolgt. Doug kam mit seinen jüngeren Bruder Reggie und rund 50 Bewohnern der Carmichael-Insel. Von überall strömten sie herbei. Mal zu zehnt, mal in Kolonnen von mindestens 100 Mann. Zwei Wochen lang traf jeden Tag neue Verstärkung für den Krieg gegen die Zyniks ein. So wuchs die Armee von Eden immer weiter an. Aus den ursprünglich 4000 Mann wurden doppelt so viele. Zum Glück hatte Malrance ihren Feldzug um zehn Tage verschoben, nachdem ein Sabotageakt im Hafen von Babylon die Mobilmachung verzögert hatte. Dank Embers Eingriff war ein Großteil der Waffen und Rüstung unbrauchbar geworden, und das hatte den Pans in Eden wertvolle Zeit verschafft. Eines Nachts war es soweit. Die Armee der Kinder war aufbruchsbereit. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und die Ebene rund um Eden lag in tiefer Dunkelheit da. Sally und Mayles standen vor ihrem Zelt und betrachteten ihr Kriegslager. Hier und da waren Pflöcke in die Erde gerammt, an denen Laternen hing und ein Hoffnung verheißendes Licht verbreiteten. Nach und nach krochen die Pans aus ihren Zelten, um sich für den großen Tag bereit zu machen. Sally verschränkte die Arme vor der Brust. Das ist beeindruckend, sagte sie leise. Ich habe auch fast eine Gänsehaut, pflichtete Mayles ihr bei. Sechstausend Pans, die sich unter einer Fahne versammelt haben. Gut 2000 Krieger waren bereits für die Operation Neue Route abgezogen worden. Sally und Mayles hatten lange gezögert, eine so große Einheit auf eine Mission zu schicken, die eigentlich nur wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Doch andererseits konnte gerade dieser Feldzug am Ende den Ausschlag geben. Nach langem Hin und Her hatte der Rat von Eden schließlich ihrem Plan zugestimmt. Ich hoffe nur, dass wir Eden eines Tages wiedersehen, sagte Sally. Mayles nahm ihre Schwester sanft bei der Hand. Komm, wir holen unsere Waffenröcke. Heute machen wir uns auf, unsere Freiheit zu verteidigen. Wir ziehen in den Krieg, fügte Sally hinzu. Am Abend des dritten Tages, als die Truppen die Ausläufer des Blindenwaldes erreichten, ging ein heftiger Regenguss über die schier endlose Karawane der Pans nieder. An der Spitze ritt die Kavallerie, da sie mit ihren Riesenhunden am schnellsten reagieren konnte, wenn sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurde oder Befehle weitergeben musste. Unter den Kriegern dieser Eliteeinheit befanden sich auch die Dorlando-Schwestern, die das Kommando führten. Sally und Mayles, die ihre beiden langhaarigen Hunde Mildred und Lancelot getauft hatten, beschlossen, nach einer kurzen Beratung mit Tanja und Floyd ein Lager aufzuschlagen. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, heute Nacht zu rasten, gab Floyd zu bedenken. Unsere Späher sind immer noch nicht zurückgekehrt. Vielleicht ist die Armee schon ganz nah. Mir ist es lieber, wenn wir uns vor dem Regen schützen, entgegnete Sally. Sonst werden unsere Leute noch krank, bevor es überhaupt zum Kampf kommt. Das Risiko müssen wir eingehen. Die sechstausend Pans bauten ihre Zelte auf, die in den Werkstätten von Eden genäht worden waren, während alle Wehrtauglichen ihr Training absolviert hatten. Schon bald leuchteten unter den Vorzelten unzählige kleine Feuer. Mitten in der Nacht kehrten die Späher zurück und weckten Sally und Mählis. Die dritte Armee ist weniger als einen Tagesmarsch entfernt, sagte ein völlig durchnester Junge aufgeregt. Mählis rieb sich den Schlaf aus den Augen. Lagern sie am Pass der Wölfe? Ja, rund um die befestigte Herberge. Es sind ungefähr 1500. Und die zweite Armee? Ist die schon dicht dahinter? Nein, wir haben sie nicht gesehen. Mählis seufzte vor Erleichterung. Sie hatten sich nicht darauf vorbereitet, zwei Zynik-Armeen gleichzeitig zu bekämpfen. Die zweite und die dritte Armee mussten unbedingt getrennt aufmarschieren, sonst würde ihr Plan nicht funktionieren. Wenn das so ist, können wir sie besiegen, sagte Sally entschlossen. Morgen lassen wir einen Großteil unserer Truppen hier zurück. Sie sollen sich in den Ausläufern des Waldes versteckt halten. Die Hundekavallerie schleicht sich in südlicher Richtung an der dritten Armee vorbei, sodass wir sie in die Zange nehmen können. Was diese Herberge angeht, so brauchen wir nur das Strohdach in Brand zu setzen, um die Bewohner auszuräuchern, wie Floyd vorgeschlagen hat. Der Junge strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht und salutierte. Dann breche ich wieder zur Festung im Pass der Wölfe auf, sagte er. Nein, du bist tropfnass, protestierte Mählis. Zieh dir trockene Sachen an und schlaf heute Nacht im Warmen. Wir schicken jemand anderen los. Ich will nicht, dass du dir den Tod holst. Für die bevorstehende Schlacht brauchen wir jeden Mann. Kurz vor Sonnenaufgang machten sich die 600 Hunde mit ihren Reitern auf den Weg und schlugen sich am Waldrand entlang durch das Dickicht des Blindenwaldes. Gegen Mittag entdeckten sie die dritte Armee der Zyniks, die im strömenden Regen in der Mitte des Passes Richtung Norden marschierte. Sie wussten, dass dieses Heer das kleinste und beweglichste der fünf Armeen der Königin war. Als Sally und Mählis sahen, dass die Soldaten auf Pferden unterwegs waren, wurde ihnen mulmig zumute. Eine Infanterie zu schlagen, war schon schwer genug. Gegen berittene Kämpfer sahen sie ihre Chancen schwinden. Aber jetzt konnten sie nicht mehr kehrt machen. Geräuschlos saßen sie ab und kauerten sich im Unterholz zusammen, bis die dritte Armee an ihnen vorbeigezogen war. Danach warteten sie noch eine Stunde, um sicherzugehen, dass keine Nachhut mehr folgte. Ein Paar namens Ross, der in seinem alten Leben an Schachmeisterschaften teilgenommen hatte und begeisterter Strategiespieler gewesen war, hatte Mählis und Sally viel über militärische Taktik beigebracht. Schließlich verließ die Hundekavallerie ihr grünes Versteck und nahm die Verfolgung des Feindes auf. Vor ihnen beschrieb die Schneise durch den Wald einen leichten Bogen, sodass sie nicht weiter als einen oder zwei Kilometer sehen konnten. Die beiden Schwestern hatten feuchte Hände, und das Herz schlug ihnen bis zum Hals. Sie hatten noch nie eine gewalttätige Auseinandersetzung erlebt und fürchteten sich vor dem, was gleich kommen würde. Sie umrundeten den letzten Hügelforsprung und sahen die dritte Armee vor sich. Die Zyniks hatten ihre Pferde angehalten und starrten verblüfft auf die über tausend Paankrieger, die den Ausgang des Passes abriegelten. Doch nach dem ersten Schrecken besann sich das Heer auf seine Überlegenheit und formierte sich zum Angriff. Was waren tausend Jugendliche zu Fuß schon gegen eintausendfünfhundert berittene Soldaten in schwerer Rüstung? Als die schwarze Masse auf ihre Gefährten losstürmte, lief es Mähles und Serli eiskalt den Rücken hinunter. Das Donnern der Hufe war so gewaltig, dass der Boden unter ihren Hunden zitterte. Die Zyniks waren nur noch dreihundert Meter von den Pans entfernt. Der Regen hatte die Erde in Schlamm verwandelt, und der Dreck spritzte rund um die Kavallerie hoch in die Luft. Die Lanzen der Zyniks richteten sich geschlossen auf die Pans. Zweihundert Meter. Plötzlich erhoben sich zu beiden Seiten der Kavallerie riesige Grasbüsche. Hinter den grünen Wellen, die von Weitem wie eine hohe, wogende Wiese ausgesehen hatten, sprangen zweitausend Pans aus ihrer Tarnung hervor und sandten den Zyniks einen Pfeilhagel entgegen. Gleichzeitig stießen weitere zweitausend aus dem Wald und stürzten sich brüllend auf den Gegner. Da gab Mähles und Serli den Hunden das Signal zum Angriff. Noch bevor die dritte Armee begriff, wie ihr geschah, wurden sie von Pfeilen, Lanzen und Speeren auseinandergetrieben, und als sie sich wieder sammeln wollten, ging eine Salve von Blitzen auf sie nieder, die dutzende Pferde scheuen ließ und ihren Reitern das Genick brach. Alle Pans, deren Alteration mit Feuer oder elektrischen Entladungen zu tun hatte, waren der Hundekavallerie zugeteilt worden. Bei Ambers bestem Schüler Melchiot, dem nach ihrer Abreise die Akademie der Alteration anvertraut worden war, hatten sie gelernt, das Skaraherr für ihre Alteration zu nutzen und ihre Kräfte gezielt einzusetzen. So verfügten sie nun über eine Einheit aus 50 Pans, die sich mit Käfern gefüllte Plastikschläuche um die Brust gebunden hatten und den anderen voran auf die Zyniks zuritten. Aus ihren Fingerspitzen zuckten gleißende Lichtstrahlen, die abwechselnd als blaue, rote oder grüne Blitze in die Menge der Zyniks fuhren und fünf oder zehn Gegner auf einmal aus dem Sattel holten. Und die Energie der Leuchtkäfer ließ jeden Blitz noch greller und länger werden. Dank der winzigen Insekten konnten die Pans, die früher nur eine oder zwei kleine Flammen zustande gebracht hatten, einen Schuss nach dem anderen abfeuern. Trotzdem gelang es einigen Zyniks, in die Reihen der Pans einzufallen und eine Spur des Todes zu hinterlassen. Ihre Pferde trampelten die Kinder einfach nieder und ihre Lanzen und Schwerter mähten alles um, was sich ihnen in den Weg stellte. Die Pferde wirrten, die Verletzten schrien und die Erwachsenen in ihren schwarzen Rüstungen brüllten vor Wut und Angst, während ihr Heer immer mehr zusammenschrumpfte. Die Schlacht dauerte kaum zehn Minuten. Alles ging so schnell, dass die Zyniks nicht einmal Gelegenheit hatten, sich zu ergeben. Als sie begriffen, dass das Spiel aus war, schlugen sie wie wild um sich, um so viele Gegner wie möglich mit sich in den Tod zu reißen. Mit Pfeilen und Blitzen schalteten die Pans die mordwütigsten unter ihnen aus. Schließlich ritten nur noch ein Dutzend Zyniks in rasendem Galopp hin und her und metzelten alle Pans in ihrer Reichweite nieder. Selig und Melis hatten gehofft, das Leben einiger Feinde verschonen zu können, doch plötzlich stürmte Melchiot auf Selig, einem weißen Hund mit schwarzen Flecken, an ihnen vorbei und hob in rasender Wut die Hände, als die Zyniks sich ihm zuwandten. Zwei Geysire aus Feuer schossen in den grauen Himmel und prasselten trotz des Regens mit unvermindeter Kraft auf die Männer und ihre Pferde, die sofort lichterloh in Flammen standen. Selig und Melis wandten sich ab, um den schrecklichen Anblick nicht ertragen zu müssen. Wie hatte es so weit kommen können, dass sie Menschen bei lebendigem Leib verbrennen ließen? Wie tief waren sie gesunken? Die Schreie waren entsetzlich. Der Krieg, dachte Selig, der Krieg ist schuld, dass wir so geworden sind. Hass rief Hass hervor. Ein Teufelskreis aus Mord und Barbarei, bei dem nur der Sieg zählte. Seligs Augen füllten sich mit Tränen. Aber was blieb ihnen anderes übrig? Die Zyniks würden nicht aufgeben. Eines der beiden Lager musste den Sieg davontragen, damit Frieden einkehren konnte. Der Funke des Krieges war auf sie übergesprungen, und sie würden nicht wieder zur Ruhe kommen, bevor es einen Sieger und einen Besiegten gab. Sally schüttelte den Kopf. Sie sehnte sich nach Eden zurück, weit weg von diesem grauenvollen Spektakel. Fast vierhundert Jungen und Mädchen wälzten sich stöhnend und wimmernd auf dem Boden, und ihr Blut mischte sich mit dem schwarzen Schlamm. Hundert weitere Pans lagen reglos auf dem Schlachtfeld, das Gesicht in die Erde gedrückt. Diese Kinder würden nie heranwachsen. Alles, was von ihnen blieb, waren ein Name und eine langsam verblassende Erinnerung. Die Zyniks und ihre Pferde waren verstummt, und im Regen schrumpften die rauchenden Kadaver zu schwarzen Ascheklumpen zusammen. »Wir müssen die Verletzten versorgen,« befahl Melis. »Philipp, John und Nurnia, ihr organisiert das Feldlazarett. Howard, du stellst einen Reitertrupp zusammen und kümmerst dich um die befestigte Herberge. Floyd und Tanja, ihr kommt mit mir. Wir reiten nach Süden, um uns zu vergewissern, dass von dort keine böse Überraschung droht.« Die drei Hunde trabten sofort los und verschwanden hinter dem grauen Regenvorhang. Die Pans hatten ihre zweite Schlacht gewonnen. Aber es war ein freudloser Sieg, ein bitterer Triumph. Gang durch die Mauer Melchiot ritt neben Selly. »Die erste Armee hatte sich in kleine Trupps aufgeteilt,« sagte er. »Da hatten wir leichtes Spiel. Und die dritte Armee war uns zahlenmäßig unterlegen. Trotzdem haben wir beide Male hohe Verluste einstecken müssen. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das lange durchhalten. Die Zynik sind stark, und sie kämpfen verbitterter als wir, bis zum letzten Mann. Bei einem Frontalangriff haben wir gegen die zweite Armee keine Chance. Ich weiß. Deswegen haben wir ja die Tarnschilde aus Gras gebaut. Wenn es uns gelingt, einen Keil zwischen die Soldaten zu treiben und einen Großteil der Armee so weit auf Abstand zu halten, dass unsere Bogenschützen und die Feuerwerfer allein mit ihnen fertig werden, können wir es schaffen. Die Sache mit den Tarnschilden ist riskant. Die Kavallerie ist so schnell losgestürmt, dass sie die Pans fast über den Haufen geritten hätte, bevor sie aus der Deckung gesprungen sind. Und dann wäre unsere ganze Kampfausstellung durcheinandergeraten. Eine bessere Idee habe ich leider auch nicht.« Nach Einbruch der Dunkelheit kehrte Melis mit schlechten Nachrichten von ihrem Erkundungsritt zurück. »Die Armee der Mampfer, von der Floyd uns berichtet hat, ist in der Festung im Pass«, platzte sie heraus, sobald sie ins Zelt trat. »Bewachen sie die Burg?« »Nein, sie lagern nur dort. Außerdem habe ich südlich der Festung Tausende von Zynix anmarschieren sehen. Das ist bestimmt die zweite Armee. Sie werden warten müssen, bis die Mampfer Richtung Norden aufbrechen, bevor sie die Burg passieren können.« »Sie werden alle zusammen durch den Pass der Wölfe nach Eden ziehen. Die Strategie hat sich nicht geändert. Es sind nur mehr geworden.« »Wir können nicht gegen das Heer der Mampfer und die zweite Armee gleichzeitig kämpfen. Das würde keiner von uns überleben«, protestierte Melis. »Alle feindlichen Truppen werden die Festung passieren. Wir müssen sie einnehmen, wenn gerade niemand dort stationiert ist.« »Wir sollen uns also in der Festung einschließen, nachdem die Mampfer weg sind und bevor die zweite Armee eintrifft? Dann sitzen wir doch in der Falle. Die Ratsversammlung war sich einig, dass wir uns nie einkesseln lassen dürfen.« »Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Es wäre tatsächlich Selbstmord, die Mampfer frontal anzugreifen, wenn hinter ihnen schon die nächste Zynik-Armee anrückt. Die Festung ist der einzige strategische Vorteil, den wir uns beschaffen können. Sobald Malrons zu Ohren kommt, dass wir hier aufmarschieren und bewaffnet sind, wird sie ihre Pläne verwerfen und alle ihre Truppen zusammenziehen, um sie auf uns zu hetzen.« »Und dann wäre es unmöglich, die Festung zu erobern,« begriff Malis. »Genau, solange wir den Überraschungseffekt noch auf unserer Seite haben, können wir uns sicher eine List ausdenken, um in die Festung zu kommen.« Malis, die seit dem Morgen nichts gegessen hatte, nahm sich einen Apfel und biss kräftig hinein. »Gut, wir warten, bis die Mampfer die Festung verlassen haben,« sagte sie kauend. »Unsere Regimente verstecken sich im Wald und unter den Tarnschilden, und wir schicken eine Kommandotruppe los, die uns das Tor öffnet.« »Wir müssen schnell sein,« fügte Sally hinzu. »Sollte die zweite Armee währenddessen das Tor auf der anderen Seite erreichen, sind wir geliefert.« »Das kann klappen.« »Nein, es muss klappen.« Malis schluckte einen Apfelbissen hinunter und sah ihre Schwester an. »Ich hoffe, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Denn wenn wir erst einmal drin sind, können wir nicht mehr raus.« Der Regen war noch stärker geworden. Man sah keine fünfzig Meter weit. Nur mit Mühe machten die Pans die schaukelnden Lichter in der Mitte des Passes aus. Hunderte von Laternen, die im unbeholfenen Marschrhythmus der Mampfer schwankten. Das Heer war so riesig, dass es zwei Stunden dauerte, bis alle Mampfer die Festung verlassen hatten, begleitet von einigen dunklen Gestalten zu Pferd. Floyd und Franklin, die als Weitwanderer gelernt hatten, sich unauffällig an Gefahren anzupirschen, wagten sich ganz in die Nähe der Karawane vor. Nachdem sie die Armee genau inspiziert hatten, kehrten sie zu dem Kommandoposten zurück, wo Sally und Malis die nächsten Schritte besprachen. »Die Zyniks haben sie mit Dolchen, Streitkolben und Kriegshämmern versorgt,« berichtete Franklin. »Und sie werden von etwa fünfzig Reitern aus Malrons Armee angeführt,« ergänzte Floyd. »Haben alle die Festung verlassen? Es sieht so aus. Das Tor ist soeben geschlossen worden. Dann kann es ja losgehen.« Als Floyd sah, dass die beiden Schwestern in ihre braunen Mäntel schlüpften, fragte er, »Ihr schließt euch der Kommandotruppe an? Ist das nicht etwas?« »Euer Platz ist hier. Ihr befehligt unsere Truppen.« »Es gibt keinen Grund, uns mehr zu schonen als alle anderen. Diesmal sind wir an der Reihe. Ross und Niki übernehmen die Führung.« Sally, Malis, Tanja und Melchiort verbargen ihre Gesichter unter den Kapuzen ihrer Mäntel und huschten von Baum zu Baum. Im strömenden Regen war es nicht schwer, ungesehen bis zur Festungsmauer zu gelangen, und um ganz sicher zu sein, dass sie nicht entdeckt werden konnten, nutzte Malis ihre Alteration. Sie hatte sich schon immer gern versteckt. Beim Spielen, wenn sie ihre Ruhe haben wollte, keine Lust auf Hausaufgaben hatte oder von ihrer Schwester genervt war. Dementsprechend hatten sich ihre Fähigkeiten nach dem Sturm entwickelt. Wenn sie sich in einen winzigen Schattenfleck stellte, konnte sie eine ganze Wolke von Dunkelheit um sich herum heraufbeschwören, in der sie völlig verschwand. Für diese Mission hatte sie extra einen Schlauch mit Leuchtkäfern umgeschnallt, um mit der Energie des Garer Heers ihren Schutzschild zu erweitern, und so waren alle vier auf dem Weg bis zu dem großen, schweren Eisentor nahezu unsichtbar. Sally hingegen war ein sehr zerstreuter Mensch. Sie hing gern ihren Gedanken nach und vergaß dabei alles um sich herum. Oft träumte sie sich in die Welten der Bücher hinein, die sie verschlang. Das hatte ihr früher so manchen blauen Fleck eingetragen, weil sie sich ständig den Kopf stieß, gegen Laternenpfähle oder Türen rannte, an Tischkanten hängen blieb oder versehentlich Passanten anrempelte. Also hatte sie nach dem Sturm einen Schutzmechanismus entwickelt. Irgendwann stellte sie fest, dass sie nirgends mehr anstieß. Ihre Knie, ihr Kopf, ihre Ellbogen und Schultern glitten durch Gegenstände einfach hindurch. Nach einigen Monaten war es ihr sogar gelungen, die Hand durch ein Stück Holz zu stecken, doch härtere Materialien bereiteten ihr noch Schwierigkeiten. »Bist du sicher, dass du das hinkriegst?« fragte Meles zweifelnd. »Mit dem Skara her müsste es gehen.« Meles machte sich Sorgen um ihre Schwester. Sie hatte nicht genügend geübt und riskierte ihr Leben, wenn sie die Alteration nicht richtig dosierte. Die Holzplatte, durch die sie damals hindurchgegriffen hatte, war sehr dünn gewesen, und sie war nicht weiter gegangen als bis zum Ellbogengelenk. Diesmal wollte sie ein Eisentor durchqueren, mit dem ganzen Körper. Sally drückte die Schläuche mit den Käfern an sich und atmete tief durch. »Ich schaffe das«, murmelte sie. »Ich schaffe das.« Nach einer Minute, die in allen vorkam wie eine Ewigkeit, schloss sie konzentriert die Augen. Tanja spähte an der Festungsmauer hinauf und spannte für den Fall, dass sich plötzlich ein Wächter über die Brüstung beugte, einen Pfeil in den Bogen. Melchiort kauerte sich vor das Tor und presste sein Ohr dagegen. »Und?« fragte Melis. »Ich höre nichts. Der Regen ist zu laut.« »Wenn meine Schwester da durchgleitet und auf der anderen Seite steht ein Soldat.« Melchiort hob bedauernd die Schultern. Plötzlich machte Sally einen Schritt nach vorn. Ihre Nase verschwand im Tor, dann ihre Schultern, ihr Becken, ihre Beine, und weg war sie. Zuerst spürte Sally eine klirrende Kälte auf dem Gesicht, als würde ihr Kopf in ein Becken mit Eiswasser getaucht. Dann wurde ihr ganzer Körper von einem schier unerträglichen Druck zusammengepresst, und einen Augenblick lang hatte sie das Gefühl, unter einer Tonne Sand zu ersticken, bis sie noch einen Schritt nach vorn machte und im Durchgang unter der Festungsmauer stand. »Ich bin durch! Ich bin durch! Ich wusste es!« Mehrere Laternen erhellten den großen Tunnel, der auf einen mit Pfützen bedeckten Innenhof führte. Sally entdeckte zwei Türen in der steinernen Mauer und fuhr erschrocken zusammen, als sie neben sich eine Bewegung wahrnahm. Keine drei Meter von ihr döste ein Zynik auf einem Schemel. Er hatte im Schlaf die Hände über dem Bauch verschränkt, seine Lanze hatte er an die Wand gelehnt, und an seinem Gürtel hing ein Schwert. Sally inspizierte den gewaltigen Torriegel und erkannte sofort, dass sie ihn nicht alleine aufstemmen konnte. Da fiel ihr eine kleine Ausfallpforte auf, die mit einer Kette und einem vergoldeten Vorhängeschloss gesichert war. Sie wollte darauf zugehen, doch ihr Mantel hing fest. Der Saum ihres Umhangs steckte in dem Eisentor, als wäre er damit verschmolzen. Verdammter Mist! Sie kniete sich hin und zog daran, so fest sie konnte. Mit einem lauten Ratschen riss der Stoff in zwei. Sally sprang auf, um dem Wächter sofort an die Gurgel gehen zu können. Sie hatte keinerlei Erfahrung mit Kampftechniken und wusste, dass er viel stärker war als sie, aber sie war wild entschlossen, es im Notfall mit ihm aufzunehmen. Der Mann hatte sich nicht gerührt. Sally tappte auf Zehenspitzen zu einem kleinen Fass mit Öl für die Laternen, verzog das Gesicht, als sie es in die Höhe wuchtete, und donnerte es mit voller Wucht auf den Schädel des Zyniks, der lautlos von seinem Schemel kippte. Beim Anblick der Blutlache, die sich um die Leiche bildete, verfluchte Sally die Erwachsenen, die sie zu solcher Grausamkeit zwang. Am Gürtel des Toten hing ein kleiner Schlüssel. Hastig öffnete sie Melchiot, Mailis und Tanja die Pforte. »Mailis, geh zurück zu den anderen und schick mehrere kleine Gruppen her«, flüsterte Sally. »Such dir Leute aus, die geschickt und schnell genug sind, um so viele Wachposten wie möglich auszuschalten. Wir gehen währenddessen zum Südtour und sorgen dafür, dass die zweite Armee nicht hereinkommen kann. Wenn wir Stellung bezogen haben, schicken wir dir ein Signal, und dann führst du alle unsere Truppen hierher. Was ist das Signal?« Sally zögerte und sagte dann, »Du wirst es erkennen, wenn du es siehst.« Mithilfe ihrer Alteration gelang es Tanja, zwei Wachposten mit einem Schuss in die Kehle außer Gefecht zu setzen, bevor sie Alarm schlagen konnten. Die drei Pans tasteten sich vorsichtig voran, um nicht von weiteren Wächtern überrumpelt zu werden, doch als Sally mehrere Zynix auf das Südtor zulaufen sah, trieb sie die anderen zur Eile an. »Sie werden das Tor öffnen«, zischte sie voller Panik. Tanja wagte sich unter dem Vordach der Stelle hervor und schoss blitzschnell vier Pfeile ab, die alle ihr Ziel trafen. Einen Sekundenbruchteil später traten fünf weitere Männer aus einem der Wachtürme. Vor lauter Schreck über die vier Leichen, die vor ihnen lagen, entdeckten sie Tanja nicht sofort. »Ein Eindringling«, schrie einer der Zynex. »Schon wieder dieser dreckige Bengel? Da, das Mädchen mit dem Bogen!« Sally und Tanja rannten über den Hof, um ihnen den Weg zum Südtor zu versperren, und Melchiot hob die Hände. »Gib das Signal«, rief Sally. Melchiot ließ zwei gleißende Lichtstrahlen aufsteigen, die den Himmel erhellten. Im nächsten Augenblick enterten hunderte von Pans den Innenhof und fegten die Zynex, die ihnen völlig verdutzt entgegenstarrten, einfach hinweg. Mehrere Soldaten, die erkannten, dass eine Invasion bevorstand, stürzten Richtung Südtor, um die zweite Armee zur Verstärkung herbeizurufen. Aber Tanjas Pfeile und Melchiotts Feuerwalzen wurden ihnen zum Verhängnis. Die Pans brachen alle Türen auf und schwärmten durch Treppenhäuser und Flure, bis sie auf den Wehrgang der Festungsmauer gelangten. Die dort postierten Zynex bekamen es beim Anblick der grimmigen Horden mit der Angst zu tun und sprangen panisch über die Brüstung in die Tiefe. Melis ließ die Fahne der Zynex einholen und brachte sie Sally. Dann warf sie die Flagge demonstrativ zu Boden. »Schwester Herz, ich darf dir mitteilen, dass die Festung in unserer Hand ist. Unsere gesamte Armee soll sich so schnell wie möglich hier einfinden und die Tore sichern, damit niemand mehr hereinkommen kann. Von nun an hängt unser Leben davon ab, ob wir die Burg halten können. Wenn die Zynex sich Zugang verschaffen, sind wir alle tot.« In der Nacht verhielt sich die zweite Armee ruhig. Die Zynex bliesen nicht zum Angriff, obwohl ihnen sicher nicht entgangen war, dass in der Festung etwas nicht stimmte. Sie hatten etwa einen Kilometer vom Südtor entfernt ein riesiges Feldlager aufgeschlagen und rührten sich die ganze Nacht nicht vom Fleck. Die Wachposten der Pans beobachteten zwar, wie einzelne Soldaten mit Maternen zwischen den großen Zelten hin und her wanderten, aber Anzeichen von Unruhe oder gar Kriegsvorbereitungen konnten sie nicht erkennen. Da tauchten von Norden her zwei Reiter auf, offenbar aus der Nachhut der Armee der Mampfer. Als sie die Festungsmauer erreichten, rief einer von ihnen zu den Wachposten hinauf. »Hey, was geht da vor sich? Wir haben einen Feuerschein am Himmel gesehen!« John, der auf dem Turm über dem Nordtor Wache hielt, beugte sich über die Brüstung und rief mit verstellter Stimme heiser. »Keine Sorge, wir haben den Brand schnell in Griff bekommen!« Der Reiter erwiderte nichts und beugte sich zu seinem Begleiter hinüber, um leise mit ihm zu diskutieren. »Kehrt wieder zu euren Truppen zurück!« fügte John in noch tieferer Tonlage hinzu. »Stürmt gen Norden, um dieses Geschmeiß zu vernichten!« »Die Erlösung wird unser Lohn sein!« schrie der zweite Reiter zurück. John wusste nicht, was er entgegnen sollte. Nurnia, die neben ihm stand, schlug entsetzt die Hand vor den Mund. »Das ist ein Code!« flüsterte sie. »Er erwartet eine bestimmte Antwort.« »Und was soll ich ihm sagen?« »Keine Ahnung, das muss die Losung für das Betreten der Festung oder sowas in der Art sein.« John zuckte die Achseln und rief zu den Männern hinunter. »Gelobt sei die Königin!« Die beiden Reiter sahen sich an, wendeten mit einem jähen Ruck an den Zügeln ihrer Pferde und stoben davon. »Daneben geraten,« sagte John. »Dann können wir uns schon mal auf unangenehmen Besuch einstellen. Die Mampfer werden Kehrt machen.« Die Morgendämmerung kam nur mühsam gegen die grauen Regenschleier an. Sally und Mayless hatten sich gerade zum Schlafen hingelegt, als Howard, der Weitwanderer, in ihre Kammer polterte. »Im Lager der zweiten Armee tut sich was. Schnell!« Sie streiften sich ihre Mäntel über und rannten auf den Wachturm über dem Südtor. Auf einer Seite des Feldlagers herrschte offenbar große Aufruhr. Die Kavalleristen sprangen auf ihre Pferde und die Bogenschützen füllten hastig ihre Köcher nach. Doch die Männer wandten sich nicht der Festung zu, sondern gestikulierten in Richtung eines bewaldeten Streifens zwischen ihren Zelten und dem Fluss am Rand des Passes. Plötzlich brachen sieben riesige Hunde aus dem Regendunst und zogen schneller als galoppierende Pferde an ihnen vorbei. Auf ihren Rücken saßen zusammengekauert fünf winzige Gestalten. Sally blickte durch das Fernglas, das Howard ihr reichte und schrie, »Das ist Matt! Matt und einige aus der Truppe, die ihn nach Weirdlond Ice begleitet hat!« Rund zwanzig Reiter hefteten sich sofort an ihre Fersen und zwanzig weitere versuchten, ihnen seitlich den Weg abzuschneiden. Wenn es den Zynics gelang, sie abzufangen, hatten ihre Bogenschützen leichtes Spiel. »Holt die Feuerwerfer her!«, befahl Sally. »Schnell!« Eingekesselt. Melchior stürzte in Begleitung von zwei Dutzend Parns herbei, die sich in aller Eile Schläuche mit Leuchtkäfern an die Gürtel geheftet hatten. »Sorg dafür, dass niemand an die Hunde herankommt«, rief Sally ihnen zu. »Wenn wir unsere Fähigkeiten jetzt schon einsetzen, verraten wir den Zynics unsere Wunderwaffe«, wandte Melchior ein. »Dann wissen sie, worauf sie sich bei einer Attacke einstellen müssen. Wenn wir nicht eingreifen, werden die fünf Parns da unten vor unseren Augen abgeschossen.« Melchior kratzte sich am Kinn. Er wollte nicht wie ein Unmensch klingen, konnte seine Einwände aber auch nicht hinunterschlucken. »Diese Rettungsaktion könnte sehr viel mehr Parns das Leben kosten«, sagte er. Sally kamen erste Zweifel. Melis mischte sich ein. »Diese fünf haben für uns Kopf und Kragen riskiert. Und vielleicht haben sie mal Rons Geheimwaffe bei sich.« Melchior wirkte immer noch skeptisch. Er sah Sally abwartend an. »Bezieht Stellung. Wir eröffnen das Feuer«, sagte sie nach kurzem Zögern. Die Zynics preschten auf die Hunde zu. Zwischen ihnen und der Festungsmauer lagen fast 800 Meter. »Auf diese Entfernung könnten die Blitze ihr Ziel verfehlen und die Hunde treffen«, warnte Melis. »Dieses Risiko gehen wir ein«, beschloss Sally und gab das Signal. Auf den Gesichtern der Parns tanzte das rot-blaue Licht des Garerheers, als sie sich konzentrierten und die ersten bunten Blitze in Richtung der Reiter schickten. Ein Funkenregen erhellte schlagartig das trübe Licht des frühen Morgens, und die wilde Verfolgungsjagd verschwand in einer weißen Wolke. Dann stießen die Hunde aus der Rauchwand hervor. Die fünf jungen Reiter klammerten sich an ihrem Fell fest. Die Zynics, die ihn hinterher jagten, ließen sich zurückfallen und machten schließlich in sicherem Abstand zur Festungsmauer kehrt. Die unheimliche Magie, die ihre Kameraden getroffen hatte, wollten sie lieber nicht am eigenen Leib spüren. Die Parns schoben die gewaltigen Flügel des Südhors gerade so weit auf, dass die sieben Hunde sich in den Innenhof retten konnten. Dann warfen sie das Tor wieder zu und verbarrikadierten es mit schweren Fässern, damit es von außen nicht aufgebrochen werden konnte. Matt, Tobias, Chen und Ben hoben den Kopf, erschöpft, aber glücklich noch am Leben zu sein. Nur Horace blieb reglos auf Billy liegen. Aus seinem Rücken ragten zwei Pfeile. Horace wurde unverzüglich in einen der Seele des Bergfrieds gebracht, in dem die Notfallstation eingerichtet worden war. Rund sechzig Parns waren hier mit der Versorgung der Verletzten beschäftigt und tauschten sich über ihre zuweilen nur rudimentären medizinischen Kenntnisse aus. Manchmal benutzten sie ihre Alterationen, um oberflächliche Wunden zu heilen, doch in den meisten Fällen verabreichten sie lieber Absude und andere pflanzliche Mittel und chirurgische Eingriffe traute sich so gut wie niemand zu. Während Horace verarztet wurde, trafen sich Matt und seine Gefährten in einem anderen Saal mit den Dorlando-Schwestern. »Was bringt dir uns?« fragte Sally ungeduldig. »Leider nichts, was uns einen materiellen Vorteil verschafft«, erwiderte Matt. »Was ist Malrons Geheimnis? Was hat Ambers Karte euch offenbart?« »Einen Ort.« »Amber hat sich auf den Weg dorthin gemacht, aber ich glaube nicht, dass wir uns davon konkrete Hilfe versprechen können. Es handelt sich nicht um eine Waffe, sondern eher um ein bestimmtes Wissen.« Sally schluckte hörbar. »Das heißt, wir können nur noch auf uns selbst zählen?« »Ich fürchte ja.« »Wie ist die Lage hier?« »Wie ihr eben gesehen habt, lagert die Zweite Armee im Süden der Festung. Das Heer der Mampfer befindet sich nördlich von hier im Pass der Wölfe. Wir gehen davon aus, dass sie uns aus beiden Richtungen angreifen werden.« »Sie haben es noch nicht versucht?«, wunderte sich Tobias. »Nein«, erwiderte Malis. »Wir können uns auch nicht erklären, warum sie sich noch bedeckt halten.« »Das gefällt mir nicht«, sagte Ben. »Es wäre untypisch für die Zyniks, lange zu zögern. Irgendeinen Hintergedanken müssen sie haben.« »Wir sind mit knapp sechstausend Freiwilligen hier«, erklärte Sally. »Sechstausend?« rief Chen. »Wahnsinn!« »Die meisten haben noch nie gekämpft«, schränkte Malis ein. »Außerdem verfügen wir über eine weitere Truppe von zweitausend Mann«, fügte Sally hinzu. »Und wo sind diese zweitausend?« »Momentan befinden sie sich irgendwo zwischen Eden und hier. Wir wissen es nicht genau. Sie haben einen speziellen Auftrag zu erfüllen.« »Was für einen Auftrag?« Sally und Malis wechselten einen vielsagenden Blick. »Wir wollen euch keine falschen Hoffnungen machen. Ihre Aussichten auf Erfolg sind verschwindend gering. Die gute Nachricht ist«, fuhr Malis fort, »dass wir unsere Alterationen in Kombination mit der Energie des Skara-Heers inzwischen recht gut beherrschen. Melchior führt eine Einheit aus ungefähr vierzig Pans an, die Blitze schleudern können. Wir nennen sie die Feuerwerfer.« »Das haben wir gesehen«, rief Tobias. »Das war der Hammer. Die Soldaten, die uns den Weg abschneiden wollten, haben die volle Ladung abbekommen.« Matt dämpfte die Begeisterung seines Freundes. »Das ist auf jeden Fall sehr nützlich, um die ersten Angriffswellen abzuwehren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit alle fünftausend Soldaten der zweiten Armee in Schach halten können. Welche Einheiten habt ihr sonst noch? Eintausend Bogenschützen. Alle anderen stehen als Infanteristen für den Nahkampf bereit.« »Die Erwachsenen sind uns kräftemäßig überlegen. Wir müssen den direkten Zusammenstoß verhindern, solange es geht. Bogenschützen sind gut.« »Allerdings könnten uns die Pfeile ausgehen, bevor wir das Blatt zu unseren Gunsten wenden«, räumte Sally ein. »Und das Wetter ist auch nicht auf unserer Seite«, merkte Chen an. »Wenn es weiter so schüttet, können die Schützen nicht richtig zielen. Im Gegenteil, der Regen kommt gerade recht«, widersprach Sally. »So können uns die Zynics nicht mit brennenden Geschossen angreifen.« »Vielleicht greifen sie ja gar nicht an«, sagte Tobias. »Vielleicht belagern sie uns so lange, bis wir verhungern.« »Dafür ist Malrance viel zu ungeduldig«, entgegnete Matt. »Sie werden ihrem Gott beweisen wollen, dass sie bereit sind, ihr Leben zu opfern, um für ihre Sünden von einst zu büßen. Ich frage mich wirklich, warum sie nicht schon längst losgeschlagen haben.« Tobias stellte sich an ein Fenster und machte in der Ferne die Umrisse der Zeltstadt aus. »Das werden wir bald herausfinden, wenn du mich fragst.« Gegen Abend traf das Heer der Mampfer ein. Weniger als einen Kilometer von der Festung entfernt machte es Halt und schlug unter der Aufsicht der Zynikreiter ebenfalls ein Lager auf. Auf der anderen Seite der Festung harrte die zweite Armee immer noch an der gleichen Stelle aus. Als die Anführer der Mampfer näher an die Mauer heranritten und Pfeile in ihre Richtung sandten, schrie Ross, der Stratege der Pans, zu den Wachen hinüber. »Haltet sie davon ab!« »Aber die schießen doch weit an uns vorbei«, sagte ein jüngerer Pan belustigt. »Sollen sie ruhig ihre Munition vergeuden.« »An den Pfeilen sind Mitteilungen an die Truppen auf der anderen Seite befestigt. Sie versuchen, mit ihnen in Verbindung zu treten, um ihren Schlachtplan auszuarbeiten.« Sofort schleuderte Melchiot Feuerstrahlen in den Himmel, in denen die mit Botschaften bestückten Pfeile verglühten. Als drei seiner Blitze die Zyniks erwischten, die sich am weitesten vorgewagt hatten, zogen die anderen sich hastig zurück. »Wir müssen ab jetzt doppelt wachsam sein«, warnte Ross. »Vor allem nachts werden sie alles daran setzen, mit ihren Verbündeten im Süden Kontakt aufzunehmen.« »Ich kann den Himmel im Auge behalten«, bot sich Ben an. »Ich sehe gut in der Dunkelheit.« Ross nickte zustimmend, aber beruhigt wirkte er trotzdem nicht. »Sie werden es sicher noch auf anderen Wegen probieren.« »So dick wie diese Mauern sind, kann man ihnen nur Glück wünschen«, sagte Melchiot. »Und die Steilwände zu beiden Seiten der Festung sind unüberwindlich. Da müssten sie sich schon weit in den blinden Wald vorwagen, und ich bezweifle, dass sie da heil wieder herauskommen würden.« Plötzlich hatte Ross den Geistesblitz, nach dem er gesucht hatte. »Der Fluss! Ich an ihrer Stelle würde versuchen, über den Fluss an der Festung vorbeizukommen. Unmöglich, da ist ein fettes Fallgitter eingebaut. Sie werden ihre Botschaften auf winzige Flöße aus Reisig binden und sie mit der Strömung nach Süden treiben lassen. Wenn die Schiffchen klein genug sind, schwimmen sie zwischen den Gitterstäben durch. Also stellen wir Wachen auf, die den Fluss im Auge behalten. Dazu ist er zu breit, man könnte die Nachrichten leicht übersehen. Nein, wir brauchen eine radikalere Lösung.« »Ich hätte da eine Idee«, verkündete Melchiot und sprintete davon. Eine Stunde später beugten sich zwei Mädchen über die Brüstung und konzentrierten sich. Zu ihren Füßen standen mehrere Gefäße mit Leuchtkäfern. Sie wirkten mit ihrer Alteration auf den Fluss ein, um das Wasser gefrieren zu lassen. Als sich die Wasseroberfläche auf mehreren hundert Metern in eine dicke Eisschicht verwandelt hatte, fielen beide gleichzeitig in Ohnmacht. Sie hatten ihre Kräfte restlos erschöpft. Jetzt sind alle Verbindungswege gekappt, stellte Ross zufrieden fest. »Wenn die beiden Armeen nicht miteinander kommunizieren können, sind wir im Vorteil.« Früh am nächsten Morgen begaben sich Matt und Tobias zu Sally und Melis auf den höchsten Turm im südlichen Festungsring. »Ihr wolltet uns sprechen?«, fragte Matt. Sally zeigte auf den Horizont. Die Ebene war schwarz. Auch von den Hügelketten in der Ferne war nichts mehr zu sehen. Die gesamte Landschaft war unter Abertausenden von Zyniktruppen verschwunden. Die Soldaten standen so dicht, dass kein einziger Fleck mehr frei blieb. Hunderte von Streitwagen, Pferde, Bären, riesige Käfige und so viele Lanzen, dass es aussah, als sei über Nacht ein Wald aus schwarzen Schilfrohren emporgewachsen. »Die vierte und die fünfte Armee«, brachte Matt mit erstickter Stimme hervor. »Sie sind alle da«, sagte Sally. »Deswegen haben sie noch gewartet. Jetzt sind sie zahlreich genug, um uns einfach platt zu machen.« »Aber nicht nur das«, sagte Melis und reichte ihm das Fernglas. Matt blickte in die Richtung, in die sie zeigte, und erkannte ein gigantisches Gefährt, das auf die Spitze eines Hügels zukroch. Es ähnelte den Karnevalswagen, die Matt bei Paraden in den Straßen von New York gesehen hatte, nur war es noch viel, viel größer. Ein riesiges Gebäude aus Bambus mit einer Dachterrasse und einer Reihe von Balkonen, auf denen Soldaten in Rüstung wachten. Der Wagen wurde von sieben Fahnenträgern flankiert, die rot-schwarze Banner mit einem silbernen Apfel in der Mitte in die Höhe reckten. Die ungeheure Erscheinung ruhte auf zwei riesigen Tausendfüßern, so lang und hoch wie Lastzüge. Ihre Beine hoben und senkten sich in einer fließenden Bewegung, die an die Raupenkette eines Panzers erinnerte. Als Matt Malrons General auf einen der Balkone treten sah, wurde ihm klar, dass seine Mutter an Bord war. Die Königin wollte ihren Triumph höchstpersönlich auskosten. Matt ließ das Fernglas fallen und rannte los. Tobias fand ihn im Waffenlager. Matt war damit beschäftigt, sein Schwert zu schleifen. Seine kostbare Klinge, die ihm schon so oft gedient, ja das Leben gerettet hatte, und an der das Blut vieler Menschen klebte. Matt rieb den Stahl so verbissen an dem Schleifstein, dass seine Kiefermuskeln hervortraten. »Wenn du so weitermachst, brichst du die Klinge in zwei«, sagte Tobias. »Ich hab sie gesehen, Tobi. Meine Mutter. Sie ist hier.« Tobias nickte. »Ich weiß.« »Das alles muss endlich aufhören. Sie muss endlich Schluss machen mit diesem ganzen Wahnsinn.« Matt hob die Klinge vor sich und fuhr mit dem Daumen prüfend über die Kante. Seine Fingerkuppe platzte auf wie eine überreife Frucht. »Zuerst der Tovaderon, mein Vater, und dann sie. Ich habe genug davon, immer wegzulaufen, immer Angst zu haben. Diesmal bleibe ich, wo ich bin. Bis der letzte Zynik gefallen ist.« Matt steckte den Daumen in den Mund, um die Blutung zu stoppen. »Und selbst wenn es durch ein Wunder so kommt, was willst du danach machen? Du kannst doch nicht deine Mutter angreifen. Man kämpft nicht gegen die eigenen Eltern. Das ist unmöglich.« Matt betrachtete seinen feuchten Daumen. Ein neuer Blutstropfen quoll hervor. »Wenn man sich ins eigene Fleisch schneidet, tut es am meisten weh, nicht wahr?« Tobias neigte den Kopf zur Seite. Er wusste nicht so recht, worauf Matt hinaus wollte. »Nur ich allein kann das Problem Malerons regeln«, fügte Matt hinzu. »Wie, weiß ich noch nicht. Aber ich muss es tun.« »Im Reich der Zyniks ist irgendwas durch und durch verdorben. Das lässt sich nicht so einfach aufhalten. Der Hass hat sie blind gemacht. Nein, die Unwissenheit. Das Ergebnis ist doch dasselbe. Sie gehorchen dem Menschen, der ihnen weismachen kann, wo es lang geht. Balthasar hatte recht. Sie haben kein Gedächtnis mehr. Sie sind nur leere Hüllen, die verzweifelt versuchen, dieses Vakuum zu füllen. Das macht sie so böse. Ich könnte kotzen, wenn ich daran denke, was aus den Erwachsenen geworden ist.« »Nicht alle sind so«, fügte Tobias hinzu. »Der alte Carmichael war nett. Und Balthasar auch. Vielleicht gibt es noch andere, die so geblieben sind. Das bezweifle ich.« Matt wollte gerade seine Weste aus Kevlar überstreifen, als er plötzlich innehielt. »Warte mal.« »Aber ja. Du hast recht.« »Mit was?« Matt warf sich die Weste über die Schulter. »Ich weiß, was ich tun muss«, sagte er. »Andere normal gebliebene Erwachsene suchen? Nein. Schlafen.« Am späten Vormittag hörte es für einige Minuten auf zu regnen. Ein Herold der Zynix nutzte diesen Moment dazu, auf die Festungsmauer zuzureiten. In einer Hand hielt er eine Lanze, an der die Fahne der Königin befestigt war. Melchiot befahl den Wachposten nicht zu schießen, da der Mann allein kam und offensichtlich eine Botschaft zu überbringen hatte. Sally und Melis stiegen auf einen Turm und sahen ihm entgegen. »Folg der Kinder«, rief er. »Hört, was unsere Königin Malrons euch zu sagen hat.« Seine donnernde Stimme hallte von den steilen Felswänden wieder. »Wir hören«, rief Sally in weniger durch dringendem Ton. »Leg die Waffen nieder. Öffnet die Tore, und die Königin wird milde walten lassen. Erspart euch eine qualvolle Belagerung, an der ihr zugrunde gehen werdet.« Auf dem Turm war es totenstill geworden. Alle Pans lauschten der winzigen Gestalt am Fuß der Mauer. »Deine Königin ist eine hinterhältige Lügnerin«, schrie Melis. »Sie versucht nur, euch Verluste zu ersparen, denn unser Schicksal hat sie schon seit Langem besiegelt. Sie wird nicht ruhen, bis der Letzte von uns tot ist.« Der Herold setzte zu einer Antwort an, doch Sally kam ihm zuvor. »Kehr um und richte ihr aus, dass die Pans nicht vor ihr zittern.« Der Mann schüttelte enttäuscht den Kopf. »Gott hat uns diese Prüfung auferlegt«, sagte er, »um unsere Ergebenheit zu testen. Gegen seinen Willen seid ihr machtlos.« »Kein Gott würde verlangen, dass ein Vater ihm sein Kind opfert. Und wenn doch, so hätte er es nicht verdient, angebetet zu werden.« Der Herold riss an den Zügeln und reckte die Fahne noch höher. »Dann soll der Zorn des jüngsten Gerichts über euch kommen«, brüllte er und galoppierte davon. Die letzte Schlacht war eröffnet. Zwei Fronten. Die Festung zitterte. Bei jeder dumpfen Erschütterung rieselte Sand von den Mauern. In den Gebäuden schien der Sauerstoff knapp zu werden. Die Pans bekamen kaum Luft, so sehr schnürte ihnen die Angst die Kehle zu. Selbst das Licht der Fackeln wirkte gedämpft, als wagten sie nur noch zögerlich zu brennen. Auf den Wehrgängen rannten Kinder hin und her, um die Köche aufzufüllen, Speerspitzen zu schleifen und jedem Feuerwerfer einen Schlauch mit Leuchtkäfern zu bringen. Ihre Hände waren feucht und kalt, und sie sprachen im Flüsterton. Das Stampfen kam näher und näher, bis es ohrenbetäubend laut von den Felswänden und bewaldeten Hügeln wiederhallte. Denn die Massen im Süden hatten sich in Bewegung gesetzt. Ein schwarzes, wogendes Meer, das gegen die Festung anbrandete. Tausende von Kriegern, die im Gleichschritt marschierten. Ihre schweren Stiefel hämmerten auf den Boden wie Schlagstöcke auf eine gewaltige Trommel. Die im Regen glänzenden Helme hoben und senkten sich rhythmisch, während die Männer unerbittlich vorwärts rückten, so perfekt aufeinander abgestimmt, als wären sie eine auf Angriff programmierte Kriegsmaschine. So weit das Auge reichte, sah man nichts als Soldaten. Die erste Reihe machte in Schussweite von der Festung Halt und brachte sich hinter großen Schutzschilden in Stellung. Durch schmale Lücken in dieser stählernen Mauer schoben sich die Pfeile der Bogenschützen, die eine erste todbringende Salve in Richtung der Burg schickten. Die Pahns ließen sich hinter den Zinnen zu Boden fallen, sprangen dann blitzschnell wieder auf und schossen zurück. Von den Türmen fuhren gleißende Blitze in die Abwehr der Zynix und schlugen große Breschen in den Wall aus Schutzschilden. Die Rüstung der Soldaten begann in Lichterloh zu brennen, die Männer brüllten auf und noch bevor die Schützen aus der zweiten Reihe nachlegen konnten, hatte sich die vorderste Front in einen Streifen aus verkohlten Leichen und versenktem Gras verwandelt. Doch die Flut von Kriegern schob sich unbeeindruckt über die Toten und Verletzten und baute binnen Sekunden eine neue Linie auf. Auf Melchiotts Kommando zuckten neue rote, blaue und grüne Feuerpfeile über Malrons Armee hinweg und verwandelten hunderte von Kriegern in lebende Fackeln. Damit die Feuerwerfer ihre Kräfte schonen und neue Energie aus dem Skara her schöpfen konnten, traten als nächstes die Bogenschützen unter Tanjas Führung an die Schießscharten. Einen Augenblick lang sah es so aus, als hätte sich der Regen in einen Wolkenbruch verwandelt, so viele Pfeile prasselten auf die Zynix nieder. Die meisten der tausend Geschosse prallten an den Schilden ab, doch manche bahnten sich ihren Weg durch Helme und Rüstungen und rissen vereinzelte Lücken in die Reihen der Zynix. Die Erwachsenen spannten ebenfalls ihre Bogen und schossen unzählige Pfeile gegen die Festungsmauer. Für jeden getroffenen Paan fielen zehn Zynix im Feuerhagel. Der Widerschein der Blitze, das Stampfen der Soldaten und die Schreie der Verletzten drang bis auf die andere Seite der Festung, wo sich die Mampfer nun ebenfalls zum Angriff bereit machten. Ihre Taktik war simpel. Sie würden geschlossen gegen die Festungsmauern anrennen. Das Heer der unförmigen, plumpen Gestalten trappelte in wildem Durcheinander auf die Burg zu, während die berittenen Zynikanführer ihnen aus sicherer Distanz Befehle zuriefen. »Tanja!« brüllte Ross. »Schick die Bogenschützen rüber zur nördlichen Flanke! Die Mampfer dürfen nicht bis zum Tor kommen!« Tanja zog drei Viertel ihrer Schützen vom südlichen Wehrgang ab und rannte ihnen voran in den Innenhof hinunter, doch dort hatten sich so viele Paankrieger versammelt, dass ihre Truppen nicht schnell genug vorankamen. Als sie den nördlichen Wehrgang erreichten, drängten sich die Mampfer bereits am Fuß der Festung und stürmten mit einem frisch gefällten Baumstamm, der ihnen als Rambock diente, auf das Tor zu. Tanja lehnte sich weit über die Brüstung und schoss auf den vordersten Mampfer. Der Pfeil bohrte sich in seinen Nacken und tötete ihn auf der Stelle. Die anderen Schützen taten es ihr gleich, und nach einigen Salven waren die wenigen überlebenden Mutanten von Leichenbergen umgeben. Doch da rückten auch schon die nächsten Scharen nach, und als Tanja den Kopf hob, sah sie in der regenverhangenen Ebene eine solche Übermacht an Gegnern auf sie zustampfen, dass sie allen Mut verlor. Tobias hatte sich den 200 Bogenschützen angeschlossen, die auf dem südlichen Wehrgang geblieben waren, und sandte mit ungeheurer Geschwindigkeit Pfeil um Pfeil ab. Er machte sich gar nicht erst die Mühe, ein Ziel anzuvisieren, sondern schoss einfach an einer bestimmten Stelle in die Menge, die bei seinem Tempo keine Zeit fand, die Abwehr immer wieder neu zu organisieren. Bald klaffte in den ersten Reihen der Zynix ein beträchtliches Loch. Nach einer Weile zogen sich die Soldaten aus Angst vor dem pausenlosen Beschuss ganz aus dieser Zone zurück. Auf einem der Wachtürme bereitete sich eine kleine Gruppe von Pans auf einen Spezialeinsatz vor. Mehrere Pans, die eine Windalteration entwickelt hatten, vereinten ihre Kräfte mit denen der Mädchen, die Wasser gefrieren lassen konnten. Plötzlich wurde ein ganzes Zynikbataillon von einem Eissturm erfasst, der ihre Waffen und Rüstung mit Raureif überzog und sich augenblicklich in eine bitterkalte Eisschicht verwandelte, die sich schmerzhaft in die Haut fraß. Unter den Zynix brach Panik aus. Die Männer ließen ihre Lanzen, Schilde und Schwerter fallen und stießen sich in ihrer überstürzten Flucht gegenseitig um. Rundherum schlugen immer wieder Blitze und Feuerraketen ein und mähten ganze Trupps nieder, sodass die nachfolgenden Krieger durch rauchende Ascheberge stapfen mussten. Nachdem Tobias seinen Köcher leergeschossen hatte, wechselte er die Position, um an anderer Stelle Panik zu sehen. Er erklomm einen quadratischen Wehrturm und stand auf einmal einem großen Jungen gegenüber, dessen Haut ebenso schwarz war wie seine eigene und der sich die Haare mit einer grünen Bandana zurückgebunden hatte. »Tarrell? Tobias? Seid ihr alle hier? Das ganze Team der Wilden?« rief Tobias, als er die 15 mit Hockeyhelmen und American Football Schulterpolstern ausgerüsteten Jungen hinter Terrell sah. »Ein Weitwanderer ist bei uns vorbeigekommen, um uns zu warnen, dass es Krieg geben würde«, erklärte Terrell. »Da konnten wir doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und Matt? Ist der auch da?« »Ja, er ist gerade woanders beschäftigt.« Seit ihrem Gespräch in der Waffenkammer hatte Tobias ihn nicht mehr gesehen, und wenn Matt seinen letzten Satz ernst gemeint hatte, musste er sich wohl irgendwo aufs Ohr gelegt haben. Tobias fand das zwar reichlich merkwürdig, vor allem für jemanden, der sich noch nie gescheut hatte, den Zynix entgegenzutreten, aber er vertraute seinem Freund. Terrell hob seine Karbonarmbrust in die Höhe. »Wir haben schon einige erwischt, aber leider kommen ständig neue nach.« »Wir dürfen nicht klein beigeben«, sagte Tobias mit Nachdruck. »Solange sie nicht an die Tore herankommen, haben wir nichts zu befürchten.« Die beiden Jungen mussten schreien, um sich über den Schlachtlärm hinweg zu verständigen. In diesem Augenblick hörten sie die Pahns im Innenhof der Festung vor Entsetzen aufstöhnen, während ein dumpfer Schlag die Mauern erbeben ließ. »Die Mamfer«, rief Tobias voller Panik. »Sie rammen das Tor ein!« Terrell und die anderen Pahns aus dem Team der Wilden folgten ihm durch das enge Treppenhaus hinunter zum Nordtor. Ein gewaltiger Mauerbrecher krachte soeben ein zweites Mal gegen die eisernen Torflügel und drückte sie ein Stück weit auf. Tobias bahnte sich einen Weg durch die Bodentruppen der Pahns, stellte sich an vorderster Front auf und spannte seinen Bogen. Terrell und seine Leute knieten sich in einer Reihe neben ihn und brachten ihre Armbrüste in Anschlag. »Du kannst auf uns zählen«, sagte der Anführer der Wilden. »Hier kommt niemand durch.« Als das Tor endgültig nachgab, platzte eine ganze Horde brüllender, von Pusteln und Wülsten entstellter Mutanten in den Tunnel unter dem Nordtor und schwang Knüppel, Streitkolben und Degen. Gleichzeitig schnalzten fünfzehn Armbrustseen und ein Dutzend Mampfer wurde von den Bolzen niedergestreckt. Tobias schoss in rasender Geschwindigkeit mehrere Pfeile ab, um dem Team der Wilden Zeit zum Nachladen zu verschaffen. Glücklicherweise war der Tunnel so eng, dass nur sechs bis sieben Mann nebeneinander laufen konnten, und schwerfällig, wie sie waren, standen sich die Mampfer dabei selbst im Weg und boten Tobias eine ideale Zielscheibe. Aus zwanzig Metern Entfernung erwischte er die meisten, noch bevor sie in den Hof stürmten. Die nächsten rückten bis auf fünfzehn Meter heran. Manche stiegen einfach über die Kadaver ihrer Vordermänner hinweg, und es strömten immer neue nach. Tobias fuhr zu dem Pan hinter sich herum und brüllte, »Geh hoch zu Tanja und sag ihr, dass sie von oben auf den Eingangsbereich schießen sollen. Wir kriegen die Invasion sonst nicht unter Kontrolle.« Da sah er aus dem Augenwinkel, wie Chen am Wachturm herab kopfüber in den Tunnel kletterte. Als er genau über den Mampfern war, goss er aus einem riesigen Schlauch eine Flüssigkeit über ihnen aus und krabbelte hastig wieder nach draußen, bevor sie ihre Knüppel in seine Richtung schleudern konnten. »Feuer frei!«, schrie er. Tobias rannte zu einer Laterne an der Innenmauer, wickelte ein Taschentuch um die Spitze eines Pfeils und stocherte damit in der Lampe herum. Dann schoss er auf die durchtränkten Mampfer. Sie gingen sofort in Flammen auf und schlugen wie zuckende Marionetten um sich. Kaum waren sie in sich zusammengesagt, drängten von hinten die Nächsten herbei und traten die Glut aus, während sie bis auf zehn Meter heranstürmten. Das Team der Wilden schoss und schoss, wenn auch nicht so schnell wie Tobias, dem bald nur noch zehn Pfeile im Köcher blieben. Er wollte sich gerade zurückziehen und den Mampfern das Feld überlassen, als er erkannte, dass nicht mehr als ein halbes Dutzend das Trommelfeuer überlebt hatten. Vor dem Tor prasselten die Pfeile der auf dem Wehrgang postierten Schützen so dicht an dicht herab, dass keiner mehr durchkam, zumindest für den Augenblick. Tobias durchbohrte die vier Mampfer, die ihm am nächsten gekommen waren, mit seinen letzten Pfeilen, zog sein Messer und warf sich auf sie. Das Team der Wilden tat es ihm nach und griff mit Harpunen, Eispickeln und Jagdmessern an. Die Mampfer starrten verdutzt auf die sonderbaren Waffen, mit denen die Kinder sie aufspießen wollten. Tobias sprang gerade noch rechtzeitig zur Seite, bevor die stachelbesetzte Kugel eines Morgensterns ihn erwischte. Er duckte sich ein zweites Mal und schlitzte dann in einer blitzschnellen Bewegung den Oberschenkel des Mampfers auf. Die Kugel sauste wieder auf sein Gesicht zu, doch er schlüpfte, flink wie ein Wiesel, zwischen den Beinen seines Gegners hindurch, fuhr herum und rammte ihm sein Messer in den Rücken. Er war zwar nicht so stark wie Matt und kämpfte weniger geschickt, aber seine Geschwindigkeitsalteration hatte ihm wieder einmal das Leben gerettet. Keuchend betrachtete er die ineinander verkeilten Leiber der toten oder verletzten Mampfer. »Das Tor! Wir müssen es schließen, solange wir uns noch bis zur Schwelle vorwagen können!« rief er. Eine größere Gruppe von Pans begann, massive Holzbalken heranzuschaffen. Auch vor dem Tor türmten sich die Leichen. Tanja und ihre Bogenschützen hielten das übrige Heer auf Abstand, bis es Tobias und seinen Helfern gelungen war, die eisernen Torflügel zuzuschieben und mit den Balken zu verrammeln. Zuletzt rollten sie schwere Fässer davor. »Jetzt ist dieser Zugang genauso gut verbarrikadiert wie das Südtor,« sagte einer der Pans und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Da kommt keiner mehr rein. Oder raus.« Fünf Stunden lang hatte die wogende Menge der Zynix immer neue Soldaten an die Front gespült und ihre Drohgebärden unermüdlich fortgesetzt, allen Flammen, Blitzen, Pfeilen und Frostböen zum Trotz. Bald säumten die Leichen der Gefallenen den Pass wie ein Teppich aus verwesenden Algen an einem endlos langen Strand. Als sich die Nacht über das Tal senkte, erklangen in der Ferne mehrere Hörner, und das Meer aus Kriegern zog sich so plötzlich zurück, als hätte es seit Urzeiten auf dieses Signal gewartet. Wenig später leuchteten in der Zeltstadt der Zynix die ersten Laternen auf, und im Pass der Wölfe kehrte tiefe Stille ein. »Haben sie kapituliert?« fragte Nurnia aufgeregt. »Das ist nur eine Verschnaufpause,« dämpfte Sally ihre Hoffnungen. »Sie werden eine Lagebesprechung abhalten,« erklärte Ross. »Ich glaube, dass sie nicht mit so erbittertem Widerstand gerechnet haben.« »Die Feuerwerfer sind schon fast ohnmächtig vor Erschöpfung,« berichtete Mailis. »Ihre Kräfte hätten keine Stunde mehr gereicht.« »Das können die Zynix ja nicht wissen. Jedenfalls sollten wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, vielleicht ändern sie ihre Strategie. Wir müssen heute Nacht doppelt wachsam sein. Ich an ihrer Stelle würde austesten, ob unsere Verteidigung nicht doch irgendwo eine Schwachstelle hat.« Sally wies mit dem Kinn auf das Schlachtfeld. »Bis jetzt konnten wir die Festung doch gut halten.« »Ja, aber wie lange noch?« wandte Ross ein. »Die Burganlage eignet sich nur für den Stellungskrieg der Schützen. Ein Großteil unserer Truppen ist momentan zu Untätigkeit verdammt und sitzt in den Sälen und dem Innenhof herum. Wenn die Feuerwerfer ihre Kräfte erschöpft haben und alle Pfeile aufgebraucht sind, stecken wir hier fest.« »Was schlägst du vor?« »Initiative ergreifen, den Feind noch stärker unter Druck setzen. Wir müssen unsere Hundekavallerie ins Feld schicken und mit vielen schnellen Attacken für Wirbel sorgen, während die Infanterie die Festung schützt.« »Du meinst, wir sollen in den Nahkampf gehen? Da sind uns die Zyniks doch himmelweit überlegen.« »Wir wussten von Anfang an, dass es irgendwann dazu kommt.« Sally schüttelte den Kopf. »Noch haben wir kaum Verluste einstecken müssen. Wenn ich die Truppen in die Schlacht ziehen lasse, werden Hunderte fallen.« »Aber wir können nicht auf ewig nur auf die Zyniks schießen, die Malrons an der Front verheizt. Lange reichen unsere Mittel nicht mehr. Wenn du die Infanterie erst losschickst, nachdem du die Kontrolle verloren hast, ist es zu spät.« »Der Rat von Eden hat dir und deiner Schwester den Oberbefehl über unsere Armee erteilt. Also trag dir auch die Verantwortung für eure Entscheidungen. Das ist ein Krieg, Sally. Es wird Tote geben, ob du es willst oder nicht.« Sally nickte knapp. »Ich weiß«, sagte sie, gedankenverloren. »Heute Nachmittag haben wir ihrer Siegesgewissheit einen kleinen Dämpfer versetzt. Mehr aber auch nicht. Ein so großes Heer dezimiert man nicht mit einer Riege Bogenschützen.« »Eben deshalb bin ich für die Zermürbungstaktik«, entgegnete Sally. »Wenn wir sie mit Waffen nicht schlagen können, untergraben wir ihre Moral.« »Wir sollten einen Ausfall mit den Hunden wagen«, mischte sich Males ein. »Die Feuerwerfer müssen sich dringend ausruhen.« In diesem Moment kam Tanja angelaufen. »Die Mampfer stoßen schon wieder vor«, japste sie. Sally seufzte. »Nimm ein Drittel deiner Schützen mit, um sie zurückzudrängen, und schick die anderen ins Bett. Bei der nächsten Angriffswelle sollen sie die erste Gruppe ablösen.« »Ja, nur, wenn das so weitergeht, haben wir schon morgen keine Pfeile mehr.« Sally und Ross sahen sich an. »Wir können nicht an zwei Fronten auf einmal kämpfen«, sagte Sally entmutigt. »Die Bogenschützen kümmern sich weiter um die Mampfer, und alle anderen gehen gegen die Zyniks im Süden vor.« Floyd nahm eine stramme Haltung an. »Ich kann die Hundekavallerie anführen«, bot er an. »Wir schlagen zu, wenn sie nicht damit rechnen. Hart und schnell.« »Und in der Zwischenzeit machen sich die Bodentruppen bereit«, nickte Sally. »Kurz vor Sonnenaufgang greifen wir an, um den Überraschungseffekt auf unserer Seite zu haben.« Ross wartete, bis er und Sally allein waren und fasste sie tröstend am Arm. »Ich weiß, wie schwer diese Entscheidung ist«, sagte er. »Morgen schicke ich Freunde in den Tod.« Sie hatte Tränen in den Augen. »In der Hoffnung, dafür viele andere zu retten.« Unter Floyds Führung verließ die Hundekavallerie geräuschlos die Burg. Sie pirschte sich so nah wie möglich an das Feldlager der Zyniks heran und stürzte sich dann jäh auf das schlafende Heer. Nachdem die Panreiter die Wachposten mit hölzernen Pieken erstochen hatten, griffen sie nach den Öllaternen und schleuderten sie auf die Zelte, um sie in Brand zu setzen. Innerhalb von zehn Minuten verursachten die 600 Hunde und ihre jungen Reiter eine solche Panik unter den Soldaten, das sie unbehelligt kehrt machen und zurück zur Festung fliehen konnten. Die Zyniks waren sich ihrer Sache zu sicher gewesen und hatten offensichtlich nicht mit einem nächtlichen Überfall gerechnet, denn die Zeltstadt war nur spärlich bewacht und die Verteidigung schlecht organisiert. So mussten sie empfindliche Verluste einstecken. Bis sie alle Brände gelöscht hatten, waren mehr Männer umgekommen und mehr Schäden angerichtet als in der gesamten Schlacht des Vortages. Die Operation der Pans war ein voller Erfolg. Und entfesselte den Zorn der Königin. Noch in der Nacht ersetzte sie ihre Bogenschützen durch ganze Bataillone von Fußsoldaten, die riesige mit Stahlplatten geschützte Bären bei sich hatten. Im Morgengrauen würde sie alle ihre Kräfte aufbieten. Mit dem Vorgeplänkel war es endgültig vorbei. Doch bis es soweit war, konzentrierten sich die Pans auf die andere Flanke der Festung. Die Mampfer rannten immer wieder gegen die Festungsmauer an, und sie hatten aus den ersten Fehlschlägen gelernt. Die nächsten Vorstöße unternahmen sie in Gruppen von fünfzehn oder zwanzig Mann, die sich unter improvisierten Schutzschilden aus zusammengebundenen Baumstämmen versteckten. Die Idee musste von ihren Zynik-Anführern stammen, denn sie selbst wären wohl kaum auf einen so klugen Gedanken gekommen. Auf diese Weise waren sie nicht nur vor den Pfeilen geschützt, sondern auch fast unsichtbar, denn die regennasse Rinde der Baumstämme war in der Dunkelheit ebenso schwarz wie die Umgebung. Obwohl Tanja seit vielen Stunden im Einsatz war, führte sie die Abwehr weiter an. Gerade noch rechtzeitig entdeckte sie einen Trupp von fünfzig Mampfern, der sich ganz nah an das Tor herangeschoben hatte. »Geht neues Öl holen,« befahl sie einem ihrer Adjutanten. »Den werden wir's zeigen.« Tanja wartete, bis die Mampfer genau unter der Brüstung angelangt waren und ließ sie mit Öl übergießen. Ein brennender Pfeil genügte, um den hölzernen Schutzschild in Flammen aufgehen zu lassen. Brüllend rannten die Mampfer auseinander und verschwanden in der Nacht. Aber nur wenig später tauchten doppelt so viele auf. Wieder entdeckten die Pans sie erst in letzter Sekunde. »So schaffen wir das nie. Wir brauchen die Feuerwerfer, um den Bereich vor dem Tor zu beleuchten.« »Die schlafen gerade,« wandte ihr Adjutant ein. »Wenn wir noch länger warten, werden sie bald von zweitausend Mampfern geweckt.« Kurz darauf erschienen die Feuerwerfer auf dem nördlichen Wehrgang. Sie blinzelten benommen, konnten nur mit Mühe einen Fuß vor den anderen setzen und mussten sich an den Zinnen festklammern, um nicht umzukippen. Sie hatten sich tags zuvor so verausgabt, dass sie kaum noch Kraft im Körper hatten. Als Tanja in ihre vor Erschöpfung verzerrten Gesichter sah, wurde ihr klar, dass sie diese neuerliche Anstrengung vielleicht nicht überleben würden. Aber was blieb ihr anderes übrig? Sie versetzte ihre Bogenschützen in Bereitschaft, und die Blitze zuckten durch die Nacht. Im Licht der elektrischen Entladung konnten die Schützen die Mampfer besser ins Visier nehmen. Der Anblick übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen. Das gesamte Heer der Mampfer war vor der Festung aufmarschiert. Langsam und geräuschlos rückte es näher. »Geht und berichtet Sally und Males, dass wir Besuch haben«, schrie Tanja. Vereinzelt fuhren Blitze in die Masse der Angreifer, doch als Tanja mehrere Feuerwerfer ohnmächtig zu Boden sinken sah, blies sie den Einsatz ab. Die Käfer in den Schläuchen schienen ebenfalls ermattet zu sein, sie leuchteten weniger hell als sonst. »Wir brauchen eine andere Lösung«, murmelte sie. »Bei diesem Regen können wir keine Feuer in der Ebene entzünden. Wir brauchen neues Licht«, rief ihr Adjutant. Tanja wies die Bogenschützen an, weiterzumachen. Die Mampfer standen so dicht an dicht, dass selbst ein aufs Gerate wohl abgegebener Schuss treffen würde. »Wir müssen die Infanterie mobilisieren«, sagte sie. »Die Mampfer werden noch heute Nacht die Festung stürmen. Ich sehe keine andere«. Ihre Stimme erstarb, als sie am Horizont einen seltsamen Lichtschein bemerkte. Hinter der Armee der Mampfer tauchte ein rotes und blaues Leuchten auf, das immer stärker wurde und sich durch den Pass der Wölfe auf die Festung zubewegte. Das größte Skara-Heer, das Tanja je gesehen hatte, krabbelte stetig in ihre Richtung. Millionen von Käfern, fein säuberlich in zwei Bahnen getrennt, eine rote und eine blaue. »Die Operation Neue Route«, sagte Sally hinter ihr. »Sie haben es geschafft!« Das Skara-Heer kam ihnen zu Hilfe. Sieg und Niederlage Als Matt aus dem Bergfried trat, glaubte er zu träumen. Der Himmel leuchtete in den buntesten Farben, und das Licht zuckte hin und her wie Laserstrahlen, in deren gleißender Helligkeit der Regen zu verschwinden schien. Er hatte über zwölf Stunden geschlafen oder vielmehr in einer Art Meditation verbracht. Damit hatte er etwas Bestimmtes bezweckt, und ihm war, als hätte er sein Ziel erreicht. Er staunte nicht schlecht, als er auf den Wehrgang stieg und das endlose Band des Skara-Heers erblickte, das den Pass von der Festung bis zum Horizont ausfüllte. Die Käfer versuchten gerade, an den Felswänden entlang zu krabbeln, um sich einen Weg an der Festung vorbeizubahnen. Und sie verströmten eine kolossale Energie. Sämtliche Pans verspürten ein Kribbeln an den Fingerspitzen und dem Nacken, das nach und nach ihren ganzen Körper erfasste. Die Feuerwerfer, die soeben noch gegen die Bewusstlosigkeit angekämpft hatten, schickten nun Blitz um Blitz in den nachtschwarzen Himmel. Schon wenige Käfer in den Schläuchen hatten genügt, um ihre Alteration zu verstärken, doch in Gegenwart eines derart gewaltigen Energiestroms wuchsen ihre Kräfte schier ins Unendliche. Die Mampfer explodierten, sie verglühten geradezu in der Luft, und wer die Blitze überlebte, fiel dem unmittelbar folgenden Pfeilhagel zum Opfer. Es war, als schlüge ein Komet auf der Erde ein. Die Nachricht von dem wundersamen Erscheinen des Gara-Heers brachte die Pans in der Festung auf die Beine, und immer mehr drängten auf den Wehrgang hinauf, um das Spektakel mit eigenen Augen zu sehen. Die meisten waren so begierig, die magische Energie des Flusses am eigenen Leib zu erleben, dass sie mit ihren Alterationen um die Wette eiferten. Die Mampfer wussten gar nicht mehr, wie ihnen geschah, als plötzlich Feuer, Eis, Wind und Wasser gleichzeitig über sie niederging. Ihre Panik griff auf die Pferde der Anführer über, die sich aufbäumten und die Zynics abwarfen, während von hinten 2000 Pans mit Hacken, Schaufeln und Spießen auf sie losstürmten. Trotz der Übermacht der Kinder und Jugendlichen schlugen die Zynics erbittert um sich und töteten zahlreiche Pans. Denn an der Operation Neue Route, die das Gara-Heer von der Autobahn im Norden Edens zum Pass der Wölfe umgelenkt hatte, waren viele Kinder unter zwölf Jahren beteiligt. Sie hatten nicht untätig in Eden zurückbleiben wollen, während die Älteren in den Krieg zogen, und so waren sie unversehens zu Spezialisten für Käferrouten aufgestiegen. Doch im Zweikampf mit schwer bewaffneten Erwachsenen hatten sie keine Chance. Obwohl sie den Zynics zahlenmäßig überlegen waren und die Blitze ihrer Kameraden von der Festungsmauer ein größeres Massaker verhinderten, starben rund zweihundert von ihnen auf dem Schlachtfeld, und noch einmal so viele trugen schwere Verletzungen davon. In der Festung wurden sie als Helden gefeiert, aber noch war nichts gewonnen. Im Süden warteten die übrigen Armeen der Königin auf das Signal zum Angriff. Wie Sally befohlen hatte, rückten kurz vor Sonnenaufgang 4000 Paankrieger aus, um die Zynics mitten in ihren Vorbereitungen zu überrumpeln. Tatsächlich bröckelte die Front der Erwachsenen rasch, da sie nicht mit einer Offensive gerechnet hatten, bis die Riesenbären erschienen, die vor mächtige Käfige gespannt waren. Den Bären tropfte der Geifer aus dem Maul, als sie mit voller Wucht gegen die Reihen der Pans pflügten, und die Wagen offenbarten noch Schrecklicheres. Urplötzlich gaben die Käfige Dutzende Nachtschleicher frei, die sich wildkreischend auf die Kinder stürzten und jeden in Fetzen rissen, den sie in die Finger bekamen. Die Pans mussten sich in aller Eile neu organisieren und die Gefahr in ihrer Mitte abwehren, was Malrance dazu nutzte, sämtliche verbliebenen Soldaten der Zweiten Armee in die Schlacht zu schicken. Die Feuerwerfer, die soeben die letzten Mampfer vernichtet hatten, banden sich nun ebenfalls der südlichen Flanke zu und versuchten trotz der großen Entfernung so viele Erwachsene wie möglich zu treffen. Aber es waren einfach zu viele. Als die Zyniks den Kreis um die Bodentruppen der Pans immer enger schlossen, konnten Sally und Malice den verzweifelten Kampf ihrer Gefährten nicht länger mit ansehen. Blast zum Rückzug, befahl Sally, und schickt die Hundekavallerie hinaus. Sie soll ihnen Rückendeckung geben, fügte Malice hinzu. Die 600 Hunde galoppierten auf das Schlachtfeld und griffen die Zyniks von den Außenseiten an. Tobias ritt an der Spitze einer Schar, die einen Zyniktrupp gerade noch rechtzeitig niederschoss, bevor die Männer auf wehrlose Verletzte losgingen. Matt ließ sein Schwert durch die Luft pfeifen. Köpfe und Arme fielen. Seine Weste aus Kevlar bewahrte ihn mehr als einmal davor, von Speerspitzen oder Schwertklingen durchbohrt zu werden. Plötzlich tauchte neben ihm ein weiterer Panreiter auf. Er hing schief und krumm auf dem Rücken seines Hundes, doch obwohl er sichtlich Schmerzen litt, hatte er es auf der Krankenstation nicht länger ausgehalten. Er wollte mitkämpfen, er wollte töten, um Rache zu üben und seinem Hass freien Lauf zu lassen. Horace Mit hocherhobenem Schwert trieb er seinen Hund in die Menge und schlug so erbittert um sich, dass er im Alleingang eine ganze Infanterieeinheit zurückdringte. Billy, sein Hund, schien von dem gleichen wütenden Furor gepackt, er schnappte nach allem, was sich ihm in den Weg stellte. Matt trieb plusch an die Seite seines Freundes, um ihm beistehen zu können. »Bist du verrückt?« schrie er. »Du darfst dich nicht bewegen!« »Ich werde nicht zusehen, wie ihr hier abgeschlachtet werdet.« »Du bist verletzt, Horace!« »In Eden hast du mir gesagt, dass du mir ansiehst, wie sehr ich die Zynics hasse und dass mich dieser Hass im Kampf anspornen würde.« »Du hattest recht, Matt Carter. Ich kann nicht untätig im Bett liegen bleiben und auf euch warten.« »Das ist der Moment, den ich herbeigesehnt habe, seit meine Freunde vor meinen Augen niedergemetzelt worden sind. Das werden sie mir büßen, diese Unmenschen!« Matt begriff, dass sich Horace nicht zur Vernunft bringen ließ. Entschlossen riss er sein Schwert in die Höhe, um Seite an Seite mit Horace so viele Zynics wie möglich zu töten, während die Armee der Pans den Rückzug antrat. Aber das Tor der Festung war zu schmal, um die Tausende von Fliehenden schnell genug aufzunehmen, und so wurden viele Fußsoldaten und etliche Hunde mit ihren Reitern von den anderen abgeschnitten und gnadenlos aufgerieben. Matt ahnte, dass ihre Verteidigungslinie jeden Augenblick fallen konnte und damit die letzten Grüppchen der Pans dem sicheren Tod preisgeben würde. Er trieb seine Mitstreiter zur äußerster Kraftanstrengung an, und trotz ihrer Erschöpfung und der Übermacht des Feindes gelang es ihnen, den Hieben der Zynics immer wieder auszuweichen und zum Gegenschlag auszuholen. Als sich die verbliebenen Infanteristen endlich ins Innere der Festung gerettet hatten, war das Tal übersät mit den Leichen unzähliger Jugendlicher und Hunde. Matt brüllte den Befehl zum Rückzug, und die Hunde hetzten auf das Tor zu, während Matt, Tobias und einige andere ihnen Deckung gaben. Wie eine unaufhaltsame Flut strömten die Zynics in jede Lücke, die die Hundekavallerie hinterließ, und kesselten die Nachhut, darunter Matt und Tobias von allen Seiten ein. Mit letzter Kraft durchbrachen die Pans die feindlichen Reihen, doch rund fünfzehn Zynics warfen sich ihnen erneut in den Weg. Da sprang Billy mit einem gewaltigen Satz mitten in die Schar der Angreifer, und Horace stürzte sich wildbrüllend auf sie. Blindwütig teilte er nach allen Seiten Hiebe aus, zerschmetterte Schädel und schlitzte Kehlen auf. Die Zynics wichen vor dem Besessenen zurück, sodass die Nachhut fliehen konnte. Nur Matt wandte sich noch einmal um und sah seinem Freund nach, der in vollem Galopp ins Getümmel ritt. Einen Augenblick lang war er drauf und dran, an Horace' Seite einen letzten Ausfall zu wagen. Doch Horace drehte sich schon nicht mehr um. Es lag nichts Heldenhaftes in diesem Opfer, nur ein unbändiger Zorn, den er im Blutrausch ertränkte. Es war seine Entscheidung, nicht Matt's. Horace hatte sie gerettet, indem er sich den Feinden entgegenwarf, aber er hatte es in dem vollen Bewusstsein getan, nicht mehr zurückzukehren. So sagte ihm Matt inmitten des Infernos leise Lebewohl und trieb Plustern zur Eile an. Über und über mit Blut beschmiert retteten Matt und Tobias sich als Letzte durch das Tor, bevor die gewaltigen Flügel geschlossen wurden. Hastig erklomm Matt die Treppe, die auf einen der Wachtürme führte, und hielt nach Horace' Ausschau. Der Junge und sein Hund waren zu einer Einheit verschmolzen. Die Kompanie, in deren Mitte sie wüteten, zog sich urplötzlich zurück, als würde sie Atem holen, um kurz darauf mit noch größerer Wucht zurückzuschlagen. Horace und Billy wurden unter dieser gewaltigen Welle aus Schreien und blitzenden Klingen begraben, und als sie zurückschwappte, hinterließ sie eine blutige Gischt. Matt legte die Hand ans Herz, um seinen toten Freund zu ehren, und schluckte die Tränen hinunter. Ein Drittel ihrer Armee war gefallen. Und Malrons Truppen marschierten auf das Tor der Festung zu. Als die Feuerwerfer den ersten Ansturm zurückgedrängt hatten, ging über dem Schlachtfeld, auf dem viel zu viele Menschen den Tod gefunden hatten, die Sonne auf. Da begann ein grausiges Ritual. Die Zyniks stürzten sich auf die Leichen der Kinder und trugen sie in einiger Entfernung zusammen, wo sie die Toten auszogen und ihre Haut untersuchten. Nicht einmal Krieg und Blutvergießen hielten diese Wahnsinnigen von der Hautjagd ab. Mit einem Mal wurde der Regen stärker, und von Norden war ein Donnergrollen zu vernehmen, das rasch näher zog. Dem Skara her war es gelungen, über die Steilwände an der Festung vorbeizukommen, und der rot-blaue Strom schob sich weiter Richtung Süden. Die Feuerwerfer verwandelten die Energie in ein derartiges Blitzgewitter, dass ihnen in der elektrisch aufgeladenen Luft die Haare zu Berge standen. Bis sie plötzlich umfielen, einer nach dem anderen. Reggie und Doug, die Brüder von der Carmichael-Insel, liefen zu ihren reglos daliegenden Gefährten. Was ist mit ihnen? fragte Reggie besorgt. Doug tastete einem von ihnen den Hals ab und legte ein Ohr an seine Brust. Dann wandte er sich hastig dem Nächsten zu und wiederholte die Prozedur bei einem Dritten. Sie … Sie sind tot, sagte er fassungslos. Die Macht der Energie aus dem Skara her war offenbar so berauschend gewesen, dass sie nicht gespürt hatten, wie das Leben langsam aus ihnen wich. Im Eifer des Gefechts hatten sie vergessen, dass die Alteration nicht nur aus der Lebenskraft der Käfer schöpfte, sondern auch aus ihrer eigenen. Als die Zynics merkten, dass von den Türmen keine übernatürliche Gefahr mehr ausging, marschierten auch die vierte und fünfte Armee Richtung Tor, und bald dröhnten die dumpfen Schläge eines Ramboks durch die ganze Festung. Währenddessen waren die Pans vor allem mit der Versorgung ihrer Verletzten beschäftigt, für die sie provisorische Krankenlager in allen Sälen und Gewölbehallen eingerichtet hatten. Matt rubbelte sich gerade die letzten Blutspritzer vom Gesicht, als er Sally und Mayles auf einem der Wachtürme antraf. »Wie lange, denkt ihr, hält das Tor stand?«, fragte er. »Höchstens eine Stunde«, antwortete Sally. »Und was dann?« »Dann versuchen wir, die Zynics im Tunnel zu halten, indem wir alle unsere Truppen im Hof zusammenziehen. Aber es sind zehnmal so viele wie wir, also werden sie irgendwann durchkommen. Und dann...« »Dann ist es aus und vorbei«, ergänzte Mayles bitter. »Wir haben getan, was wir konnten.« »Ich muss die Festung verlassen«, sagte Matt. »Ich nehme das Bogentor, das zum Fluss führt. Wenn das Wasser immer noch gefroren ist, müsste ich problemlos ans andere Ufer kommen.« Tobias starrte ihn verdattert an. »Wo gehst du hin?« »Ich knöpfe mir Malrons persönlich vor.« »Die Königin? Hast du sie noch alle?« »Du kannst doch nie und nimmer...« »Das Gebiet hinter der Armee wird nicht bewacht. Wenn ich mich durch den Wald anschleiche, komme ich bestimmt bis zu dem Hügel, auf dem ihr Kriegswagen steht.« »Und was willst du dann machen?« »Glaubst du etwa, es reicht, ihre Leibwache außer Gefecht zu setzen und sie zu töten, um diesen Wahnsinn zu stoppen?« Matt schüttelte den Kopf. »Nein. Aber ich habe einen wichtigen Verbündeten für den Kampf gegen Malrons. Ach, und wer soll das sein?« In diesem Moment krachte ganz in der Nähe ein Donnerschlag. Matt zeigte auf das Gewitter, das inzwischen den ganzen nördlichen Horizont bedeckte. Er. Und ich muss hier weg, bevor er über uns ist. Wahre Freunde Matt hatte sich gerade seine Weste aus Kevlar übergezogen und sein Schwert umgehängt, als Tobias in die Kammer marschierte. »Ich begleite dich,« sagte er. »Und Ben auch. Er holt schon mal die Hunde.« »Das ist nicht keine Widerrede. Wir kommen mit. Wenn die Sache schief geht, muss sich ja jemand zurückbringen.« Matt steckte ein paar Lederhandschuhe ein. »Tobi, ich werde wohl nicht zurückkommen.« »Was? Wie meinst du das?« Matt biss sich auf die Lippe. »Ich glaube nicht, dass ich das überlebe.« »Dieses Gewitter ist der Torvaderon, oder?« Matt nickte. »Du hast dieses Ungeheuer absichtlich hergeholt?« empörte sich Tobias. »Ja, ich habe ihn gerufen, so eindringlich ich konnte. Ich bin in mein Unterbewusstsein abgetaucht, die Welt, in der er herumschnüffelt, um mich aufzuspüren. Stundenlang habe ich seinen Namen beschworen, bis er mich endlich gehört hat. Ich habe ihm versprochen, mich ihm auszuliefern. Ich habe ihm gesagt, ich hätte verstanden, dass wir vereint werden müssen. Und das hat ihn hergelockt.« »Du willst ihn mit Malrons konfrontieren,« begriff Tobias. »Ja, du hast es gestern selbst gesagt. Die Zynics sind böse, weil sie leer sind. Und dieses Gefühl betäuben sie mit Angst. Ich glaube, bei Malrons ist es genauso.« »Aber sie erinnert sich doch an manches. Sie hat ihr Gedächtnis nicht ganz verloren.« »Sie ist leer, weil sie keine Liebe mehr in sich hat, Tobi. Ihr fehlt das Kostbarste, was sie vor dem Sturm hatte. Ich und mein Vater.« »Und du wirst euch wieder vereinen.« »Um beiden ihren Seelenfrieden zurückzugeben, um diesem Krieg ein Ende zu machen.« »Wenn ich den Torvaderon und Malrons zusammenbringe, wird etwas Gutes daraus entstehen, da bin ich ganz sicher. Sie sind böse, weil ihr inneres Gleichgewicht gestört ist. Das werde ich ändern. Die Zynics gehorchen ihrer Königin blind. Das kann funktionieren, Tobi.« Als ihm klar wurde, was das bedeutete, presste Tobias die Kiefer aufeinander, um nicht laut aufzuschluchzen. »Ich komme mit, ganz egal, was du tust,« sagte er. »Ich lasse dich nicht allein.« Matt reichte ihm die Hand. »Wie die Helden in unseren Rollenspielen.« »Nein, wie Freunde.« Matt und Tobias gingen zu Ben, der Taker, Lady und Plush liebevoll gebürstet hatte. »Das haben sie sich mehr als verdient,« sagte er und streichelte seinen Husky. Im Hof standen die Pans dicht an dicht und klammerten ihre Waffen und warteten auf den Augenblick, in dem die Torflügel nachgeben und die Zynics in die Festung strömen würden. Niemand sprach ein Wort. Ein Trupp Bogenschützen kam aus dem Bergfried, um seine Kameraden abzulösen, die von der Festungsmauer aus unermüdlich auf den Feind schossen. Ein blondes Mädchen blieb wie angewurzelt vor Matt stehen. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch einmal wiedersehe,« sagte sie. »Mia, du bist hier?« »Ja, für den Fernkampf, wie du siehst. Ich humple immer noch, und meine Schulter ist gerade so weit verheilt, dass ich den Bogen einigermaßen halten kann. Aber im Zielen bin ich ganz gut.« »Pass auf dich auf da oben. Die Zynics schießen scharf zurück.« »Ihr wollt weg?« Matt sah seine beiden Begleiter an. »Ja, wir schleichen uns zu.« Sie legte ihm einen Finger auf die Lippen. »Verrat's mir nicht. Wenn die Zynics das Tor aufbrechen und alles vorbei ist, dann stelle ich mir lieber vor, dass du weit weg von hier bist und alles überlebst. Sag das nicht. Vielleicht könnt ihr sie zurückdrängen.« Mia schenkte ihm einen zärtlichen Blick und lächelte traurig. »Solche Illusion macht sich hier keiner mehr. Aber wenigstens haben wir für unsere Ideale und für unsere Freiheit gekämpft. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht eine kleine Chance haben, diesen Krieg zu gewinnen. Schade. In einem anderen Leben wäre ich gern mit dir zusammen gewesen.« Die anderen Bogenschützen waren schon im Treppenaufgang verschwunden. Mia presste ihren Köcher an sich und sagte zu Tobias, »Ich muss gehen. Danke, dass du mich aus der Sklaverei und vor dem Nabelring gerettet hast. Wenn das mein letzter Tag ist, werde ich ihn dank dir in Würde erleben. Alles Gute.« Sie küsste Matt und Tobias auf die Wange und humpelte davon. Ben lugte durch die Schießscharte neben der Tür, um sich zu vergewissern, dass die Luft rein war, und öffnete den Ausgang. Der Anlegesteg, der auf den zugefrorenen Fluss hinaufführte, lag verwaist vor ihnen. Tobias ging voran und stampfte mit einem Fuß auf die Eisdecke, um zu testen, wie dick sie war. »Okay«, sagte er, »die hält unser Gewicht locker aus.« Als nächstes stiegen die drei Hunde auf das Eis, gefolgt von Ben und Matt. »Wir gehen geradewegs rüber zum anderen Ufer,« beschloss Matt. »Dort kann man uns nicht sehen.« Das Schlachtfeld war so nah, dass sie das Hämmern des Ramboks und die Schreie der Getroffenen nach jeder neuen Pfeilsalve klar und deutlich hörten. Matt begann, vorsichtig über das Eis zu stapfen. Fluss schlief neben ihm. Auf einmal pfiff etwas dicht an seinem Ohr vorbei, und noch bevor er begriff, was das war, bohrte sich der Pfeil in die Flanke seiner Hündin. »Plusch! Nein!« Fünf Zyniks hatten sich am Festungsring entlang getastet, um nach Lücken im Mauerwerk Ausschau zu halten, und nahmen die unerwartete Beute sofort unter Beschuss. Die drei Pans warfen sich flach auf das Eis, aber auf dem offenen Gelände hatten sie so gut wie keine Überlebenschancen. Da stöhnte einer der Zyniks auf und krachte zu Boden, einen Pfeil im Nacken. Seinem Nebenmann erging es ebenso. »Dort oben!« schrie einer und zeigte auf den Turm über ihren Köpfen. »Dieses Biest!« Mia beugte sich weit über die Brüstung. Ihre Haare flatterten im Wind, als sie den dritten Zynik anvisierte. Auch dieser Pfeil traf ins Schwarze. Doch im nächsten Moment erwischte sie eines der Geschosse, mit dem die Zyniks den Angriff erwidert hatten, mitten in die Brust. Sie ließ ihren Bogen fallen und fasste sich ans Herz. »Mia!« schrie Matt. Tobias nutzte das Durcheinander, um blitzschnell zwei Pfeile aus seinem Köcher zu ziehen und die letzten beiden Zyniks niederzustrecken. Mia klammerte sich an die Brüstung. Sie versuchte Matt und Tobias' Blick aufzufangen und trotz der Entfernung glaubten die beiden, ein Lächeln auf ihrem Gesicht zu erkennen, bevor sie vornüber kippte. Ihr Körper prallte mit einem schauerlichen Knacken auf, die weiße Decke knirschte und mehrere Risse taten sich auf. Dann brach das Eis und Mia verschwand im schwarzen Wasser. Matt machte einen Schritt auf sie zu, erkannte aber, dass er nichts mehr tun konnte und fuhr zu Plusch herum, die sich den Pfeil mit den Zähnen herauszureißen versuchte. »Nicht doch! So machst du es nur schlimmer! Lass mich mal ran!« Unter seinen Füßen ächzte und blubberte es, und nahe der Festungsmauer zersprang das Eis bereits in viele kleine Stücke. »Wir müssen weiter!« schrie Ben. Matt inspizierte Plushs Wunde, die stark blutete. Er konnte die Hündin jetzt nicht mehr zur Festung zurückschicken, aber ihr Zustand war besorgniserregend. Er brach den Pfeil dicht an der Spitze ab. Plush rappelte sich mühsam auf und trottete ans andere Ufer, während das Eis ringsum zerbrach. Matt hatte gerade einen tiefhängenden Ast gepackt, um sich an Land zu ziehen, als die Scholle unter ihm barst. Bevor sie sich einen Weg durch das Dickicht des Waldes bahnten, warfen sie einen letzten Blick zurück zur Festung. Matt stiegen Tränen in die Augen. Mia hatte ihr Leben für sie gegeben. Und tausende weitere Pans würden es ihr gleich tun, um die Zynics daran zu hindern, die Festung zu stürmen. Doch die Truppen des Feindes standen bis zum Horizont. In diesem Moment tauchten die Drachen am Himmel auf. Drachen. Sie stießen im Sturzflug in das Tal hinunter. Durch die tiefen Wolken und den strömenden Regen. Fünfzehn majestätische Flieger, die Matt im ersten Augenblick für Drachen hielt. Dann erkannte er den größten von ihnen. Das Mutterschiff. Fünfzehn von Heißluftballonen getragene Schiffe rasten dank unzähliger im Wind geblähter Segel in atemberaubender Geschwindigkeit dahin. Aus der Luft gingen Pfeile und weiße Blitze auf die Zynics nieder. Die Chloropanphyliker kamen der Panarmee zur Hilfe. Und nicht nur sie, sondern auch eine ganze Flotte kleinerer Boote, die von Jugendlichen mit Masken aus Knochen gesteuert wurden. Matt wagte nicht zu hoffen, dass diese unerwartete Verstärkung das Kräfteverhältnis umkehren würde, aber der Aufruhr kam ihm sehr gelegen. Er musste sich beeilen, um zu Mairons zu kommen. Die Gewitterwolke des Torvaderon war ganz nah. Da stupste ihn plusch mit der Schnauze an. Trotz ihrer Verletzung wollte sie ihn tragen. Er schwang sich auf ihren Rücken und die drei Pans stoben davon. Amber stand am Bug des Mutterschiffs. Sie betrachtete die wie in einem Ameisenhaufen umherwuselnden Krieger vor der Festung. Von der Kommandobrücke aus befehligten Orlandia, Faelles und Clementes ihre Truppen. Faelles setzte eine kleine Pfeife an die Lippen und auf ein Zeichen von ihr betätigten zwei Matrosen einen schweren Hebel. Eine Falltür im Schiffsrumpf klappte auf und ein zehn Meter langer Krake fiel mitten in die Armee der Zynix. Kaum hatte Faelles die Pfeife geblasen, begann der Krake mit seinen gewaltigen Tentakeln um sich zu schlagen und ganze Einheiten zu zermalmen. »Der grüne Tod wird sie ganz schön in Atem halten«, sagte Faelles zufrieden. Amber spürte, wie das Leben in ihr pulsierte. Das Gefühl der Verschmelzung hatte sich verflüchtigt, aber eine neue Energie erfüllte sie bis in die Fingerspitzen. Die Kugel aus Licht, die die Chloropanphyliker als Seele des Baums des Lebens bezeichneten, war in ihr aufgegangen. Amber und das Licht waren eins geworden. Das hatte alles verändert. Die Chloropanphyliker verehrten sie von nun an als auserwähltes Wesen und hatten ihr Gefolgschaft in den Krieg geschworen. Aus Stolz und ein wenig auch aus Ehrfurcht vor dem, was Amber widerfahren war, hatte der Schnabelclan nicht zurückstecken wollen. Also hatte Amber die Allianz der einstmals verfeindeten Kumpanvölker zum Pass der Wölfe geführt. Der Strom des Skara-Heers, der durch das Tal floss, ließ ihren Körper kribbeln. Die Kraft, die von den Käfern ausging, zog sie magisch an. Amber hatte nicht das Gefühl, dass sie ein anderer Mensch geworden war. Es war nur, als stünde sie unter Strom. Sie überlegte, ob das Skara-Heer wohl nah genug war, um ihre Alteration zu verstärken, und konzentrierte sich. Als sie die Hände ausstreckte, hob sich die Erde unter den Zynix. Binnen Sekunden bäumte sich der Boden zu einer gewaltigen Wand auf, als hätte ein Riese darauf gepustet, um die Soldaten wie Spielfiguren durcheinander zu werfen. Dann wandte Amber sich nach Steuerbord und schickte mit einer einzigen Handbewegung eine Druckwelle in die Menge, die alle Männer im Umkreis von zwanzig Metern zerquetschte, als wäre eine unsichtbare fliegende Untertasse in ihrer Mitte gelandet. Eine einfache Geste genügte Amber, um ihre geistige Kraft in eine neue Richtung zu lenken und ganze Truppenverbände dahin zu raffen. Die Boote rund um das Mutterschiff bombardierten die Zynix mit allen möglichen Geschossen und flogen dabei im Zickzackkurs, um den Bogenschützen des Gegners keine Angriffsfläche zu bieten. Das Schiff, das Steinbeißer manövrierte, raste immer wieder im Tiefflug über die feindlichen Truppen hinweg und mähte Dutzende von Männern nieder. Doch diese Tollkühnheit kam ihm teuer zu stehen. Alsgleich mehrere Ballone von den Pfeilen der Zynix durchbohrt wurden, verlor der Schiffsrumpf schnell an Höhe und krachte gegen die stählerne Rüstung eines Riesenbären. Aus der Staubwolke, die die Absturzstelle umgab, taumelte Steinbeißer auf das Schlachtfeld, spannte noch einmal seinen Bogen und erschoss einen Offizier und dessen Adjutanten. Mit einem triumphierenden Grinsen auf den Lippen brach er im Lanzenhagel zusammen. Wenig später stürzte ein zweites Boot des Schnabelclans ab, dann ein drittes und jedes Mal wurden zahlreiche Soldaten unter den Wracks begraben oder von herumfliegenden Trümmerteilen erschlagen. Unter großen Verlusten gelang es den Zynix, den grünen Tod niederzustrecken. Im gleichen Augenblick sah Amber, dass Mairons Infanterie das Tor der Festung eingerammt hatte und ins Innere strömte. Mit einer knappen Handbewegung fegte sie eine Gruppe Soldaten um, die sich am Eingang drängte. Sofort rückten die Nächsten nach. Amber ließ den Boden vor der Festung in die Höhe schnellen, schleuderte eine weitere Gruppe beiseite und löste eine Druckwelle aus, die sich in rasender Geschwindigkeit vom Tor auf das Schlachtfeld ausbreitete. Sie hielt erst inne, als die gesamte vierte Armee der Königin in alle Winde zerstreut war. Zwischen den unzähligen Leichen taumelten vereinzelte Überlebende umher. In ihrer Angst um die Pans in der Festung hatte Amber gewütet, ohne an die Folgen ihres Tuns zu denken. Sie hatte Menschen das Leben genommen, um andere zu retten. Und diese Kraftanstrengung rächte sich bitter. Ein höllischer Schmerz durchzuckte ihre Handgelenke. Dann begann ihr Kopf zu brummen, immer stärker. Bis sie schrie. Sie hatte zu viel Zorn entfesselt, zu lange aus der Energie der Erde geschöpft, um zu töten, und nun versenkte diese Energie sie von innen. Es fühlte sich an, als kochte ihr Blut in den Adern. Der Schmerz war unerträglich. Da segelte das Mutterschiff zu dicht über den Köpfen der Zynix hinweg, und Malrons Bogenschützen nahmen die mächtigen Ballone unter Beschuss. Das Flaggschiff der Chloropanphyliker geriet trotz der verzweifelten Steuerversuche der drei Kapitäninnen ins Trudeln und pflügte im Sinkflug einen Teil der Schützen um, bevor es inmitten von Malrons Soldaten zu Boden ging. Ringsum krachten vier weitere Boote auf das Schlachtfeld. Die Zynix blieben noch eine Weile misstrauisch auf Abstand, bevor sie auf das riesige Wrack zustürmten. Die Königin hatte immer noch genug Männer, um die Welt zu erobern. Verschmelzung Matt hatte den Hügel erreicht, auf dem Malrons Kriegswagen stand. Von hier aus sah er das Mutterschiff abstürzen und die Zynix die Festung stürmen. Plush ließ die Zunge aus dem Maul hängen und begann zu humpeln. Matt saß ab und zog seine Hündin in ein Gebüsch. Warte hier auf mich, wenn ich bis morgen Abend nicht zurück bin. Dann fliehe die Menschen, soweit es geht. Plush legte ihm stürmisch das Gesicht ab und er musste sie zurückstoßen, damit sie ihm nicht folgte. Taker und Lady blieben bei ihr. Die riesigen Tausendfüßer bewegten sich nicht. Sie verbreiteten einen widerlichen Gestank. Vor den niedrigsten Balkonen, die sich rund drei Meter über dem Boden befanden, entdeckte Matt einen Wachposten. Nachdem Tobias ihn mit einem Pfeil außer Gefecht gesetzt hatte, kletterten die drei Pants an einem der Tausendfüßer empor und hieften sich auf den Steg aus Bambusrohren, der den Kriegswagen umgab. Der Aufbau, der auf den Tausendfüßern ruhte, war zwei Stockwerke hoch und so groß wie ein Hockeyfeld. Doch sie mussten nicht lange suchen. Malrons stand auf der Dachterrasse, die dem Schlachtfeld zugewandt war, und verfolgte den Siegeszug ihrer Truppen. Kaum hatte Matt sie gesehen, zog er Ben und Tobias in eine dunkle Nische. »Wir müssen noch warten, bis der Torvaderon hier ist«, flüsterte er. Die Gewitterwolke wanderte über den Fluss hinweg auf sie zu. Matt wusste, dass der Torvaderon seiner Spur folgte. Er hatte seinen Vater aufgefordert zu kommen und ihm seinen Geist geöffnet, damit er den mentalen Kontakt bis hierher aufrechterhalten konnte. »Was geht hier vor sich«, wollte Ben wissen. »Vertrau mir«. Ben sah ihn im Halbdunkel skeptisch an. »Wir verlieren den Krieg, Matt. Malrons holt gerade zum vernichtenden Schlag aus. Wir müssen warten. Es ist gleich soweit.« Ben sprang auf. »Ich halte es nicht aus, hier nur rumzusitzen. Bleibt, wo ihr seid. Ich kümmere mich darum, dass wir nicht auch noch den General der Königin am Hals haben, wenn es ums Ganze geht.« Matt hielt das für eine ganz schlechte Idee, aber noch bevor er protestieren konnte, war Ben in dem Gebäude aus Bambus verschwunden. »Lass ihn«, sagte Tobias. »Er weiß, was er tut.« Die beiden Jungen warteten noch einige Minuten, bis direkt über ihnen ein gewaltiger Donnerschlag ertönte und die Blitze aus der schwarzen Wolke den Kriegswagen in ein geisterhaftes Licht tauchten. Im selben Augenblick stürzten zehn Zyniksoldaten herbei und richteten ihre Lanzen auf Matt und Tobias. General Twine bahnte sich einen Weg durch die Truppe und musterte Matt mit einem grausamen Grinsen. Er trug seine Kettenrüstung aus tausenden von schwarzen Gliedern, die sich jeder Bewegung so perfekt anpassten, dass sie wie eine lebendige zweite Haut wirkten. »So sieht man sich wieder.« Ben stellte sich neben ihn und stemmte die Hände in die Hüften. Matt blinzelte ungläubig. »Ben? Aber …« »Es tut mir leid, Matt. Ich musste es tun.« »Was soll das?« empörte sich Tobias. Ben schüttelte den Kopf. »Es war die einzige Möglichkeit. Ich tue es zum Wohl unseres Volkes. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Ich wollte nicht länger zusehen, wie unsere Freunde einen sinnlosen Tod sterben.« »Also hast du uns verraten.« Für Matt brach eine Welt zusammen. Ausgerechnet Ben, der Weitwanderer, der Tag für Tag alles für die Pans gegeben hatte, dem kein Auftrag zu gefährlich gewesen war, um Eden zu dienen. Wenn Ben sie nun an den Feind auslieferte, konnte das nur eins bedeuten. Wer erwachsen wurde, näherte sich unweigerlich den Zynix an. Jeder ältere Pan würde irgendwann der bedingungslosen Freundschaft abschwören und berechnend, abwägend und wankelmütig werden. Bis er sich endgültig auf die Seite der Erwachsenen schlug. Das hatte Matt schon erlebt. Dieser Prozess war nicht aufzuhalten. Ben war das lebende Beispiel dafür, dass dieses Schicksal sich durch nichts und niemanden verhindern ließ. Und das gab Matt den Rest. Er konnte nicht mehr. Er wollte nicht mehr. »Ich habe einen Pakt mit Marons geschlossen. Dich, Matt, gegen den Frieden.« »Und du glaubst wirklich, dass sie dem zustimmt?« »Das hat sie bereits«, donnerte eine gebieterische Stimme. Marons trat vor. Sie trug ihre schwarz-weiße Robe. Ihr wachsbleiches Gesicht zeigte keinerlei Gefühlsregung, als sie ihren Sohn betrachtete. »Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet«, sagte sie. »Mama«, flüsterte Matt unwillkürlich. »Du siehst genauso aus, wie ich dich in Erinnerung habe. Also, also erinnerst du dich an mich?« In Marons Blick lagen weder Liebe noch Mitgefühl oder Wehmut, nichts als eine entsetzliche Kälte. »Dein Gesicht hat mich in meinen Träumen verfolgt«, zischte sie. »Nacht für Nacht. Du verkörperst meine Sünden von einst. Endlich werde ich Gott meine völlige Ergebenheit beweisen können.« »Aber liebst du mich denn nicht mehr?«, stammelte Matt. Er konnte nicht fassen, dass diese Frau, die einmal seine Mutter gewesen war, keinen Funken Zuneigung mehr in sich hatte. Als die Königin höhnisch auflachte, verwandelte sich Matt's Traurigkeit in blanke Wut. »Ich liebe dich für das, was ich dank deiner erreichen kann, mein Sohn.« »Hör auf, mich Sohn zu nennen«, presste Matt zwischen den Zähnen hervor. »Du bist nicht mehr meine Mutter. Niemals hätte der Mensch, der mich zur Welt gebracht hat, uns Kindern den Krieg erklärt. Der Glaube hat mir die Augen geöffnet, und das werde ich allen zeigen. Nach diesem Opfer, das ich nun erbringe, werden meine Männer mir bis ans Ende der Welt folgen. Hin zur Erlösung. Hin zu Gott.« Tobias drückte sich an die Wand. »Sie wollen ihn vor den Augen ihrer Soldaten umbringen?« »Zu mir allein blicken all diese verlorenen Seelen auf,« sagte Malrance mit vor Wahnsinn überschnappender Stimme. »Ich muss ihnen ein leuchtendes Beispiel sein.« »Um die letzten Zweifler zu überzeugen«, fügte General Twain hinzu, »um die Soldaten, die hier versammelt sind, zu ewiger Treue zu bewegen. Unsere Königin wird Gott ihr eigen Fleisch und Blut opfern.« »Lass die Hörne erschallen«, schrie Malrance. »Ich will, dass alle es sehen.« »Und der Krieg?«, barf Ben ein. »Sie haben es versprochen.« Die Königin musterte ihn, als wäre er eine lästige Fliege. »Der Krieg geht in diesem Moment zu Ende.« Ben stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sah Matt traurig an. »Es musste sein«, sagte er resigniert. Malrance brach in ein Gelächter aus, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Wir werden deinem Volk die Hand reichen«, sagte sie. »Und so tun, als hätten wir genug von diesem Blut vergießen. Und wenn sie uns das Tor öffnen, schneiden wir ihnen die Kehlen durch. Denn Gott wird nicht dulden, dass wir uns kleinmütig zeigen. Wir müssen ihm alles hingeben. Alles!« Als die Hörner erklangen, hielt Malrance gesamte Armee inne. Die Soldaten in der Festung brachen ihren Angriff ab, die plündernden Horden verließen das Wrack des Mutterschiffs und bald drängten sie sich zu Tausenden um den Hügel, wo heftiger Regen auf sie herabprasselte. Das Gewitter war nun genau über ihnen. Malrance stand weithin sichtbar auf der Dachterrasse ihres Kriegswagens und umklammerte einen Dolch. Twine hielt Matt die Arme auf dem Rücken fest. Tobias und Ben wurden von einem Dutzend Zynix bewacht. Der General stieß Matt in Richtung der Königin, ohne seinen eisernen Griff zu lockern. »Meine Getreuen!« brüllte Malrance über das tosende Gewitter hinweg. Ihre Worte halten über die Ebene, als hätte ihr Wahn die Kraft ihrer Stimme hundertfach verstärkt. »Vor langer Zeit haben der erste Mann und die erste Frau, unsere Urahnen, sich versündigt. Sie widersetzten sich Gottes Verbot und wurden aus dem Paradies vertrieben, und seither tragen ihre Nachkommen die Last jenes Frevelts. Zu lange musste die Menschheit leiden, als Ausgestoßene, Unvollendete hofften wir auf die Gnade Gottes. Die Zeit ist gekommen, nicht länger zu warten, sondern zu handeln. Meine Getreuen, ich habe euch die Erlösung versprochen. Ich habe euch versprochen, dass wir einen Weg finden werden, uns von der Erbsünde zu befreien. Dies ist nun der Moment, uns als gottestreue Diener zu erweisen. Damit wir in seinen Schoß zurückkehren dürfen, damit sich die Pforte zum Paradies wieder für uns öffnet. Ich habe euch aufgefordert, eure Kinder, die Frucht unserer Eitelkeit zu opfern, um Gott zu zeigen, dass wir bereit sind, niemanden als ihn zu lieben. Daher werde ich ihm nun mein eigen Fleisch und Blut als Opfergabe darbringen. Und wenn unsere Kinder allesamt tot sind, werden wir jenes finden, das die Karte auf seiner Haut trägt, die Karte, die uns den Weg zu dir weist, allmächtiger.« Twine schob Matt an den Rand der Terrasse und aus der Menge erhob sich ein freudiges Gebrüll, das von der Festungsmauer und den Hängen wiederhallte. »Herr, sieh meine unverbrüchliche Treue! Ich entsage aller Liebe außer der Deinen! Sieh meine Ergebenheit! Ich entsage meinem Sohn!« Malrance reckte den Dolch in die Höhe, packte Matt am Kopf und legte ihm die Klinge an den Hals. Ein Blitz schlug in das Bambusgebäude ein und setzte mehrere Fahnen in Flammen. Twine fuhr zusammen und ließ Matt eine Sekunde lang los. Sofort riss Matt den Kopf zurück, befreite sich mit einem mächtigen Tritt aus Twines Umklammerung und schlug Malrance so heftig auf das Handgelenk, dass es brach. Die Königin kreischte auf und ließ den Dolch fallen, der zwischen den Bambusstangen verschwand. Sie tastete am Boden nach ihrem Messer, als ein knatterndes Geräusch sie aufsehen ließ. Der Torvaderon schwebte vor Matt. Die Luft, die den schwarzen Schemen trug, wogte sanft auf und ab, obwohl ringsum ein gewaltiger Sturm heulte. Aus dem flatternden Tuch wuchs ein Totenkopf hervor. »Matt, Kind, komm in mich!« Matt breitete die Arme aus. »Ich gehöre dir! Hole mich!« brüllte er in das Unwetter hinein. Der Torvaderon erzitterte und rauschte auf die Terrasse, während Matt sich vor seine Mutter warf. Das schwarze Tuch blähte sich knisternd auf und umschlang sie beide. Tobias schlüpfte blitzschnell zwischen den staunenden Wachen hindurch und sprintete zu Matt. Er riß seinen Freund zu Boden und rollte mit ihm in dem Augenblick beiseite, indem der Torvaderon Malrons in sein Inneres saugte. Die schwarze Gestalt erstarrte. Ein Aufschrei ging durch die Menge der Soldaten, als sie begriffen, dass der Dämon ihre Königin verschluckt hatte. »Nein!« brüllte Twine und zog sein Schwert. Die Klinge pfiff durch die Luft und schlitzte Tobias das Gesicht von der Wange bis zur Stirn auf. Gerade holte der General ein zweites Mal aus, um ihn zu köpfen, da stieß Ben durch die Reihen der Wachen und stellte sich schützend vor Tobias. Das Schwert spaltete ihm den Schädel. Ben warf Tobias, der wie gelähmt am Boden lag, einen letzten Blick zu. Dann sagte er gegen Tobias, der daraufhin stürzte. Mit einem Fußtritt schleuderte Twine Bens Leiche zur Seite, um Tobias zu erledigen. In letzter Sekunde entriss Matt einem der fassungslos dastehenden Zynix das Schwert und hechtete dazwischen. Ihre Klingen kreuzten sich klirrend. Twine verpasste ihm eine linke Gerade und schlug ihm damit die Lippe auf. Als er mit einem Schwerthieb nachlegen wollte, merkte er, dass ihn etwas im Brustbein piekste. Er sah an sich herunter. Matt's Schwert hatte seine Rüstung durchbohrt und steckte bis zum Heft in seinem Körper, mitten zwischen den Lungenflügeln. Mitten im Herzen. Matt funkelte ihn hasserfüllt an. Das ist für Tobias, presste er hervor. Twine sackte auf die Knie. Der Regen troff ihm vom Gesicht. Sein letzter Gedanke galt der Königin und der großen Verheißung, der sie alle gefolgt waren, und er fragte sich, ob er nun in das ersehnte Paradies eingehen würde. Dann schlug die Nacht über ihm zusammen. Der Torvaderon ballte sich zu einem Knäuel. Da begann sich etwas in ihm zu regen. Unter dem Tuch zeichnete sich eine Gestalt ab. Der Donner verhallte und der Regen ließ nach. Das Tuch glitt herab, als hätte sich der Torvaderon in nichts aufgelöst und enthüllte ein auf dem Boden kauerndes Wesen. Es hob seinen kahlen Schädel und wandte Matt ein sanftes, androgynes Gesicht zu. Seine Züge ließen nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Matt trat einen Schritt näher und betrachtete das Wesen, das ihm irgendwie vertraut vorkam. Es war weder ganz sein Vater noch seine Mutter, sondern beide zugleich. Das Wesen erkannte Matt und ließ den Kopf hängen. »Verzeih uns, Matt«, sagte es und sank zu Boden. Der Geist seiner Mutter und der Geist seines Vaters waren in einem Körper verschmolzen. Doch für einen solchen Schock war der Mensch nicht geschaffen. Die Kreatur, die einmal der Torvaderon und Malrons gewesen war, krümmte sich langsam zusammen und starb. Gleich darauf kam Bewegung in die Menge der Zyniks. Die Männer schüttelten ihre Waffen und verlangten lautstark nach Rache. Das Herz der Erde Die gesamte Armee stürmte den Hügel hinauf, um Matt niederzumetzeln. Ember wurde von Orlandia und Clemantis aus den Trümmern des Mutterschiffs gezogen. Faelles hatte den Absturz nicht überlebt. Die Anführerinnen der Chloropanphylika trugen Ember auf die Terrasse, wo sie ihre Kräfte sammelte und schwankend aufstand. Sie betrachtete die Zyniks, die zu Tausenden heranrückten. Matt wollte sie in die Arme nehmen, um sie zu stützen, doch Orlandia hielt ihn zurück. »Lass sie sprechen«, sagte sie. Und Ember sprach, mit einer mächtigen, von übernatürlicher Kraft getragenen Stimme. »Ihr, die ihr unsere Väter und Brüder seid, senkt die Waffen, denn wir sind nicht eure Feinde.« So gewaltig war die Stimme, die das zarte Mädchen erhob, dass die Soldaten wie angewurzelt stehen blieben. »Euch fehlt jedes Wissen«, fuhr Ember fort. »Euch fehlt jede Erinnerung, und in dieser Lehre habt ihr Zuflucht in der Religion gesucht, um eurer Angst zu entfliehen. Doch wenn es irgendwo einen Gott gibt, einen barmherzigen Gott, dann kann er nicht wollen, dass ihr das Blut eurer Kinder vergießt. Die Angst vor der Leere hat euch geblendet, und ich kann diese Leere füllen.« Ember streckte die Arme aus, und kein Tropfen fiel mehr vom Himmel. Kein Windstoß regte sich mehr. Da erschien einige Meter über ihr eine Kugel aus Licht, die rasch immer größer wurde und sich langsam um sich selbst drehte. »Das ist das Herz der Erde, und es ist in meinem Inneren. Es ist das Leben, das Gedächtnis, die Vergangenheit und die Zukunft.« Der Sturm, der vor neun Monaten die Welt veränderte, holte es an die Oberfläche. Nun liegt es an uns, es zu beschützen. Es kann uns führen. Ein Geruch von feuchter Erde, duftenden Blumen, Pflanzensaft und Jod erfüllte das Tal. In der Ferne unterbrach das Gara-Heer seine Wanderung und wandte sich Ember zu. Die Kugel gab einen kristallklaren Ton von sich und pulsierte wie ein pochendes Herz aus Licht. Mit weit aufgerissenen Augen bewunderten die Zyniks die wundersame Erscheinung, und die Pans verließen die Festung, um sie ebenfalls aus der Nähe sehen zu können. Die Kugel hatte eine geradezu hypnotisierende Wirkung, die über den betörenden Duft und das sanfte Sirren hinausging. Sie sandte elektrische Wellen aus, die alle Anwesenden erfasste. Ihre Energie durchströmte Geist und Seele und durchdrang die Zellen des Körpers. Bis in die Moleküle der DNS hinein, den biologischen Code, der die Geheimnisse jedes Lebewesens in sich birgt. Da begriffen die Menschen, warum ihnen dieses strahlende Licht so vertraut war. Die Wärme, die es verbreitete, war die gleiche, die das ungeborene Kind im Bauch der Mutter umhüllt. Es war das Licht, das sie bei der Geburt erblickten, und das Licht des Todes, die Essenz des Lebens. Die Kugel, die wie ein winziger Planet über ihnen schwebte, war der Ursprung allen Seins. Ambers geisterhafte Stimme fuhr fort. Wenn ihr die Waffen niederlegt und euch uns anschließt, werden wir uns der Mission würdig erweisen, die wir seit Anbeginn der Welt zu erfüllen haben. Wir werden für den Fortbestand des Lebens sorgen, damit die Evolution weitergehen kann. Die Pans kamen näher und mischten sich unwillkürlich unter die Zyniks, so gebannt lauschten sie den Worten, die zu Frieden und Gewaltlosigkeit aufriefen. Auch die Chloropanphyliker erlagen den Zauber. Die Kugel hielt in ihrer Kreisbewegung inne und löste sich langsam in weiße Rauchschwaden auf, die sich um Ember ringelten und schließlich ganz in ihr verschwanden. Ember stieß einen langen Seufzer aus. Erschöpft ließ sie den Blick über die Menschenmenge zu ihren Füßen schweifen und sagte »Jetzt seid ihr nicht länger unwissend. Ihr seid nicht länger allein. Euer Leben ist nicht sinnlos. Die Natur hat uns eine Mission anvertraut. Wir sollen den Keim des Lebens für sie weitertragen. Von allen Tierarten war der Mensch dafür am besten geeignet. Bis wir uns selbst verloren gingen und immer zerstörerischer wurden, bis die Ausbreitung unserer Spezies das Gleichgewicht des Planeten gefährdete. Hier und heute bekommen wir eine zweite Chance. Wollt ihr sie nutzen? Ember schwieg gespannt und betrachtete die Waffen in den Händen der Erwachsenen, die sie immer noch töten konnten, um das Herz der Erde ein für allemal zu vernichten, um die Evolution zu verleugnen und alles zum Stillstand zu bringen. Dann sah sie die stummen Tränen, die den Männern über die Wangen liefen, und plötzlich trat der Erste vor und beugte das Haupt vor ihr. Wie ein einziger Mann fiel die Armee auf die Knie und warf ihre Lanzen, Schwerter, Äxte und Schilde in den Schlamm. Alle zusammen, schloss Ember. Der König von Babylon An diesem Abend entzündete die Zynik-Armee einen riesigen Scheiterhaufen und verbrannte die Leichen, die das Schlachtfeld übersäten. Stundenlang hing ein abstoßender Gestank über dem Tal, doch niemand bedeckte sich zum Schutz das Gesicht. Auf diese Weise gedachten sie der unzähligen Leben, die der Krieg gekostet hatte. Die Pans und die Erwachsenen beäugten sich immer noch misstrauisch, halfen sich aber gegenseitig, ihre Toten zusammenzutragen. Alle waren ratlos, wie es weitergehen sollte. Sie wussten nicht mehr so recht, wer sie eigentlich waren und was sie dazu gebracht hatte, sich so grausam zu bekämpfen. Jedes geflüsterte Gespräch, jeder verstohlene Blick galt Ember. Man brachte sie in die Festung, damit sie sich von den extremen Anstrengungen der vergangenen Stunden erholen konnte. Sie schlief zwei Tage und Nächte lang. Als sie aufwachte, saß Tobias neben ihr. Die rote Schnittwunde reichte ihm von der Stirn bis zur Wange. Matt saß auf dem Bett und hielt ihre Hand. »Was für ein Abenteuer«, sagte er leise. »Was für ein Abenteuer«, wiederholte sie sanft. »Die Zyniks werden einen Vertreter bestimmen, der den Dialog mit uns aufnehmen soll«, erzählte er. »Tobias hat Balthasar für diese Aufgabe vorgeschlagen. Er ist schon unterwegs hierher.« »Wir werden Zeit brauchen, um uns zu verstehen und Vertrauen zueinander zu fassen«, sagte Ember. Matt sah sie eine Weile an, bevor er fragte. »Wie fühlst du dich?« »Ich meine, wie fühlt es sich an mit dieser Energie in dir?« »Ich habe Angst. Angst vor der Verantwortung.« »Aber davon abgesehen ist es körperlich. Ich spüre keinen Unterschied mehr. Das Gefühl ist abgeklungen. Jetzt ist es einfach in mir drin. Das ist alles.« »Und jetzt?« wollte Tobias wissen. »Gibt es sowas wie eine Anweisung? Musst du etwas Bestimmtes tun?« »Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich spüre nur gewisse Dinge. Als die Erde den Sturm entfesselt hat, um uns aus der Bahn zu werfen, uns zu drohen und uns an unsere Ursprünge und an unsere wahre Natur zu erinnern, hat sie wohl so viel Energie aufgewendet, dass ihr Herz nach außen gelangt ist. Also brauchte sie eine Hülle, um es zu schützen und weiterzugeben. Und diese Hülle bin ich.« »Es weiterzugeben?« fragte Matt nach. Ember senkte den Blick. »Ja, eines Tages.« »Hä?« machte Tobias, der nicht begriff, worum es ging. »Indem ich Leben schenke.« »Ach so.« Ember spürte, dass die Jungen unangenehm berührt waren und wechselte das Thema. »Wie geht es den Pans?« Matt und Tobias sahen traurig zu Boden. »Es gab viele Tote«, sagte Matt, »und unzählige Verletzte.« »Ganz zu schweigen von den vielen Kindern, die wahrscheinlich für immer traumatisiert sind.« »Und dann gibt es etliche, die...« »Die sich den Erwachsenen näher fühlen als uns, so wie Colin, aber bei den Zyniks auch noch keinen Platz haben. Was wir mit denen machen sollen, weiß keiner.« »Und Ben?« Matt schüttelte finster den Kopf. »Er hat uns verraten«, sagte Tobias bedrückt und fügte fast entschuldigend hinzu. Er dachte, dass er damit dem Wohl der Mehrheit dient. »Ein Zynik hat uns gesteckt«, erklärte Matt, »dass er es war, der uns in Babylon verpfiffen hat und nicht nie, wie ich geglaubt habe.« Ben war im kritischen Alter, er wurde allmählich erwachsen und seine Entscheidungen wurden immer rationaler. Wir vermuten, dass er dich und mich an die Zyniks ausliefern wollte, um den Krieg zu beenden, unter der Bedingung, dass sie uns nichts antun. In Babylon hatte er es zum ersten Mal versucht. In Wirtlon Dice konnte er es nicht wagen, ohne uns alle und damit auch sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Also hat er hier auf eine gute Gelegenheit gewartet. »Inzwischen habe ich richtig Angst vor dem Erwachsenwerden«, meinte Tobias. »Ab jetzt wird alles anders«, tröstete Ember ihn. »Und sie sollte Recht behalten.« Balthasar traf einige Tage später ein. Man hatte ihn erst aus dem Kerker befreien müssen, in den er wegen Beihilfe zur Flucht der Pans geworfen worden war. Nun tauschte er seinen verschimmelten Strohsack gegen den Thron ein. Die Zyniks ernannten ihn zum König von Babylon. Die Erwachsenen konnten sich ein Zusammenleben ohne Anführer noch nicht vorstellen. Sie mussten sich erst daran gewöhnen, eine eigene Stimme zu haben. Als erstes ließ Balthasar den Nabelring verbieten. Von einem Turm der Festung aus hielt er eine lange Rede, in der er sich an Zyniks und Pans gleichermaßen richtete, um ihnen die Angst vor der Zukunft zu nehmen und den Beginn einer neuen Ära zu verkünden. Er betonte, wie wichtig es sei, die menschliche Natur nicht zu vergessen und miteinander zuzuhören. Die Liebe, schärfte er ihnen ein, war keine Sünde, und auch wenn er die Existenz eines Gottes nicht bestritt, so sollte es doch jedem Einzelnen selbst überlassen sein, woran er glaubte. Religion sei Privatsache und dürfe das Verhältnis der Menschen untereinander auf keinen Fall beeinflussen, wiederholte er immer wieder. Mahnend wies er darauf hin, dass den Frauen in ihrer bisherigen Gesellschaftsordnung nicht genügend Freiheiten eingeräumt worden waren. Und er endete mit einem Appell, der ihm besonders am Herzen lag. Männer und Frauen sollten sich wieder lieben, um der Menschheit als Ganzes eine Zukunft zu geben. In den darauf folgenden Wochen wurde deutlich, dass die Zyniks und die Pans noch zu viel Angst voreinander hatten, um Seite an Seite zu leben. Also beschloss man, dass beide Gruppen einstweilen auf ihrem Gebiet wohnen bleiben würden, die einen im Norden, die anderen im Süden. In der Festung sollten regelmäßige Zusammenkünfte stattfinden. Die Zyniks, die nicht so schnell vergessen konnten, was Marons ihnen eingebläut hatte, fürchteten sich vor den Kindern und fühlten sich in ihrer Gegenwart unwohl. Daher boten die Pans ihnen an, die Kinder aufzunehmen, die bei den Zyniks zur Welt kommen würden. Im Gegenzug würden die Erwachsenen all jene Pans willkommen heißen, die dem Jugendalter entwuchsen und lieber bei den Zyniks leben wollten. Gemeinsam trafen sie eine ganze Reihe von Abkommen, und so wagten sie schließlich zu hoffen, dass ein Leben in Frieden und gegenseitiger Achtung möglich war und sie eines Tages wieder einträchtig unter einem Dach wohnen könnten. In Babylon und vielleicht auch in Eden. Die Welt würde sich ändern, wenn alle tatkräftig dazu beitrugen, um sie besser zu machen. Zumindest wünschten sich das alle. Seit dem Bündnis mit den Zyniks waren drei Wochen vergangen. In Eden hatte der Herbst Einzug gehalten und Matt spazierte durch die sonnendurchfluteten Straßen. Unter dem riesigen Apfelbaum im Herzen der Stadt traf er auf Amber. Plush, deren Wunde schon fast ganz verheilt war, lag neben ihr und döste. Amber hielt einen Apfel in der Hand, den sie am Boden gefunden hatte. Der Rat von Eden hat soeben bekannt gegeben, dass Sally und Mayles unsere offiziellen Sprecherinnen sein werden. Sie brechen heute Abend zur Festung im Pass der Wölfe auf, um sich mit den Vertretern der Zyniks zu treffen, berichtete Matt. Das freut mich. Sie sind klug und haben diplomatisches Geschick. Sie werden sicher für ein gutes Verhältnis zu den Zyniks sorgen. Das ist leider noch nicht alles. Die Zyniks haben auch einen Botschafter entsandt. Den Unschuldstrinker. Balthasar war dagegen, aber dieses Ekelpaket hat seine Beziehung in Babylon spielen lassen und ist gegen den Willen des Königs ernannt worden. Tja, vielleicht wäre es einfach zu schön, um wahr zu sein, wenn alles nach unseren Wünschen ginge. Ich habe Sally und Mayles schon gewarnt. Sie werden ihn im Auge behalten. Es gibt viel zu tun. Jeder wird seinen Platz finden müssen. Apropos, Colin geht auch mit zur Festung. Er hat angeboten, Botengänge zwischen Eden und Babylon zu übernehmen. Diese Aufgabe wird ihm bestimmt guttun. So muss er sich noch nicht festlegen, zu wem er gehören will. Wie geht's Tobias? Seine Verletzung ist mittlerweile so gut wie verheilt, aber die Narbe wird wohl bleiben. Insgeheim ist er sogar stolz darauf, glaube ich. Abends hängt er im Salon der Erinnerung rum und erzählt jedem von unseren Abenteuern. Das verschafft ihm ein Heidenrespekt. Amber und Matt lachten. Plötzlich bemerkte sie, dass sich der Blick ihres Freundes verdunkelte. Und wie geht es dir? Matt wiegte den Kopf hin und her, als könne er das nicht so genau sagen. Ich denke an meine Eltern, gab er zu. Warum gerade sie? Warum ich? Irgendjemanden musste es eben treffen. Das warst zufällig du. Es hätte aber auch Tobias sein können oder ich oder irgendjemand anderes. Mit dem Sturm hat die Erde unsere Welt auf den Kopf gestellt. Und bei dieser gigantischen Kraftanstrengung ist einiges passiert, was sie so nicht vorgesehen hatte. Manches, wie etwa die Horde der Seelenlosen, hätte es gar nicht geben dürfen. Manche Erwachsene haben sich in Luft aufgelöst, während andere am Leben bleiben durften und von ihren Kindern getrennt wurden, als sollte uns das eine Lektion erteilen. Und ich denke, diese Botschaft ist auch angekommen. Die Natur geht nicht nach dem, was sie weiß, sondern was sie spürt, was sie erahnt. Deine Eltern standen mit ihrem Sorgerechtsstreit wahrscheinlich stellvertretend für ein Problem, das die Beziehung zwischen den Menschen immer mehr beherrschte. Also hat die Natur die beiden benutzt, um uns zu zwingen, die Kluft zu schließen und die feindlichen Lager zu versöhnen. Es war ein Test, der zeigen sollte, ob sie uns wieder vertrauen kann und wir würdige Träger des Lebens sind. Matt zuckte mit den Schultern. Mag sein. Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt noch andere Familien, die so gnadenlos gegeneinander ausgespielt worden sind. Bestimmt. Denk an das steinerne Testament. Da waren noch mehr Spuren, noch mehr Orte, die offenbar von Bedeutung sind. Wir sind bislang nur der Spur zu den Chloropanphylikern gefolgt, weil wir sie schon kannten. Aber es gibt noch andere. Glaubst du, dass sie auch von Pans wie uns gefunden worden sind? Dass es irgendwo Kinder gibt, die auch ein Stück vom Herzen der Erde in sich tragen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Hoffentlich ist es so. Andere Mädchen und Jungen, die wie wir von der Natur auserwählt worden sind, Hüter eines großen Plans zu sein und ihre verfeindeten Eltern wieder zusammenzubringen. Andere Geschichten, die hoffentlich schön sind. So schön wie unsere. Matt lächelte. Weißt du, diese Nacht im Schloss von Marons, sagte er, das war etwas ganz Besonderes. Das werde ich nie vergessen. Ember erwiderte sein Lächeln. Sie nahm ihn bei der Hand und zog ihn zu sich herunter, um ihm einen Kuss auf die Lippen zu geben. Dann biss sie in den Apfel und hielt ihn Matt hin. Probier mal, der ist lecker. Als Matt sich an diesem Abend schlafen legte, war ihm leichter ums Herz. Ember war der Halt, an den er sich klammern konnte, wenn Zweifel und Traurigkeit ihn überwältigten. Ihre Küsse spendeten ihm Trost. Da gerade alles im Umbruch war, hatte Ember ihre Pläne, weitwanderend zu werden, erst einmal auf Eis gelegt. Zwar war der Bedarf größer denn je, seit die Zyniks und Pans miteinander in Kontakt standen, doch was sie erlebt hatte, beschäftigte sie einfach noch zu sehr. Diese Entscheidung brauchte Zeit. Ihre Alteration war inzwischen so mächtig, dass es ihr selbst Angst machte. Und wenn sie in sich hineinfühlte, spürte sie das Herz der Erde pochen. Es war, als müsste sie ein ungeborenes Kind schützen, und da wollte sie kein unnötiges Risiko eingehen. Es würde eine Weile dauern, bis sie ihre neue Rolle akzeptieren konnte, bis ihr die neugierigen und bewundernden Blicke auf der Straße nichts mehr ausmachten. Matt würde ihr helfen. Komme, was wolle. Zusammen konnten sie Großes bewirken. Das wusste er ganz genau. Ihre Schicksale waren miteinander verwoben. Das sagte er sich immer wieder vor. Endlich hatte er das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Wehmütig dachte er an seine Eltern. Irgendwie kam ihm diese ganze Geschichte vor wie ein Traum. Ein Traum, der ihn einlullte. Und wenn es tatsächlich so war? Würde er jetzt, wo er darüber nachdachte, plötzlich aufwachen? Er erinnerte sich an Ambers Hypothese, dass es irgendwo auf der Welt noch andere Jugendliche geben könnte, die das Gleiche erlebten. Wenn das nicht der Fall war, dann musste es wirklich ein Traum sein. Sein Traum. Und sobald er einschliefe, würde er daraus erwachen müssen und sich in seinem Zimmer in New York wiederfinden. Amber wäre nicht mehr da. Es gäbe kein Eden mehr. Und keine Pans. Matt schloss die Augen und krallte die Hand ins Kissen. Zum allerersten Mal hoffte er, dass er beim Aufwachen noch hier sein würde, in dieser neuen Welt. Das war sein neues Leben. und er wollte es nicht mehr missen. Das war Maxim Schattam. Alterra. Der Krieg der Kinder. Gelesen von Timonisner.